Die Welt am Morgen mit Marie Droste und Carsten Hädler. Im Bundestag könnte es ab 13 Uhr richtig laut werden. Kanzler Scholz stellt sich den Fragen der Abgeordneten. Im Mittelpunkt dürfte sein anhaltendes Nein zu den Taurus-Lieferungen an die Ukraine sein. Deswegen wird auch der Ton zwischen den Ampel-Koalitionären immer rauer. Die AfD versucht weiter mit allen juristischen Tricks, das Berufungsverfahren gegen den Bundesverfassungsschutz in die Länge zu ziehen. Vor dem Oberverwaltungsgericht NRW in Münster geht der Prozess wegen der rechtsextremistischen Tendenzen in der Partei weiter. Vor allem wegen einer Antragsflut könnte sich das Urteil verzögern. Das Fußballmärchen von der Saar. Es geht weiter. Nach Bayern und Frankfurt scheitert mit Gladbach der dritte Bundesligist im DFB-Pokal am 1. FC Saarbrücken. Beim Drittligisten brachen nach dieser Sensation alle Dämme. Im Halbfinale wartet nun Zweitligist Kaiserslautern. Und damit ist es 7 Uhr an diesem Mittwoch, den 13. März. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie bei uns sind. Es wird wieder ein sehr interessanter Tag werden, Marie, denn ab Bundestag wird es ab 13 Uhr sicherlich hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich nämlich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte ja an, den Regierungschefe grillen zu wollen. Ja, was für eine Ansage. Doch auch innerhalb der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei diesem Thema immer rauer, so bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese die jüngsten Äußerungen des grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenministerin Cameron, der sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Was das bedeutet, mehr dazu von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann, das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft dem vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei, das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Und damit zu Gerrit Sebert, der für uns im Paul-Löbe-Haus ist, wo dann der Verteidigungsausschuss heute auch nochmal zusammenkommen wird. Gerrit, einen schönen guten Morgen. Ja, das sind ja sehr deftige Äußerungen, die da also jetzt in der Taurus-Debatte innerhalb der Koalition dort auch wieder fallen. Formal ist es ja dann doch am Ende, aber der Kanzler, der mit seinem Nein auch formal die Entscheidungsgewalt hat. Also was bringt jetzt dieser Zoff, der ja wirklich so hoch kocht? Ja, also ich habe das Gefühl, die Ampel hat jetzt auch losgelöst von der Sachfrage um den Taurus ein bisschen Angst um die Stimmung innerhalb der Koalition. Und wie du ja gesagt hast, am Ende entscheidet der Kanzler und man hat auch das Gefühl, dass der Kanzler gestern seine Fraktionsvorsitzenden, also die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien vielleicht etwas zur Ordnung gerufen hat. Weil die haben gestern nach den Fraktionssitzungen der einzelnen Parteien auch tatsächlich ihre eigenen Leute versucht zur Ordnung zu rufen. Britta Hasselmann hat gesagt, die Grünen würden nicht mit dem Unionsantrag stimmen. Christian Dürr hat auch gesagt, die Koalition steht zusammen, es wird keine wechselnden Mehrheiten geben. Und das alles kommt natürlich daher, dass sich natürlich einzelne Ampelabgeordnete dazu geäußert haben, vielleicht ja sogar doch mit dem Unionsantrag stimmen zu wollen. Die Stimmung ist wirklich angespannt. Auch Rolf Mützenich, der Fraktionschef der SPD, der hat sogar Konsequenzen gefordert für Abweichler. Also man merkt, der Ton wird rauer und die Stimmung innerhalb der Koalition, wie gesagt, losgelöst von der Sachfrage Taurus, die ist angespannt und das macht natürlich vielen Sorgen. Und jetzt versuchen natürlich zumindest die Parteispitzen auf ihre Abgeordneten einzuwirken, dass sie eben nicht mit dem CDU-Antrag stimmen werden, damit auch die Stimmung in der Ampel nicht weiter belastet wird. Ja, das dürfte auch die Regierungsbefragung heute dann ab 13 Uhr sicherlich überschatten. Gerrit, danke erstmal. Damit schauen wir natürlich auch nach Russland zu unserem Morsland-Korrespondenten Christoph Wanner. Guten Morgen Christoph. Ja, die deutschen Taurus-Diskussionen, die haben natürlich jetzt auch sogar ins russische Parlament geschafft. Wie ist denn da die Reaktion darauf über dieses Hickhack in Deutschland? Ja, also die Nervosität in Bezug auf mögliche Taurus-Lieferungen aus Deutschland an die Ukraine ist groß in Russland und nicht den ersten Tag. Wir beobachten das seit Monaten. Ich habe jetzt gerade bei der Recherche einen Artikel gefunden vom 1. Oktober letzten Jahres, als Dimitri Medvedev schon einmal auf mögliche Taurus-Lieferungen reagiert hat und gesagt hat, sollte diese Waffe gegen Russland eingesetzt werden, dann werde Russland sich vorbehalten, die Fabriken in Deutschland zu bombardieren, die den Taurus herstellen. Und dann gab es eine weitere Reaktion von Medvedev, fast schon etwas hysterisch vor einigen Tagen, als er dann über Telegram gepostet hat, Tod den deutschen faschistischen Okkupanten und jetzt die Warnung des russischen Parlaments, dass Deutschland in den Krieg mit hineingezogen werden könnte, falls der Taurus geliefert wird. All das ist natürlich in erster Linie einmal der Versuch zu spalten, der Versuch, Angst zu machen, die deutsche Bevölkerung zu verunsichern und eben dann auch den Druck auf die Politiker zu erhöhen, in Deutschland von solchen möglichen Taurus-Lieferungen Abstand zu nehmen. Also diese Waffe, dieser deutsch-schwedische Marschflugkörper ist ein Kriegsgerät, vor dem die Russen größten Respekt haben. Und das sieht man eben daran, wie aufgeregt die Reaktionen sind über Monate hinweg. Und zwar nicht nur jetzt von irgendwelchen, möchte ich mal sagen, Nobodies in der fünften Reihe irgendwo im Parlament, sondern die komplette russische Führung ist da äußerst nervös. Christoph, wir müssen auch noch über einen anderen Vorgang sprechen. Gestern, da gab es offenbar Angriffe pro-ukrainischer Kämpfe in russischen Grenzorten. Was ist da inzwischen dir bekannt? Ja, es gab tatsächlich Angriffe und zwar massiv auf russisches Kernland. Also nicht auf irgendwelche Gebiete, die von den Russen im Zuge des mittlerweile zweijährigen Krieges erobert und besetzt wurden oder sogar annektiert wurden, wie diese vier ukrainischen Provinzen Donetsk, Lugansk, Zaporozhye und Cherson, sondern Angriff auf international anerkanntes russisches Kernland. Und zwar die Provinzen Belgeret und Kursk und da eben im Grenzbereich. Und da scheinen Ukrainer oder wie es von der ukrainischen Seite heißt, Russen, die gegen die eigenen Leute kämpfen, angegriffen zu haben. Und zwar in Kompaniestärke, in verschiedenen Angriffswellen. Unter anderem sind da wohl auch Panzer eingesetzt worden. Dann gepanzert die Fahrzeuge. Und bei diesen Truppen, die da angegriffen haben, handelt es sich angeblich um so Verbände wie Sibirisches Bataillon oder Legion Freiheit Russlands oder russisches Freiwilligenkorps, eben Putin-Gegner, die auf der Seite der Ukraine kämpfen, wie es heißt hier. Aber das wird natürlich so nicht akzeptiert, vor allem von russischen Kriegsbloggern. Und da heißt es, dass das einfach ganz reguläre ukrainische Truppen waren, die versucht haben, in russisches Kernland einzudringen. Wie es hier in Moskau heißt, seit dieser Angriff abgewehrt worden. Das russische Verteidigungsministerium spricht davon, dass sieben Panzer der Ukrainer zerstört worden seien. 234 Tote hätten die Ukrainer zu beklagen. Da haben dann so die Militärblogger wie Yuri Padalaka ihre Zweifel, sprechen der eher von knapp 80 ukrainischen Toten. Ungefähr so wird das Ganze hier diskutiert und auch mit großer Nervosität. Und Kreml-Kritiker gehen eben davon aus, dass das Ganze jetzt dazu gedient hat, im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen Ende dieser Woche hier in Russland zu zeigen, dass die Ukraine handlungsfähig ist, dass es auch unter Russen bewaffneten Widerstand gibt und dass eben Russland überhaupt nicht in der Lage ist, seine Grenze zu schützen. Letzteres stimmt dann wohl nicht ganz, weil es den Russen tatsächlich gelungen ist, de facto die Grenzen zu schützen mit schweren Kämpfen. Christoph, danke für all diese Einordnungen nach Moskau. Und in Deutschland prägt den Tag heute wirklich auch die Taurus-Debatte. Deswegen schauen wir schon mal, welche Live-Termine wir heute für Sie dann auch übertragen werden. Um 8 Uhr ist es dann der Verteidigungsausschuss des Bundestages, der zum Taurus-Streit zusammentritt. 11.15 Uhr wird CDU-Chef Friedrich Merz das jüdische Gymnasium in Berlin Mitte besuchen. Und um 13 Uhr dann die angekündigte Regierungsbefragung von Olaf Scholz im Deutschen Bundestag, wo es ja wirklich hoch hergehen könnte. Und wir bleiben noch bei der Ukraine-Thematik, denn wegen der Blockade des 60-Milliarden-Dollar-Paketes für das Land im US-Kongress hat das Weiße Haus ein militärisches Nothilfepaket nun beschlossen. Es sollen Waffen und andere Ausrüstung im Wert von umgerechnet 275 Millionen Euro für Kiew bereitgestellt werden. Das kündigte das Pentagon an und damit werde auf einige der dringendsten Bedürfnisse der ukrainischen Armee reagiert. Die von Präsident Biden im Haushalt vorgesehenen 60 Milliarden Dollar werden ja seit Wochen von den oppositionellen Republikanern blockiert. Der Streik. Der Lokführer-Gewerkschaft GDL, der ist beendet, zumindest vorerst. Seit 2 Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene allmählich wieder an. Das hat nun auch die Bahn bestätigt. Im Güterverkehr hatte der Ausstand ja früher begonnen und endete bereits gestern Abend. Fahrgäste, die müssen sich insbesondere aber an diesem Morgen auf ziemlich volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, die geht weiter. Flugreisende müssen weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiten. Betroffen sind die Abflüge in München. Rund 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. Das heißt 50.000 Passagiere in etwa haben das Nachsehen. Für morgen kündigte Verdi bereits Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Die rechtsextremen Tendenzen in der AfD sind in der Bevölkerung und bei den Gerichten weiterhin ein großes Thema. So wird heute in Münster vor dem Oberverwaltungsgericht NRW die Berufungsverhandlung AfD gegen den Bundesverfassungsschutz fortgesetzt. Am ersten Tag verzögerte die AfD allerdings mit zahlreichen Beweis- und Befangenheitsanträgen, sowie auch dem Wunsch, die Öffentlichkeit von diesem Verfahren auszuschließen, bereits den Verlauf. Ob es daher heute wie ursprünglich mal vorgesehen ein Urteil geben wird, ist völlig unklar. Die AfD hat insgesamt 210 solcher Anträge gestellt. Jonas Feld hat die Einzelheiten für sie. Gar nicht glücklich wirken die Fraktionsvorsitzenden der AfD, als sie den Journalisten auf der Fraktionsebene im Bundestag Rede und Antwort stehen. Bei der Partei läuft es nämlich alles andere als rund. In zweiter Instanz wehrt sich die AfD gegen die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz. Nun soll sich das Oberverwaltungsgericht in Münster mit der Frage beschäftigen. Die Definition des Verfassungsschutzes interessiert mich überhaupt nicht, weil es ein Werturteil ist. Es ist eine Bewertung, die völlig subjektiv ist, die keine objektivierbaren Kriterien anlebt. Dabei ist die Definition wichtig, denn die entscheidet darüber, ob der Verfassungsschutz sogenannte nachrichtendienstliche Mittel einsetzen darf. Dazu gehören V-Leute, Observationen und das Überwachen der Kommunikation. Der erste Verhandlungstag hatte nach zahlreichen Anträgen durch die AfD und mehreren Beratungen des fünften Senats erst mit deutlicher Verspätung am Mittag begonnen. Ob es heute ein Urteil geben wird, ist noch offen. Der Anwalt der AfD will weitere Beweisanträge stellen. Und dann plagt die Partei auch noch die Recherche des Bayerischen Rundfunks. Mindestens 100 Mitarbeiter der Bundestagsfraktionen seien in rechtsextremen Organisationen aktiv. Und es ist so lächerlich an den Haaren herbeigezogen, mit welchen offensichtlichen, rufschädigenden Mitteln hier gearbeitet wird. Noch einmal, wird der Bürger unbequem, dann bezeichnen ihn als rechtsextremen. Das Ganze ist eine Medienkampagne, übrigens Steuergeld finanziert. Sie sind ja alle hier GEZ-abhängig. Und dann machen sie natürlich nur eins, sie reden nach dem Ton der Regierung. Die anderen Parteien aber wundert die Recherche nur bedingt. Es überrascht ja nicht sehr, dass die Mitarbeiter von Abgeordneten sich ihren Chefs angleichen. Das kann nicht spurlos an uns vorübergehen. Deswegen wünsche ich schon, dass sowohl die Bundestagspräsidentin, aber auch das Präsidium sich mit diesen Erkenntnissen befasst. Und genau da will Bundestagspräsidentin Baas nun ansetzen. Sie hat bereits eine Überprüfung von gesetzlichen Regeln zum besseren Schutz des Parlaments angekündigt. Und unsere Frage des Tages dreht sich auch um die AfD. Wir wollen von Ihnen wissen, ist die AfD Ihrer Meinung nach eine rechtsextreme Partei? Bitte nehmen Sie Ihr Handy zur Hand, scannen Sie den QR-Code und nehmen Sie an der Umfrage teil. Das Ergebnis dann wie üblich bei uns ab 18 Uhr in die Welt am Abend. Bis November ist es noch ein bisschen hin, aber jetzt ist es offiziell. Bei den US-Präsidentschaftswahlen werden dann Joe Biden und Donald Trump wieder gegeneinander antreten. Biden, der setzte sich bei den Vorwahlen der Demokraten in Georgia und Mississippi durch und hat damit genügend Stimmen zusammen. Das reicht also, um beim Nominierungskongress der Demokraten im August in Chicago offiziell zum Spitzenkandidaten ändern zu werden. Allerdings hatte der 81-Jährige keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten. Genau wie Donald Trump bei den Republikanern. Der 77-Jährige gewann ebenfalls mehrere Vorwahlen und sicherte sich die restlichen Delegiertenstimmen. Es ist das erste Mal seit 1952 und 1956, dass dieselben Kandidaten bei zwei aufeinanderfolgenden US-Wahlen gegeneinander antreten. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tesla-Chef Elon Musk offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Noch ist das vom E-Autobauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach Tagen lang im Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe auch nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald immer lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig noch bis Freitag. Also offiziell wissen wir noch nichts, ob Elon Musk tatsächlich nach Grünheide kommen wird. Aber Paul Klinzing ist schon mal für uns am Tesla-Werke dort in Brandenburg. Guten Morgen, Paul. Ja, also wenn der Tesla-Chef nun persönlich kommt, was für ein Zeichen will der Milliardär tatsächlich mit seiner Visite auch Richtung der Politik setzen? Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir blicken mal darauf, falls jetzt Elon Musk wirklich kommt. Und es wurde ja schon angekündigt, dass unter anderem auch politische Persönlichkeiten vorbeikommen. Unter anderem der Brandenburger Ministerpräsident, aber auch der Wirtschaftsminister soll vorbeikommen. Aber auch der regierende Bürgermeister Berlins Kai Wegner soll vorbeikommen. Und jetzt blicken wir auf die deutsche Seite. Wieso wollen Sie mit Elon Musk sprechen? Natürlich, um den reichsten Menschen der Welt auch zu zeigen, dass Deutschland der richtige Standort ist, um auch wirtschaftlich hier Fuß zu fassen in Europa. Wir können uns ja vor ein paar Jahren erinnern, als Elon Musk sich entschieden hat, in Deutschland diese Fabrik hinter mir aufzubauen. Es ist die Allereinzige in ganz Deutschland, in ganz Europa, Entschuldigung. Und da wollen die Politiker natürlich zeigen, dass es der richtige Standort ist. Aber genau das Gegenteil passiert ja in dem Moment. Denn vor einer Woche gab es ja diesen Brandanschlag auf diese Stromversorgung. Und dann will man natürlich von deutscher Seite aus erklären, Elon Musk, dass das nur ein Einzelfall war und so nicht mehr vorkommt. Wir blicken auf Elon Musk. Der ist natürlich alles andere als amused. Er hat ja schon geschrieben, dass diese Aktion sehr dumm sei. Und er will sich dann auch hier nochmal informieren, ob denn das nochmal geschehen kann. Aber wirtschaftlich gesehen ist das natürlich eine doch große Katastrophe für Elon Musk. 50 bis 60 Millionen Euro pro Tag kostet das, wenn die Factory hinter mir nicht arbeitet. Also ein sehr großer wirtschaftlicher Schaden, auf dem er wahrscheinlich auch sitzen bleibt. Denn Versicherungen, so wurde uns das auch gesagt, werden das höchstwahrscheinlich nicht zahlen. Denn das war höhere Gewalt, in dem Fall ein terroristischer Anschlag. Deshalb muss Elon Musk das wahrscheinlich auch selber bezahlen. Und er wird sich sicherlich auch insgeheim so eine kleine Strichliste ja für sich selber aufgelegt haben. Und das ist doch ein sehr großer Minuspunkt jetzt auf seiner Strichliste. Und wenn er nochmal irgendwelche Projekte hier in Deutschland verwirklichen will, dann ist das, was jetzt gerade hier passiert in Deutschland, ein sehr großer Negativpunkt. Deshalb dieses Gespräch heute hier vor Ort aus deutscher Sicht auch sehr, sehr wichtig. Paul, danke für diese Einordnungen. Und dann sind wir mal gespannt, ob Elon Musk tatsächlich kommen wird. Du wirst das für uns beobachten. Bis später. Sport. Sensation im DFB-Pokal. Eigentlich müssten wir eher sagen, treffender Sensarsation. Denn der Drittligist, der 1. FC Saarbrücken, hat mit Borussia Mönchengladbach jetzt gleich die nächsten Bundesligisten aus dem Wettbewerb gekiegelt. Ja, schon die Bayern und Eintracht Frankfurt mussten dran glauben. Der jüngste Kuh sorgte auch gleich für ein Novum. Denn erstmals in der Geschichte steht mit Bayer Leverkusen jetzt nur noch ein einziger Bundesligist im Halbfinale. Unser Sportreporter Andreas Büttner hat sich mit dieser Pokalsensation beschäftigt. Tut uns ein bisschen leid am Morgen, denn schließlich ist er Eintracht Frankfurt-Fan. Und die haben die Saarländer ja auch rausgeschmissen. Aber wir schauen auf das Pokalmierchen. Ja, das ist einfach unbeschreiblich jetzt. Wir sind im Halbfinale. Der Pokalschreck macht es schon wieder. Grenzenloser Jubel beim 1. FC Saarbrücken. Der Fußball-Drittligist schlägt den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und steht damit im Halbfinale des DFB-Pokals. Ja, ich glaube, es ist schon wie die letzten Spiele. Sehr, sehr schwierig, jetzt irgendwas zu sagen. Also gerade nach dem Abpfiff hatte ich einfach nur Gänsehaut gehabt, aber nicht, weil mir kalt war. Ja, es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Und das wieder mal nach einer unbeschreiblichen Wasserschlacht. Nach der frühen Führung der Gladbacher gleich Saarbrücken im Gegenzug direkt aus, um in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Als ich dann im Spiel mal mit Manu Zeitz geredet habe, habe ich auch gesagt, vielleicht müssten wir all in gehen, um halt in den letzten Minuten noch ein Tor zu machen. Aber ich meine, wir haben es ja auch bis dahin sehr gut verteidigt und hätten auch sagen können, wir gehen in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Ja, aber am Ende ist ich einfach glücklich, dass es so gekommen ist. Im Halbfinale trifft Saarbrücken nun auf den Zweitligisten Kaiserslautern. Im Pokalfinale in Berlin würde dann Leverkusen oder Düsseldorf warten. Erstmal haben wir noch ein Halbfinale vor uns, ein Wichtiges. Das wird auch ein schweres Stück Arbeit und ich glaube, da ist erstmal der Fokus drauf. Aber erstmal heute Abend ist der Fokus auf etwas anderes. So, wir bleiben beim Fußball, aber wir gehen in die Königsklasse, in die Champions League. Denn für Borussia Dortmund geht es heute Abend um den Einzug ins Viertelfinale. Und der Gegner ist PSV Eindhoven aus den Niederlanden. Im Rückspiel muss der BVB verletzungsbedingt Aufstürmer Sebastian Allee sowie den gesperrten Verteidiger Nico Schlotterbeck verzichten. Nationalspieler Mats Hummel hat dagegen gute Chancen zurück, in die Startelf zu rutschen. Das Hinspiel in Eindhoven endete umstritten, 1 zu 1 unentschieden. BVB-Trainer Edin Terzic ist guter Dinge vor heimischem Publikum die Runde der letzten acht zu erreichen. Das haben wir uns erarbeitet durch eine gute Ausgangssituation im Hinspiel. Und trotzdem wissen wir, dass es morgen eine große Chance gibt. Und da wollen wir alles für tun, alles investieren und mit Freude morgen in dieses Spiel reinzugehen. Und dann werden ganz viele Details dafür sorgen, dass wir einen tollen Abend erleben, gemeinsam mit unseren Fans. Und darauf freuen wir uns sehr. Und die Fußball-Europameisterschaft steht ja auch in diesem Sommer an. Und nun plant die Bundesregierung offenbar eine Lockerung der Vorschriften für die Nachtruhe für diesen Zeitraum. Fanfeste und Public Viewing sollen während des Heimturniers vom 14. Juni bis zum 14. Juli bis in die Nacht hinein möglich werden. Das berichtet der Spiegel. In den zehn Aussagen des Orten gibt es offizielle Fan-Zonen der UEFA, in denen die Spiele dann auch auf Großbildschirmen gezeigt werden. Die Kommunen sollen sie trotz entstehender Ruhestörungen großzügig genehmigen. Für Public Viewing braucht man ja eigentlich nur das entsprechende Wetter. Und eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die endlich mal wieder gut spielt. Das ist, glaube ich, wichtiger, oder? Dafür würden wir auch ein paar Regentropfen in Kauf nehmen, oder? Ja, dafür würde ich sogar Sturm in Kauf nehmen. Hauptsache, das ist nicht offen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, also ich meine, wäre die Fußballspiele, welche auch immer, jetzt oder in den kommenden Tagen, sähe es gar nicht so schlecht aus. Heißt? Gut, heute, ja, die berühmte Einschränkung, ja, heute ist das Wetter ziemlich zweigeteilt, aber mit großen Schritten steuern wir zum ersten Mal in diesem Jahr auf die magische 20-Grad-Marke zu Guten Morgen. Mild wird es heute schon, wie man schön am Strömungsfilm anhand der Einfärbung der Pfeile sehen kann. Außerdem gewinnt das Hoch über Frankreich weiter dann an Einfluss, sodass kalte Luft aus hohen Breiten bei uns wirklich vorerst keine Chance hat. Allerdings ist die Luft, die uns vom Ostatlantik und dann über die Nordsee her erreicht, auch recht feucht. Ja, und so müssen sie sich leider im Südwesten heute auf ein bisschen Regen einstellen. Viel wird es nicht. Allerdings bis in unseren Osten wird dieser nicht vorankommen. Hier bleibt es trocken und vor allem vormittags dann auch mit Sonnenschein recht nett, also von der Ostsee über Thüringen und Sachsen bis nach Franken. Später verdichten sich dann auch hier die Wolken und von der Nordsee her bis zum Bodensee und auch Richtung Allgäu, ja, bleibt es leider den gesamten Tag über grau mit dem angesprochenen leichten Regen. Nur an den Küsten und im Bergland bleiben die Höchstwerte dabei knapp einstellig. Oftmals erwarten uns auch milde 13 bis sogar 15 Grad in der Spitze. Morgen sind dann im Osten dichtere Wolken unterwegs. Ansonsten kann sich ja ein wirklich netter, freundlicher Sonnenwolkenmix durchaus sehen lassen. Am Oberrhein bleibt es bei um die 20 Grad. Doch auch sonst wird es noch eine Ecke milder, verbreitet 15 bis 17 Grad nur mit Ausnahme der Küsten. Ab Freitag gestaltet sich das Wetter, naja, dann wieder etwas unbeständiger, aber weiterhin mild. Also gar nicht so schlecht, oder? Ja, wie hier auf der Sonnenseite. Habt ihr den Sonnenaufgang heute Morgen über Berlin gesehen? Nein. Machst du? Ich hab vorhin aus dem Fenster geguckt hier, siehst du immer noch. Ja, siehst du, an mir ist er vorbeigegangen. Bist du durch den Tunnel hier reingekommen? Er sitzt auf der anderen Seite. Aber wirklich schön. Und wir schauen gleich nochmal auf die Politik, denn die Taurus-Debatte, die wird insbesondere innerhalb der Ante-Koalition immer schärfer geführt. Eine Frechheit gegenüber dem Kanzler, so hat sich nun Dirk Wiesel gegenüber Anton Hofreiter geäußert. Und die Briten, die sticheln nun auch nochmal nach, bieten nochmal den Ringtausch an. Was das jetzt bedeutet, wie es da weitergeht, gleich wieder. Der Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL ist beendet. Und vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Runden 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basternein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordnetenhofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und Software-mäßig ein Routine-Prozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe, Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft dem vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer. Immer hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tester Schleffi. Die Welt. Die Welt. Die Welt am Morgen mit Marie Droste und Carsten Hädler. Halb acht an diesem Mittwoch. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Morgen. Die Briten, die legen nun nochmal den Finger in die Wunde. Der britische Außenminister David Cameron, der forderte Deutschland indirekt erneut zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine auf. Das britische Modell vom Typ Storm Shadow habe sich als effektiv herausgestellt und der Einsatz der Raketen habe nicht eskalierend auf diesen Konflikt ausgewirkt, sagte der konservative Politiker bei einer Debatte im Londoner Oberhaus. Wenn man Frieden wolle, sei es besser, stärker zu zeigen und seinen Worten Taten folgen zu lassen, fügte Cameron hinzu. Die Ukraine wünscht sich ja die Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometern seit vergangenem Mai. Kanzler Scholz erteilt der Anfrage aber seit Monaten eine ganz deutliche Absage. Und der Verteidigungsausschuss wird sich mit diesem Thema auch nochmal befassen ab 8 Uhr und gleich 7.45 Uhr hat Gerrit Schröder ein Interview mit dem Unionsverteidigungsexperten Florian Hahn. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen setzt die Verhandlung über eine Berufungsklage der AfD gegen ihre Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall fort. Aber ob es heute, wie eigentlich mal ursprünglich geplant, ein Urteil geben wird oder neue Sitzungstermine gesucht werden müssen, ist noch offen. In dem Berufungsverfahren geht es im Kern um die Frage, ob der Verfassungsschutz die AfD beobachten darf. Das Bundesamt mit Sitz in Köln hatte die Partei im Jahr 2021 als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus eingestuft. Seitdem darf sie mit nachgerichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. Die AfD klagte gegen diese Einstufung zunächst erfolglos. Gegen das Urteil legte sie Berufung ein. Die AfD steht momentan auch mehr denn je im medialen Fokus. Erst ja die Korrektivrecherche zum sogenannten Geheimtreffen in Potsdam. Jetzt die Veröffentlichung des Bayerischen Rundfunks zu mutmaßlich rechtsextremen Mitarbeitern im Bundestag. Daher wollten wir von Ihnen wissen, hat sich in dieser Zeit Ihr Bild von der AfD verändert? Hier ist Ihre Stimme. Die Kampagne, die gefahren wurde gegen die AfD, war teilweise unsachlich gewesen. Aber ich glaube, es ist noch eine Frage des Alters, um das zu erkennen. Ich hoffe, dass die Demonstration doch ein kleines bisschen Umdenken in der Bevölkerung hervorruft. Ich sage auch immer, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und darauf hoffe ich sehr, auf die Vernunft der Menschen. Die Leute müssen eben zur Wahl gehen, die demonstrieren. Ja. Es muss einfach halber was passieren. Das Geld wird immer weniger, das andere wird alles teurer. Also irgendwo müssen wir ja auch, dass wir klarkommen. Es ist ja eine Protestpartei und die Menschen, die die AfD wählen, kann man ja nicht in die rechte Ecke stecken. Sie sind einfach nur gegen diese Koalition von SPT, Grünen und FDP. Ja, auch Herr Lindner hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Es gibt so viele Verrückte, die die AfD wählen. Also ist nicht meine Partei. Ich finde es zwar toll, dass so viele Leute auf die Straßen gehen, wir machen das auch, aber das scheint ja eher zu Provokation zu führen, also dass sich noch versteift. Ja, man muss auch sagen, dass die AfD weiterhin von dem Thema Migration profitiert. Und noch immer ätzen ja Länder und Kommunen unter den enormen Flüchtlingszahlen, auch wenn wegen des Winters zur Zeit weniger Migranten ankommen. Das größte Problem ist aber weiterhin die Unterbringung. Daher wächst die Sorge vor steigenden Zahlen mit dem Beginn des Frühlings. Daran kann auch die Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber nichts ändern. Sachsen fordert daher unter dem Eindruck der anstehenden Landtagswahl am 1. September nun schärfere Maßnahmen zur Begrenzung von Migration und auch eine Obergrenze. Die Migrationskrise ist für deutsche Kommunen längst nicht vorbei. Sachsens Innenminister Armin Schuster spricht gar davon, man sei jenseits aller Limits. Der CDU-Politiker fordert nun zum Handeln auf und will Migranten notfalls auch an der deutschen Grenze abweisen. Wenn wir auf Zugänge wie letztes Jahr oder mehr hinlaufen, dann würde ich die Bundesregierung auffordern, von § 18 Absatz 2 Asylgesetz Gebrauch zu machen. Das heißt Zurückweisungen aufgrund der Drittstaatenregelung, so Schuster in einem Interview. Konkret geht es um Menschen, die bereits in anderen Ländern innerhalb der EU Asyl beantragt haben. Diese könnten nach Schusters Vorstellung an der Grenze zurückgedrängt werden. Das ist nicht Sinn und Zweck unseres europäischen Asylsystems. Diese Menschen haben schon die Möglichkeit, Schutz zu erhalten. Und deswegen halte ich es für richtig, dass wir für diese Personengruppe auch die Möglichkeit haben, Zurückweisungen an der Grenze durchzuführen. Sogenannte Pushbacks, also die Abweisung an der Außengrenze, sind besonders an den EU-Außengrenzen hoch umstritten. Gelten als völkerrechtlich illegal, deshalb Bedenken bei den Grünen. Auf der Grundlage des Grundgesetzes, was das Grundrecht auf Asyl, was die Europäische Grundrecht Charta und was die Genfer Flüchtlingskonvention, das ist unser Handlungsrahmen. Zustimmung dagegen beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Deutschland müsse das Asylsystem ohnehin reformieren. Ja, das sind keine Pushbacks. Das ist an sich geltendes Recht innerhalb der EU, dass man nicht in fünf Ländern Anträge stellen kann. Dass vor allem eben sehr, sehr viele auch nach Deutschland kommen. Da müssen wir dringend andere Lösungen finden, weil die Kommunen in Deutschland einfach überfordert sind. Schuster's Regierungschef, Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte zuletzt gar eine Obergrenze ins Spiel gebracht. Eine Idee, die 76 Prozent der Deutschen begrüßen würden, wie eine neue Umfrage zeigt. Der gesuchte RAF-Terrorist Burkhard Gavek betrieb offenbar eine Fälscherwerkstatt. Im beschlagnahmten Bauwagen des weiterhin Flüchtigen haben Ermittler Utensilien und Geräte entdeckt, mit denen Dokumente gefälscht werden können. Das gab der Chef des LKA Niedersachsen de Vriesen bekannt. Die Werkzeuge werden weiter untersucht und der LKA-Chef geht davon aus, dass Gavek jetzt mit einer Tarnidentität und einem falschen Pass aus eigener Herstellung unterwegs ist. Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette war im Februar in Berlin festgenommen worden, wo sie unter falschem Namen lebte. Weiter gesucht wird nach ihren mutmaßlichen Komplizen Gavek und Staub. Wieder ist es ein Handy-Video von Jugendgewalt, das für Entsetzen und auch Kopfschütteln wirkt. Und man kann anhand der Häufung dieser Fälle nun fast schon den Eindruck bekommen, dass solche Szenen zum Alltag gehören. Ja, es ist zumindest eine Verrohung, die Eltern an den Schulen und bei Psychologen große Sorgen auslöst. Schließlich werden die Opfer nicht nur gequält und gedemütigt, sie erfahren meist auch keine Gerechtigkeit. Denn die Täter sind mit unter 14 Jahren strafunmündig und damit selbst noch Kinder. Fast wie vor einem Tribunal muss ein Zwölfjähriger niederknien. Was ihn erwartet, ist kaum zu ertragen. Er wird geschlagen, gedemütigt, gewürgt. Er bittet unter Druck um Verzeihung. Trotzdem kein Entkommen. Was für meine Mutter benötigt? Widerlich, abstoßend, erschreckend. Der Vorfall soll sich bereits im Februar in Uetersen, Schleswig-Holstein, zugetragen haben. Ein Täter, er wird Arkan genannt, misshandelt den Zwölfjährigen. Mehrere weitere Kinder schauen zu. Sie sprechen Deutsch und Türkisch. Mindestens einer filmt die Gewalttat mit seinem Smartphone. Komm um, es reicht uns. Arkan! Komm um, es reicht uns. Im exklusiven Welt-TV-Interview bezieht der mitfilmende junge Stellung, er möchte nicht erkannt werden. Es ist so passiert, dass die Freunde von Arkan bleidigt wurden. Hat er ihn richtig erwürgt am Hals. Und er tat uns sehr leid. Ich und Sascha wollten ihn eigentlich helfen am ersten Tag, aber es ging leider nicht, weil Arkan meinte, wir sollen es lieber lassen. Auch an einem zweiten Tag sollen sich ähnliche Szenen zugetragen haben. Inzwischen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und Nötigung. Wieder ein Vorfall, wieder Kinder, die Kinder quälen. Es ist nicht nur ein Gefühl, dass Kriminalität auch unter Kindern und Jugendlichen zunimmt. Nur ein paar Beispiele. Im Februar in Wuppertal ein Amoklauf an einer Schule mit vier Verletzten. In Berlin eine Massenschlägerei an einer Schule im Dezember. In München quält eine Jugendbande eine Zwölfjährige. Die polizeiliche Kriminalitätsstatistik ist deutlich. Tatverdächtige Kinder, solche bis 13 Jahren, verübten 2019 rund 73.000 Straftaten. Schon 2022 waren es über 93.000. Die gleiche Entwicklung bei Jugendlichen, also 14- bis 17-Jährigen. 2019 waren es gut 177.000, 2022 mehr als 189.000. Bei den Straftaten, die sie begehen, rangiert. An erster Stelle Diebstahl, danach folgen schon an zweiter Stelle Körperverletzung. Auf Rang 5 Gewalt gegen sexuelle Selbstbestimmung. Weiter gefolgt von Beleidigung und Bedrohung. Lehrer, Elternvertreter, Kriminalisten, alle sind sich einig. Die Hemmschwellen gehen runter und die Brutalität rauf. Und ja, es gibt einen deutlichen Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund unter den Tätern. Dabei verschwindet das sogar in der Statistik, weil nach nicht-deutschen und deutschen Straftätern unterschieden wird. Dabei geht es nach Staatsangehörigkeit, nicht nach Herkunft. Ganz generell, Mobbing, Anfeindungen, Gewalterfahrung hat fast jeder einmal gemacht. Aber die aktuelle Entwicklung muss wachrütteln. Und da müssen psychologische Ansätze folgen, pädagogische Ansätze folgen. Das kann nicht allein nur die Sicherheitsbehörde und die Justiz vollziehen. Die soziale Infrastruktur wurden in vielen Ländern und im Bund katastrophal kaputtgespart. Und wenn wir da jetzt nicht endlich anfangen, finanzielle Ressourcen zu öffnen und diesen Sektor zu stärken, dann werden wir die Probleme nicht eindämmen, sondern sie werden noch massiv nach oben steigen. Im aktuellen Fall sind die Täter schuldunfähig. Deshalb hat sich das Jugendamt eingeschaltet. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt nun Tesla-Chef Elon Musk offenbar heute ganz persönlich zur Fabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Noch ist das vom E-Autobauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich wieder hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald immer lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig noch bis Freitag. Nun ist es offiziell. Bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November treten Joe Biden und Donald Trump wieder gegeneinander an. Biden setzte sich bei den vorwahlenen Demokraten in Georgia und Mississippi durch und hat damit genügend Stimmen. Das reicht, um beim Nominierungskongress der Demokraten im August offiziell in Chicago zum Spitzenkandidaten anhand zu werden. Allerdings hatte der 81-Jährige auch keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten. Genau wie Donald Trump bei den Republikanern. Der 77-Jährige gewann ebenfalls gestern mehrere Vorwahlen und sicherte sich die restlichen Delegierten Stimmen. Es ist das erste Mal seit 1952 und 1956, dass dieselben Kandidaten bei zwei aufeinanderfolgenden US-Wahlen gegeneinander antreten. Der DFB-Pokal ist doch immer für Überraschungen gut. Und nun haben wir es auch mit einer echten Sensation zu tun, einer Sensarsation, wenn man so will. Der Drittligist, der 1. FC Saarbrücken, hat mit Borussia Mönchengladbach nun gleich die nächsten Bundesligisten aus dem Wettbewerb gekickt. Die Bayern mussten dran glauben, Frankfurt mussten dran glauben, Gladbach musste dran glauben, zweitiges Karlsruhe musste dran glauben. Das ist schon ein wahres Pokalmärchen. Mehr von Andreas Böttner. Das ist einfach unbeschreiblich jetzt. Wir sind im Halbfinale. Der Pokalschreck macht es schon wieder. Grenzenloser Jubel beim 1. FC Saarbrücken. Der Fußball-Drittligist schlägt den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und steht damit im Halbfinale des DFB-Pokals. Ja, ich glaube, es ist schon wie die letzten Spiele. Sehr, sehr schwierig, jetzt irgendwas zu sagen. Also gerade nach dem Abpfiff hatte ich einfach nur Gänsehaut gehabt, aber nicht, weil mir kalt war. Ja, es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Und das wieder mal nach einer unbeschreiblichen Wasserschlacht. Nach der frühen Führung der Gladbacher gleicht Saarbrücken im Gegenzug direkt aus, um in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Als ich dann im Spiel mal mit Manu Zeitz geredet habe, habe ich auch gesagt, vielleicht müssen wir Orlin gehen, um halt in den letzten Minuten noch ein Tor zu machen. Aber ich meine, wir haben es ja auch bis dahin sehr gut verteidigt und hätten auch sagen können, wir gehen in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Ja, aber am Ende ist ich einfach glücklich, dass es so gekommen ist. Im Halbfinale trifft Saarbrücken nun auf den Zweitligisten Kaiserslautern. Im Pokalfinale in Berlin würde dann Leverkusen oder Düsseldorf warten. Erstmal haben wir noch ein Halbfinale vor uns, ein Wichtiges. Das wird auch ein schweres Stück Arbeit und ich glaube, da ist erstmal der Fokus drauf. Aber erstmal heute Abend ist der Fokus auf etwas anderes. Und wir werden gleich wieder politisch. Schauen natürlich auf den Bundestag heute. Rede und Antwort muss der Kanzler stehen und im Mittelpunkt werden die Taos Marschflugkörper sicherlich stehen. Es könnte laut werden. Gerhard Sebald spricht hier gleich mit einem Mitglied des Verteidigungsausschusses, dem Union-Verteidigungsexperten Florian Hahn genau über diese Fragestunde. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in Münchenrunden. 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwort-Szenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grämmen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft dem vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden. Die Welt am Morgen mit Marie Droste und Carsten Hädler 10 vor 8, da sind wir wieder. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Im Bundestag wird es heute hoch hergehen, 13 Uhr, die Regierungsbefragung des Kanzlers Marie. Und es dürfte sicherlich hauptsächlich um den Taurus-Marsch für Körper gehen. Ja, der dürfte auch tatsächlich den Verteidigungsausschuss-Sitzung dürfte der auch. Jetzt haben aber gestern die Fraktionsspitzen der Ampel auch nochmal gesagt, nein, wir stehen hinter dem Kanzler, wir werden nicht damit stimmen. Warum das jetzt erneut, dieser Antrag, welchen Wasser verhoffen Sie sich davon? Dieser Antrag ist gar nicht so neu, sondern diesen Antrag haben wir im November letzten Jahres gestellt. Und die Ampel hat das jetzt über Monate tatsächlich immer wieder rausgezögert, dass wir über diesen Antrag überhaupt debattieren, im Deutschen Bundestag beraten, auch in den Ausschüssen. Und deswegen kommt er diese Woche zum Tragen. Wir hätten uns das schon früher gerne vorgestellt. Aber Sie haben ihn ja jetzt schon das zweite Mal eigentlich in der ähnlicher Form eingebracht. Damals schon keine Mehrheit. Was versprechen Sie sich jetzt davon? Ist das nicht eher Symbolpolitik? Das ist keine Symbolpolitik, denn der ukrainische Botschafter hat ja gestern erst noch einmal bekräftigt, dass die Ukraine dringend Unterstützung auch in Form des Taurus braucht und möchte. Und hat im Übrigen auch versichert, dass es dafür keine deutschen Soldaten braucht. Den Job würden die Ukrainer schon selber erledigen. Insofern, wir bleiben dabei. Es wäre sehr, sehr wichtig, für die Ukraine Taurus zu bekommen. Sie haben jetzt schon angedeutet, dass Sie der Meinung sind, die Argumentation des Kanzlers, die würde nicht funktionieren. Was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund, warum der Kanzler so hart bleibt in dieser Frage? Das konnten wir dem Bundeskanzler leider bis heute nicht fragen. Wir konnten ihn nicht mal fragen, warum er eigentlich überhaupt gegen Taurus ist. Er hat sich hier gegenüber dem Parlament noch nie geäußert, sondern nur gegenüber einer Schulklasse. Insofern wird es Zeit, dass er auch im Bundestag Rede und Antwort steht. Ja, also man merkt ja auch, dass innerhalb der Regierungskoalition da Uneinigkeit besteht. Es gibt Leute, die sagen, es gibt Abgeordnete, die sagen, sie wollen vielleicht sogar mit Ihrem Antrag stimmen. Was für ein Bild wirft das auch auf die Ampel? Das wirft einmal mehr ein völlig zerstrittenes Bild auf die Ampel. Ein Kanzler, der alleine vor sich hin regiert, seine eigenen Laden mitnimmt, geschweige denn in das Parlament, das lässt schon tief blicken. Jetzt kam ja auch im Verteidigungsausschuss am Montag, kam ja auch raus, die Flotte, die Taurusflotte, die muss eigentlich überholt werden. 300 sein oder ein großer Teil sei vielleicht gar nicht einsatzbereit. Jetzt wird modernisiert. Was steckt da dahinter? Es ist schon lange bekannt, dass nicht die vollständige Taurusflotte der Bundeswehr auf dem aktuellsten Stand und damit einsatzbereit ist, sondern dass ein erheblicher Teil modernisiert werden muss. Wir fordern das schon lange, aber die Bundesregierung scheint nach Medienberichten gestern erst heute oder erst jetzt der Überzeugung zu kommen, dass man Taurus insgesamt modernisieren muss. Also Zeitenwende ist da noch nicht so richtig angekommen. Das ist genau das, was wir kritisieren. Es muss endlich mehr Tempo ran. Schließlich sind wir in einer ganz neuen Bürodrohungslage. Sie haben es gesagt. Die Frage, warum denn jetzt? Hat es dann doch was vielleicht mit der Debatte um die Lieferung in die Ukraine zu tun? Will sich der Kanzler vielleicht doch die Option offen halten zu liefern? Die Modernisierung von Taurus ist ja Teil auch unseres Antrages. Und zumindest kann man sagen, dass unsere Hartnäckigkeit geholfen hat, dass wir diese Modernisierung endlich durchführen. Aber nur kurz, wenn viele Taurus-Marschflugkörper nicht einsatzfähig sind, hat der Kanzler vielleicht recht, dass wir gar nicht auf Einzelne verzichten können, um sie in die Ukraine zu liefern? Das wäre natürlich schon Wahnsinn, wenn man sozusagen die eigene Schwäche und das eigene Nichtstun, um zur Modernisierung der Bundeswehr und zur Fähigkeit verteidigungsfähiger zu werden, damit begründet, dass man der Ukraine nicht mehr geben kann, weil man das seit zwei Jahren verpasst. Das wäre schon ein echtes Armutszeugnis. Jetzt ist aber auch in der deutschen Bevölkerung eigentlich eine Mehrheit gegen die Lieferung des Taurus. Was sagen Sie denn dazu? Vertritt der Kanzler da nicht vielleicht einfach nur eigentlich den Willen des Volkes, der Mehrheit des Volkes? Ich kann die Menschen sehr gut verstehen, wenn ein Bundeskanzler durchs Land geht und vor Schulklassen und vor Medien erzählt, dass damit einhergehen würde, dass Deutschland Kriegspartei ist. Wenn da ein Umfrageinstitut bei mir nachfragen würde, würde ich auch sagen, oh, da möchte ich aber nicht mitmachen. Aber das ist ja eben nicht die Wahrheit, denn die Wahrheit ist das, was auch die Offiziere in dem Leak gesagt haben. Ein Einsatz von Taurus in der Ukraine ohne deutsche Soldatinnen und Soldaten wäre möglich und damit würden wir nicht Kriegspartei werden. Insofern wäre Taurus wie alle anderen Waffensysteme eine große Unterstützung für die Ukraine. Florian Hahn, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne. Ja, wir haben es gehört, der Druck auf den Kanzler, der bleibt. Die Union rückt nicht davon ab. Sie will morgen den Antrag im Bundestag einbringen, den Kanzler doch noch dazu zu zwingen, sich für die Taurus-Lieferung zu entscheiden. Gerrit, danke für das Interview und danke für den Moment vor dem Verteidigungsausschuss im Paul-Löber-Haus. Und mit der Taurus-Debatte geht es gleich weiter. Die Union bleibt hart und wir sehen auch immer härtere Äußerungen innerhalb der Ampelkoalition, die wirklich versuchen, den Druck auf Olaf Scholz, der in dieser Frage am Ende das letzte Wort hat, noch mal zu erhöhen. Das ist auch gleich noch mal intensiv Thema bei uns hier in der Sendung. Bleiben Sie bei uns. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in Münchenrunden. 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwort-Szenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft dem vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation. Hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Ja, meine Damen und Herren, je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tesla Schleif-Idelmask offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Noch ist das vom E-Auto-Bauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumwolle. Die Welt am Morgen mit Marie Droste und Carsten Hädler. Ab 13 Uhr könnte es im Bundestag laut werden. Kanzler Scholz stellt sich den Fragen der Abgeordneten. Im Mittelpunkt dürfte sein anhaltendes Nein zu den Taurus-Lieferungen an die Ukraine stehen. Deswegen wird auch der Ton zwischen den Ampelkoalitionären immer rauer. Die AfD versucht weiter mit allen juristischen Tricks, das Berufungsverfahren gegen den Bundesverfassungsschutz in die Länge zu ziehen. Vor dem Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen in Münster geht der Prozess wegen der rechtsextremistischen Tendenzen in der Partei weiter. Vor allem wegen einer Antragsflut könnte sich dieses Urteil aber verzögern. Das Fußballmärchen an der Sarre geht weiter nach Bayern und Frankfurt scheitert nun auch Gladbach. An dem Drittligisten im DFB-Pokal, dem 1. FC Saarbrücken. Und nach dieser Sensation brachen bei den Kickern alle Dämme. Im Halbfinale wartet nun Zweitligist Kaiserslautern. Punkt 8 Uhr. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Der Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL, der ist beendet, zumindest vorerst. Seit 2 Uhr, da rollt im Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene so langsam wieder der Verkehr an. Das bestätigte nun auch die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand etwas früher begonnen und endete deshalb bereits gestern Abend. Fahrgäste müssen sich aber insbesondere heute Morgen nochmal auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe in Deutschland, sie geht weiter, denn Flugreisende müssen weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO auch den zweiten Tag in Folge die Muskeln spielen. Betroffen sind die Abflüge in München. Rund 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben damit das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag, da wird es heute ab 13 Uhr höchstwahrscheinlich ziemlich hoch hergehen. Zum ersten Mal nämlich in diesem Jahr stellt sich der Bundeskanzler den Fragen der Abgeordneten. Klar ist jetzt schon, die Debatte um das Basternein von Olaf Scholz dürfte auch bei den Taurus diese Debatte dann prägen. Vor allem die Union kündigte ja an, den Regierungschef regelrechte grillen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition, Marie, wird der Ton bei diesem sensiblen Thema immer rauer. So bezeichnete nun der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese die jüngsten Äußerungen des grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzleramt. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe, Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der Bild und in der ARD wirft ihm vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Meine Damen und Herren, je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Ja, aber schon in diesen Minuten kommt der Verteidigungsausschuss zu einer zweiten Sitzung in dieser Woche wegen des Taurus zusammen. Gerrit Sebald ist für uns im Paul-Löber-Haus. Guten Morgen, Gerrit. Aber wenn wir auf diese ganze Debatte schauen, zum einen laufen sich die Verteidigungsexperten nun im Verteidigungsausschuss warm für heute 13 Uhr. Und warum kriegt der Kanzler eigentlich diese Debatte nicht in den Griff, auch in der Ampel? Ja, tatsächlich ist das eine gute Frage, warum er das nicht in den Griff bekommt. Man hat das Gefühl, er versucht es jetzt mit Autorität. Und das hat man auch gestern gemerkt. Das war relativ spannend, weil da haben sich ja eigentlich alle Fraktionsvorsitzenden, auch der Ampelparteien, geäußert. Und die haben versucht, ihre eigenen Parteien, ihren eigenen Laden zusammenzuhalten. Christian Dürr von der FDP hat gesagt, nein, es wird keinen Bundestag der wechselnden Mehrheiten geben. Die FDP stimmt natürlich nicht für den Antrag. Britta Hasselmann von den Grünen hat auch gesagt, natürlich stimmen die Grünen nicht für diesen Antrag. Und die SPD, die hat richtig Druck im Kessel. Rolf Mützenich, wir haben ihn ja schon gehört, aber der hat in demselben Statement auch noch gesagt, er fordere Konsequenzen für Abweichler innerhalb der Ampelkoalition. Und das ist schon relativ bemerkenswert, weil tatsächlich darf ja offiziell auch jeder Abgeordnete im Bundestag selbst entscheiden, wie er abstimmt. Natürlich gilt die Fraktions- und Koalitionsdisziplin, aber da Konsequenzen zu fordern, das ist schon ein relativ bemerkenswerter Vorgang. Das heißt, der Druck ist wirklich hoch in der Ampel und auch losgelöst. Meiner Meinung nach von der Sachfrage des Taurus haben die Ampelspitzen einfach Angst, dass das ein neues Thema wird, was die Ampel auseinander treibt und dann am Ende man eigentlich keine Koalition mehr hat, die im Bundestag geschlossen auftritt und abstimmt. Gerrit, das wird ein interessanter Tag heute im Deutschen Bundestag werden. Du beobachtest das alles für uns. Danke für den Moment. Und damit weiter nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Denn diese Debatte, die hier in Deutschland geführt wird rund um den Taurus, die hat es inzwischen sogar ins russische Parlament geschafft. Was sagen denn die Abgeordneten der Duma dazu? Es gibt vom Parlament hier, von der Duma, eine ganz klare Warnung an Deutschland, die Finger von einer möglichen Taurus-Lieferung an die Ukraine zu lassen. Das könnte Konsequenzen haben. Deutschland könnte in diesen Krieg hineingezogen werden, heißt es hier aus Moskau. Jetzt ist aber das Parlament hier nicht die erste Instanz, die Nerven zeigt in Bezug auf mögliche Taurus-Lieferungen. Denn besonders nervös oder aufgeregt ist da seit jeher Dmitri Medvedev, der ehemalige russische Präsident, Putin Intimus und heutige stellvertretende Chef des Sicherheitsrates. Ich habe da vor unseren Gesprächen heute Morgen recherchiert und bin da auf einen Artikel gestoßen aus dem Oktober 2023. Und als es da schon um eventuelle Taurus-Lieferungen ging, hat Medvedev gesagt, wenn Russland mit dem Taurus, diesem deutsch-schwedischen Marschflugkörper angegriffen wird, dann muss Deutschland damit rechnen, dass wir die Fabriken in Deutschland, die den Taurus herstellen, bombardieren. Und dann hat Medvedev nochmal nachgelegt vor ein paar Tagen und hat wütend gepostet, Tod den deutschen faschistischen Okkupanten. Und jetzt kommt eben das Parlament und warnt und droht. Und das zeigt uns schon, wie groß hier die Aufregung in Bezug auf eine mögliche Taurus-Lieferung ist, wie groß der Respekt vor dieser äußerst effizienten Waffe ist. Und es sind jetzt nicht irgendwelche Hinterbänkler, die sich hier aufregen im Parlament, sondern die komplette russische Führung hat tatsächlich größten Respekt vor dieser Waffe. Das muss man ganz klar nochmal unterstreichen. Christoph, gestern erregten ja wirklich Bilder aufsehen, wo russische Kämpfer, die an der Seite der Ukraine kämpfen, offenbar russische Grenzorte angegriffen haben. Welche Informationen hast du über diese aktuellen Entwicklungen? Es gab gestern einen massiven Angriff auf russisches Kernland. Also im russisch-ukrainischen Grenzgebiet sind da wohl angebliche Freiwillige, das heißt Russen, die auf der Seite der Ukrainer kämpfen, gegen russische Truppen marschiert in diesem Bereich Kursk-Belgeret. Aber dem Ganzen trauen jetzt russische Kriegsblogger nicht, die sagen, das seien nicht irgendwelche Freiwilligenkurs oder sibirische Bataillone, sondern das sind ganz reguläre ukrainische Kräfte, die hier Russland angegriffen haben. Und zwar mehrere Angriffswellen, jeweils wohl in Kompaniestärke. Da waren auch Panzer im Einsatz und auch gepanzerte Fahrzeuge. Und am Ende des Tages hieß es dann vom FSB, dem Inlandsgeheimdienst hier in Russland und auch dem Verteidigungsministerium, dass es gelungen sei, diese Angriffe abzuwehren. Dann habe man, wie es hier heißt vom Verteidigungsministerium, 234 Ukrainer getötet, sieben Panzer abgeschossen. Bezüglich dieser Dimension, bezüglich dieser Zahlen haben einige russische Militärblogger so ihre Zweifel. Vor allem auch Yuri Padalaka, Ukrainer, prorussischer Blogger. Er sagt, dass wahrscheinlich um die 80 Ukrainer bei diesem Angriff getötet wurden oder eben Russen, die auf ukrainischer Seite kämpfen. Und Kritiker hier sagen, dass man hier gegen den Kreml vorgehen wollte, im Vorfeld der jetzt bevorstehenden Präsidentschaftswahlen von ukrainischer Seite Handlungsfähigkeit zeigen wollte. Zeigen wollte, dass die Russen nicht imstande sind, ihre Grenze zu schützen. Und eben auch zeigen wollte, dass es durchaus bewaffneten Widerstand innerhalb Russlands beziehungsweise unter Russen gibt. Aber den Russen ist es ja gelungen, dass es zumindest mal Tatsache, ihre Grenze nach schweren Gefechten eben zu schützen und den Status quo eben wieder herzustellen. Christoph, nun gab es auch Berichte, dass der russische Oppositionelle Leonid Wolkow, ein enger Vertrauter des in russischer Haft ums Leben gekommenen Kreml-Kritikers Nawalny, nun im Exil in Litauen gewaltsam angegriffen wurde. Weiß man über die Hintergründe inzwischen schon mehr? Es gibt natürlich diesbezüglich immer erstmal die Sicht der Nawalny-Mannschaft. Und Leonid Wolkow war ja mal der Stabschef des mittlerweile verstorbenen russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny. Die einen sagen, vor allem seine Anhänger Nawalny sei im Gefängnis ermordet worden. Und die offizielle Lesart hier in Russland ist, dass er im Gefängnis verstorben ist. Und Leonid Wolkow war einer der engsten Mitarbeiter. Der lebt im Exil in Litauen, in Vilnius und ist da wohl gestern aus dem Auto gezogen worden, beziehungsweise das Auto wurde angehalten oder als er angehalten hat, das Auto mit einem Hammer attackiert. Dann hat man auf ihn eingeprügelt. Er selbst hat gesagt, er hat sich dabei gefühlt wie ein Kotelett, das verdroschen wurde. Dann hat man ihm den Arm gebrochen nach Angaben von Wolkow. Und der musste dann kurz ins Krankenhaus, konnte dann aber entlassen werden. Und Wolkow hat gesagt, das Ganze sei ein Gruß von Putin hier nach Litauen. Also die Nawalny-Leute machen auch für diesen Angriff auf Wolkow, Wladimir Putin, den Kreml, verantwortlich. Verifizieren, was da vorgefallen ist, können wir natürlich nicht. Aber das Ganze steht schon wohl im Zusammenhang mit den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen. Hier wird vom 15. bis 17. März gewählt in Russland. Wladimir Putin stellt sich wieder der Wahl. Und die Nawalny-Leute sind also immer am Front machen gegen Putin nach wie vor. Und sagen, man müsse die Wahlen boykottieren. Und man müsse am Sonntag, den 17. März um 12 Uhr in den Wahllokalen auftauchen. Und das sei dann der stille Protest, um zu sagen, dass man mit dem System Putin nicht einverstanden ist. Also Nawalny-Leute ist Mitarbeiter, Anhänger machen weiter, auch ohne ihren verstorbenen Anführer. Naja, dieser Angriff vielleicht ja auch kein Zufall, genauso kurz vor den russischen Wahlen. Christoph, vielen Dank für deine Einschätzung zu all diesen Themen. Und heute ist wieder eine ganze Menge los. Wir werden unter anderem live mit dabei sein. 11.15 Uhr wird nämlich CDU-Chef Friedrich Merz das jüdische Gymnasium in Berlin besuchen. Und um 13 Uhr der sicherliche Höhepunkt des Tages die Regierungsbefragung von Olaf Scholz im Bundestag. Das und vieles mehr live hier bei uns. Und wir wollen auch kurz den Blick in die USA wagen. Denn nun ist es offiziell bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November treten Joe Biden und Donald Trump wieder gegeneinander an. Biden ersetzte sich bei den Vorwahlen der Demokraten in Georgia und Mississippi durch und hat damit genügend Stimmen. Das reicht, um beim Nominierungskongress der Demokraten im August in Chicago offiziell zum Spitzenkandidaten ernannt zu werden. Allerdings hatte der 81-Jährige auch keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten. Genau wie Donald Trump bei den Republikanern. Der 77-Jährige gewann ebenfalls mehrere Vorwahlen und sicherte sich die restlichen Delegierten-Stimmen. Es ist auch das erste Mal seit 1952 und 1956, dass dieselben Kandidaten bei zwei aufeinanderfolgenden US-Wahlen gegeneinander antreten. Und wir bleiben noch in den Vereinigten Staaten. Denn wegen der Blockade des 60-Milliarden-Dollar-Paketes für die Ukraine im Kongress hat das Weiße Haus ein militärisches Nothilfepaket beschlossen. Es sollen Waffen und andere Ausrüstungen im Wert von umgerechnet 275 Millionen Euro für Kiew bereitgestellt werden. Das kündigte das Pentagon an. Damit werde auf einige der dringendsten Bedürfnisse der ukrainischen Armee reagiert. Die von Präsident Biden im Haushalt vorgesehenen 60 Milliarden werden von den oppositionellen Republikanern bereits seit Wochen blockiert. Ist die AfD eine rechtsextreme Partei? Das ist genau unsere heutige Frage des Tages. Sie können da gleich auch unten, Sie sehen es schon links eingeblendet, den QR-Code an unserer Umfrage teilnehmen. Und auch die Gerichte beschäftigen sich genau mit diesem Thema. So wird nämlich heute in Münster vor dem Oberverwaltungsgericht die Berufungsverhandlung AfD gegen den Bundesverfassungsschutz fortgesetzt. Und am ersten Tag hat die AfD mit zahlreichen Beweis- und Befangenheitsanträgen sowie dem Wunsch, die Öffentlichkeit auszuschließen, bereits den Prozessverlauf. Ob es daher heute wie ursprünglich vorgesehen tatsächlich ein Urteil geben wird, das ist völlig unklar. Die AfD hat nämlich Marie 210 Anträge gestellt. Gar nicht glücklich wirken die Fraktionsvorsitzenden der AfD, als sie den Journalisten auf der Fraktionsebene im Bundestag Rede und Antwort stehen. Bei der Partei läuft es nämlich alles andere als rund. In zweiter Instanz wehrt sich die AfD gegen die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz. Nun soll sich das Oberverwaltungsgericht in Münster mit der Frage beschäftigen. Die Definition des Verfassungsschutzes interessiert mich überhaupt nicht, weil es ein Werturteil ist. Es ist eine Bewertung, die völlig subjektiv ist, die keine objektivierbaren Kriterien anlebt. Dabei ist die Definition wichtig, denn die entscheidet darüber, ob der Verfassungsschutz sogenannte nachrichtendienstliche Mittel einsetzen darf. Dazu gehören V-Leute, Observationen und das Überwachen der Kommunikation. Der erste Verhandlungstag hatte nach zahlreichen Anträgen durch die AfD und mehreren Beratungen des 5. Senats erst mit deutlicher Verspätung am Mittag begonnen. Ob es heute ein Urteil geben wird, ist noch offen. Der Anwalt der AfD will weitere Beweisanträge stellen. Und dann plagt die Partei auch noch die Recherche des Bayerischen Rundfunks. Mindestens 100 Mitarbeiter der Bundestagsfraktionen seien in rechtsextremen Organisationen aktiv. Und es ist so lächerlich an den Haaren herbeigezogen, mit welchen offensichtlichen, rufschädigenden Mitteln hier gearbeitet wird. Noch einmal, wird der Bürger unbequem, dann bezeichnen ihn als rechtsextremen. Das Ganze ist eine Medienkampagne, übrigens Steuergeld finanziert. Sie sind ja alle hier GEZ-abhängig. Und dann machen sie natürlich nur eins, sie reden nach dem Ton der Regierung. Die anderen Parteien aber wundert die Recherche nur bedingt. Es überrascht ja nicht sehr, dass die Mitarbeiter von Abgeordneten sich ihren Chefs angleichen. Das kann nicht spurlos an uns vorübergehen. Deswegen wünsche ich schon, dass sowohl die Bundestagspräsidentin, aber auch das Präsidium sich mit diesen Erkenntnissen befasst. Möglicherweise daraus auch den Fraktionen weitere Vorschläge macht. Und genau da will Bundestagspräsidentin Baas nun ansetzen. Sie hat bereits eine Überprüfung von gesetzlichen Regeln zum besseren Schutz des Parlaments angekündigt. Hoher Besuch, der kommt offenbar heute nach Grünheide in Brandenburg zur Gigafactory. Denn erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung von Tesla kommt nun also wohl Elon Musk zu Besuch. Noch ist das vom E-Autobauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion langsam wieder hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Potenzcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald immer lauter. Die Polizei duldt das Lager mit den Baumhäusern vorläufig noch bis Freitag. Und an der Gigafactory in Grünheide steht Paul Klintzing für uns. Paul, also man kann wirklich so zusammenfassen. Es ist ziemlich ungemütlich für Tesla in Grünheide. Wir haben die Bevölkerung, die eigentlich nicht möchte, dass das Werk größer wird. Das kämmt nun also dieser Anschlag. Wenn also wirklich Elon Musk heute kommen sollte, kann man das auch als Zeichen an die Politik verstehen? Ja, auf jeden Fall. Denn Elon Musk will natürlich in Deutschland eigentlich eine gut geölte Firma haben, die produziert, Tesla-Fahrzeuge produziert. Aber jetzt gab es sechs Tage Stillstand und man hat es mal ausgerechnet, 50 bis 60 Millionen Euro kostet das am Tag, wenn die Gigafactory hinter mir nicht läuft. Und jetzt kommt auch noch das Problem dazu, dass die Versicherung wahrscheinlich den Schaden gar nicht bezahlen wird. Denn das Ganze war ja höhere Gewalt. In dem Fall ein terroristischer Anschlag auf eben diesen Strommasten. Und deshalb haben sich auch verschiedene deutsche Politiker hier angemeldet, um Elon Musk auch zu besänftigen. Unter anderem aus Brandenburg kommt der Ministerpräsident, aber auch der Wirtschaftsminister. Gleichzeitig kommt aber auch aus Berlin der regierende Bürgermeister Kai Wegner. Und die wollen Elon Musk, also den reichsten Menschen der Welt, erstmal besänftigen und ihm zeigen, dass das, was hier vor einer Woche geschehen ist, so nicht mehr passiert. Aber ob Elon Musk den Deutschen hier da glauben wird, das kann man schon ein bisschen anzweifeln. Ihr habt es angesprochen. Ein paar Meter von mir entfernt gibt es ja auch diese 100 Aktivisten, die ein Camp aufgebaut haben und gegen Tesla protestieren. Und die werden höchstwahrscheinlich auch noch ein bisschen bleiben. Also schwierige Gespräche heute, die erwartet werden mit Elon Musk. Na, er dürfte sicherlich dann auch nochmal ordentlich Druck machen. Paul, danke schön. Und wir bleiben beim Thema Linksextremismus. Der gesuchte RAF-Terrorist Burkhard Gawik betrieb offenbar eine Fälscherwerkstatt in Berlin, Friedrichshain. Im beschlagnahmten Bauwagen des weiterhin Flüchtigen haben die Ermitter nämlich Utensilien und Geräte entdeckt, mit denen Dokumente gefälscht werden können. Das gab der Chef des LKA Niedersachsen. Als federführend ist De Vries bekannt. Die Werkzeuge werden weiter untersucht. Der LKA-Schaft geht davon aus, dass Gawik jetzt mit einer Tarn-Identität und einem falschen Pass aus eigener Herstellung unterwegs ist. Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette war im Februar in Berlin festgenommen worden, wo sie unter falschem Namen lebte. Und weiter gesucht wird also nun nach ihren mutmaßlichen RAF-Komplizen. Und nun zum Fußball. Eine echte Sensation, die sich da im DFB-Pokal ereignet hat. Sensation, könnte man auch sagen, denn der Drittligist der 1. FC Saarbrücken hat mit Borussia Mönchengladbach nun gleich den dritten Bundesligisten aus dem Wettbewerb gekiegelt. Den Anfang haben sie mit Bayern München gemacht. Dann kam die Eintracht aus Frankfurt. Aber man muss schon sagen, tolle Leistung des Drittligisten. Und das ist der DFB-Pokal. Davon lebt er David gegen Goliath. Dieses Fußballmärchen hat Andreas Mönchengladbach für uns zusammengefasst. Ja, das ist einfach unbeschreiblich jetzt. Wir sind im Halbfinale. Der Pokalschreck macht es schon wieder. Grenzenloser Jubel beim 1. FC Saarbrücken. Der Fußball-Drittligist schlägt den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und steht damit im Halbfinale des DFB-Pokals. Ja, ich glaube, es ist schon wie die letzten Spiele. Sehr, sehr schwierig, jetzt irgendwas zu sagen. Also gerade nach dem Abpfiff hatte ich einfach nur Gänsehaut gehabt, aber nicht, weil mir kalt war. Ja, es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Und das wieder mal nach einer unbeschreiblichen Wasserschlacht. Nach der frühen Führung der Gladbacher gleich Saarbrücken im Gegenzug direkt aus, um in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Als ich dann im Spiel mal mit Manu Zeitz geredet habe, habe ich auch gesagt, vielleicht müssen wir all in gehen, um halt in den letzten Minuten noch ein Tor zu machen. Aber ich meine, wir haben es ja auch bis dahin sehr gut verteidigt und hätten auch sagen können, wir gehen in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Ja, aber am Ende ist ich einfach glücklich, dass es so gekommen ist. Im Halbfinale trifft Saarbrücken nun auf den Zweitligisten Kaiserslautern. Im Pokalfinale in Berlin würde dann Leverkusen oder Düsseldorf warten. Erstmal haben wir noch ein Halbfinale vor uns, ein Wichtiges. Das wird auch ein schweres Stück Arbeit und ich glaube, da ist erstmal der Fokus drauf. Aber erstmal heute Abend ist der Fokus auf etwas anderes. Vom DFB-Pokal zur Champions League. Die Königsklasse und Borussia Dortmund muss heute Abend ran. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale und die Schwarz-Gelben müssen gegen den PSV Eindhoven aus den Niederlanden spielen. Im Rückspiel muss der BVB aber verletzungsbedingt auf den Stürmer Sebastian Alla sowie den gesperrten Verteidiger Nico Schlotterberg verzichten. Nationalspieler Mats Hummelt hat dagegen gute Chancen zurück in die Startelf zu rutschen. Das Hinspiel in Eindhoven endete umstritten, 1 zu 1 unentschieden. BVB-Trainer Edin Terzic ist guter Dinge vor heimischem Publikum die Runde der letzten 8 zu erreichen. Das haben wir uns erarbeitet durch eine gute Ausgangssituation im Hinspiel. Trotzdem wissen wir, dass es morgen eine große Chance gibt. Da wollen wir alles für tun, alles investieren und mit Freude morgen in dieses Spiel reinzugehen. Dann werden ganz viele Details dafür sorgen, dass wir einen tollen Abend erleben gemeinsam mit unseren Fans. Darauf freuen wir uns sehr. Die Fußball-Europameisterschaft wirft auch schon so langsam ihre Schatten voraus im Sommer. Und nun plant die Bundesregierung offenbar eine Lockerung der Vorschriften für die Nachtruhe. Nämlich bei Fanfesten und Public Viewing sollen während des Heimturniers vom 14. Juni bis zum 14. Juli bis in die Nacht hinein dann möglich sein. Das berichtet der Spiegel. In den 10 Austragungsorten gibt es offizielle Fanzone der UEFA, in denen die Spieler auf Großbildschirmen gezeigt werden. Die Kommunen sollen sie trotz entstehender Ruhestörungen großzügig genehmigen dürfen. Fußball regiert die Welt. Deutschland. Das werden wir mal sehen, wie schnell dieses Fest hat für die deutschen Wälder verweist. Aber jetzt erstmal noch der Blick auf eine ziemlich tierische, gute Nachricht des Tages, die wir heute für Sie haben. Eine Rettungsaktion, die ging nämlich gut aus. Ein 10 Jahre altes Pferd. Es hatte beim Überqueren einer schmalen Brücke im US-Bundesstaat Kalifornien den Halt verloren und war in einen Graben gestürzt. Feuerwehr, Tierarzt und technische Helfer kamen und versuchten, den Vierbeiner aus dem schlammigen Graben zu befreien. Und am Ende vereint gelangt die Befreiung. Etwas erschöpft aber gesund und munter trabte dann Stute Nala mit ihrer Besitzerin nach Hause. Lassen Sie uns mal gemeinsam rausschauen. Der Himmel über Berlin. Wir sind ja heute auf der Sonnenseite des Landes. Und ach, was für ein schönes Bild. Tolles Bild. Es war auch ein toller Sonnenaufgang heute Morgen, bevor wir ins Studio gegangen sind. Konnten wir aus dem Fenster gucken, haben es gesehen. Es war wirklich wunderschön. Und Maira? Ich habe ihn verpasst. Ich habe natürlich fleißig gearbeitet, weißt du das halt. Weißt du übrigens, dass gestern Berlin die höchsten Temperaturen in Deutschland hatte? Wir haben Preisgau. Tja, kannst du mal sehen. Das wird aber natürlich jetzt nicht immer so sein. Muss ich gleich mal wieder sagen. Muss ich mal intervenieren. Weil wir morgen sogar die 20-Grad-Marke im Südwesten knacken. Allerdings nicht in Berlin. Von daher. Aber bei uns wird es auch mild. Ja, ich gebe mein Bestes. Aber morgen, wie gesagt, könnten wir das erste Mal in diesem Jahr die magische 20-Grad-Marke knacken. Heute wird es aber auch schon mild. Das sieht man schön hier an der Einfeilung der Pfeile. Außerdem gewinnt das Hoch über Frankreich auch an Einflüsse, dass kalte Luft aus hohen Breiten wirklich vorerst keine Chance bei uns hat. Allerdings ist die Luft, die uns vom Ostatlantik über die Nordsee her erreicht, auch ziemlich feucht. Heißt also vor allem, ja, im Südwesten müssen sie sich heute auf etwas Regen einstellen. Viel wird es nicht sein. Und vor allem bis in unseren Osten wird dieser nicht vorankommen. Hier bleibt es trocken und vor allem vormittags, ja, mit Sonnenschein auch wieder recht nett. Also von der Ostsee über Thüringen bis nach Sachsen und Franken. Später verdichten sich dann auch dort die Wolken. Von der Nordsee bis zum Bodensee ja und zum Allgäu hin bleibt es dagegen wirklich den gesamten Tag über meist grau. Mit dem angesprochenen gelegentlich leichtem Regen. Nur noch an den Küsten und im Bergland bleiben die Höchstwerte dabei knapp einstellig. Oftmals erwarten uns wirklich milde 13 bis 15 Grad in der Spitze. Und morgen, wie gesagt, im Osten dichter bewölkt. Ansonsten kann man sich auf einen sehr freundlichen Sonnewolkenmix freuen am Oberrhein bei um die 20 Grad. Doch auch sonst wird es noch eine Ecke milder, verbreitet 15 bis 17 Grad. Gut, mit Ausnahme der Küsten. Ab Freitag wird es dann unbeständiger, aber weiterhin auch mild. Also der Merz kann sich durchaus bis jetzt sehen lassen, oder? Es ist Eiswetter. Ja, Marie wollte ich eben sagen, da kannst du mit deiner Familie, du wolltest ja... War ich gestern. Hast du es gemacht? Ah, siehste. Und ich werde kleine Pflänzchen jetzt demnächst vorziehen. Schon mal Tomaten, anderes. Marira mit dem grünen Daumen, ich gleich wieder los. Ich werde berichten. Danke. Hast du echt gemacht? Das ist gestern Eiswetter. Drei Kugeln haben das Kind und ich uns mitgehalten. Drei gleich? Die waren klein. Das ist wirklich lecker. Ich glaub's. Das ist so ein Appetit. Aber lassen Sie uns das beiseite legen. Wir gucken gleich nochmal auf die Politik. Und das ist heute wieder ein hoch spannender Tag. Denn ab 13 Uhr, da muss sich der Bundeskanzler in einer Regierungsbefragung, die Fragen der Abgeordneten stellen. Und insbesondere die Union hat schon angekündigt, ihn grillen zu wollen. Wie scharf das ausfällt, das werden wir hier natürlich auch übertragen und gleich schon mal besprechen. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Rund 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Borges Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1.000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe, Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61% der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD, wirft ihm vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei, das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Ja, meine Damen und Herren, je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung. Die Welt am Morgen mit Marie Droste und Carsten Hädler. 8.30 Uhr, halb neun. Guten Morgen. Schön, dass Sie bei uns sind. Tja, Marie, der Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL ist beendet. Aber lass es uns so formulieren, vorerst. Da wird bestimmt noch was kommen. Seit 2 Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte nun noch die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand ja früher begonnen und endete bereits gestern Abend. Fernfahrgäste müssen sich aber weiterhin noch vor allem am Morgen und am Vormittag auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, die geht weiter. Flugreisende, die müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO nun den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge ab München. Rund 400 Verbindungen werden voraussichtlich ausfallen. 50.000 Passagiere werden also das Nachsehen haben. Und für morgen, da kündigte Verdi bereits Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an, dann insgesamt fünf deutschen Airports an. Und die Taurus-Debatte steht natürlich auch heute im Deutschen Bundestag im Mittelpunkt. Aber wir wollen nochmal nach Großbritannien schauen, denn die Briten legen weiterhin die Finger in die offene deutsche Wunde. Der Außenminister David Cameron forderte Deutschland nun indirekt erneut zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine auf. Das britische Modell vom Typ Storm Shadow habe sich als effektiv herausgestellt und der Einsatz der Raketen habe sich nicht eskalierend auf den Konflikt ausgewirkt, sagte der konservative Politiker bei einer Debatte im Oberhaus in London. Wenn man Frieden wolle, sei es besser, Stärke zu zeigen und seinen Worten Taten folgen zu lassen, fügte Cameron ziemlich stichend hinzu. Die Ukraine wünscht sich die Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometern seit vergangenem Mai. Bundeskanzler Scholz erteilt der Anfrage seit Monaten allerdings eine klare Absage. Und damit zu Gerrit Seber, der für uns im Paul-Löbe-Haus steht, wo der Verteidigungsausschuss heute auch nochmal Tag, Gerrit. Also die Briten legen das Ganze nochmal auf den Tisch, bieten ziemlich penetrant diesen Ringtausch erneut an. Aber der Kanzler, der bleibt ja bei seinem Nein. Wie bewegt sich das innerhalb der Koalition? Könnte da doch noch eine Änderung kommen? Also momentan sieht es meiner Meinung nach nicht danach aus. Der Kanzler hat am Montag nochmal ganz klar gesagt, klar und präzise würde er formulieren und ist nicht, ist gegen die Taurus-Lieferung in die Ukraine. Und tatsächlich gab es ja Abweichler in der Ampel. Einer ist aber wieder, ist quasi eingeknickt, Anton Hofreiter, der am Sonntag noch überlegt hätte, für den Unionsantrag quasi gegen seine eigene Regierungskoalition zu stimmen. Der hat dann gestern gesagt, um des Friedenswillens innerhalb der Ampel stimmt er nicht mit diesem Unionsantrag. Und gestern sind auch die ganzen Fraktionsspitzen auf den Plan getreten, haben nach ihren Fraktionssitzungen sich geäußert, der Ampel. Und die haben auch alle gesagt, natürlich stimmen wir nicht mit diesem Antrag. Wir stehen da quasi, auch wenn man vielleicht anderer Meinung ist, an der Seite des Kanzlers. Man akzeptiert quasi seine Richtlinienkompetenz und befolgt, was er sagt und was er will. Ob dann tatsächlich am Donnerstag, also morgen bei der Abstimmung, der ein oder andere Ampelabgeordnete doch mit der Union stimmt, das kann man natürlich jetzt nicht sagen. Aber die Ampelspitzen wollen hier eigentlich ihre eigenen Leute zur Ordnung rufen, auch um des Friedenswillens innerhalb der Ampel. Gerrit, vielen Dank für deine Einschätzung. Ein spannender Tag, der uns da heute ins Haus steht. Und damit schauen wir nach Nordrhein-Westfalen. Das Oberverwaltungsgericht Münster setzt die Verhandlung über eine Berufungsklage der AfD gegen ihre Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall fort. Ab heute, ob es ein Urteil geben wird, das ist wie geplant vollkommen unklar, denn es könnten neue Sitzungstermine gesucht werden müssen, weil die AfD das Verfahren immer weiter in die Länge zieht. Allein für heute sind 210 Anträge gestellt worden und auch gestern schon hatten die Rechtspopulisten das Verfahren in die Länge gezogen. Es geht um die Frage, ob der Verfassungsschutz die AfD beobachten darf. Das Bundesamt mit Sitz in Köln hatte die Partei 2021 bereits als Verdachtsfall des Rechtsextremismus eingestuft. Die AfD steht also mehr denn je im Fokus. Erst die Korrektivrecherche zum sogenannten Geheimtreffen in Potsdam, jetzt also die Veröffentlichung zu mutmaßlichen rechtsextremen Mitarbeitern im Bundestag. Daher wollten wir von Ihnen wissen, hat sich Ihr Bild von der AfD verändert? Hier ist Ihre Stimme. Die Kampagne, die gefahren wurde gegen die AfD, war teilweise unsachlich gewesen. Aber ich glaube, es ist noch eine Frage des Alters, um das zu erkennen. Ich hoffe, dass die Demonstration doch ein kleines bisschen Umdenken in der Bevölkerung hervorruft. Ich sage auch immer, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und darauf hoffe ich sehr, auf die Vernunft der Menschen. Die Leute müssen eben zur Wahl gehen, die demonstrieren. Es muss einfach halber was passieren. Das Geld wird immer weniger, das andere wird alles teurer. Also irgendwo müssen wir ja auch, dass wir klarkommen. Es ist ja eine Protestpartei. Und die Menschen, die die AfD wählen, kann man ja nicht in die rechte Ecke stecken. Sie sind einfach nur gegen diese Koalition von SPT, Grünen und FDP. Ja, auch Herr Lindner hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Es gibt so viele Verrückte, die die AfD wählen. Also ist nicht meine Partei. Ich finde es zwar toll, dass so viele Leute auf die Straßen gehen. Wir machen das auch. Aber das scheint ja eher zu Provokation zu führen. Also das sich noch versteift. Wieder kursiert in sozialen Netzwerken ein Handy-Video, das Jugendgewalt zeigt und damit auch für ziemliches Entsetzen sorgt. Denn man bekommt angesichts der Häufung dieser Fälle das Gefühl, dass das schon allmählich zum Alltag gehört. Ja, und das zeigt auch, es scheint eine Verrohung zu sein, die Eltern und auch die Schulen und Psychologen in große Besorgnis versetzt. Schließlich werden die Opfer ja nicht nur gequält und gedemütigt. Sie erfahren meist auch keine Gerechtigkeit. Denn die Täter sind mit unter 14 Jahren strafunmündig und damit selbst noch Kinder. Fast wie vor einem Tribunal muss ein Zwölfjähriger niederknien. Was ihn erwartet, ist kaum zu ertragen. Er wird geschlagen, gedemütigt, gewürgt. Er bittet unter Druck um Verzeihung. Trotzdem kein Entkommen. Widerlich, abstoßend, erschreckend. Der Vorfall soll sich bereits im Februar in Uetersen, Schleswig-Holstein, zugetragen haben. Ein Täter, er wird Arkan genannt, misshandelt den Zwölfjährigen. Mehrere weitere Kinder schauen zu. Sie sprechen Deutsch und Türkisch. Mindestens einer filmt die Gewalttat mit seinem Smartphone. Komm, das reicht uns. Arkan! Komm, das reicht uns. Im exklusiven Welt-TV-Interview bezieht der mitfilmende junge Stellung. Er möchte nicht erkannt werden. Es ist so passiert, dass die Freunde von Arkan bleidigt wurden. Hat er ihn richtig erwürgt am Hals. Und er tat uns sehr leid. Ich und Sascha wollten ihm eigentlich helfen am ersten Tag. Aber es ging leider nicht, weil Arkan meinte, wir sollen es lieber lassen. Auch an einem zweiten Tag sollen sich ähnliche Szenen zugetragen haben. Inzwischen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und Nötigung. Wieder ein Vorfall. Wieder Kinder, die Kinder quälen. Es ist nicht nur ein Gefühl, dass Kriminalität auch unter Kindern und Jugendlichen zunimmt. Nur ein paar Beispiele. Im Februar in Wuppertal. Ein Amoklauf an einer Schule mit vier Verletzten. In Berlin. Eine Massenschlägerei an einer Schule im Dezember. In München quält eine Jugendbande eine Zwölfjährige. Die polizeiliche Kriminalitätsstatistik ist deutlich. Tatverdächtige Kinder. Solche bis 13 Jahren verübten 2019 rund 73.000 Straftaten. Schon 2022 waren es über 93.000. Die gleiche Entwicklung bei Jugendlichen, also 14- bis 17-Jährigen. 2019 waren es gut 177.000. 2022 mehr als 189.000. Bei den Straftaten, die sie begehen, rangiert. An erster Stelle Diebstahl. Danach folgen schon an zweiter Stelle Körperverletzung. Auf Rang 5 Gewalt gegen sexuelle Selbstbestimmung. Weiter gefolgt von Beleidigung und Bedrohung. Lehrer, Elternvertreter, Kriminalisten. Alle sind sich einig. Die Hemmschwellen gehen runter und die Brutalität rauf. Und ja, es gibt einen deutlichen Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund unter den Tätern. Dabei verschwindet das sogar in der Statistik, weil nach nicht-deutschen und deutschen Straftätern unterschieden wird. Dabei geht es nach Staatsangehörigkeit, nicht nach Herkunft. Ganz generell, Mobbing, Anfeindungen, Gewalterfahrung hat fast jeder einmal gemacht. Aber die aktuelle Entwicklung muss wachrütteln. Und da müssen psychologische Ansätze folgen, pädagogische Ansätze folgen. Das kann nicht allein nur die Sicherheitsbehörde und die Justiz vollziehen. Die soziale Infrastruktur wurde in vielen Ländern und im Bund katastrophal kaputtgespart. Und wenn wir da jetzt nicht endlich anfangen, finanzielle Ressourcen zu öffnen und diesen Sektor zu stärken, dann werden wir die Probleme nicht eindämmen, sondern sie werden noch massiv nach oben steigen. Im aktuellen Fall sind die Täter schuldunfähig. Deshalb hat sich das Jugendamt eingeschaltet. So, Queen Camilla gibt es jetzt auch als Barbie. Wer hätte das gedacht? Wir haben die Bilder noch nicht gesehen. Schauen wir uns die Bilder mal an. Denn die Miniaturpuppe ist jetzt also nun nach Camilla gekleidet worden. Und sie gilt als Anerkennung für ihre Arbeit als Präsidentin der Stiftung Women of the World. Ja, die Ehefrau von King Charles, sie fühlte sich sichtlich geschmeichelt. Sie haben mich etwa 50 Jahre jünger gemacht. Wir alle sollten eine Barbie haben. Das sagte die 76-Jährige bei der Übergabe mit Belgiens Königin Mathilde und Schauspielerin Helen Mirren. Schlechte Nachrichten allerdings für Sammler, denn in den Handel kommt die Camilla Barbie nicht. Aber weißt du, was ich schon wieder super finde? Ist einfach diesen British Humor. Also wie sie das aufgenommen hat, 50 Jahre früher hätte sie auch eine von sich haben wollen. Jetzt findet sie es ganz schön. Aber das schätze ich an den Briten. Ja, absolut. Absolut. Und ich meine, sie steht jetzt auch ihre Frau in diesen aktuellen Krisen. Und wir werden aber gleich nochmal hochpolitisch. Denn die Taurus-Debatte wird auch den heutigen Tag prägen. Denn es gibt ab 13 Uhr die Regierungsbefragung des Kanzlers, wo die Union schon angekündigt hat, man will ihn grillen, den Olaf Scholz. Auch Jens Spahn hat nochmal nachgelegt, man würde beim Kanzler regelrecht den Angstschweiß riechen. Also da werden wir ganz genau hinschauen. Schauen wir gleich. Was für ein Ton im Moment im Bundestag. Der Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Rund 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Werri Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwort-Szenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grämmen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft ihm vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische... Da sind wir wieder, drei Viertel neun. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Morgen. Uns hat soeben eine Allmeldung erreicht. Verteidigungsminister Boris Pistorius, der hat grünes Licht für den Abwurf von dringend benötigten Hilfsgütern über dem Gazastreifen durch die Luftwaffe gegeben. Der SPD-Politiker unterzeichnete eben nach Informationen der dpa einen entsprechenden Auftrag an die Bundeswehr. Insofern, die Bemühungen rund um die Hilfsleistungen in Richtung Gaza werden also nochmal auch von Deutschland erhöht. Und wir bleiben politisch, aber schauen auf die Debatte, die heute ab 13 Uhr im Deutschen Bundestag stattfinden wird. Nicht Debatte im normalen Sinne, sondern es gibt die Fragestunde zum ersten Mal in diesem Jahr an den Bundeskanzler direkt von den Abgeordneten und die Debatte um das Basternein von Olaf Scholz zur Lieferung der Deutschen Taurus Marschflugkörper. Sie dürfte nämlich dieses Frage- und Antwort-Szenario beherrschen. Ja, die Union, die kündigte schon an, sie will Olaf Scholz regelrecht grillen von Angstschweiß, der da beim Kanzler zu riechen ist, hat Jens Spahn eben auch schon gesprochen. Doch auch in der Ampelkoalition, da wird der Ton bei diesem Thema immer rauer. Aber auch gegenseitig beschimpft man sich schon und sagt, man würde sich als Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler aufführen. Insofern, das dürfte eine ziemlich spannende Debatte werden. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der Bild und in der ARD wirft ihm vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Noch immer ächzen Länder und Kommunen unter den enormen Flüchtlingszahlen, auch wenn wegen des Winters zurzeit ja weniger Migranten in Deutschland ankommen. Das größte Problem ist aber weiterhin die Unterbringung. Naja, und im Hintergrund ist auch die Sorge, dass mit den wärmeren Temperaturen, mit dem Frühling, dann die Zahlen auch wieder steigen könnten. Daran kann auch die Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber wohl nichts ändern. Sachsen fordert daher unter dem Eindruck der anstehenden Landtagswahl am 1. September schärfere Maßnahmen zur Begrenzung der Migration und auch eine Obergrenze. Die Migrationskrise ist für deutsche Kommunen längst nicht vorbei. Sachsens Innenminister Armin Schuster spricht gar davon, man sei jenseits aller Limits. Der CDU-Politiker fordert nun zum Handeln auf und will Migranten notfalls auch an der deutschen Grenze abweisen. Wenn wir auf Zugänge wie letztes Jahr oder mehr hinlaufen, dann würde ich die Bundesregierung auffordern, von § 18 Absatz 2 Asylgesetz Gebrauch zu machen. Das heißt Zurückweisungen aufgrund der Drittstaatenregelung, so Schuster in einem Interview. Konkret geht es um Menschen, die bereits in anderen Ländern innerhalb der EU Asyl beantragt haben. Diese könnten nach Schusters Vorstellung an der Grenze zurückgedrängt werden. Das ist nicht Sinn und Zweck unseres europäischen Asylsystems. Diese Menschen haben schon die Möglichkeit, Schutz zu erhalten. Und deswegen halte ich es für richtig, dass wir für diese Personengruppe auch die Möglichkeit haben, Zurückweisungen an der Grenze durchzuführen. Sogenannte Pushbacks, also die Abweisung an der Außengrenze, sind besonders an den EU-Außengrenzen hoch umstritten, gelten als völkerrechtlich illegal. Deshalb Bedenken bei den Grünen. Auf der Grundlage des Grundgesetzes, was das Grundrecht auf Asyl, was die Europäische Grundrechtscharta und was die Genfer Flüchtlingskonvention, das ist unser Handlungsrahmen. Zustimmung dagegen beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Deutschland müsse das Asylsystem ohnehin reformieren. Das sind keine Pushbacks. Das ist an sich geltendes Recht innerhalb der EU, dass man nicht in fünf Ländern Anträge stellen kann. Dass vor allem eben sehr, sehr viele auch nach Deutschland kommen, da müssen wir dringend andere Lösungen finden, weil die Kommunen in Deutschland einfach überfordert sind. Schuß, das Regierungschef, Ministerpräsident Michael Kretschmer, hatte zuletzt gar eine Obergrenze ins Spiel gebracht. Eine Idee, die 76 Prozent der Deutschen begrüßen würden, wie eine neue Umfrage zeigt. Also hier in Berlin kann man gerade wirklich nicht meckern. Sonne satt, Maira? Haben wir das Glück auch weiterhin auf unserer Seite? Carsten würde ja gerne nicht. Du gibst es mir nicht. Nee, nee. Aber nein, du sprichst es an. Das Wetter ist heute sehr zweigeteilt. Und nur wir sind heute auf der Sonnenseite. Ansonsten, ja, sieht es doch ziemlich trüb aus. Also am heutigen Tag, aber mild wird es überall heute schon. Vor allem mit steigender Tendenz. Morgen dann insbesondere. Örtlich reicht es da dann sogar für die 20-Grad-Marke davor. Also heute haben wir es ja mit einer Warmfront zu tun. Und die gehört zu den kräftigen Tiefs westlich von uns. Allerdings bekommen wir heute wirklich nur geringe Regenmengen ab. Ja, und diese dann vor allem auch nur in unserem Westen. Heißt also, unser Osten bleibt verschont. Von der Ostsee über Thüringen und Sachsen bis nach Franken starten wir mit einem freundlichen Sonnewolkenmix. Später ziehen auch hier einige Wolken auf. Es bleibt aber trocken. Ja, aber von der Nordsee bis nach Nordhessen wird es den gesamten Tag übertrübt sein mit gelegentlich leichtem Regen. Berlin schafft dabei bis zu 14 Grad. Köln 15 in Küstennähe bleiben die Höchstwerte im knapp einstelligen Bereich. Auch in den östlichen Mittelgebirgen und im Osten Bayerns scheint vormittags noch die Sonne von Rheinland-Pfalz. Und dem Rhein-Main-Gebiet bis zum Allgäu und Bodensee ist es dagegen bedeckt mit ebenfalls leichtem Regen. In höheren Lagen kann dieser dann auch mal kräftiger ausfallen. Morgen sind dafür dann aber im Osten dichtere Wolken unterwegs. Jetzt ansonsten kann man sich auf einen sehr freundlichen Sonnewolkenmix freuen. Wie gesagt, am Oberrhein bei bis zu 20 Grad. Doch auch sonst wird es eine Ecke milder. Verbreitet 15 bis 17 Grad mit Ausnahme der Küsten. Da bleibt es ein bisschen kühler. Ab Freitag gestaltet sich das Wetter dann unbeständiger. Aber weiterhin verbreitet doch recht mild. Naja, zum Glück bleibt es mild, wenn du uns schon die Sonne jetzt in Berlin ab morgen wegnimmst. Warmer Regen sozusagen. Warmer Regen, ja. Und Marira, danke. Jetzt habe ich irgendwie Bilder im Kopf wie Carsten draußen tanzt im Regen. Das wirst du nicht sehen, weil ich ja ein bisschen vor dir Feierabend habe, weißt du? Das ist ein Jahr, das ist ein Jahr. Ja, wir sind gleich wieder zurück hier im Weltnewsroom. Und dann schauen wir natürlich auf den Bundestag heute. Marie, das könnte sehr hitzig, laut und zumindest sehr intensiv zugehen. Fragestunde für den Bundeskanzler. Die Tauersdebatte wird sicherlich im Mittelpunkt stehen. Davon kann man ausgehen. Mal sehen, ob er bei so einer ganz klaren Ablehnung bleibt. Auch das gleich großes Thema hierbei. Der Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Runden 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwort-Szenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grimmeln zu wollen. Doch auch in der Ampel-Koalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taubuslieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft dem vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation. Hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Ja, meine Damen und Herren, je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tesla-Schleif Edelmask offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Noch ist das vom E-Autobauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig bis kommenden Freitag. Im Bundestag dürfte es ab 13 Uhr laut werden. Kanzler Scholz stellt sich den Fragen der Abgeordneten. Im Mittelpunkt dürfte sein anhaltendes Nein zu den Taurus-Lieferungen an die Ukraine stehen. Deswegen wird auch der Ton zwischen den Ampel-Koalitionären rauer. Die AfD versucht weiter mit allen juristischen Tricks das Berufungsverfahren gegen den Bundesverfassungsschutz in die Länge zu ziehen. Vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster geht der Prozess wegen der rechtsextremistischen Tendenzen in der Partei weiter. Vor allem wegen einer Antragsflut könnte sich das für heute geplante Urteil verzögern. Das Fußballmärchen von der Saal geht weiter nach Bayern und Frankfurt scheitert nun noch Gladbach. Rande mit der dritte Bundesligist im DFB-Pokal am 1. FC Saarbrücken. Beim Drittligisten brachen nach der Sensation auch alle Dämme. Im Halbfinale wartet nun Zweitligist Kaiserslautern. Und damit ist es 9 Uhr. Guten Morgen hier bei uns im Welt-Newsroom. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen, denn zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich also der Bundeskanzler den Fragen der Abgeordneten. Die Debatte um das Basternein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwort-Szenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte ja an, den Regierungschef grillen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer, so bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Dirk Wiese die jüngsten Äußerungen des grünen Abgeordneten Anton Hofreiter als, Zitat, Frechheit gegenüber dem Bundeskanzleramt. Die Debatte, die aktuell läuft, fasst Matthias Heinrich zusammen. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und Software-mäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft ihm vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Wir schauen ins Paul-Löbe-Haus, denn seit 8 Uhr tagt dort der Verteidigungsausschuss des Bundestages. Gerrit Seewald beobachtet das Ganze für uns. Gerrit, es hat so ein bisschen den Eindruck, die Abgeordneten, die machen sich gerade schon warm für diese Frage. Stunde um 13 Uhr. Also wie ist da der aktuelle Stand? Nicht nur bei den Verteidigungspolitikern wird der Ton rauer. Auch selbst in der Ampel droht dem Kanzler vielleicht doch die ganze Situation zu entgleisen? Ja, also die Frage kann man tatsächlich erst am Donnerstag wahrscheinlich abschließend beantworten, wenn wir sehen, ob und wenn ja, wie viele auch Ampelabgeordnete mit dem Unionsanstrag für die Taurus-Lieferung abstimmen. Stand jetzt setzt der Kanzler meiner Meinung nach alles auf eine Karte und zwar Autorität auf seine Richtlinienkompetenz, dass er das zu entscheiden hat, ob der Taurus geliefert wird oder nicht. Und dann haben sich nun mal auch die Ampelkoalitionäre daran zu halten. Und tatsächlich würde ich sagen, er hatte gestern eine Art Teilerfolg. Immerhin haben sich auch die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien gestern sehr klar geäußert, dass sie natürlich, dass ihre Parteien natürlich nicht mit dem Unionsantrag abstimmen werden, versuchen hier halt in ihre eigenen Parteien eben auch einzuwirken, damit es eben Frieden in der Ampel gibt, damit die Koalition als Koalition noch weiter funktioniert. Ich gehe auch davon aus, dass man einfach Angst hat, dass es vielleicht auch einreißen könnte, dass in Zukunft über Sachfragen dann eher nach dem Gewissen und nicht nach dem Koalitionsvertrag oder mit dem, was die Koalition vorher ausgemacht hat, abstimmt. Und ich glaube, hier ist viel, viel Druck auf dem Kessel, auch aus Angst vor noch mehr Streit innerhalb der Ampel. Und auch deswegen die Ampelparteien sagen, wir müssen jetzt tatsächlich, wir dürfen jetzt nicht mit diesem Antrag der Union abstimmen, damit hier nicht der Eindruck erweckt wird, dass die Ampel noch zerrütteter ist, als es eh schon scheint. Und die Briten legen ja auch immer weiter den Finger in die Taurus-Wunde. Gerrit, darüber werden wir uns intensiv im Verlauf der Sendung noch unterhalten. Danke erstmal für den Moment ins Paul-Löbe-Haus. Und wir haben natürlich Live-Events, bei denen wir heute auch noch explizit mit dabei sind. So zum Beispiel um 11.15 Uhr CDU-Chef Friedrich Merz besucht dann das jüdische Gymnasium in Berlin-Mitte. Und der Höhepunkt des Tages ist um 13 Uhr die Regierungsbefragung von Olaf Scholz im Deutschen Bundestag. Das und vieles mehr live hier bei uns. Bleiben Sie auf jeden Fall bei uns. Die rechtsextremen Tendenzen der AfD sind in der Bevölkerung und bei den Gerichten weiterhin ein großes Thema. So wird heute in Münster von dem Oberverwaltungsgericht die Berufsverhandlung AfD gegen den Bundesverfassungsschutz fortgesetzt. Am ersten Tag verzögerte die AfD mit zahlreichen Beweis- und Befangenheitsanträgen, sowie dem Wunsch, die Öffentlichkeit auszuschließen, bereits den Prozessverlauf. Ob es daher heute, wie ursprünglich vorgesehen, ein Urteil geben wird, das ist völlig unklar. Die AfD hat nämlich 210 Anträge gestellt. Jonas Feld mit den Einzelheiten. Gar nicht glücklich wirken die Fraktionsvorsitzenden der AfD, als sie den Journalisten auf der Fraktionsebene im Bundestag Rede und Antwort stehen. Bei der Partei läuft es nämlich alles andere als rund. In zweiter Instanz wehrt sich die AfD gegen die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz. Nun soll sich das Oberverwaltungsgericht in Münster mit der Frage beschäftigen. Die Definition des Verfassungsschutzes interessiert mich überhaupt nicht, weil es ein Werturteil ist. Es ist eine Bewertung, die völlig subjektiv ist, die keine objektivierbaren Kriterien anlegt. Dabei ist die Definition wichtig, denn die entscheidet darüber, ob der Verfassungsschutz sogenannte nachrichtendienstliche Mittel einsetzen darf. Dazu gehören V-Leute, Observationen und das Überwachen der Kommunikation. Der erste Verhandlungstag hatte nach zahlreichen Anträgen durch die AfD und mehreren Beratungen des 5. Senats erst mit deutlicher Verspätung am Mittag begonnen. Ob es heute ein Urteil geben wird, ist noch offen. Der Anwalt der AfD will weitere Beweisanträge stellen. Und dann plagt die Partei auch noch die Recherche des Bayerischen Rundfunks. Mindestens 100 Mitarbeiter der Bundestagsfraktion seien in rechtsextremen Organisationen aktiv. Und es ist so lächerlich an den Haaren herbeigezogen, mit welchen offensichtlichen rufschädigenden Mitteln hier gearbeitet wird. Noch einmal, wird der Bürger unbequem, dann bezeichnen ihn als rechtsextremen. Das Ganze ist eine Medienkampagne, übrigens Steuergeld finanziert. Sie sind ja alle hier GEZ-abhängig. Und dann machen sie natürlich nur eins, sie reden nach dem Ton der Regierung. Die anderen Parteien aber wundert die Recherche nur bedingt. Es überrascht ja nicht sehr, dass die Mitarbeiter von Abgeordneten sich ihren Chefs angleichen. Das kann nicht spurlos an uns vorübergehen. Deswegen wünsche ich schon, dass sowohl die Bundestagspräsidentin, aber auch das Präsidium sich mit diesen Erkenntnissen befasst. Möglicherweise daraus auch den Fraktionen weitere Vorschläge macht. Und genau da will Bundestagspräsidentin Baas nun ansetzen. Sie hat bereits eine Überprüfung von gesetzlichen Regeln zum besseren Schutz des Parlaments angekündigt. Und Greta Wagner ist auch heute wieder für uns in Münster. Greta, was wir da gestern gesehen haben, war eindeutig eine Verzögerungstaktik der AfD. Und für heute 210 Anträge sind von den Anwälten der Rechtspopulisten eingereicht worden. Was heißt das also? Können wir tatsächlich mit einem Urteil rechnen oder wird das Verfahren doch länger dauern? Na ja, hättest du mich das gestern gefragt, hätte ich gesagt, auf jeden Fall gibt es heute ein Urteil. Denn das sind ja nur diese beiden Verhandlungstage erst einmal angesetzt. Aber nach dem, was wir hier gestern erlebt haben, steht das wirklich in den Sternen und lässt sich schwierig durchsetzen mit dem, was die AfD jetzt für heute auch noch angekündigt hat. Ich will noch mal ganz kurz auf diese Anträge von gestern eingehen, weil die waren wirklich absurd und schwer zu begreifen, was die AfD da für Anträge gestellt hat. Zum Anfang hat es damit begonnen, dass sie einen Antrag gestellt haben auf Vertagung des Prozesses, weil sie meinten, sie hätten nicht genug Zeit gehabt, sich durch die über 4000 Akten zu arbeiten und 116 Stunden Videomaterial zu senden, was ihnen aber seit Januar eben vorliegt. Also dieser Antrag wurde relativ schnell abgelehnt. Dann ging es aber nahtlos weiter mit einem weiteren Antrag über die Befangenheit des Senats. Und wenn solche Anträge gestellt werden, um das einmal zu erklären, dann müssen die Kammern, dann muss ich die Kammern zurückziehen und erst einmal beraten. Und das dauert natürlich seine Zeit. Und auch dieser Antrag hat dann natürlich gedauert in der Beratung, wurde aber am Ende auch wieder abgelehnt. Und dann gab es den dritten Antrag, der dann gelautet hat, dass man die Öffentlichkeit ausschließen möchte, weil man ja sichere oder sicherheitsrelevante Beweise eben vortragen möchte und vorlesen möchte. Dann hat das auch noch mal lange gedauert. Alle mussten raus aus dem Saal, beziehungsweise es ist auch kein richtiger Saal. Der ganze Prozess findet im Foyer statt, weil er einfach so viele Zuschauer und Presseleute zu sich gezogen hat. Dann mussten alle raus und sich in den Nieselregen stellen für eine sehr lange Zeit. Und dann hat die Kammer wieder zu sich gerufen, hereingebeten. Und auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Da waren dann aber schon fast vier Stunden verstrichen, nur mit diesen Anträgen, um sich damit zu beschäftigen. Und dann hieß es gestern Abend um 19.30 Uhr ungefähr von der AfD, dass man eben für den heutigen Tag noch weitere Beweisanträge stellen möchte. Über 200, ihr hattet das ja gerade schon angesprochen. Und da hatte man auch schon die Nettozeit berechnet, um diese Anträge anzubringen. Und das wären 25 Stunden gewesen. Also ob es heute hier zu einem Urteil kommt, ist wirklich fraglich. Und wenn hier am Ende überhaupt ein Urteil steht, dann hatte die AfD auch schon angekündigt. Und damit rechnen auch alle, dass sie noch eine Instanz weitergehen. Dass sie dann auch nach Leipzig vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen wollen, um dann noch einmal in Berufung zu gehen. Also Greta, auch bei dir wird es heute ein interessanter Tag werden. Und ich hoffe, du hast genug Butterbrote eingesteckt. Das dauert noch ein bisschen. Du wirst das Ganze für uns beobachten. Danke für den Moment nach Münster. Unsere Frage des Tages dreht sich daher heute auch um die AfD. Sind die Rechtspopulisten Ihrer Meinung nach eine rechtsextreme Partei? Bitte beteiligen Sie sich, zücken Sie Ihr Handy, scannen Sie den QR-Code und geben Sie Ihr Votum ab. Die Auflösung dann wie immer bei uns ab 18 Uhr in die Welt am Abend. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749 und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat Kriviri hat der ukrainische Präsident Zelensky Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Wegen der Blockade des 60-Milliarden-Dollar-Paketes für die Ukraine im US-Kongress hat das Weiße Haus nun ein militärisches Nothilfepaket beschlossen. Es sollen Waffen und andere Ausrüstung im Wert von umgerechnet 275 Millionen Euro für Kiew bereitgestellt werden. Das kündigte das Pentagon an. Damit werde auf einige der dringendsten Bedürfnisse der ukrainischen Armee reagiert. Die von Präsident Biden im Haushalt vorgesehenen 60 Milliarden Dollar werden von den oppositionären Republikanern bereits seit Wochen blockiert. Und wir bleiben noch in den Vereinigten Staaten, denn nun ist es offiziell. Bei den Präsidentschaftswahlen am 5. November treten Joe Biden und Donald Trump wieder gegeneinander an. Biden setzte sich bei den Vorwahlen der Demokraten in Georgia und Mississippi durch und hat damit genügend Stimmen. Das reichte, um beim Nominierungskongress der Demokraten im August in Chicago offiziell zum Spitzenkandidaten ernannt zu werden. Allerdings hatte der 81-Jährige auch keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten. Genau wie Donald Trump bei den Republikanern. Der 77-Jährige gewann ebenfalls gestern mehrere Vorwahlen und sicherte sich die restlichen Delegiertenstimmen. Es ist übrigens das erste Mal seit 1952 und 1956, dass dieselben Kandidaten bei zwei aufeinanderfolgenden US-Wahlen gegeneinander antreten. Zurück nach Deutschland. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tesla-Staffin Elon Musk offenbar heute persönlich zur Fabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Noch ist das allerdings vom E-Autobauer offiziell nicht bestätigt worden. Nach einem tagelangen Stromausfall bei Tesla ist seit zwei Tagen das Werk wieder am Stromnetz und die Produktion wird allmählich hochgefahren. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig noch bis kommenden Freitag. Und seit den frühen Morgenstunden ist Paul Klintzing für uns an der Gigafactory in Grünheide. Paul, wissen wir denn jetzt schon mehr? Also Elon Musk, der Flughafen BER, ist nicht weit entfernt. Ist er denn schon da oder kommt er tatsächlich? Also er ist noch nicht da und ich frage natürlich auch immer wieder bei den Mitarbeitern nach, ob er denn jetzt wirklich kommt. Aber die können mir leider keine Auskunft geben. Also wir wissen jetzt noch nicht offiziell, ob Elon Musk dann tatsächlich kommt. Aber der Besuch ist natürlich wichtig auch für die deutsche Seite. Wir blicken mal darauf, denn das Ganze hat ja mehrere Millionen von Euro gekostet. Und jetzt stellt sich heraus, dass wahrscheinlich Elon Musk auf diesen Schaden sitzen bleiben muss, weil die Versicherung das wahrscheinlich nicht zahlen wird, weil es eine höhere Gewalt, in dem Fall ein terroristischer Akt auf dieses Stromnetz war. Deshalb wird die Versicherung wahrscheinlich nichts zahlen. Heißt für Elon Musk, er will jetzt auf jeden Fall hier die Gespräche suchen und sicherstellen, dass das, was letzte Woche hier passiert ist, nicht mehr passiert. Es gibt Gerüchte, dass unter anderem Brandenburgs Ministerpräsident und auch der Wirtschaftsminister hier heute sein werden und mit Elon Musk sprechen werden. Und aus deutscher Sicht will man natürlich einem dem reichsten Menschen der Welt zeigen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland immer noch der richtige ist. Und Elon Musk hat ja vor Jahren geglaubt, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland ein wichtiger und ein guter sei. Aber genau danach sieht es nicht aus. Wir haben ja nicht nur die Attacke vor einer Woche. Es gibt ja auch dieses Protestcamp nicht unweit von hier. Da gibt es auch Aktivisten, die gegen Tesla protestieren. Also viel schlechte Presse gegen Elon Musk. Und der wird sich sicher eine Pro- und Kontra-Liste aufführen und abwägen. Wenn er vielleicht irgendwann mal weitere Projekte in Europa starten wird, dann wird er jetzt sicherlich durch diese Aktion einen Negativpunkt haben. Und falls er hier nochmal in Europa Fuß fassen will, dann wird er sich zweimal überlegen, ob Deutschland wirklich der richtige Standort ist. Paul, wir sind gespannt, was in den kommenden Stunden passieren wird, ob und wann Elon Musk eintreffen wird. So lange bleibst du für uns in Grünheide bei Berlin in Brandenburg. Danke für den Moment. Künstliche Intelligenz birgt trotz aller Vorteile auch viele Risiken. Und um diese zu mindern, will das EU-Parlament noch heute in Straßburg über ein KI-Gesetz abstimmen. Kommt eine Mehrheit zustande, müssen Entwickler, Betreiber und Anbieter von gewissen KI-Systemen neue Vorgaben erfolgen. Das Gesetz zielt darauf ab, die Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union sicherer zu machen. Es soll sicherstellen, dass KI-Systeme transparent, nachvollziehbar und nicht diskriminierend sind. Ein wichtiger Aspekt ist, dass KI von Menschen überwacht wird und nicht nur von anderen Technologien. Der gesuchte RAF-Terrorist Burkhard Garweg betrieb offenbar eine Fälscherwerkstatt in seinem Versteck in Berlin-Friedrichshain. Im beschlagnahmten Bauwagen des weiterhin Flüchtigen haben Ermittler Utensilien und Geräte entdeckt, mit denen Dokumente gefälscht werden können. Das gab der Chef des LKA Niedersachsen, De Vries, bekannt. Das LKA Niedersachsen ist federführend. Die Werkzeuge werden weiter untersucht und De Vries geht davon aus, dass Garweg jetzt mit einer Tarn-Identität und einem falschen Pass aus eigener Herstellung unterwegs ist. Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette war im Februar in Berlin festgenommen worden, wo sie unter falschem Namen lebte. Die Fahndung nach ihren beiden mutmaßlichen Komplizen Garweg und Staub läuft weiter auf Hochtouren. Eigentlich hat jeder, der mit 18 den Führerschein macht, hier in Deutschland eine Fahrerlaubnis auf Lebenszeit. Doch mit dem zunehmenden Alter schwinden Konzentrationsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit. Statistiken zeigen, dass vor allem Menschen ab 75 Jahren immer öfter an tödlichen Unfällen beteiligt sind. So zum Beispiel vergangenes Wochenende bei einem tragischen Unglück in Berlin. So werden hierzulande auch die Rufe nach regelmäßigen Gesundheitschecks lauter. Schließlich sind sie in anderen europäischen Ländern ja bei Jahren bereits Pflicht. Der Kinderwagen liegt noch auf der Fahrbahn, als die Rettungskräfte um das Leben des vierjährigen Jungen und seiner 41-jährigen Mutter am Wochenende in Berlin kämpfen. Beide überleben den Unfall nicht. Zuvor wollten sie die Leipziger Straße überqueren, als ein 83-Jähriger frontal in sie hineinfährt. Es sind Bilder wie diese, die die Diskussion um eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit im Alter immer wieder anfachen. Die Grünen im Bundestag fordern regelmäßige Gesundheitschecks. Vor allem für Ältere, aber nicht nur für die. Tatsächlich ist es so, dass die häufigsten unverursachenden Personen entweder Fahranfänger sind oder sehr alte Menschen. Und das, obwohl alte Menschen ja häufig sehr viel Fahrerfahrung haben. Es ist einfach so, dass dort dann die Sehkraft oder die Reaktionsfähigkeit abnimmt. Und das kann aber auch in schönen jungen Jahren passieren. Deswegen ist es in der Tat grundsätzlich sinnvoll, wenn man in gewissen Abständen eben Gesundheitstests macht. Die Statistik zeigt, Senioren sind zwar seltener in Unfälle verwickelt, tragen aber häufiger als jüngere Autofahrer die Hauptschuld. Waren 2021 mindestens 65-Jährige in einen Unfall verwickelt, so trugen sie in mehr als zwei Drittel der Fälle die Hauptschuld. Bei den mindestens 75-Jährigen wurde sogar gut drei von vier unfallbeteiligten Autofahrern die Hauptschuld zugewiesen. Das Problem ist, dass bei Älteren im Laufe der Jahre tatsächlich diese kognitiven Fähigkeiten nachlassen. Das ist also das Vermögen, eine Situation schnell zu erfassen, zu verarbeiten und entsprechend zu reagieren. Verpflichtende Gesundheitschecks für Senioren waren auf EU-Ebene Ende Februar abgelehnt worden. Die Mitgliedstaaten sollen selbst entscheiden. Verkehrsminister Wissing stellte damals klar, Deutschland will weiter auf Eigenverantwortung setzen. Deutschland möchte solche Zwangsuntersuchungen nicht haben. Das belastet auch das Gesundheitswesen mit unnötigen massenweisen Untersuchungen. Es sind Millionen, wären davon betroffen. Auch die SPD lehnt verpflichtende Gesundheitsuntersuchungen für ältere Autofahrer ab. Setzt auf freiwillige Fahrtests für alle. Aus meiner Sicht sollten wir gucken, dass wir eher auch nochmal darauf abheben, dass es ein Angebot einer freiwilligen Rückmeldefahrt alle 15 Jahre gibt, weil es ist unabhängig vom Alter. Alles andere als freiwillig sind Fahrtauglichkeitstests bei unseren europäischen Nachbarn. Wer zum Beispiel in Spanien mobil bleiben möchte, muss schon ab 65 alle 5 Jahre beim Arzt die Fahrtauglichkeit checken lassen. Das ist das Schöne am DFB-Pokal. David gegen Goliath und immer wieder klappt es. Saarbrücken, Bayern rausgeschmissen, Eintracht Frankfurt rausgeschmissen und jetzt auch noch Borussia Mönchengladbach. Und damit steht der Drittligist tatsächlich im Halbfinale des DFB-Pokals. Andreas Büttner mit wirklich tollen Bildern. Ja, das ist einfach unbeschreiblich jetzt. Wir sind im Halbfinale. Der Pokalschreck macht es schon wieder. Grenzenloser Jubel beim 1. FC Saarbrücken. Der Fußball-Drittligist schlägt den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und steht damit im Halbfinale des DFB-Pokals. Ja, ich glaube, es ist schon wie die letzten Spiele. Sehr, sehr schwierig, jetzt irgendwas zu sagen. Also gerade nach dem Abpfiff hatte ich einfach nur Gänsehaut gehabt, aber nicht, weil mir kalt war. Ja, es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Und das wieder mal nach einer unbeschreiblichen Wasserschlacht. Nach der frühen Führung der Gladbacher gleich Saarbrücken im Gegenzug direkt aus, um in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Als ich dann im Spiel mal mit Manu Zeitz geredet habe, habe ich auch gesagt, vielleicht müssen wir all in gehen, um halt in den letzten Minuten noch ein Tor zu machen. Aber ich meine, wir haben es ja auch bis dahin sehr gut verteidigt und hätten auch sagen können, wir gehen in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Ja, aber am Ende ist ich einfach glücklich, dass es so gekommen ist. Im Halbfinale trifft Saarbrücken nun auf den Zweitligisten Kaiserslautern. Im Pokalfinale in Berlin würde dann Leverkusen oder Düsseldorf warten. Erstmal haben wir noch ein Halbfinale vor uns, ein wichtiges. Das wird auch ein schweres Stück Arbeit und ich glaube, da ist erstmal der Fokus drauf. Aber erstmal heute Abend ist der Fokus auf etwas anderes. Und vom DFB-Pokal zur Königsklasse im Fußball zur Champions League, denn für Borussia Dortmund geht es heute Abend um den Einzug in das Viertelfinale. Der Gegner heißt PSV Eindhoven aus den Niederlanden. Im Rückspiel muss der BRVB verletzungsbedingt auf Stürmer Sebastian Aller sowie den gesperrten Verteidiger Nico Schlotterberg verzichten. Aber Nationalspieler Mats Hummels, der hat dagegen gute Chancen zurück in die Startelf zu rutschen. Das Hinspiel in Eindhoven endet ja 1 zu 1 unentschieden, allerdings umstritten zu Lasten der Dortmunder. Aber BVVT-Trainer Edin Terzic ist guter Dinge vor heimischem Publikum, um die Runde der letzten 8 zu erreichen. Und damit sind wir jetzt beim Wetter angekommen. Maira, ja so viele gute Nachrichten über den deutschen Fußball. Dortmund kann doch nachziehen. Welche guten Nachrichten hast du denn zum Wetter? Ich wollte gerade sagen, wir sind auch guter Dinge beim Wetter. Du bist mal guter Dinge. Das ist ja, wenn ich mir Januar und Februar angucke, da hat es ja nicht so viele gute Nachrichten. Ja, da hast du recht, das stimmt, aber in der letzten Zeit ging es doch. Können wir uns doch wirklich nicht beschweren. Ja, den März hast du ganz gut begonnen. Habe ich ganz gut hingekriegt, ja. Ja, aber guter Dinge kann man auch sein. Morgen könnten wir nämlich das erste Mal in diesem Jahr die magische 20-Grad-Marke knacken. Mild wird es schon heute, wie man hier schön anhand der Einfällung der Pfeile sehen kann. Außerdem gewinnt das Hoch über Frankreich an Einfluss und somit hat kalte Luft aus hohen Breiten vorerst keine Chance bei uns. Allerdings ist die Luft, die uns vom Ostatlantik über die Nordsee her erreicht, auch feucht. Und entsprechend müssen sie sich leider im Südwesten heute auf ein bisschen Regen einstellen. Viel wird es nicht sein. Und vor allem bis in den Osten kommt dieser nicht voran. Hier bleibt es trocken. Und vor allem vormittags wird es dort mit Sonnenschein auch noch recht nett. Also von der Ostsee über Thüringen und Sachsen bis nach Franken. Später verdichten sich auch dort die Wolken von der Nordsee her bis runter zum Bodensee. Und auch zum Allgäu hin wird es den gesamten Tag übertrüb sein mit dem angesprochenen gelegentlich leichtem Regen. Dazu nur an den Küsten und im Bergland. Heute mit knapp einstelligen Höchstwerten oftmals erwarten uns milde 13 bis 15 Grad in der Spitze. Und morgen wird es dann mal im Osten etwas dichter bewölkt sein. Ansonsten kann man sich auf einen sehr freundlichen Sonne-Wolken-Mix freuen am Oberrhein bei um die 20 Grad. Doch auch sonst wird es eine Ecke milder mit verbreitet 15 bis 17 Grad, mit Ausnahme der Küsten ab Freitag. Dann wieder etwas unbeständiger, aber weiterhin mild. Also auch das Wetter kann sich doch durchaus sehen lassen. Ja, kannst du uns denn jetzt schon versprechen, dass der Winter wirklich nicht mehr zurückkehrt? Ja, der ist durch. Der Winter ist wirklich durch. Es kann natürlich noch mal kalt werden. Aber das kann es ja auch noch mal im Juni geben, die Schafskälte oder die Eisheiligen dann zuvor natürlich. Lässt ihr immer eine Hintertür auf? Ja, muss man. Das ist Wetter. Das habe ich von dir gelernt. Die große Unbekannte, das Wetter. Marira, danke. Gerne. Heute großer Showdown im Bundestag um 13 Uhr. Der Kanzler zur Fragestunde der Abgeordneten vor den Parlamentariern. Das könnte laut und vor allen Dingen hitzig zugehen. Das wird unser Thema gleich sein. Denn auch die Briten legen weiter in die Taurus-Debatte den Finger in die Wunde, streuen immer wieder Salz rein. Und warum es genau geht, das erklären wir gleich. Bleiben Sie dran. Nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat Kriviri hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte Zelenskyy in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben, warnte er. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Menschen wurden verletzt, unter ihnen sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Rund 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwort-Szenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe, Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft dem vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Ja, meine Damen und Herren, je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000. Morgen im Welt-Newsstreamer. Die Taurus-Debatte ist weiterhin das politische Thema in Deutschland. Und nun legen die Briten weiter den Finger in die Wunde. Der britische Außenminister Cameron forderte Deutschland indirekt erneut zur Lieferung von Taurus-Marschblock-Körpern an die Ukraine auf. Das britische Modell vom Typ Storm Shadow habe sich als effektiv herausgestellt. Und der Einsatz der Raketen habe sich nicht eskalierend auf den Konflikt ausgewirkt, sagte der konservative Politiker bei einer Debatte im Oberhaus in London. Wenn man Frieden wolle, sei es besser, Stärke zu zeigen und seinen Worten Taten folgen zu lassen, fügte Cameron hinzu. Die Ukraine wünscht sich ja die deutschen Marschblockkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometern seit vergangenen Mai. Aber Kanzler Scholz erteilt seitdem dieser Forderung eine ganz klare Absage. Gerrit Sebald ist für uns weiterhin im Paul-Löber-Haus. Dort tagt im Moment der Verteidigungsausschuss des Bundestages. Gerrit, diese Äußerung von Cameron, also wieder Salz in die deutsche Wunde gestreut, wieder indirekt den Kanzler angegriffen. Cameron hat ja sogar eine Verbündete mit Außenministerin Annalena Baerbock gefunden. Es geht um den Ringtausch. Aber macht das denn tatsächlich Sinn? Ja, das ist wirklich die ganz, ganz große Frage. Spannend ist, dass Cameron jetzt in seiner neuesten Aussage tatsächlich gar nicht unbedingt über den Ringtausch gesprochen hat, sondern gesagt hat, naja, vielleicht sollen die Deutschen den Taurus eigentlich direkt liefern. Der Ringtausch, der wird tatsächlich relativ kritisch gesehen, auch von Experten, weil, ich sage das, ich drücke das immer ganz gerne so aus, das könnte auch zu einer Art Loose-Lose-Situation führen. Und zwar, die Ukraine, die bekommt kein Taurus, sondern nur den etwas schwächeren Storm Shadow. Und die Deutschen, die müssen quasi den Taurus abgeben und hätten dann keinen oder wahrscheinlich weniger Taurus. Es wäre vor allem eine Win-Situation für die Briten, weil die könnten den schwächeren Marschwuhlkörper abgeben und den besseren von Deutschland bekommen. Aber, auch Friedrich Merz hat gesagt, ist nicht seine Lieblingslösung, wäre aber vielleicht die zweitbeste Lösung, weil, so oder so, der Ukraine scheinen eben auch diese Storm Shadow-Marschflugkörper auszugehen, die bisher die Briten vor allem geliefert haben. Das heißt, wenn es nicht zu einem Ringtausch kommt, dann kommt es am Ende vielleicht zu gar nichts. Aber, nichtsdestotrotz, man kann hier viel hin und her spekulieren und diskutieren, der Kanzler hat bisher auch zu einem Ringtausch Nein gesagt. Sprich, auch diese Debatten könnten am Ende an Olaf Scholz scheitern, denn auch hier hätte er natürlich das letzte Wort. Heute, 13 Uhr, die Befragung im Deutschen Bundestag durch die Abgeordneten für den Bundeskanzler. Das könnte hitzig werden. Gerrit, du wirst das Ganze für uns beobachten. Wir werden live mit dabei sein. Danke erst mal ins Paul-Löbe-Haus. Und damit schauen wir auf Alexej Nawalny. Ein enger Vertrauter des vor gut drei Wochen in einem Straflager gestorbenen Putin-Gegners ist in seinem Exil in Litauen überfallen und verletzt worden. Der oppositionelle Leonid Wolkow sei vor seinem Haus brutal angegriffen worden, schrieb die ehemalige Nawalny-Sprecherin Jarmisch auf der Plattform X. Demnach habe ein Angreifer die Autoscheibe Wolkows eingeschlagen, ihm Tränengas in die Augen gesprüht und mit einem Hammer auf ihn eingeschlagen. Der 43-Jährige kam zunächst zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster setzt die Verhandlung über eine Berufungsklage der AfD gegen ihre Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall fort. Aber ob heute tatsächlich wie geplant ein Urteil gesprochen wird, daran gibt es Zweifel. Denn es könnten neue Sitzungstermine gesucht werden müssen. In dem Berufungsverfahren geht es im Kern um die Frage, ob der Verfassungsschutz die AfD beobachten darf. Das Bundesamt mit Sitz in Köln hatte die Partei im Jahr 2021 als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus eingestuft. Und damit darf sie seitdem mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. Die AfD klagte gegen diese Einstufung zunächst erfolgreich und legte gegen das Urteil jetzt Berufung ein. Und für heute kündigte sie 210 Anträge ein. Die AfD steht also mehr denn je im Fokus. Erst die Korrektivrecherche zum sogenannten Geheimtreffen in Potsdam, jetzt also die Veröffentlichung zu mutmaßlich rechtsextremen Mitarbeitern im Bundestag und dann die Auseinandersetzung vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Daher wollten wir von Ihnen wissen, hat sich Ihr Bild von der AfD in den vergangenen Wochen tatsächlich verändert? Hier ist Ihre Stimme. Die Kampagne, die gefahren wurde gegen die AfD, war teilweise unsachlich gewesen. Aber ich glaube, es ist noch eine Frage des Alters, um das zu erkennen. Ich hoffe, dass die Demonstration doch ein kleines bisschen Umdenken in der Bevölkerung hervorruft. Ich sage auch immer, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und darauf hoffe ich sehr, auf die Vernunft der Menschen. Die Leute müssen eben zur Wahl gehen, die demonstrieren. Ja, es muss einfach halber was passieren. Das Geld wird immer weniger, das andere wird halt alles teurer. Also irgendwo müssen wir ja auch, dass wir klarkommen. Es ist ja eine Protestpartei. Und die Menschen, die die AfD wählen, kann man ja nicht in die rechte Ecke stecken. Sie sind einfach nur gegen diese Koalition von SPT, Grünen und FDP. Ja, auch Herr Lindner hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Es gibt so viele Verrückte, die die AfD wählen. Also ist nicht meine Partei. Ich finde es zwar toll, dass so viele Leute auf die Straßen gehen. Wir machen das auch. Aber das scheint ja eher zu Provokationen zu führen, also dass sich noch versteift. Die AfD, sie profitiert weiter natürlich von der Migrationsdebatte, die immer noch anhält. Und noch immer ächzen Länder und Kommunen unter den enormen Flüchtlingszahlen. Auch wenn wegen des Winters zur Zeit ja weniger Migranten hierzulande ankommen. Das größte Problem ist aber weiter die Unterbringung. Und daher wächst die Sorge vor steigenden Zahlen mit dem Frühjahrsbeginn. Daran kann auch die Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber nichts ändern. Sachsen fordert daher unter dem Eindruck der anstehenden Landtagswahn am 1. September schärfere Maßnahmen zur Begrenzung der Migration und eine Obergrenze. Die Migrationskrise ist für deutsche Kommunen längst nicht vorbei. Sachsens Innenminister Armin Schuster spricht gar davon, man sei jenseits aller Limits. Der CDU-Politiker fordert nun zum Handeln auf und will Migranten notfalls auch an der deutschen Grenze abweisen. Wenn wir auf Zugänge wie letztes Jahr oder mehr hinlaufen, dann würde ich die Bundesregierung auffordern, von § 18 Absatz 2 Asylgesetz Gebrauch zu machen. Das heißt Zurückweisungen aufgrund der Drittstaatenregelung, so Schuster in einem Interview. Konkret geht es um Menschen, die bereits in anderen Ländern innerhalb der EU Asyl beantragt haben. Diese könnten nach Schusters Vorstellung an der Grenze zurückgedrängt werden. Das ist nicht Sinn und Zweck unseres europäischen Asylsystems. Diese Menschen haben schon die Möglichkeit, Schutz zu erhalten. Und deswegen halte ich es für richtig, dass wir für diese Personengruppe auch die Möglichkeit haben, Zurückweisungen an der Grenze durchzuführen. Sogenannte Pushbacks, also die Abweisung an der Außengrenze, sind besonders an den EU-Außengrenzen hoch umstritten, gelten als völkerrechtlich illegal. Deshalb Bedenken bei den Grünen. Auf der Grundlage des Grundgesetzes, was das Grundrecht auf Asyl, was die europäische Grundrecht Charta und was die Genfer Flüchtlingskonvention, das ist unser Handlungsrahmen. Zustimmung dagegen beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Deutschland müsse das Asylsystem ohnehin reformieren. Das sind keine Pushbacks. Das ist an sich geltendes Recht innerhalb der EU, dass man nicht in fünf Ländern Anträge stellen kann. Dass vor allem eben sehr, sehr viele auch nach Deutschland kommen. Da müssen wir dringend andere Lösungen finden, weil die Kommunen in Deutschland einfach überfordert sind. Schuss, das Regierungschef, Ministerpräsident Michael Kretschmer, hatte zuletzt gar eine Obergrenze ins Spiel gebracht. Eine Idee, die 76 Prozent der Deutschen begrüßen würden, wie eine neue Umfrage zeigt. Und wieder sorgt ein Handyvideo von Jugendgewalt für Entsetzen und Kopfschütteln. Es hat den Eindruck, dass diese erschreckenden Szenen fast schon zum Alltag gehören. Es ist eine Verrohung, die Eltern an den Schulen und bei Psychologen große Sorgen auslöst. Schließlich werden die Opfer nicht nur gequält und gedemütigt. Sie erfahren meist auch keine Gerechtigkeit, denn die Täter sind mit unter 14 Jahren strafunmündig und damit selbst noch Kinder. Fast wie vor einem Tribunal muss ein Zwölfjähriger niederknien. Was ihn erwartet, ist kaum zu ertragen. Er wird geschlagen, gedemütigt, gewürgt. Er bittet unter Druck um Verzeihung. Trotzdem kein Entkommen. Widerlich, abstoßend, erschreckend. Der Vorfall soll sich bereits im Februar in Uetersen, Schleswig-Holstein, zugetragen haben. Ein Täter, er wird Arkan genannt, misshandelt den Zwölfjährigen. Mehrere weitere Kinder schauen zu. Sie sprechen Deutsch und Türkisch. Mindestens einer filmt die Gewalttat mit seinem Smartphone. Komm, das reicht. Arkan! Komm, das reicht. Im exklusiven Welt-TV-Interview bezieht der mitfilmende junge Stellung. Er möchte nicht erkannt werden. Es ist so passiert, dass die Freunde von Arkan bleidigt wurden. Hat er ihn richtig erwürgt am Hals. Und er tat uns sehr leid. Ich und Sascha wollten ihm eigentlich helfen am ersten Tag. Aber es ging leider nicht, weil Arkan meinte, wir sollen es lieber lassen. Auch an einem zweiten Tag sollen sich ähnliche Szenen zugetragen haben. Inzwischen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und Nötigung. Wieder ein Vorfall. Wieder Kinder, die Kinder quälen. Es ist nicht nur ein Gefühl, dass Kriminalität auch unter Kindern und Jugendlichen zunimmt. Nur ein paar Beispiele. Im Februar in Wuppertal. Ein Amoklauf an einer Schule mit vier Verletzten. In Berlin. Eine Massenschlägerei an einer Schule im Dezember. In München quält eine Jugendbande eine Zwölfjährige. Die polizeiliche Kriminalitätsstatistik ist deutlich. Tatverdächtige Kinder. Solche bis 13 Jahren verübten 2019 rund 73.000 Straftaten. Schon 2022 waren es über 93.000. Die gleiche Entwicklung bei Jugendlichen, also 14- bis 17-Jährigen. 2019 waren es gut 177.000. 2022 mehr als 189.000. Bei den Straftaten, die sie begehen, rangiert an erster Stelle Diebstahl. Danach folgen schon an zweiter Stelle Körperverletzung. Auf Rang 5 Gewalt gegen sexuelle Selbstbestimmung. Weiter gefolgt von Beleidigung und Bedrohung. Lehrer, Elternvertreter, Kriminalisten. Alle sind sich einig. Die Hemmschwellen gehen runter und die Brutalität rauf. Und ja, es gibt einen deutlichen Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund unter den Tätern. Dabei verschwindet das sogar in der Statistik, weil nach nicht-deutschen und deutschen Straftätern unterschieden wird. Dabei geht es nach Staatsangehörigkeit, nicht nach Herkunft. Ganz generell, Mobbing, Anfeindungen, Gewalterfahrung hat fast jeder einmal gemacht. Aber die aktuelle Entwicklung muss wachrütteln. Und da müssen psychologische Ansätze folgen, pädagogische Ansätze folgen. Das kann nicht allein nur die Sicherheitsbehörde und die Justiz vollziehen. Die soziale Infrastruktur wurde in vielen Ländern und im Bund katastrophal kaputtgespart. Und wenn wir da jetzt nicht endlich anfangen, finanzielle Ressourcen zu öffnen und diesen Sektor zu stärken, dann werden wir die Probleme nicht eindämmen, sondern sie werden noch massiv nach oben steigen. Im aktuellen Fall sind die Täter schuldunfähig. Deshalb hat sich das Jugendamt eingeschaltet. Und gleich bei uns. Nun ist es offiziell. Präsidentschaftswahlen, 5. November in den Vereinigten Staaten. Biden gegen Trump. Beide haben die nötigen, letztdelegierten Stimmen für ihre Nominierung erhalten. Landstab. Nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat Kriviri hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte Zelenskyy in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben, warnte er. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Menschen wurden verletzt, unter ihnen sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in Münchenrunden. 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Weyer die Arbeitshinterlegung des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basternein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und Software-mäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe, Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der Bild und in der ARD, wirft ihm vor, die Unwahrheit zu sagen. Guten Morgen. Die Bundeswehr, auch immer in einem schlimmen Zustand, so zumindest sieht es der Bundeswehrverband. Die Zeitenwende noch lange nicht angekommen und das zeigt auch der Wehrbericht 2023. Zeitenwende, Sondervermögen, Kriegstüchtigkeit, die Vorhaben, die Bundeswehr wieder aufzubauen und mehr in die deutsche Armee zu investieren, waren groß. Zwei Jahre danach ist wenig übrig geblieben von den großen Ambitionen. Die Wehrbeauftragte kommt in ihrem neuen Jahresbericht zu einer ernüchternden Bilanz. Die Fortschritte seien überschaubar. Die Bundeswehr hat immer noch von allem zu wenig. Die Bundeswehr altert und schrumpft und der Zustand der Kasernen, Stichwort Infrastruktur, alles ist gleichermaßen wichtig. Und natürlich gibt es da noch sehr, sehr viel zu tun, bis die Bundeswehr vollständig einsatzbereit aufgestellt ist. Fehlendes Material, bröckende Kasernen, die Liste der Wehrbeauftragten ist lang. Über allem steht das fehlende Personal. Freie Stellen sind im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent gestiegen. Das Ziel, bis 2031 203.000 Soldatinnen und Soldaten zu haben, sei nur noch schwer zu erreichen, wie es in dem Bericht heißt. Um künftig genug Personal zu haben, wird ein Gesellschaftsjahr mit Option zur militärischen Grundausbildung vorgeschlagen. Beistand kommt von der Opposition. Die Diskussion ist gut, darüber nachzudenken, was jeder Einzelne, jeder Einzelne tun kann für unser Land, damit wir die Resilienz stärken. Aber eine Wehrpflicht nach altem Muster kommt nicht in Frage. Es würde auch der Bundeswehr nicht nützen. Kritik auch in Richtung des Verteidigungsministers Boris Pistorius. Die Weichen für viele Vorhaben seien zwar gestellt, sagt die Wehrbeauftragte. Aber bis die Effekte in der Truppe ankommen, werde es noch viel Zeit brauchen. Die Umsetzung müsse aber viel schneller passieren, heißt es vom Bundeswehrverband. Ich kann nur hoffen und appellieren an Politik in Gänze, die Regierungskoalition, Regierung und Parlament, dass man in diesem Jahr wirklich beschleunigt. Das ist ein Schlüsseljahr für die Ukraine, für Deutschland, für die Bundeswehr. Ja, und für ein Leben in Frieden und Freiheit, insbesondere in Europa. Das nächste Problem der Verteidigungshaushalt. Bereits im kommenden Jahr werden Milliarden für die Bundeswehr und die NATO fehlen. Pläne, wo das nötige Geld herkommen soll, gibt es aber unter den Ampelparteien noch nicht. Nun ist es offiziell bei den Präsidentschaftsfahrenden in den USA. Am 5. November treten Joe Biden und Donald Trump wieder gegeneinander an. Biden setzte sich bei den Vorwanderen der Demokraten in Georgia und Mississippi klar durch und hat damit genügend Stimmen. Das reicht, um beim Nominierungskongress der Demokraten im August in Chicago offiziell zum Spitzenkandidaten an Land zu werden. Allerdings hatte der 81-Jährige ja auch keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten. Genau wie Donald Trump bei den Republikanern, der 77-Jährige, gewann ebenfalls gestern mehrere Vorwahlen und sicherte sich die restlichen Delegierten Stimmen. Es ist das erste Mal übrigens seit 1952 und 1956, dass dieselben Kandidaten bei zwei aufeinanderfolgenden US-Wahlen gegeneinander antreten. Queen Camilla, ja, die gibt es jetzt auch als Barbie-Puppe. Die Miniaturpuppe nach ihrem Vorbild hat Camilla als Anerkennung für ihre Arbeit als Präsidentin der Stiftung Women of the World erhalten. Die Ehefrau von König Charles III fühlte sich sichtlich geschmeichelt. Sie haben mich etwa 50 Jahre jünger gemacht. Wir alle sollten eine Barbie haben, sagte die 76-Jährige bei der Übergabe mit Baggins-Königin Mathilde und Schauspielerin Helen Mirren. Schlechte Nachrichten allerdings für die Sammler, denn in den Handel kommt die Camilla Barbie nicht. Zu einem sogenannten Wintersportgipfel lädt heute Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer von der CDU in seinen Amtssitz in Dresden ein. Mit dabei sind auch die Vertreter der sächsischen Sportverbände und Vereine, sowie die Landräte und Bürgermeister der Wintersportregionen und der für den Sport zuständige Innenminister Schuster. Schwerpunkt ist die vergangene Saison, in der es deutlich zu wenig Schnee gab. Es sollen nun Konzepte beraten werden für die Zukunft des Spitzenwintersports und die mittelfristige Strategie der Winterhauter. Und bei mir im Studio ist Dietmar Deffner aus unserer Wirtschaftsredaktion. Dietmar, Rekord zu vermelden, die 18.000er-Marke zum ersten Mal gerissen worden? In der Tat. Normalerweise hat man da früher an der Börse immer Sektkorken knallen lassen. Oder Champagner. Champagner, oder auch immer. Aber man ist ja bescheidener geworden. Aber es ist ein Grund zu feiern. Auf jeden Fall, auch wenn es nur ein kurzer Glücksmoment war, als wir da hochgeschossen sind, über die Marke von 18.000. Aber mal wieder ein historischer Tag im DAX. Wir sind über der 18.000. Und jetzt sind wir allerdings leicht ins Minus gerutscht. Was hat getrieben? Unter anderem die Zinssenkungshoffnungen, die gestern auch von den stärker als erwarteten Inflationsdaten aus den USA nicht zunichte gemacht wurden. Und das sorgt für einen positiven Trend. Und wir haben heute vier DAX-Werte mit Zahlen, die unterschiedlich ankommen. Die Zahlen sind in den meisten Fällen schon vorher bekannt gewesen. Jetzt ging es eher um den Ausblick. Und da kann vor allem Zalando punkten mit einem mittelfristigen Ausblick. Da will man wieder auf die Wachstumsstraße zurückkehren, nachdem man zuletzt ja gelitten hat unter der Konsumzurückhaltung. Und das kommt sehr gut an. Aktuell ein Plus von 13 Prozent bei der Aktie. E.ON punktet ebenfalls mit dem Ausblick. Volkswagen kann nicht so richtig überzeugen. Da will man zwar auch sparen, auch in diesem Jahr wieder mehr Autos verkaufen und kündigt eine neue Konzernstrategie an, dass alles eher durchwachsen. Und Adidas enttäuscht mit einem Minus von 3,9 Prozent, obwohl man ja vor einem großen Sportjahr steht. Aber die vollen Lager, vor allem in den USA, die belasten die Aktie noch. Mehr dazu und zum DAX 18.000 um 12.45 Uhr natürlich in der Börse am Mittag. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob wir zurück heute noch über die 18.000er kommen. Und wenn wir das schaffen, wie lange wir dann auf diesem Niveau bleiben. Ich gucke mir auf jeden Fall die Börse am Mittag an. Danke. So, aber jetzt geht es erstmal ab in den Feierabend. Wie üblich sehen wir uns pünktlich morgen ab 6 Uhr in die Welt am Morgen wieder. Und wie üblich übergebe ich jetzt das Studio an Marie Droste. Und Marie wird sich natürlich mit dem Highlight des Tages beschäftigen. 13 Uhr wird es soweit sein. Fragestunde für den Kanzler im Deutschen Bundestag. Wegen Taurus und anderer Themen. Aber der Taurus wird natürlich im Mittelpunkt stehen. Das könnte hitzig werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwochnachmittag. Dann passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Bis morgen früh. Auf Wiedersehen. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749 und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat Kriviri hat der ukrainische Präsident Zelensky Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Und weitere 38 Zivilisten wurden verletzt. Darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Runden 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitshinterlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grämmen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und Software-mäßig ein Routine-Prozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirfte ihm vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tester Schleif Elon Musk offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Danach ist das vom E-Autobauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig bis kommenden Freitag. Die rechtsextremen Tendenzen in der AfD sind in der Bevölkerung und bei den Gerichten weiterhin ein großes Thema. So wird heute in Münster vor dem Oberverwaltungsgericht die Berufungsverhandlung AfD gegen den Bundesverfassungsschutz fortgesetzt. Am ersten Tag verzögerte die AfD mit zahlreichen Beweis- und Befangenheitsanträgen. Trotz des Nein des Kanzlers zu den Taubenden. Marschflugkörpern reißt die Diskussion um eine mögliche Lieferung an die Ukraine nicht ab. Heute muss Scholz im Bundestag Rede und Antwort stehen. Die CDU hat bereits angekündigt, ihn grillen zu wollen. Ist die AfD ein rechtsextremistischer Verdachtsfall? Das Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen setzt heute die Berufungsverhandlung dazu fort. Ein Urteil wäre möglich. Das könnte sich aber auch weiter verzögern, vor allem wegen einer Antrags- und Beweisflut. Das Fußballmärchen von Versaar geht weiter nach Bayern und Frankfurt scheitert mit Gladbach nun der dritte Bundesligist im DFB-Pokal am 1. FC Saarbrücken. Beim Drittligisten brechen nach dieser Sensation alle Dämme. Im Halbfinale wartet nun Kaiserslautern. Punkt 10 Uhr. Schön, dass Sie bei uns sind zum Weltnewsroom. Den Kanzler grillen. Ja, genau das hat sich die Union heute für die Regierungsbefragung von Olaf Scholz um 13 Uhr vorgenommen. Insbesondere sein glasklares Nein in der Taurus-Frage dürfte dabei im Zentrum stehen. Aber es ist nicht nur die Opposition, die angreift, auch innerhalb der Ampel rumortes. Es fällt ganz offensichtlich immer schwerer, eine einheitliche Position in dieser Frage aufrecht zu erhalten. Und so wird sich gegenseitig schon persönlich beleidigt. Matthias Heinrich über den Taurus-Zoff. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe, Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft er ihm vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation. Hart an der Wahrheit vorbei. Unterdessen scheinen in Moskau die Nerven blank zu liegen. Hier hat man durchaus Respekt vor dem Taurus aus Deutschland und droht Richtung Westen und den USA. Falls die Staatlichkeit, die Souveränität oder die Unabhängigkeit Russlands in Gefahr stünden, sei das Land bereit, Kernwaffen einzusetzen, sagt Putin in einem heute ausgestrahlten Interview. Kanzler Scholz nimmt die Moskauer Drohungen wohl sehr ernst. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim NIO-2 und beim Marder-Schützenpanzer. Immer hieß es, das könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag eine Befragung durch die Abgeordneten stellen. Schauen wir zu Gerrit Sebert für uns im Paul-Löwe-Haus, wo auch der Verteidigungsausschuss sich heute nochmal mit der Frage rund um die Taurus befasst. Gerrit, aber es ist schon augenscheinlich, dass da auch die Emotionen nun hochkochen. Teilweise wird sich jetzt schon unter der Gürtellinie auch gegenseitig beleidigt. SPD gegen Grüne. Wird es da immer schwieriger, auch für die Fraktionsvorsitzenden hier noch für eine einheitliche Linie zu sorgen? Ja, meiner Meinung nach kann man das genau so sagen. Sie versuchen, ihre Partei auf Linie zu bringen, sagen aber teilweise sogar dazu, dass es eigentlich gar nicht ihre Position ist. Aber man sich halt eben daran hält, weil eben der Koalitionszwang oder eher die Koalitionsdisziplin herrscht und der Kanzler eben hier die Entscheidungsgewalt hat. Britta Hasselmann hat das nämlich genauso formuliert. Sie hat gesagt, wir werden natürlich nicht mit dem Unionsantrag stimmen. Da wird auch der Antrag in anderen Punkten kritisiert. Aber man sei eigentlich schon für die Lieferung des Taurus. Anton Hofreiter, der ja seit Sonntag spekuliert hat, ob er denn vielleicht sogar mit diesem Unionsantrag stimmt, der hat sich jetzt gestern am Nachmittag dazu entschlossen, nicht mit dem Unionsantrag zu stimmen. Seine Begründung, er will den Frieden in der Koalition wahren. Also man hat hier das Gefühl, diese Entscheidung, die Versuche, die Koalition zur Ordnung zu bringen und zwar nicht auszuscheren und mit der Union abzustimmen, das liegt weniger in der Sache um den Taurus an sich. Also das liegt nicht daran, dass die Abgeordneten der Ampel alle glauben, nein, wir sollten keinen Taurus liefern, sondern das liegt einzig und allein daran, dass man sich eben an die Vorgaben der Fraktionen hält und eben der Koalition und man eben hier den Frieden wahren will. Weil es gibt ja auch genug andere Themen, wo sich die Ampel nicht einig ist und man will einfach nicht, dass hier noch mehr Unfrieden innerhalb der Koalition geschürt wird. Ja, insofern sind wir mal gespannt, ob dann nach der Abstimmung morgen auch der Union, die sie dazu nochmal angesetzt hat, ob das Thema dann wirklich in den Schubladen verschwindet. Aber heute erstmal der Blick auf Olaf Scholz. 13 Uhr, Gerrit, danke. Und damit auch zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner in Moskau. Frau Christoph, also diese deutsche Taurus-Diskussion, die ist ja hierzulande sehr allumfassend, aber die hat es inzwischen auch bis ins russische Parlament geschafft. Wie diskutieren denn die Abgeordneten der Duma dieses Thema? Die Taurus-Diskussion ist hier präsent seit rund einem halben Jahr. Und der Respekt, ich möchte das fast Angst nennen vor dieser Waffe, ist in Russland groß. Und zwar durch die Bank. Und das Ganze beginnt oben im Kreml. Und wenn jetzt das Parlament sich äußert, dann ist das nicht Eigeninitiativ, weil das russische Parlament hat zu funktionieren. Das passiert dann meistens auf genaue Anweisungen aus der Administration des Präsidenten. Und jetzt kam da eben die Duma und da hieß es dann, dass Deutschland also auf keinen Fall auch nur daran denken soll, den Taurus, den deutsch-schwedischen Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Denn dadurch könnte Deutschland in diesen Krieg hineingezogen werden. Und zwar direkt. Und dann kommt jetzt nahezu zeitgleich oder gering zeitversetzt Wladimir Putin raus mit einem Interview, das er jetzt jüngst im russischen Fernsehen wieder gegeben hat. Dmitry Kisilov, das ist so der Moderator, Superstar hier in Russland vom russischen Fernsehen, Rassier. In Deutschland oder im Westen würden wir sagen, der Chefpropagandist. Und da sagt Wladimir Putin, also Russland sei technisch bereit, einen Atomkrieg zu führen. Das ist jetzt eigentlich auch keine Sensation, weil das ist ja bekannt, dass Russland technisch bereit ist. Aber Wladimir Putin betont es eben immer wieder, dass eine Bereitschaft da sei, falls Russland dazu gezwungen werde. Also wenn die Gefahr bestehe, dass die Existenz der russischen Föderation auf dem Spiel steht oder wenn man von außen angegriffen wird, entweder mit konventionellen Waffen oder mit Atomwaffen, dann gibt es eben die Doktrin her, auch sowas einzusetzen. Das ist altbekannt, aber die russische Führung betont das eben fast wöchentlich. Und das Ziel ist es, da Ängste zu schüren, auch im Westen, Keile zu treiben, zu spalten, gerade Ängste zu schüren bei der Bevölkerung, damit dann die Bevölkerung zum Beispiel auch in Deutschland Druck auf die Politiker ausübt, dass die bloß die Finger lassen von so hochriskanten Waffenlieferungen wie der Taurus. Und ich kann es nicht oft genug sagen, die Russen nehmen genau diese Waffe extrem ernst. Und es gab bei weitem nicht so viel Hysterie hier in Russland, als es zum Beispiel um britisch-französische Marschflugkörper ging, die ja eingesetzt werden, fast schon wöchentlich im Ukraine-Krieg, die Storm Shadow. Und das kommt eben daher, weil diese deutsche Waffe, dieser Taurus, noch mal eine ganz andere Dimension hat, als das zum Beispiel die Storm Shadows haben oder das französische Pendant, der Skalp. Also die Drohkulisse, die hält man da hoch. Christoph, lass uns noch mal auf einen Vorfall von gestern schauen. Dort ist es offenbar wieder russischen Kämpfern, die an der Seite der Ukraine-Kämpfern, auf russisches Gebiet vorzudringen. Was ist da mittlerweile zu bekannt? Was hörst du? Also man muss ganz klar verstehen, was da gestern passiert ist. Und wie man das jetzt betrachtet, ob man das als legitim bezeichnet oder verurteilt, ist nicht an mir. Ich kann nur darstellen, was passiert ist. Und es gab einen Angriff massiv auf russisches Kernland. Das heißt also nicht auf Gebiete, die Russland im Zuge des Krieges erobert oder annektiert hat, wie diese Provinzen Donetsk, Lugansk oder Kherson, Zaporozhye, sondern das sind russische Provinzen, die völkerrechtlich auch als russisches Gebiet anerkannt sind. Also Kursk und Belgeret ganz explizit. Und da gab es gestern einen massiven Angriff in mehreren Wellen, immer in so Kompaniestärke circa, mit Panzern, gepanzerten Fahrzeugen. Und dann hieß es, dass das alles Leute sind, Russen, die gegen Putin sind und die auf der Seite der Ukrainer greifen. Dann sind dann so Begriffe gefallen wie das Sibirische Bataillon oder die Legion Freiheit Russlands oder russisches Freiwilligenkorps. Und dann heißt es hier vor allem von russischen Militärbloggern, der wohl wichtigste ist ein Ukrainer, pro-russischer Blogger, Juri Padalaka, dass das natürlich alles Humbug sei, weil es sich de facto um reguläre ukrainische Truppen handelt, die da russisches Kernland angegriffen haben, versucht haben einzudringen in diese Provinzen Kursk und Belgeret. Und dann gab es wohl schwierige Fechte. Und wie es hier heißt in Moskau, sei es gelungen, diesen Angriff abzuwehren. Die Ukrainer hätten große Verluste zu beklagen. Das Verteidigungsministerium hier in Moskau spricht von 234 Toten. Die Zahl scheint wohl etwas zu hoch zu sein. Das sagt auch Juri Padalaka, dieser Blogger. Wahrscheinlich haben die Ukrainer um die 80 Mann verloren. Oder vielleicht waren es dann auch noch tatsächlich Russen, die auf ukrainischer Seite kämpfen. Das ist alles sehr schwer zu verifizieren. Aber es ist den Russen gelungen, wohl diesen Angriff abzuwehren. Und es ist der Grund dafür, dass angegriffen wurde, sind wohl auch die Präsidentschaftswahlen. Da wollten wohl einige in der Ukraine zeigen, dass Russland die Grenzen nicht schützen kann, dass man in der Ukraine handlungsfähig ist. Und ja, es ist aber so, dass die Russen ihre Grenzen dann am Ende des Tages eben doch schützen konnten. Das muss man ganz klar so konstatieren. Aber Aktionen wie diese den Russen natürlich ein massiver Dorn im Auge. Christoph, Dankeschön für deine Einschätzung direkt aus Moskau. Und wir bleiben beim Krieg in der Ukraine, denn war das 60 Milliarden Dollar Hilfspaket für das angegriffene Land weiterhin im US-Kongress von den Republikanern blockiert wird, hat das Weiße Haus nun ein militärisches Nothilfepaket beschlossen. Sollen also Waffen und andere Ausrüstungen im Wert von umgerechnet 275 Millionen Euro für Kiew bereitgestellt werden. Das kündigte das Pentagon an. Damit werde auf einige der dringendsten Bedürfnisse der ukrainischen Armee reagiert. Und nun ist es also ganz offiziell. Bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November treten Joe Biden und Donald Trump wieder gegeneinander an. Biden ersetzte sich bei den Vorwahlen der Demokraten in Georgia und Mississippi durch und hat damit genügend Stimmen zusammen. Es reicht also, um beim Nominierungskongress der Demokraten im August in Chicago offiziell zum Spitzenkandidaten ernannt zu werden. Allerdings hatte der 81-Jährige ja auch keine wirklich ernst zu nehmenden Gegenkandidaten. Eigentlich genau wie Donald Trump bei den Republikanern. Der 77-Jährige gewann ebenfalls mehrere Vorwahlen und sicherte sich die restlichen Delegierten-Stimmen. Es ist das erste Mal seit 1952 und 1956, dass sich dieselben Kandidaten bei zwei aufeinanderfolgenden US-Wahlen gegeneinander stellen. Und zurück nach Deutschland. Sie sehen es schon, die AfD, das Thema weiterhin. Und die Frage beschäftigt nun die Gerichte, ist ihre Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall rechtens. Genau das wird seit gestern vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster verhandelt. In der ersten Instanz, da hatte die AfD verloren und war deshalb in Berufung gegangen. Am ersten Tag der Verhandlung verzögerte die Partei mit 210 Beweis- und Befangenheitsanträgen sowie auch dem Wunsch, die Öffentlichkeit auszuschließen, bereits den Prozessverlauf. Ob es also heute wie ursprünglich mal geplant ein Urteil geben wird, das ist mehr als fraglich. Gar nicht glücklich wirken die Fraktionsvorsitzenden der AfD, als sie den Journalisten auf der Fraktionsebene im Bundestag Rede und Antwort stehen. Bei der Partei läuft es nämlich alles andere als rund. In zweiter Instanz wehrt sich die AfD gegen die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz. Nun soll sich das Oberverwaltungsgericht in Münster mit der Frage beschäftigen. Die Definition des Verfassungsschutzes interessiert mich überhaupt nicht, weil es ein Werturteil ist. Es ist eine Bewertung, die völlig subjektiv ist, die keine objektivierbaren Kriterien anlegt. Dabei ist die Definition wichtig, denn die entscheidet darüber, ob der Verfassungsschutz sogenannte nachrichtendienstliche Mittel einsetzen darf. Dazu gehören V-Leute, Observationen und das Überwachen der Kommunikation. Der erste Verhandlungstag hatte nach zahlreichen Anträgen durch die AfD und mehreren Beratungen des 5. Senats erst mit deutlicher Verspätung am Mittag begonnen. Ob es heute ein Urteil geben wird, ist noch offen. Der Anwalt der AfD will weitere Beweisanträge stellen. Und dann plagt die Partei auch noch die Recherche des Bayerischen Rundfunks. Mindestens 100 Mitarbeiter der Bundestagsfraktionen seien in rechtsextremen Organisationen aktiv. Und es ist so lächerlich an den Haaren herbeigezogen, mit welchen offensichtlichen, rufschädigenden Mitteln hier gearbeitet wird. Noch einmal, wird der Bürger unbequem, dann bezeichnen ihn als rechtsextremen. Das Ganze ist eine Medienkampagne, übrigens Steuergeld finanziert. Sie sind ja alle hier GEZ-abhängig. Und dann machen sie natürlich nur eins, sie reden nach dem Ton der Regierung. Die anderen Parteien aber wundert die Recherche nur bedingt. Es überrascht ja nicht sehr, dass die Mitarbeiter von Abgeordneten sich ihren Chefs angleichen. Das kann nicht spurlos an uns vorübergehen. Deswegen wünsche ich schon, dass sowohl die Bundestagspräsidentin, aber auch das Präsidium sich mit diesen Erkenntnissen befasst, möglicherweise daraus auch den Fraktionen weitere Vorschläge macht. Und genau da will Bundestagspräsidentin Baas nun ansetzen. Sie hat bereits eine Überprüfung von gesetzlichen Regeln zum besseren Schutz des Parlaments angekündigt. Schauen wir zu Greta Wagner vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Greta, also es verzögert sich alles ein bisschen. Wie sieht es denn momentan aus? Kann man heute noch mit einem Urteil rechnen? Naja, wäre diese Frage gestern gekommen, dann hätte ich gesagt, ja, es wird heute ein Urteil geben. Denn es sind ja auch nur diese beiden Verhandlungstage erst einmal angesetzt. Und heute war eigentlich ein Urteil eingeplant. Aber nach dem, was wir gestern erlebt haben, was wir jetzt heute Morgen hier schon wieder erleben, vor dem Verwaltungsgericht, das lässt die Hoffnung auf ein Urteil heute ziemlich schwinden, muss ich sagen. Gestern gab es ja schon diese Anträge der AfD, die alle abgelehnt wurden, so viel vorweg. Aber diese Anträge brauchen eben immer eine gewisse Zeit. Die Richter ziehen sich zurück, um sich zu beraten, um einmal ein Bild zu zeichnen, was da gestern für Anträge gestellt wurden. Zum einen hat die AfD damit begonnen, einen Antrag zu stellen auf Vertagung des Prozesses, weil sie gemeint haben, sie hätten nicht genug Zeit gehabt, sich durch die 4000 Aktenblätter und über 116 Stunden Videomaterial zu arbeiten, obwohl ihnen das schon seit Januar vorliegt. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Dann ging es aber nahtlos weiter. Sie wollten ja die Kammer neu ersetzen, den Senat als befangen erklären. Dann wurde sich wieder beraten. Und das ist natürlich etwas, da muss man ja sehr präzise sein und gut überlegt ein Urteil treffen von Seiten der Richter. Das hatten sie aber dann auch wieder abgelehnt. Und dann ging es darum, die Öffentlichkeit auszuschließen, weil sicherheitsrelevante Sachen vorgetragen wurden. Und darum geht es jetzt wieder. Es wurde heute Morgen dann angefangen, weitere Beweisanträge zu stellen von Seiten der AfD. Da hatte man schon gestern Abend angekündigt, das sind über 200 Beweisanträge. Und man hatte da schon eine Nettozeit freundlicherweise errechnet von 25 Stunden. Und da kann man natürlich dann davon ausgehen, dass das heute auch den ganzen Tag dauern wird und dass dann ein Urteil wirklich schwierig ist heute. Damit ging das jetzt los und jetzt gerade ist wieder eine Unterbrechung, weil wieder von Seiten der AfD ein Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit kam, weil sie eine Frage beantwortet haben wollten. Da ging es um V-Leute. Da hatte dann die Anwälte des Verfassungsschutzes gesagt, da könne man sich aus Sicherheitsgründen nicht detailliert zu äußern. Dieser Antrag wird jetzt auch gerade wieder einmal geprüft. Also das Ganze verzögert sich. Und das ist natürlich auch im Interesse der AfD, denn es stehen dieses Jahr wichtige Wahlen an. Und ein Urteil bzw. eine Bestätigung dieses Urteils von 2022 aus Köln, das ist natürlich image-schädigend. Und deshalb hat die AfD hier kein großes Interesse daran, heute zu einem Urteil zu kommen. Also alle Beteiligten, die hier heute vor Gericht gekommen sind, es sind viele da. Dieser Prozess wird auch im Foyer durchgeführt, weil es so viel Interesse an diesem Prozess gibt, dass ein Gerichtssaal dafür zu klein wäre. Es gibt einen extra Raum für die ganzen Akten. Also da erkennt man erst einmal das Ausmaß dieses Prozesses. Und es ist auch klar, das hatte die AfD auch im Vorfeld schon gesagt, beziehungsweise davon gehen alle aus, wenn hier ein Urteil gesprochen wird und wenn das eben zur Bestätigung dazu führt, dass die AfD ein Verdachtsfall, ein extremistischer Verdachtsfall ist, dann hat die AfD noch eine Option. Und das ist dann das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Also auch wenn es hier zu einem Urteil kommt, das ist noch nicht durch die ganze Sache. Aber es riecht sowieso vorsichtig danach, dass man sich nach neun Verhandlungstagen auch schon in Münster wird umsehen müssen. Greta, vielen Dank. Von Ihnen möchten wir jetzt auch gerne ein bisschen in unserer Frage des Tages. Ist die AfD Ihrer Meinung nach eine rechtsextreme Partei? Über den QR-Code kommen Sie zu dieser Abstimmung. Das Ergebnis der Umfrage dann heute ab 18 Uhr in der Welt am Abend. Künstliche Intelligenz, die birgt ja trotz aller Vorteile auch viele Risiken. Um diese zu mindern, will das EU-Parlament heute in Straßburg über ein KI-Gesetz abstimmen. Kommt eine Mehrheit zustande, müssen Entwickler, Betreiber und Anbieter von gewissen KI-Systemen dann neue Vorgaben beachten. Das Gesetz zielt darauf ab, die Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union sicherer zu machen. Es soll regeln, dass KI-Systeme transparent, nachvollziehbar und nicht diskriminierend sind. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die künstliche Intelligenz von Menschen überwacht wird und nicht nur von anderen Technologien. KI ist auch etwas, was die Börsen ganz gut beflügelt. Der DAX, der hat jedenfalls heute Vormittag schon mal erstmals die Marke von 18.000 Punkten überschritten. Nach Börsenauftakt stieg der Deutsche Leitindex auf satte 18.001.42 Zähler. Das ist wirklich ein neuer Rekord. Und deswegen sprechen wir auch darüber. Denn bei mir im Studio nun Dietmar Deffner, unser Leiter Wirtschaft Welt TV. Dietmar, also ein neues Hoch. Wir müssen das vielleicht mal erklären, denn eigentlich, wenn wir über die deutsche Wirtschaft sprechen, dann ist ja eher immer das Resultat, naja, so richtig brummen tut es nicht. Warum läuft es also für den DAX so gut? Weil der DAX dann doch in einer anderen Welt lebt. Er macht nur 17 Prozent seiner Umsätze. Also die 40 DAX-Unternehmen machen nur 40 Prozent ihrer Umsätze in Deutschland. Den Rest eben im Rest der Welt, vor allem in Amerika. Und da brummt es ja im Gegensatz zu Deutschland. Und deswegen laufen eben die Geschäfte der DAX-Konzerne auch ganz gut. Das ist ein Faktor. Und natürlich ist die Künstliche Intelligenz ein Treiber für Kurse weltweit, vor allem in den USA. Aber auch deutsche Konzerne haben davon profitiert, von dieser neuen Kursfantasie, die durch KI in die Märkte kommt. SAP ist ja da engagiert. Aber auch Siemens im Bereich der digitalen Fabrik setzt auf KI. Da ist man also direkter Profiteur und vom positiven Börsenumfeld, das von der Wall Street kommt, profitiert dann natürlich auch der DAX. Zumal der DAX ja in seiner Bewertung im Vergleich zur Wall Street wesentlich günstiger bewertet ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14. Das war in der Geschichte schon mal historische Mittel bei 15. Und im Höhepunkt 2000, als die Blase kurz vom Platzen war, da war der DAX mit 33-Kurs-Gewinn-Verhältnis bewertet. Also bis dahin wäre noch viel Luft nach oben. Ja, nun haben wir ja Glück, dass wir immer noch eine Exportnation sind und deswegen sozusagen von diesen anderen Konjunkturen profitieren können. Nun ist ja die Frage, was macht man als Anleger jetzt damit? Man könnte ja denken, jetzt ist das so hoch, eigentlich viel zu spät, um einzusteigen und auch von diesen hohen Werten zu profitieren. Ist das so? Ja, das ist immer die Anlegerpsychologie und vor allem in Deutschland besonders ausgeprägt. Also wenn es hoch ist, sagt man, es ist zu teuer. Und wenn es günstig ist und der Crash ist da, dann traut sich keiner rein, weil man Angst hat, weil das Umfeld ja dann ganz schlimm ist und alle schreien ja, oh, 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 es wird noch viel, viel schlimmer. Also dann hat man auch nicht den Mut zuzugreifen und so bleibt man dann jahrelang ohne Aktien und guckt den Aktien und den Börsen hinterher. Der DAX ist 1988 gestartet, damals Ausgangsbasis 1000 und der war zum Beispiel im Crash 2003 bei 2200 Punkten. Seitdem hat er sich schon fast wieder verzehnfacht und entsprechend konnte man viel Geld verdienen. Im Schnitt war 7 bis 8 Prozent pro Jahr und das hat man in diesem Jahr schon seit Anfang des Jahres verdient. Letztes Jahr waren es 20 Prozent mit dem DAX. Also man sollte einfach dabei sein und am besten kontinuierlich Aktien kaufen. Das tut man am besten in Form eines Sparplans. Da kauft man dann monatlich für festgelegte Raten, egal ob es runter oder rauf geht. Dann ist man ohne Emotionen zu haben automatisiert dabei und am besten kauft man auch nicht nur den DAX, sondern am besten kauft man einen weltweit anlegenden Aktienindex. Dann ist man einfach besser diversifiziert, breiter aufgestellt. MSCI World oder MSCI ACDI, da hat man auch ein paar Schwellenländer mit dran. Ist ein guter Tipp für solch einen Sparplan. Ja, also weg mit dem Hätte-Hätte-Fahrrad-Kette. Das war ein mehr als subtiler Hinweis, sich an den Aktienmarkt ranzutrauen. Dietmar, danke schön. Ja, und von dieser DAX Sensation zur Sensation im DFB-Pokal. Denn der Drittligist, der 1. FC Saarbrücken, hat mit Borussia Mönchengladbach nun gleich die nächsten Bundesligisten aus dem Wettbewerb gekickt. Schon die Bayern und Frankfurt waren ja an den Saarländern gescheitert. Dieser jüngste Coup, der sorgte auch gleich für ein Novum. Denn erstmals in der Geschichte des DFB-Pokals steht mit Bayer Leverkusen nur ein einziger Bundesligist im Halbfinale. Andreas Büttner über die Saarländer, die wirklich im Jubelrausch danach waren. Ja, das ist einfach unbeschreiblich jetzt. Wir sind im Halbfinale. Der Pokalschreck macht es schon wieder. Grenzenloser Jubel beim 1. FC Saarbrücken. Der Fußball-Drittligist schlägt den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und steht damit im Halbfinale des DFB-Pokals. Ja, ich glaube, es ist schon wie die letzten Spiele. Sehr, sehr schwierig, jetzt irgendwas zu sagen. Also gerade nach dem Abpfiff hatte ich einfach nur Gänsehaut gehabt, aber nicht, weil mir kalt war. Ja, es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Und das wieder mal nach einer unbeschreiblichen Wasserschlacht. Nach der frühen Führung der Gladbacher gleicht Saarbrücken im Gegenzug direkt aus, um in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Als ich dann im Spiel mal mit Manu Zeitz geredet habe, habe ich auch gesagt, vielleicht müssen wir auch Linn gehen, um halt in den letzten Minuten noch ein Tor zu machen. Aber ich meine, wir haben es ja auch bis dahin sehr gut verteidigt und hätten auch sagen können, wir gehen in die Verlängerung und ins Elfmeter schießen. Ja, aber am Ende ist ich einfach glücklich, dass es so gekommen ist. Im Halbfinale trifft Saarbrücken nun auf den Zweitligisten Kaiserslautern. Im Pokalfinale in Berlin würde dann Leverkusen oder Düsseldorf warten. Erstmal haben wir noch ein Halbfinale vor uns, ein wichtiges. Das wird auch ein schweres Stück Arbeit und ich glaube, da ist erstmal der Fokus drauf. Aber erstmal heute Abend ist der Fokus auf etwas anderes. Auch bei dem Spiel, der hat es ja richtig ordentlich gegossen. Wir haben Glück, wir sind auf der Sonnenseite von Deutschland. Geht es so weiter, Marira? Ja, morgen wird es mal ein bisschen bedeckter bei uns sein. Dann dafür ausgleichende Gerechtigkeit im Westen ganz schön. Aber danach zieht es auch wieder dann auf und wir können uns eigentlich auf den morgigen Tag so richtig freuen. Der wird nämlich auch sehr mild. Heute ist man ja schon in unserer Osthälfte auf der Sonnenseite. Morgen wird es dann für alle der schönste Tag der Woche. Zumindest am Nachmittag kommt dann die Märzsonne zum Zug. Wie heute ja schon rund um die Albrechtsburg in Meißen an der Elbe, wo man seit heute früh diesen strahlend blauen Himmel genießen kann. Ja, im äußersten Westen hier das Beispiel Bonn am Rhein. Das ganze Gegenteil. Immerhin ist es schon etwas milder als in den vergangenen Tagen. Ja, und aus der Nacht heraus wird es morgen Vormittag dann noch von der Ostsee bis nach Franken leicht regnen. Von Niedersachsen bis zum Bodensee geht es dagegen schon mit einem Mix aus Nebel, Wolken und etwas Sonnenschein in den Tag. Und am Nachmittag wird es dann von Westen her auch immer netter. Nur an der Ostsee, in den östlichen Mittelgebirgen sowie auch an der Oder wird es weiter noch bedeckt sein. Ja, und von der Nordsee bis zu den Alpen kann dagegen die Märzsonne ihre volle Kraft entfalten. Und dabei geht es mit den Höchstwerten ordentlich aufwärts. Auf oftmals schon 17, 18 Grad. Köln und Stuttgart schaffen 19, ja und der Breisgau sogar bis zu 20. Am Freitag wird es dann nochmals ähnlich mild, aber verbreitet wechselhaft mit Schauern oder aber auch vereinzelten Gewittern. Und das ist dann auch der Trend für das Wochenende. Doch davor können wir uns ja erst einmal auf den morgigen Tag freuen. Da ist ja wieder so viel Regen dazu gekommen. Das sind nur Schauer. Vereinzelte Schauer. Dann kriegt er gleich einen Schock, wenn man auf die Karte guckt. Nee, nee, es sieht wirklich schlimmer aus, als es ist. Wenn man ein Sonnensymbol sieht, dann heißt es, es ist ja nicht komplett durchregend. Das nehmen wir mit. Genau. Und wir werden gleich wieder politisch. Denn die Taurus-Debatte beschäftigt heute und morgen nochmal intensiv den Deutschen Bundestag. Der Kanzler, der wird sich nämlich nachher im Kreuzfeuer befinden bei der Regierungsbefragung. Und auch die Briten machen von außen nochmal Druck und bieten diesen Ringtausch gleich nochmal in etwas penetranterer Form an. Wie es damit weitergeht, gleich hier bei uns. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749 und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstadt, Kriviri, hat der ukrainische Präsident Zelensky Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketeneingriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Rund 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Weyeri Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft er ihm vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation. Ich grüße Sie ganz herzlich. Die Briten legen also nochmal den Finger in die Wunde. Der britische Außenminister David Cameron, der forderte Deutschland indirekt erneut zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine auf. Das britische Modell vom Typ Storm Shadow habe sich als effektiv herausgestellt und der Einsatz der Raketen habe sich nicht eskalierend auf den Konflikt ausgewirkt, so Cameron in einer Debatte im Oberhaus in London. Wenn man Frieden wolle, sei es besser, Stärke zu zeigen und seinen Worten auch Taten folgen zu lassen, fügte er hinzu. Die Ukraine hat die Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern bereits im vergangenen Mai von Deutschland erbeten. Bundeskanzler Scholz hatte der Anfrage eine ganz klare Absage erteilt. Schauen wir zu Gerrit Sebert für uns im Paul-Löwe-Haus, wo auch der Verteidigungsausschuss sich heute nochmal mit der Frage rund um die Taurus befasst. Gerrit, aber es ist schon augenscheinlich, dass da auch die Emotionen nun hochkochen. Teilweise wird sich jetzt schon unter der Gürtellinie auch gegenseitig beleidigt, SPD gegen Grüne. Wird es da immer schwieriger, auch für die Fraktionsvorsitzenden hier noch für eine einheitliche Linie zu sorgen? Ja, meiner Meinung nach kann man das genau so sagen. Sie versuchen, ihre Partei auf Linie zu bringen, sagen aber teilweise sogar dazu, dass es eigentlich gar nicht ihre Position ist. Aber man sich halt eben daran hält, weil eben der Koalitionszwang oder eher die Koalitionsdisziplin herrscht und der Kanzler eben hier die Entscheidungsgewalt hat. Britta Hasselmann hat das nämlich genauso formuliert. Sie hat gesagt, wir werden natürlich nicht mit dem Unionsantrag stimmen. Da wird auch der Antrag in anderen Punkten kritisiert, aber man sei eigentlich schon für die Lieferung des Taurus. Anton Hofreiter, der ja seit Sonntag spekuliert hat, ob er denn vielleicht sogar mit diesem Unionsantrag stimmt, der hat sich jetzt gestern am Nachmittag dazu entschlossen, nicht mit dem Unionsantrag zu stimmen. Und seine Begründung, er will den Frieden in der Koalition wahren. Also man hat hier das Gefühl, diese Entscheidung, die Versuche, die Koalition zur Ordnung zu bringen und zwar nicht auszuscheren und mit der Union abzustimmen, das liegt weniger in der Sache um den Taurus an sich. Also das liegt nicht daran, dass die Abgeordneten der Ampel alle glauben, nein, wir sollten keinen Taurus liefern, sondern das liegt einzig und allein daran, dass man sich eben an die Vorgaben der Fraktionen hält und eben der Koalition und man eben hier den Frieden wahren will. Weil es gibt ja auch genug andere Themen, wo sich die Ampel nicht einig ist und man will einfach nicht, dass hier noch mehr Unfrieden innerhalb der Koalition geschürt wird. Ja, insofern sind wir mal gespannt, ob dann nach der Abstimmung morgen auch der Union, die sie dazu nochmal angesetzt hat, ob das Thema dann wirklich in den Schubladen verschwindet. Aber heute erstmal der Blick auf Olaf Scholz. 13 Uhr, Gerrit, danke. Was heißt das alles für die Ukraine? Nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstadt Krivery hat der ukrainische Präsident Zelensky nun Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, das sagte der ukrainische Präsident in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben, warnte er. Bei dem Raketengriff auf Krivery waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die Nacht wagen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Menschen wurden verletzt, unter ihnen auch sieben Kinder. Schauen wir zu Ibrahim Naber, für uns aktuell im Osten der Ukraine unterwegs. Ibrahim, also russische Angriffe unter anderem auf die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Zelensky als Antwort auf ukrainische Angriffe. Was steckt da dahinter und wie geht man nun damit um? Ja, Putin setzt in diesem Krieg ja immer wieder auf Symbole und auch auf bestimmte Daten. Auf Vergeltung, darum geht es dann natürlich auch. Und gestern hatten wir die Berichte, dass ja russische Staatsangehörige, russische Kämpfer auf Seiten der Ukraine auf russisches Territorium eingedrungen sind. Dazu gab es auch ukrainische Drohnenattacken auf Russland und dann ist es sicher kein Zufall, dass es eben Stunden später zu diesem massiven Angriff auf die Geburtsstadt von Zelensky kommt, Krivery, wo mehrere Wohnhäuser getroffen wurden und es auch mehrere Tote gab. Es gab in der Nacht leider auch eine andere Attacke auf ukrainisches Territorium mit einer Drohne. Auch dort wurde ein Wohnhaus getroffen, auch dort gibt es zumindest einen Toten und mehrere Verletzte. All das zeigt, wie brenzlig die Lage hier für die Menschen auch weiter hinter der Front immer noch ist. Und es kommt eben auch immer wieder zu diesen Attacken und bei dieser Vielzahl muss man auch zum Teil zumindest sagen gezielten Attacken auf zivile Infrastruktur. Aber neben Drohnen sind ja auch Raketen mit größerer Reichweite für die Ukraine ein wichtiger Punkt. Und gerade vor dem Hintergrund dieser hier in Deutschland nicht enden wollenden Taurus-Debatte bleibt ja die Frage, was ist denn aktuell für die Ukrainer eigentlich entscheidender? Sind es Raketen und Marschflugkörper oder ist es doch eher Munition und auch andere Waffen an der Front? Ich glaube, es gibt kein Entweder-Oder, sondern es geht nur beides. Die Ukraine hat aktuell einen großen Mangel an Grundlegendem, an Soldaten, an Munition. Das sehen wir aktuell auch hier an den Frontlinien bei Bachmut sehr. Die Soldaten kriegen schon seit vielen Monaten keine Pause mehr. Man kann nicht rotieren, weil man sonst eben zu große Lücken offen lassen würde. Man hat bei den Granaten, bei den Artilleriegranaten, ganz besonders vom Kaliber 155 Millimeter, ein Missverhältnis von 1 zu 5 aus ukrainischer Sicht. Also da hat man dieser Feuerkraft der Russen wenig entgegenzusetzen. Gleichzeitig braucht die Ukraine aber auch weitreichende Waffensysteme, die präzise treffen können. Deswegen will man solche Waffensysteme wie Taurus unbedingt. Denn damit könnte man unter anderem ja auch russische Munitionsdepots zerstören und die russischen Vorräte zumindest ein bisschen dezimieren. Also es geht nur um Zusammenspiel und wenn wir über diese weitreichenden Waffen reden, geht es für die Ukraine natürlich auch um Abschreckung. Da will man auch den Russen zeigen, wenn ihr uns hier angreift, weit hinter der Front, dann können wir das auch bei euch tun. Also es geht hier um beide Effekte. Also beides wichtig für die Ukraine und deswegen schaut man natürlich da auch mit Spannung auf diese Debatten hier in Deutschland. Ibrahim, danke. Ein enger Vertrauter des vor gut drei Wochen in einem russischen Straflager gestorbenen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny ist nun offenbar in seinem Exil in Litauen überfallen und verletzt worden. Der Oppositionelle Leonid Wolkow sei vor seinem Haus brutal angegriffen worden, schrieb die ehemalige Nawalny-Sprecherin Kira Jarmisch nun auf der Plattform Ex. Demnach habe ein Angreifer seine Autoscheibe eingeschlagen, ihm Tränengras in die Augen gesprüht und mit einem Hammer auf Wolkow eingeschlagen. Der 43-Jährige kam zunächst zur Behandlung in ein Krankenhaus. Und wir schauen in die Vereinigten Staaten, denn nun ist es ganz offiziell. Bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November werden Joe Biden und Donald Trump wieder gegeneinander antreten. Biden, der setzte sich in den Vorwahlen der Demokraten in Georgia und Mississippi durch und hat damit genügend Stimmen. Das reicht, um beim Nominierungskongress der Demokraten im August in Chicago offiziell zum Spitzenkandidaten ernannt zu werden. Allerdings hatte der 81-Jährige auch keine ernstzunehmenden Gegenkandidaten. Genau wie Donald Trump bei den Republikanern. Auch dort setzte sich der 77-Jährige bei den Vorwahlen durch und sicherte sich damit die restlichen Delegiertenstimmen. Es ist das erste Mal seit 1956, dass dieselben Kandidaten bei zwei aufeinanderfolgenden US-Wahlen gegeneinander antreten. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen setzt die Verhandlung über eine Berufungsklage der AfD gegen ihre Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall heute fort. Aber ob es ein Urteil gegen wird oder man doch nach neuen Sitzungsterminen schauen muss, das ist momentan noch unklar. Denn in diesem Berufungsverfahren hatte die AfD versucht, das Prozedere zu verzögern, in dem über 200 Anträge und Befangenheitsanträge gestellt worden sind. Es geht um die Frage, ob der Verfassungsschutz die AfD auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten darf. Und wir schauen nach Sachsen. Zu einem sogenannten Wintersportgipfel lädt nämlich heute der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer in seinen Amtssitz in Dresden ein. Schwerpunkt ist die vergangene Saison, in der es deutlich zu wenig Schnee gegeben hat. Es sollen Konzepte für die Zukunft des Spitzenwintersports und die mittelfristige Strategie der Orte beraten werden. Bei diesem Gespräch sind dann Vertreter der sächsischen Sportverbände, Landräte und Bürgermeister der Wintersportregion und der für Sport zuständige Innenminister Armin Schuster mit dabei. Und damit schauen wir ins Fichtelgebirge zu Lutz Stordl. Lutz, also das ist ja eine gute Sache, dass man guckt, wie es mit diesen Regionen weitergeht. Aber auch der sächsische Ministerpräsident Kretschmer wird ja nicht Schnee und Kälte herbeizaubern können. Was will man also unternehmen? Ja, also wir sind nicht im Fichtelgebirge, das ist in Franken, wir sind im Erzgebirge. Das wird immer gerne verwechselt. Aber ich stehe hier und das ist wirklich ein trauriger Anblick am Haupthang. Also eigentlich wäre hier noch Saison. Hier würden noch hunderte Skifahrer Pässe kaufen. Und das ist eine dramatische Entwicklung mittlerweile. Bei mir steht Irine Lütsch, er ist der Betreiber der Skiliftanlagen. Ist das noch Wetter, was immer mal anders ist oder ist das schon für euch ein Desaster langsam? Also für uns ist es schon langsam ein Desaster. Die letzten Jahre habe ich immer noch dran geglaubt, das sind Ausrutscher. Aber die Ausrutscher werden mittlerweile immer mehr und vor allen Dingen immer länger. Wetter-Kabriolen gab es schon immer. Ich sage bloß, das Weihnachtstauwetter hat man schon immer oder auch im Januar mal. Aber so lang und so extrem kenne ich es überhaupt nicht. Weil wir hatten weder im Januar noch im Februar hier verbrauchbaren Niederschlag als Schnee, den man hätte können nutzen oder der hätte können die Schneedecke aufbauen. Nichts kam dieses Jahr. Ihr kalkuliert ja auch, das bedeutet, ihr fahrt Verluste ein diese Saison. Dieses Jahr werden wir auf alle Fälle Verluste einfahren. Weil ich sage mal so, zum einen geht man natürlich in die Vorleistung durch die technische Beschneiung. Und natürlich auch das ganze Personal, was man vorhalten muss. Und wenn natürlich dann das Wetter so extrem ist wie dieses Jahr mit sehr viel Regen, dann kommen natürlich auch nicht die Gäste, die man sich eigentlich vorstellt. Und gerade in den Hauptzeiten, wo wir hier unsere Umsätze generieren, Weihnachten, Silvester, beziehungsweise in den Ferien, war natürlich dieses Jahr erst ein schlechtes Wetter, beziehungsweise auch in Sachsen, Ferien, gar kein Skibetrieb hier am Fichtelberg mehr möglich. Das ist auch für den ganzen Ort, der ja auf Wintersport eingestellt wird, ein Riesenproblem. Gaststätten, Hotels? Ja, auf alle Fälle. Die Gäste bleiben in gewisser Maßen vielleicht auch aus. Hotels, die haben natürlich, der eine kommt sicherlich, weil er gebucht hat. Aber für uns ist es natürlich extrem, weil wir erstmal viel Vorleistung haben durch die Beschneiung. Und bei den anderen, wo die Gäste eigentlich auch hingehen würden, das wären Gaststätten und solche Sachen, die werden es natürlich auch spüren. Aber es werden auch einige davon profitieren, gerade so Freizeitangebote, beziehungsweise Museen und solche Sachen, die werden natürlich auch von so einem Winter profitieren, was uns natürlich nicht gut tut. Nun wird schon seit Jahren an Konzepten gearbeitet. Das ist ja jetzt nicht ganz neu die Situation. Habt ihr irgendwelche umsetzbaren Pläne, wie man diese Winterverluste auffangen oder ausgleichen kann? Auf alle Fälle muss man jetzt die Strategie Richtung Ganzjahrestourismus etwas beschleunigen. Wir werden jetzt schnellstmöglich sehen müssen, dass wir hier Modelle umsetzen, was den Ganzjahrestourismus stärkt. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach, den Winterumsatz, den wir im Winter generieren, einfach mit dem Sommer jetziger Zeit zu kompensieren. Also eine schwierige Lage für einen Ort, der vom Tourismus lebt. Man sitzt heute in Dresden wieder zusammen, schaut, was man tatsächlich umsetzen kann. Aber René Lötzsch hat es gerade gesagt, den Winter selbst, der ist nun mal Winter. Und wenn er so ausfällt, dann fällt einem auch wenig an Alternativen ein, wie man tatsächlich Menschen hier auf den Fichtelberg locken kann. Ja, vielleicht Umständen von Skipiste auf Sommerrodelbahn. Lutz, vielen Dank und peinlicher Versprecher natürlich auf dem Fichtelberg im Erzgebirge. So, Ruppertenschulroß, danke dir. Wir möchten gleich mit Ihnen gemeinsam nochmal nach Grünheide in Brandenburg schauen, zur Tesla Gigafactory. Denn es wird zumindest gemunkelt, dass der Tesla-Chef Elon Musk höchstpersönlich dort heute vorbeischauen könnte. Die Produktion, die ist jetzt mit der Frühschicht heute im Werk wieder hochgefahren worden, nachdem ja der linksextremistische Anschlag das Werk komplett von der Stromversorgung abgeschnitten hatte. Und auch pro Tesla dort, Sie sehen es, in den Camps machen immer mehr Druck. Insofern, das ist ja auch ein politisches Zeichen. Sprechen wir gleich mit unserem Reporter dort in Brandenburg. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749. Und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat, Kriviri, hat der ukrainische Präsident Zelenskyy Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Und weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Rund 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taubus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe, Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Wieder eine Pokalsensation. Im letzten Viertelfinalspiel des DFB-Pokals hat sich erneut Drittligist Saarbrücken gegen einen Bundesligisten durchgesetzt. Die Saarländer hatten zuvor unter anderem die Bayern und auch die Eintracht aus Frankfurt aus dem Wettbewerb gekegelt. Jetzt war Borussia Mönchengladbach dran. Am Ende stand es 2 zu 1 für Saarbrücken und wieder fiel das entscheidende Tor kurz vor Ende, diesmal in der dritten Minute der Nachspielzeit. Im Halbfinale geht es nun für den Drittligisten am 2. April gegen Zweitligist Kaiserslautern. Für Borussia Dortmund geht es heute Abend um den Einzug in das Viertelfinale der Champions League. Der Gegner ist PSW Eindhoven aus den Niederlanden. Im Rückspiel muss der BVB verletzungsbedingt auf Stürmer Sebastian Allaire sowie den gesperrten Verteidiger Nika Schlotterbeck verzichten. Nationalspieler Mats Hummelt hat dagegen gute Chancen, zurück in die Startelf zu rutschen. Das Hinspiel in Eindhoven endete umstritten mit 1 zu 1 unentschieden. BVB-Trainer Edin Terzic ist guter Dinge, vor heimischem Publikum die Runde der letzten 8 zu erreichen. Das haben wir uns erarbeitet durch eine gute Ausgangssituation im Hinspiel. Trotzdem wissen wir, dass es morgen eine große Chance gibt. Da wollen wir alles für tun, alles investieren und mit Freude morgen in dieses Spiel reinzugehen. Dann werden ganz viele Details dafür sorgen, dass wir einen tollen Abend erleben, gemeinsam mit unseren Fans. Darauf freuen wir uns sehr. Ja, nicht nur ein toller Abend, ein ganzer toller Monat soll ja eigentlich die Fußball-Europameisterschaft hier im Sommer bei uns werden. Und genau deswegen plant die Bundesregierung nun auch eine Lockerung der Vorschriften für die Nachtruhe. Das hat der Spiegel berichtet. Fanfeste und Public Viewing sollen während des Heimturniers vom 14. Juni bis zum 14. Juli bis in die Nacht hinein möglich sein. Demnach gibt es in 10 Austragungsorten offizielle Fan-Zonen der UEFA, in denen die Spiele dann auf Großbildschirmen gezeigt werden. Und genau da sollen die Kommunen vor allem, wie es betrifft, ein Auge zudrücken. Erstmal seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt nun also Tesla-Chef Elon Musk heute offenbar persönlich zur Giga Factory im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Noch ist das vom E-Autobauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden auch die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald immer lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig bis zum Freitag. Ziemlich viel Ungemach, was Tesla da also in der Brandenburg entgegenschlägt und damit zu Paul Klinsing, der am Tesla-Werk in Grünheide für uns ist. Paul, könnte auch deswegen Elon Musk persönlich einmal vorbeischauen? Ja, natürlich geht es heute um das Thema, das du schon angesprochen hast, ob in Zukunft solche Anschläge verhindert werden können. Es gab aber die ganze Zeit die Frage, ob er wirklich kommt oder nicht. Wir stehen jetzt hier vor dem Haupteingang, aber wir haben jetzt schon viele Mitarbeiter gesehen, die sich ja auf das Grundstück hier vorne bewegt haben. Also die Ankunft von Elon Musk soll jetzt kurz bevor stehen und die Frage ist, ob er sich dann auch der Öffentlichkeit zeigt. Die Frage ist, ob er auch beantworten will, was jetzt hier alles in den letzten Tagen passiert ist. Denn das, was passiert ist, das gefällt ihm natürlich gar nicht. 50 bis 60 Millionen Euro pro Tag hat das gekostet, dass das Werk hinter mir nicht gelaufen ist. Und deshalb will er sich auch mit politischen Persönlichkeiten aus Deutschland hier unterhalten, dass das nicht mehr passiert. Unter anderem aus Brandenburg, der Ministerpräsident soll da sein, aber auch der regierende Präsident Kai Wegner soll vorbeikommen. Und aus deutscher Sicht will man natürlich einem der reißenden Menschen der Welt erklären, dass genau sowas nicht mehr passiert. Aber ob das Elon Musk glaubt, das ist zu bezweifeln, denn es gibt ja nicht nur diesen Anschlag vor einer Woche. Es gibt auch Aktivisten, die hier kurz von mir entfernt in einem Waldstück ja den Wald besetzt haben und auch gegen Tesla ja protestieren. Also es gibt sehr, sehr viel schlechte Presse gegen Tesla, gegen Elon Musk. Und jetzt will er die Wogen glätten sozusagen wahrscheinlich hier in Brandenburg. Ja, nicht, dass der Tesla-Chef dann doch am Ende bereut, dass er sich mit seiner Gigafactory für Deutschland entschieden hat. Paul, vielen Dank. Wir werden das weiter beobachten, ob und wann der Tesla-Chef eintrifft. 18.000 Punkte. Das hatte der DAX bisher noch nicht gesehen. Ein absoluter Rekord, Dietmar. Ja, ein neues historisches Hoch, eine neue historische Marke, die wir da heute feiern. Wenn es auch nur ein ganz kurzer Moment war, dass wir drüber geblickt haben, heute Morgen kurz nach Handelseröffnung ging es mal über diese neue Tausender Marke. Ein Halbpünktchen drüber, 18.001,4 Punkte. Das ist das neue Allzeithoch. Und wir sind dann wieder auch zeitweise ins Minus gerutscht. Aktuell etwas unentschieden unterwegs. Es treibt natürlich weiter die Hoffnung auf Fall der Zinsen in den USA und Europa. Da konnten auch die etwas stärker als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten in den USA gestern nichts dran rütteln an dieser Hoffnung. Und es sind auch weiter Zahlen, die kommen. Heute gleich vier Bilanzen, die endgültig vorgelegt werden im DAX. Die meisten Zahlen waren als vorläufige Zahlen schon im Markt und entsprechend auch eingepreist. Aber besonders heraus sticht heute Morgen Zalando. Da hat man ein schwaches Jahr infolge der Konsumflaute hinter sich. Das ist aber abgehakt für die Börsianer. Man blickt nach vorne und Zalando hat die Mittelfristziele herausgegeben, wo man wieder deutlich wachsen will. Das kommt gut an mit einem Plus von 14 Prozent. Schrei vor Glück heißt es da heute für den Zalando-Aktionär, der alte Werbeslogan. E.ON ebenfalls mit dem Ausblick überzeugend, 5,7 Prozent. Volkswagen weniger überzeugend. Da will man zwar Sparkurs einläuten und auch wieder mehr Autos verkaufen. Allerdings kommt das nicht so besonders gut an. Kann zumindest keinen positiven Impulse verleiten. Und Adidas kann sich wieder etwas berappeln von seinem stärkeren Minus, das wir heute Morgen schon gesehen haben. Jetzt Richtung Pluszone unterwegs. Da belasten vor allem noch die ziemlich vollen Lager in den USA. Mehr zum DAX 18.000 und zu Volkswagen ausführlich in der Analyse dann um 12.45 Uhr bei uns in der Börse am Mittag. Vielen Dank schon mal für diese Kurzanalyse. Taurus, auch wenn Sie das Wort vielleicht schon nicht mehr hören können, das beschäftigt heute weiterhin den Bundestag. Es wird massiv gestritten über diese Frage, ob die Ukraine die nun kriegen soll oder nicht. Gerade der Kanzler besteht da heute im Kreuzfeuer, nachher ab 13 Uhr im Deutschen Bundestag bei der Befragung. Und wir werden auch bei unserem Rekorder in der Ukraine nachfragen, wie entscheidend diese Frage für das anbegriffene Land ist. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749 und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat, Kriviri, hat der ukrainische Präsident Zelenskyj Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Rund 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitshinterlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basternein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwort-Szenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft er ihm vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere Militär... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Des Neins des Bundeskanzlers zu Taurus Marschflugkörpern reißt die Diskussion um eine mögliche Lieferung an die Ukraine nicht ab. Heute muss Scholz im Bundestag Rede und Antwort stehen. Die CDU hat bereits angekündigt, ihn grillen zu wollen. Ist die AfD ein rechtsextremistischer Verdachtsfall? Das Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen setzt heute die Berufungsverhandlung dazu fort. Ein Urteil wäre möglich. Das könnte sich aber auch weiterhin verzögern, vor allem wegen einer Antragsflut der AfD. Das Fußballmärchen von der Saas geht weiter nach Bayern. Und Frankfurt scheitert mit Gladbach nun auch der dritte Bundesligist im DFB-Pokal am 1. FC Saarbrücken. Beim Drittligisten brechen nach dieser Sensation alle Dämme. Im Halbfinale wartet Kaiserslautern. Punkt 11 Uhr, ich grüße Sie ganz herzlich zu Weltnewsroom. Den Kanzler grillen, das hat die Union heute für die Regierungsbefragung von Olaf Scholz um 13 Uhr als Ziel ausgegeben. Insbesondere sein glasklares Nein in der Taurus-Frage dürfte dabei im Zentrum stehen. Aber es ist nicht nur die Opposition, die angreift, auch innerhalb der Ampel rumort ist. Es fällt ganz offensichtlich immer schwerer, eine einheitliche Position innerhalb der Regierung aufrecht zu erhalten. Und so wird sich gegenseitig persönlich beleidigt. Matthias Heinrich über diesen Taurus-Zoff. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und Software-mäßig ein Routine-Prozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft dem vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Unterdessen scheinen in Moskau die Nerven blank zu liegen. Hier hat man durchaus Respekt vor dem Taurus aus Deutschland und droht Richtung Westen und den USA. Falls die Staatlichkeit, die Souveränität oder die Unabhängigkeit Russlands in Gefahr stünden, sei das Land bereit, Kernwaffen einzusetzen, sagt Putin in einem heute ausgestrahlten Interview. Kanzler Scholz nimmt die Moskauer Drohungen wohl sehr ernst. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marderschützenpanzer. Immer hieß es, das könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag eine Befragung durch die Abgeordneten stellen. Wie geht es weiter in dieser Taurus-Debatte und was folgt daraus? Das möchte ich jetzt mit unseren beiden Reportern besprechen. Gerrit Sebald für uns im Deutschen Bundestag und Ibrahim Naber in der Ostukraine. Gerrit, wir starten bei dir mal. Denn es ist ja ein Thema, was die Koalition auch immer mehr auseinanderzutreiben scheint. Der Versuch, da wieder für eine einheitliche Linie zu sorgen, der kommt ja offenbar irgendwie nicht zum Erfolg. Woran liegt das? Ja, auf jeden Fall, das kann man so sagen. Der Kanzler geht auch ungewöhnliche Schritte für ihn zumindest. Er hat ja am Montag nochmal klipp und klar gesagt, er entscheidet das und er sagt Nein zum Taurus. Er macht hier also von seiner Richtlinien Kompetenz Gebrauch. Das darf er auch. Das ist ein gutes Recht. In solchen Fragen hat eben der Kanzler das letzte Wort. Aber es sorgt offensichtlich nicht dafür, dass alle Koalitionäre befriedigt sind. Tatsächlich die Spitzen der Koalition, die versuchen hier dem Kanzler den Rücken zu decken, weil sie Angst haben um den Zusammenhalt innerhalb der Koalition. Die haben gestern in den Statements nach den Fraktionssitzungen auch eigentlich alle gesagt, ja, nein, wir stimmen nicht mit der Union für die Taurus-Lieferung. Wir halten da dem Kanzler die Stange. Allerdings hat Britta Hasselmann von den Grünen gleichzeitig auch gesagt, dass sie inhaltlich eigentlich nicht der Meinung des Kanzlers sind. Also man merkt, die gehen wirklich die Meinung auseinander innerhalb der Koalition. Die SPD, die steht hinter ihrem Kanzler und geht dann sogar so weit, dass Rolf Mützenich von der Fraktionschef der SPD dann auch noch Abweichlern droht, mit Konsequenzen droht, sollten sie eben für diesen Unionsantrag für die Taurus-Lieferung stimmen. Das sind schon bemerkenswerte Vorgänge, die auch innerhalb der Ampel passieren. Und da hat man auch ein bisschen das Gefühl, da geht es jetzt am Ende auch nur zweitrangig um tatsächlich die Sachfrage des Taurus. Man hält da dann Versuch dem Kanzler die Stange, weil man einfach Angst um den Zusammenhalt innerhalb der Koalition hat und hier nicht die nächste Baustelle aufmacht, wo man eigentlich ganz anderer Meinung ist, dass man am Ende sagen kann, ist das noch eine Koalition oder stimmen hier die Abgeordneten der Ampelparteien jetzt bei jeder Sachfrage einfach so ab, wie sie wollen. Und man hält sich eben gar nicht mehr an die Absprachen innerhalb der Koalition. Naja, auch wenn man diese Äußerungen da so hört von Dirk Wiese etwa aus der SPD, der Anton Hofreiter-Vorwurf von den Grünen, der wäre nur beleidigt, weil er keinen Ministerposten bekommen hat und deswegen in dieser Sache so vorprescht. Alles schon ein bisschen schwierig, kommunikativ auf jeden Fall. Aber wir fragen mal bei Ibrahim Nabar nach, wie man das Ganze denn in der Ukraine beobachtet. Also hat man die Hoffnung auf den Taurus nun vollends begraben? Ja, ich habe es hier an der Front selten erlebt in zwei Jahren, dass Soldaten, die eigentlich um ihr Überleben kämpfen, sich um diese Fragen kümmern. Aber ich wurde tatsächlich vor zwei Tagen an der Front bei Bachmut von Soldaten gefragt, warum liefert ihr keine Taurus? Was macht Scholz? Warum zögert er? Also diese Debatte ist hier voll angekommen, auch in den Schützengräben. Das ist natürlich gerade auch so ein Thema, weil es für die ukrainische Armee so schlecht läuft. Also die russische Armee hat eigentlich an allen Frontabschnitten vom Süden bis hier in den Osten aktuell die Initiative ergriffen und rückt langsam vor. Nein, das ist nicht der große Durchbruch. Nein, wir müssen jetzt auch noch nicht Angst haben, dass es jetzt hier um dutzende Kilometer Territorium geht, das verloren geht. Aber es geht eben um hunderte Meter jeden Tag, die gerade verloren gehen. Das liegt vor allem am Personalmangel der ukrainischen Armee, das liegt am Mangel an Artilleriegranaten, also an Munition. Aber es liegt eben auch daran, dass man so weitreichende Waffensysteme, präzise weitreichende Waffensysteme wie Taurus eben nicht zur Verfügung hat, mit denen man auch russische Munitionsdepots oder eben auch strategische Ziele treffen und zerstören könnte. Ibrahim, vielleicht gehen wir da nochmal tiefer rein in die Frage auch der Marschflugkörper, denn wir sprechen immer wieder von diesen 500 Kilometern Reichweite des Taurus. Nun haben die Ukrainer ja aber auch schon Marschflugkörper von Franzosen und Briten, die Stormshadows, die auch eingesetzt werden. Die haben nur eine halb so große Reichweite. Aber vielleicht erklärst du auch den Zuschauern nochmal, inwiefern dieser Unterschied dann den entscheidenden Unterschied macht. Also man muss, glaube ich, zwei Dinge dazu sagen. Zum einen, ja, es stimmt, die Ukraine hat aus Frankreich und aus Großbritannien, zum Beispiel da mit dem Stormshadowsystem, ähnlich weitreichende Systeme bekommen. Aber, und das ist ja auch unter anderem aus dem abgehörten Gespräch der deutschen Offiziere bekannt geworden, diese Waffen, die sind leergeschossen. Man hat da nichts mehr zur Verfügung. Man hat da eine begrenzte Anzahl bekommen. Die hat man eingesetzt und jetzt fehlen diese weitreichenden Waffen. Die einzigen Waffen mit relativ hoher Reichweite, die die Ukraine aktuell einsetzt, das sind Drohnen. Die nutzt man, um eben kleinere Angriffe durchzuführen. Aber damit kann man keine Munitionsdepots zerstören. Damit kann man nicht zum Beispiel auch die Kerzbrücke bei der Krim zerstören. All das braucht man, dafür braucht man eben Systeme wie Taurus. Und bei Taurus ist der Unterschied, dass es eben noch weiter reicht als die französischen und britischen Modelle. Die Argumentation von Scholz ist ja immer, dass er sagt, wenn man Taurus einsetzt, dann könnte man theoretisch eben auch weit in das russische Gebiet Ziele treffen. Und das möchte er, so ist seine Argumentation, verhindern. Bei Scholz ging es eigentlich von Anfang an um Misstrauen in die Ukraine. Seine Argumentation ist, wenn wir dieses System in der Ukraine einsetzen, dann müssen da deutsche Soldaten über die Schulter blicken bei diesem Einsatz. Auch wenn es technisch möglicherweise anders möglich wäre. Aber er hat da, so scheint es, einfach Misstrauen in die Ukraine und möchte auf der anderen Seite eben keine deutschen Soldaten in die Ukraine schicken. Also die politische Kontrolle und gar nicht zwingend die militärische ist da, wie du vermutest, auch die Motivation. Ibrahim, danke schön. Und genau um diesen Punkt wird es gehen und wir werden das live übertragen. Dann ab 13 Uhr die Regierungsbefragung von Bundeskanzler Olaf Scholz im Deutschen Bundestag, wo sicherlich die Opposition, aber auch aus den eigenen Reihen da ganz genau nochmal nachhaken werden, wie der Kanzler sein striktes Nein begründet. Die israelische Armee, die hat im Zuge eines Pilotprojekts nun Lastwagen mit Hilfsgütern direkt in den Norden des Gazastreifens fahren lassen. Sechs Lastwagen mit Hilfsgütern des Welternährungsprogramms sind über eine Militärstraße in den Norden des Palästinensergebiets gefahren. Israel steht unter massivem Druck, mehr Hilfen in den Gazastreifen zu ermöglichen. Mittlerweile werfen mehrere Staaten Hilfsgüter aus der Luft ab. Heute hat auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius dafür grünes Licht für die Luftwaffe gegeben. Unterdessen soll Ministerpräsident Benjamin Netanyahu laut Medienberichten vor Wut über einen Bericht von US-Geheimdiensten schäumen. Diese prognostizieren Massenproteste in Israel, die Netanyahus Rücktritt und Neuwahn fordern werden. Das Vertrauen in seine Führungsqualitäten sei inzwischen verloren gegangen, so die Amerikaner. US-Präsident Biden, ja auch einer der schärfsten Kritiker, der hat sich aber nun auch bei den Vorwahlen durchgesetzt. Und insofern ist es offiziell bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November werden also Joe Biden und Donald Trump wieder gegeneinander antreten. Joe Biden, der hatte ja bei den Vorwahlen gar keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten. Donald Trump, der musste da ein bisschen mehr kämpfen, hat aber nun auch die nötigen Stimmen zusammen. Und insofern so ein Duell, dass also zweimal die gleichen Kandidaten bei zwei aufeinanderfolgenden Wahlen nochmal gegeneinander antreten, das hat es zum letzten Mal im Jahr 1956 gegeben. Es dürfte ein ziemlich schmutziger Wahlkampf zwischen den beiden werden. Und wir kommen zurück nach Deutschland. Der gesuchte mutmaßliche RAF-Terrorist Burkhard Garwig, der betrieb offenbar eine Fälscherwerkstatt. Im beschlagnahmten Bauwagen des Ex-Terroristen haben Ermittler Utensilien und Geräte entdeckt, mit denen Dokumente gefälscht werden können. Das gab der LKA-Chef von Niedersachsen de Vries nun bekannt. Die Werkzeuge werden weiterhin untersucht. Der LKA-Chef geht davon aus, dass Garwig jetzt mit einer Tarnidentität und einem falschen Pass aus eigener Herstellung unterwegs ist. Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette war im Februar in Berlin festgenommen worden, wo sie ebenfalls unter falschem Namen lebte. Weiter gesucht wird nach ihren mutmaßlichen Komplizen Garwig und Staub. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen setzt die Verhandlungen über eine Berufungsklage der AfD gegen ihre Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall fort. Auch ob es ein Urteil geben wird oder ob es doch neue Sitzungstermine braucht, das ist noch offen. In diesem Berufungsverfahren geht es im Kern um die Frage, ob der Verfassungsschutz die AfD beobachten darf. Das Bundesamt mit Sitz in Köln hatte die Partei im Jahr 2021 als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Seitdem darf sie mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. Die AfD klagte gegen genau diese Einstufung zunächst erfolglos. Gegen das Urteil legte sie Berufung ein. Und damit zu Greta Wagener nach Münster vor das Oberverwaltungsgericht. Greta, du hast uns vorhin schon erzählt, immer wieder gibt es Unterbrechungen, mehr als 200 Anträge, die die Anwälte der AfD gestellt hatten. Können wir denn heute überhaupt noch mit einem Urteil, wie ursprünglich mal geplant, rechnen? Also ich wage mal eine vorsichtige Prognose, aber ich denke nicht, dass es heute zu einem Urteil kommen wird. Das ist einfach, der Zeitplan kann nicht eingehalten werden mit all den Anträgen, die die AfD oder die Vertreter der AfD hier vor dem Gericht stellten. Das hatte ja gestern schon einmal begonnen. Da hat es ja fast vier Stunden auch gedauert, die Anträge vorab, also vor Prozessbeginn überhaupt zu bearbeiten. Und dann ging es eben mit vier Stunden Verspätung erst los. Und da wurden Anträge gestellt, wie zum Beispiel einen Antrag auf Vertagung, weil sie nicht genug Zeit gehabt haben, die 4000 Seiten durchzugehen und 116 Stunden Videomaterial, die ihnen aber seit Januar auch schon vorliegen. Dann folgte der nächste Antrag auf Befangenheit des Senats. Sie wollten die ganze Richterkammer eben austauschen lassen, weil sie meinten, sie wären befangen. Denn auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Und dann gab es noch einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit, weil sicherheitsrelevante Sachen besprochen werden sollten. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Aber es geht heute natürlich fröhlich weiter. Jetzt gerade wurde wieder die Öffentlichkeit ausgeschlossen, um zu beraten, ob die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Also man hört so ein bisschen den Witz da drin, der aber keiner ist. Das muss man ganz klar so sagen. Jetzt geht es wieder weiter und dann wird dieses Urteil eben verkündet, ob die Öffentlichkeit jetzt für einen bestimmten Moment von dem Verfahren ausgeschlossen wird, um etwas zu besprechen. Darauf warten jetzt hier alle gespannt, wie da das Urteil ausfällt, ob das auch wieder abgelehnt wird. Also man kann ganz klar ein bisschen die Strategie der Vertreter der AfD hier heraushören. Sie versuchen, den Prozess zu verzögern, haben ja auch für heute nochmal über 200 Beweisanträge angestellt. Und die werden alle langsam dem Protokollführer diktiert. Also es ist wirklich ein zäher Prozess. Alle, die hier heute teilnehmen, müssen extrem viel Sitzfleisch mitnehmen. Und wenn es dann zu einem Urteil kommen sollte, in dem dieses Urteil von 2022 aus Köln eben bestätigt wird, dann ist es auch klar, dass die AfD wohl dann noch eine Instanz weitergehen wird. Es bleibt noch eine Instanz für eine Berufung für sie übrig und das wäre dann das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Also das Spiel ist hier noch nicht aus, auch wenn es heute zu einem Ende kommen sollte, was ich aber ehrlich gesagt nicht denke. Ein langer Atem ist da nötig. Wir werden das weiter beobachten. Greta, vielen Dank auf jeden Fall auch schon für deinen Durchhaltewillen. Und die AfD, die stand ja in den letzten Monaten auch besonders im medialen Fokus. Wir hatten die Korrektivrecherche zu einem angeblichen Geheimtreffen in Potsdam. Und erst gestern veröffentlichte der Bayerische Rundfunk etwas zu mutmaßlich rechtsextremen Mitarbeitern im Bundestag der AfD. Wir wollten deshalb mal von Ihnen wissen, hat sich Ihr Bild von der AfD inzwischen verändert? Hier ist Ihre Stimme. Die Kampagne, die gefahren wurde gegen die AfD, war teilweise unsachlich gewesen. Aber ich glaube, es ist noch eine Frage des Alters, um das zu erkennen. Ich hoffe, dass die Demonstration doch ein kleines bisschen Umdenken in der Bevölkerung hervorruft. Ich sage auch immer, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und darauf hoffe ich sehr, auf die Vernunft der Menschen. Die Leute müssen eben zur Wahl gehen, die demonstrieren. Es muss einfach halber was passieren. Das Geld wird immer weniger, das andere wird alles teurer. Also irgendwo müssen wir ja auch, dass wir klarkommen. Es ist ja eine Protestpartei. Und die Menschen, die die AfD wählen, kann man ja nicht in die rechte Ecke stecken. Sie sind einfach nur gegen diese Koalition von SPT, Grünen und FDP. Ja, auch Herr Lindner hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Es gibt so viele Verrückte, die die AfD wählen. Also ist nicht meine Partei. Ich finde es zwar toll, dass so viele Leute auf die Straßen gehen. Wir machen das auch. Aber das scheint ja eher zu Provokationen zu führen, also dass sich noch versteift. Nach einem Aufruf zum Verpetzen von Parksündern rodet die Stadt Neumünster jetzt doch zurück. Keineswegs möchte die Stadt dazu animieren, dass sich ihre Bürger gegenseitig überwachen und anschwärzen, so die Stadtverwaltung auf Facebook. Zuvor hatte die Stadt dazu aufgerufen, Falschparker zu melden und gefragt, ob nicht in allen ein kleiner Anzeigenhauptmeister stecken. Das sorgte im Netz für ziemliche Aufregung. Der selbsternannte Strafzettelmeister kündigte einen Besuch noch im März an. Er wurde bekannt, weil er mit 18 Jahren bereits über 4000 Parkvergehen angezeigt hatte. Der Hollywood-Regisseur Roman Polanski wird erneut mit Vorwürfen der Vergewaltigung von Minderjährigen konfrontiert. Eine Frau hat im US-Bundesstaat Kalifornien nun eine Zivilklage gegen ihn eingereicht. Polanski soll 1973 die damals Minderjährige in seinem Haus in Los Angeles unter Alkohol gesetzt und vergewaltigt haben. Das sagte die Anwältin der Klägerin auf einer Pressekonferenz. Zu einem Prozesstermin soll es im Sommer nächsten Jahres kommen. Der Regisseur, der weist diese Vorwürfe zurück. Polanski ist bereits seit 1978 nach einer Anklage wegen Sex mit einer Minderjährigen vor den US-Behörden auf der Flucht. Wer mit 18 den Führerschein macht, der hat eine Fahrerlaubnis auf Lebenszeit, auch wenn mit zunehmendem Alter dann doch Konzentrationsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit schwinden. Und Statistiken, die zeigen, dass insbesondere Menschen ab 75 oft an tödlichen Unfällen beteiligt sind. Immer wieder werden deshalb Rufe nach Gesundheitschecks laut, wie sie in vielen europäischen Ländern schon Pflicht sind. Der Kinderwagen liegt noch auf der Fahrbahn, als die Rettungskräfte um das Leben des vierjährigen Jungen und seiner 41-jährigen Mutter am Wochenende in Berlin kämpfen. Beide überleben den Unfall nicht. Zuvor wollten sie die Leipziger Straße überqueren, als ein 83-Jähriger frontal in sie hineinfährt. Es sind Bilder wie diese, die die Diskussion um eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit im Alter immer wieder anfachen. Die Grünen im Bundestag fordern regelmäßige Gesundheitschecks. Vor allem für Ältere, aber nicht nur für die. Tatsächlich ist es so, dass die häufigsten unverursachenden Personen entweder Fahranfänger sind oder sehr alte Menschen. Und das, obwohl alte Menschen ja häufig sehr viel Fahrerfahrung haben. Es ist einfach so, dass dort dann die Sehkraft oder die Reaktionsfähigkeit abnimmt. Das kann aber auch in schönen jungen Jahren passieren. Deswegen ist es in der Tat grundsätzlich sinnvoll, wenn man in gewissen Abständen eben Gesundheitstests macht. Die Statistik zeigt, Senioren sind zwar seltener in Unfälle verwickelt, tragen aber häufiger als jüngere Autofahrer die Hauptschuld. Waren 2021 mindestens 65-Jährige in einen Unfall verwickelt, so trugen sie in mehr als zwei Drittel der Fälle die Hauptschuld. Bei den mindestens 75-Jährigen wurde sogar gut drei von vier unfallbeteiligten Autofahrern die Hauptschuld zugewiesen. Das Problem ist, dass bei Älteren im Laufe der Jahre tatsächlich diese kognitiven Fähigkeiten nachlassen. Das ist also das Vermögen, eine Situation schnell zu erfassen, zu verarbeiten und entsprechend zu reagieren. Verpflichtende Gesundheitschecks für Senioren waren auf EU-Ebene Ende Februar abgelehnt worden. Die Mitgliedstaaten sollen selbst entscheiden. Verkehrsminister Wissing stellte damals klar, Deutschland will weiter auf Eigenverantwortung setzen. Deutschland möchte solche Zwangsuntersuchungen nicht haben. Das belastet auch das Gesundheitswesen mit unnötigen massenweisen Untersuchungen. Millionen wären davon betroffen. Auch die SPD lehnt verpflichtende Gesundheitsuntersuchungen für ältere Autofahrer ab. Setzt auf freiwillige Fahrtests für alle. Aus meiner Sicht sollten wir gucken, dass wir eher auch nochmal darauf abheben, dass es ein Angebot einer freiwilligen Rückmeldefahrt alle 15 Jahre gibt, weil es ist unabhängig vom Alter. Alles andere als freiwillig sind Fahrtauglichkeitstests bei unseren europäischen Nachbarn. Wer zum Beispiel in Spanien mobil bleiben möchte, muss schon ab 65 alle fünf Jahre beim Arzt die Fahrtauglichkeit checken lassen. Und wo wir da gerade schon beim Thema Autos sind, wollen wir auch gemeinsam nochmal nach Grünheide schauen. Zur Tesla-Fabrik, die ja einen ordentlichen Schaden in den letzten Tagen einkassiert hat, weil sie etwa eine Woche von der Stromversorgung abgeschnitten war wegen eines Anschlags. Wir schauen also zu Paul Klinsing, denn es wird vermutet, dass der Tesla-Chef Elon Musk ganz höchstpersönlich dort gleich eintreffen könnte. Und wenn ich so hinter dich gucke, ich sehe zumindest schon mal reichlich Sicherheitspersonal. Ja genau so ist es und es sind tatsächlich auch drei neue Tesla-Fahrzeuge vorgefahren und wir vermuten, dass auch Chef Elon Musk da drin saß und jetzt hier auch auf das Gelände kam. Wir können uns das einmal auch mal genauer im Detail ansehen. Hier wurde auch ein Zelt installiert und hier findet so eine Art Betriebsversammlung jetzt statt. Die Musik ist ganz laut. Elon Musk wird hier angeblich jetzt auch empfangen. Man kann auch schon ein paar Rufe hören. Also er scheint da zu sein und er will vor allem wahrscheinlich auch ein Statement an die Mitarbeiter setzen, dass er weiter hinter dieser Factory steht und dass die Ereignisse der letzten Tage so natürlich nicht geschehen dürfen. Es gibt auch die Gerüchte, dass er sich unter anderem mit Brandenburgs Ministerpräsident hier trifft, um auch noch mal die Geschehnisse der letzten Tage zu besprechen. Es geht natürlich um den Anschlag vor gut einer Woche auf den Strommast. Und da will man auch aus deutscher Seite dem reichsten Menschen der Welt zeigen, dass das so nicht mehr passiert. Also jetzt wird es spannend, vor allem für die Mitarbeiter. Wir Journalisten sind aber tatsächlich heute nur Zaungäste. Aber es ist ja nicht nur dieser Anschlag, der die Fabrik von der Stromversorgung abgekoppelt hat. Es ist ja auch ein Camp, was verhindern soll, dass die Fabrik noch mal erweitert wird. Also ganz schön viele Baustellen für den Tesla-Chef. Ja, und deshalb will auch von deutscher Seite, ich habe es vorhin schon angesprochen, man Elon Musk zeigen, dass trotzdem dieser Wirtschaftsstandort Deutschland noch der richtige ist. Ob das Elon Musk glaubt, das ist natürlich die Frage. Du hast es angesprochen. Nur ein paar hundert Meter von hier ist dieses Protestcamp. Ungefähr 100 Aktivisten haben sich dort verschanzt und protestieren eben gegen Tesla. Also sehr, sehr viele schlechte Presse für den Mann aus Amerika. Und da muss man sehen, ob dieses Protestcamp überhaupt Bestand hält. Bis Freitag ist es ja noch genehmigt. Soweit auch friedlich alles verlaufen. Also spannende Tage, zumindest für Tesla hier in Deutschland und auch Elon Musk. Nein, wir sind gespannt, ob wir ihn dann noch zu Gesicht bekommen werden, den Herrn Musk. Paul, vielen Dank schon mal für diesen Einblick, zumindest als Zaungast. Und unsere gute Nachricht des Tages, die ist heute ziemlich tierisch. Eine Rettungsaktion, die ging nämlich gut aus. Ein zehn Jahre altes Pferd, das hatte beim Überqueren einer schmalen Brücke im US-Bundesstaat Kalifornien den Halt verloren und war in einen Graben gestürzt. Feuerwehr, Tierarzt und auch die technischen Helfer kamen und versuchten, den Vierbeiner dann aus dem schlammigen Graben zu retten. Vereint gelang die Befreiung etwas erschöpft, aber offenbar rundum gesund und munter trabte die Stute Nala dann ihrer Besitzerin nach Hause. Immer wieder schön solche Geschichten, oder? Finde ich auch. Finde ich auch vor allem zwischen all diesen manchmal echt schwer zu verdauenden Nachrichten. Maira, können wir dann beim Wetter auch auf ein bisschen Leichtigkeit hoffen? Genau, wollte ich gerade sagen. Ein weiterer schöner Punkt, der ein bisschen Abwecklungs- und vor allem auch ein bisschen Aufmunterung vielleicht verschaffen wird. Wunderbar. Oder? Ja. Heute bei uns und in den kommenden Tagen dann überall. Also zunächst morgen. Heute ist man ja in unserer Ostseite schon auf der Sonnenseite. Morgen wird es dann für alle der schönste Tag dieser Woche. Zumindest am Nachmittag kommt dann die Märzsonne zum Zug. So wie heute schon, ja, rund um die Albrechtsburg an der Elbe, wo man seit heute früh diesen herrlichen blauen Himmel genießen kann. Im äußersten Westen hier, wie hier in Bonn am Rhein, das ganze Gegenteil. Immerhin hat es, ja, schaffen es die Temperaturen schon ein bisschen, dass es milder sein wird als in den vergangenen Tagen. Aus der Nacht heraus wird es morgen Vormittag dann von der Ostsee bis nach Franken leicht regnen. Von Niedersachsen bis zum Bodensee, ja, geht es schon mit einem netten Mix aus. Okay, etwas Nebel, aber Wolken und Sonnenschein in den Tag. Ja, am Nachmittag wird es dann von Westen her immer netter. Nur an der Ostsee in den östlichen Mittelgebirgen und auch an der Oder wird es noch längere Zeit bedeckt sein. Ja, und von der Nordsee her bis zu den Alpen kann dagegen die Märzsonne ihre volle Kraft entfalten. Und dabei geht es mit den Höchstwerten dann auch ordentlich aufwärts, also oftmals schon auf 17, 18 Grad. Köln und Stuttgart schaffen 19, ja, und der Breisgau 20. Am Freitag wird es nochmals ähnlich mild, verbreitet aber schon wechselhafter mit einigen Schauern und vereinzelten Gewittern. Und das ist dann auch der Trend für das Wochenende. Davor aber, wie gesagt, können wir uns erst einmal auf einen sehr schönen Tag morgen freuen. Das finde ich, also wie gesagt, ich schauere die... Ja, es sieht wirklich schlimmer aus, als ich... Ja, 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 ja. Aber ich meine, Temperaturen... Genau, und blöd ist es, wenn wirklich nur eine Regenwolke zu sehen ist. Dann wird es trüb. Okay, das merken wir uns. Marira, vielen Dank. Die Briten, die bieten nun nochmal den Ringtausch in der Taurus-Frage an. Der Bundestag, der streitet auch darüber. Und Wladimir Putin, der hat eine weitere Atomdrohung in Richtung Westen ausgesprochen. Wie das alles zu beurteilen ist, das bespreche ich gleich mit dem Militär- und Russland-Experten Gustav Gressel. Also bleiben Sie bei uns. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749. Und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat, Kriviri, hat der ukrainische Präsident Zelenskyj Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketeneingriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Runden 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Weyer die Arbeitshinterlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten und die Debatte um das Basternein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an den Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taubuslieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taubuslieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft ihm vor, die... Es ist halb zwölf an diesem Mittwoch. Ich grüße Sie. Die Briten, die legen nun nochmal den Finger in die offene Wunde. Der britische Außenminister David Cameron, der forderte Deutschland indirekt erneut zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine auf. Das britische Modell vom Typ Storm Shadow habe sich als effektiv herausgestellt und der Einsatz der Raketen habe sich nicht eskalierend auf den Konflikt ausgewirkt, so Cameron. Wenn man Frieden wolle, sei es besser, Stärke zu zeigen und seinen Worten Taten folgen zu lassen. Die Ukraine hat die Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern bereits im vergangenen Mai von Deutschland erbeten. Bundeskanzler Scholz hatte der Anfrage aber eine sehr strikte Absage erteilt. Weil das 60 Milliarden Dollar Hilfspaket für die Ukraine ja weiterhin im US-Kongress von den Republikanern blockiert wird, hat das Weiße Haus in Washington nun ein militärisches Nothilfepaket beschlossen. Es sollen also Waffen und andere Ausrüstungen im Wert von umgerechnet 275 Millionen Euro für Kiew bereitgestellt werden. Das kündigte das Pentagon an. Damit werde auf einige der dringendsten Bedürfnisse der ukrainischen Armee reagiert. Und die Kampfhandlungen, die gehen natürlich weiter in der Ukraine. Nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstadt Kriverie hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nun Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, das sagte Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben, warnte er. Bei dem Raketenangriff auf Kriverie waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die Nacht wagen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Menschen wurden verletzt, unter ihnen auch sieben Kinder. In einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen, da hat Russlands Präsident Putin nun die Überlegenheit Russlands bei der nuklearen Bewaffnung betont. Sein Land sei jederzeit bereit, seine Atomwaffen einzusetzen, wenn die Existenz des russischen Staates bedroht sei, sagte Putin. Aus technischer Sicht sind wir natürlich bereit. Die Raketen sind ständig kampfbereit. Erstens. Und zweitens, und das wird von allen akzeptiert, unsere nuklearen Systeme sind moderner als jede andere Systeme. Eigentlich haben nur wir und die Amerikaner einen solchen Stand und wir sind viel weiter fortgeschritten als sie. Unsere Systeme und das gesamte Kernelement sind moderner. Gustav Gressel ist mir nun zugeschaltet, Russland und Militärexperte vom European Council on Foreign Relations. Herr Gressel, ich grüße Sie. Hallo. An Atomdrohungen von Wladimir Putin sind wir inzwischen ja leider bereits gewöhnt. Nun aber die Feststellung von ihm, dass Russlands Atomwaffenarsenal das beste und modernste sei, also auch deutlich besser als das der USA. Haben wir es hier wieder mit russischer Propaganda zu tun oder hat der russische Präsident recht? Zu einem gewissen Teil ist es natürlich Propaganda. Also die russischen Atomdrohungen oder die Betonung, wie stark man im nuklearen Sektor ist, die kommen natürlich immer dann, wenn im Westen wichtige Entscheidungen getroffen werden, die man beeinflussen will. Und da will man Unsicherheit schüren. Da will man sozusagen die Atomkriegsangst, die ja gerade in Deutschland stark umgeht, noch einmal befeuern. Zu den modernen Charakter. Russland hat Nachteile im Bereich der strategischen Atomwaffen, also die Waffen, die explizit für einen Schlagabtausch zwischen den USA und Russland gedacht sind. Nicht wegen der Stückzahl, sondern vor allen Dingen wegen der Art und Weise der Stationierung. Russland hat weniger zweitschlagfähige Waffen, vor allen Dingen hat Russland aufgrund der Geldprobleme wenig U-Boote in See und im einsatzbereiten Zustand. Da sind die Amerikaner, auch wenn ihre U-Boote zum Teil auch alt sind, aber einfach in der Einsatzbereitschaft, im Grad dessen, was wirklich einsatzfähig ist, besser. Wo die Russen Vorteile haben, das sind die Waffen, also die Dinge, die Europa bedrohen, die Gefechtsfeldwaffen, die Mittelstreckenraketen, weil Russland hier erstens mal schon länger an einem Bruch des INF gearbeitet hat und dementsprechenden Vorsprung hat. Und zweitens aus sowjetischen Beständen noch sehr hohe Anzahl an Sprechköpfen geerbt hat, die es weiter behalten hat. Und wir sehen ja auch im Krieg gegen die Ukraine, dass zum Teil ausgeschiedene, uralte Waffen sind. Ja, Sie sehen es. Ich hätte noch viele Fragen hier im Petto gehabt, aber leider ist die Leitung zu Herrn Gressel eingefroren. Vielleicht schaffen wir das im Laufe der Sendung noch, ansonsten holen wir das Gespräch natürlich später nach. Ach, ein enger Vertrauter des vor gut drei Wochen in einem Straflager gestorbenen Kreml-Gegners Alexej Nawalny ist in seinem Exil in Litauen nun offenbar überfallen und verletzt worden. Der Oppositionelle Leonid Wolkow sei vor seinem Haus brutal angegriffen worden, schrieb die ehemalige Nawalny-Sprecherin Kira Jarmisch auf der Plattform X. Demnach habe ein Angreifer seine Autoscheibe eingeschlagen, ihm Tränengas in die Augen gesprüht und mit einem Hammer auf Wolkow eingeschlagen. Der 43-Jährige kam zunächst zur Behandlung in ein Krankenhaus. Wir haben es nochmal neu versucht, nochmal neu geladen. Deswegen, Herr Gressel, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ich hoffe, das bleibt auch so. Vielleicht kommen wir direkt nochmal auch zur nächsten Frage. Denn ich habe das schon so ein bisschen rausgelesen. Das heißt, Sie vermuten auch, dass der Zeitpunkt jetzt dieser Feststellung von Wladimir Putin und die entsprechende Drohung nochmal an den Westen, dass der nicht zufällig gewählt ist, sondern dass das auch eine ganz klare Richtung an Deutschland hat wegen der hier schwelenden Taurus-Debatte? Ja, natürlich. Es gibt zwei Adressaten. Das eine ist Deutschland während der Taurus-Debatte. Die andere ist natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika, weil auch dort um das 60-Milliarden-Paket gerungen wird, weil auch dort die Lieferung von Attacums, also einer Langstreckenwaffe, diskutiert wird. Und da sozusagen sieht der Kreml natürlich die Chance, durch solche Atomdrohungen das Diskussionsklima zu beeinflussen. Weil eben diese beiden Waffensysteme, Herr Gressel, in den Augen von Russland wirklich eine echte Bedrohung für Sie darstellen? Weil diese Systeme vor allen Dingen für den russischen Einsatz in der Ukraine große Probleme bereitstellen. Also bei Attacums hat ja die Ukraine vor einigen Monaten schon 20 Stück bekommen und damit wurden Feldflughäfen der Russen angegriffen mit erheblichen Verlusten. Mit solchen Waffen kann man wichtige Logistikknotenpunkte und Bauwerke für den Munitionsnachschub angreifen. All das tut der russischen Armee erheblich weh und deshalb will man natürlich diese Waffenlieferungen so weit wie möglich verhindern oder begrenzen. Aber wie schauen Sie dann auch auf die Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz? Denn im Grunde genommen, das was wir von Wladimir Putin hören, ja immer dieses, ein Angstszenario, was da aufgebaut wird, eben gerade auch wegen dieser Taurus, das deckt sich ja eigentlich auch fast mit der Argumentation von Olaf Scholz, der eben auch solche Schreckensszenarien da produziert. Ja, Olaf Scholz ist auch einer der Staatschefs, der sich davon scheinbar am stärksten beeindruckt zeigt. Die Briten und die Franzosen sehen diese Drohungen durchaus entspannter. Es gibt dann auch in Deutschland als Nachhall und in der SPD insbesondere als Nachhall der 80er Jahre und der Nachrüstungsdebatte eine andere öffentliche Sensibilität, die natürlich der Kanzler auch im Auge hat, beziehungsweise zum Teil auch schürt, dadurch, dass er eben meint, Taurus würde Deutschland zur Kriegspartei machen. Durch ähnliche Äußerungen heizte die er auch an. Ja, das merkt man natürlich in Russland und in der strategischen Kommunikation sind die Russen gut. Die wissen genau, wann sie ihre Nachrichten wie gestalten, damit das hier Eindruck schindet. Lassen Sie uns auch nochmal auf das Kriegsgeschehen gemeinsam schauen, Herr Gresse, denn wir haben das jüngst gehört, der ukrainische Präsident Zelensky hat sich geäußert, man stehe also da deutlich besser da als noch in den letzten drei Monaten. Wir haben ja aber gesehen, dass die Russen sehr viel auch an Gelände gut gemacht haben. Das heißt, wo befinden wir uns da momentan? Ist das jetzt wirklich der Scheideweg? Es könnte der Scheideweg sein. Die ukrainische Armee war dieses Frühjahr extrem unter Druck. Russland hat alles daran gesetzt, einen Zusammenbruch der Armee herbeizuführen. Das haben sie bis jetzt nicht geschafft. Das Tal der Tränen, ob das schon ganz überwunden ist aus ukrainischer Sicht, ist noch ein bisschen offen. Bei der Artilleriemunition verbessert sich die Lage dadurch, dass die ersten Pakete der tschechischen Munitionsinitiative in der Ukraine angekommen sind. Entspannt ist sie natürlich nicht und auch bei vielen anderen Munitionssorten, etwa den Fliegerabwehrraketen, aber auch den weitreichenden Fernwaffen, ist der Munitionsbestand der Ukraine schon ziemlich angespannt. In dem Sinn versucht die Ukraine erstens zu improvisieren und zweitens, das haben wir auch, das sehen Sie ja die Bilder eingeblendet von russischen Freiwilligen, die nach Russland selbst vorzudringen, die Russen so abzulenken, dass die Russen zu einer Umgruppierung ihrer Kräfte gezwungen werden, damit sie die Angriffe nicht mehr in derselben Bucht wie in den letzten Wochen und Monaten vortragen können. Sagt Gustav Gressel, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren ausführlichen Blick und dass das doch mit der Leitung noch geklappt hat. Vielen herzlichen Dank. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, das setzt die Verhandlung über eine Berufungsklage der AfD gegen ihre Einstufung als rechtsextremistischen Verdachtsfall fort. Aber ob es heute ein Urteil geben wird oder dann doch neue Sitzungstermine gesucht werden müssen, das ist derzeit noch offen. In dem Berufungsverfahren geht es im Kern um die Frage, ob der Verfassungsschutz die AfD beobachten darf. Das Bundesamt mit Sitz in Köln hatte die Partei im Jahr 2021 als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Seitdem darf sie mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. Die AfD klagte gegen diese Einstufung zunächst erfolglos. Gegen das Urteil legte sie Berufung ein. Und unsere heutige Frage des Tages, die dreht sich genau auch um diesen Kernaspekt. Wir möchten nämlich von Ihnen wissen, ist die AfD Ihrer Meinung nach eine rechtsextreme Partei? Über den QR-Code kommen Sie mit Ihrem Handy dann direkt zu der Umfrage. Das Ergebnis heute Abend ab 18 Uhr in der Welt am Abend. Trump gegen Biden, darauf läuft es nun hinaus. Das ist fix, was dieser Wahlkampf in den Vereinigten Staaten bringen wird, wie sich die beiden Kontrahenten da schlagen. Gleich hier Thema bei uns. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749. Und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat, Kriviri, hat der ukrainische Präsident Zelenskyj Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Und weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in Münchenrunden. 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Werri Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten und die Debatte um das Basternein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft dem vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation. Hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Ja, meine Damen und Herren, je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tesla Schleif-Idelmask offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Noch ist das vom E-Auto-Bauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig bis kommenden Freitag. Die rechtsextremen Tendenzen in der AfD sind in der Bevölkerung und bei den Gerichten weiterhin ein großes Thema. So wird heute in Münster vor dem Oberverwaltungsgericht die Berufungsverhandlung AfD gegen den Bundesverfassungsschutz fortgesetzt. Am ersten Tag verzögerte die AfD mit zahlreichen Beweis- und Befangenheitsanträgen sowie dem Wunsch, die Öffentlichkeit auszuschließen, bereits den Prozessverlauf. Ob es daher heute, wie ursprünglich vorgesehen, ein Urteil geben wird, ist völlig unklar. Die AfD hat nämlich 210 Anträge gestellt. Jonas Feld mit den Einsleiten. Gar nicht glücklich wirken die Fraktionsvorsitzenden der AfD, als sie den Journalisten auf der Fraktionsebene im Bundestag rede und antworten. Bei der Partei läuft es nämlich alles andere als rund. In zweiter Instanz wehrt sich die AfD gegen die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall durch den... Donald Trump hat die Vorwahlen furios für sich entschieden. Keine Klage, kein Immunitätsstreit kann ihm bei seinen Anhängern etwas anhaben. Joe Biden hat auch deutlich gewonnen, aber praktisch keinen Gegenkandidaten gehabt. Nur sehr viel gegen Wind. Nicht mal wegen seiner Politik, sondern wegen seines Alters und der damit einhergehenden, sprichwörtlichen Stolperer, Versprecher, Vergesser. Das ist sowas wie der Leberhaken für den Gegner. Und Trump spricht prompt vom krummen Joe Biden. Unter der Gürtellinie kontert Biden freilich nicht. Aber er versucht Trump in die Ringseile zu drücken. Ein wichtiger Punkt ist noch immer Trumps Wahlniederlage und dessen Verantwortung für den Sturm auf das Kapitol. Respektieren Sie freie und faire Wahlen, stellen Sie das Vertrauen in unsere Institutionen wieder her und stellen Sie klar, politische Gewalt hat in unserem Amerika keinen Platz. Trump wirkt mit seinen 77 Jahren und seiner Polemik energischer als Biden. Joe Biden ist ein US-Politiker der alten Garde, diplomatisch versiert. Wer die US-Wahlen als Schaukampf betrachtet, wettet womöglich auf Trump. Wer die USA weiter als Staat ernst nehmen möchte, vermutlich dagegen. Und vom politischen Wettkampf zum sportlichen. Es gab eine echte Sensation im DFB-Pokal oder wenn man so will, auch eine Sensarsation. Denn ausgerechnet Drittligist der 1. FC Saarbrücken hat mit Mönchen Gladbach nun gleich den nächsten Bundesligisten aus dem Wettbewerb gekickt. Schon die Bayern und Frankfurt waren ja an den Saarländern gescheitert. Dieser jüngste Coup, der sorgte auch gleich für ein Novum. Denn erstmals in der Geschichte des Pokals steht mit Bayer Leverkusen gerade mal ein einziger Bundesligist im Halbfinale. Andreas Büttner über diese Saarländer, die wirklich völlig außer Rand und Band geraten sind. Ja, das ist einfach unbeschreiblich jetzt. Wir sind im Halbfinale. Der Pokalschreck macht es schon wieder. Grenzenloser Jubel beim 1. FC Saarbrücken. Der Fußball-Drittligist schlägt den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und steht damit im Halbfinale des DFB-Pokals. Ja, ich glaube, es ist schon wie die letzten Spiele. Sehr, sehr schwierig, jetzt irgendwas zu sagen. Also gerade nach dem Abpfiff hatte ich einfach nur Gänsehaut gehabt, aber nicht, weil mir kalt war. Ja, es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Und das wieder mal nach einer unbeschreiblichen Wasserschlacht. Nach der frühen Führung der Gladbacher gleicht Saarbrücken im Gegenzug direkt aus, um in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Als ich dann im Spiel mal mit Manu Zeitz geredet habe, habe ich auch gesagt, vielleicht müssten wir auch Linn gehen, um halt in den letzten Minuten noch ein Tor zu machen. Aber ich meine, wir haben es ja auch bis dahin sehr gut verteidigt und hätten auch sagen können, wir gehen in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Ja, aber am Ende ist ich einfach glücklich, dass es so gekommen ist. Im Halbfinale trifft Saarbrücken nun auf den Zweitligisten Kaiserslautern. Im Pokalfinale in Berlin würde dann Leverkusen oder Düsseldorf warten. Erstmal haben wir noch ein Halbfinale vor uns, ein Wichtiges. Das wird auch ein schweres Stück Arbeit und ich glaube, da ist erstmal der Fokus drauf. Aber erstmal heute Abend ist der Fokus auf etwas anderes. Und nochmal kurz der Blick nach Grünheide, denn Tesla-Chef Elon Musk ist also persönlich dort in der Gigafactory eingetroffen. Man sieht ihn zwar noch nicht auf den Bildern, aber man sieht immerhin die Belegschaft, die da ganz begeistert Fotos macht auf einer spontan zusammengerufenen Betriebsversammlung. Mitarbeiter motivieren und sicherlich auch in der Politik ordentlich auf den Tisch schauen. Das ist wahrscheinlich die Mission des Teslas-Chefs, denn da gab es ja jüngst ziemlich viel Ärger durch diesen Anschlag. Die Fabrik von der Stromversorgung abgeschnitten und auch eine geplante Erweiterung dieser Fabrik. Die ist ja erstmal behindert worden. Insofern Gesprächsbedarf gibt es genug. Mal sehen, ob wir den Tesla-Chef dann höchstpersönlich sehen werden. Und damit ein Blick auf das Börsengeschehen, insbesondere der deutsche Leitindex, der uns hier heute umtreibt und dich auch ganz schön grinsen lässt. Natürlich, ein historischer Tag, den der DAX-Tag heute markiert. Eine neue 1000er-Marke, die gefallen ist, ein Grund zum Feiern. Die 18.000er-Marke heute Morgen gleich kurz nach Börseneröffnung sind wir kurz darüber gestiegen. 18.001 Punkte ist der neue Allzeithöchststand. Aber wir klimmen schon wieder Richtung diese Marke und mal gucken, ob wir diese Marke dann zum zweiten Mal an diesem Tag nochmal nehmen werden. Weiter die Aussicht auf fallende Zinsen in diesem Jahr, sowohl in den USA wie auch in Europa, die uns da hilft. Aber auch Bilanzen, die heute zum Großteil positiv aufgenommen werden. Allen voran Zalando überzeugt, punktet mit seinem Ausblick, mit dem mittelfristigen Ausblick. Da will man wieder deutlich wachsen. E.ON ebenfalls mit dem Ausblick überzeugend. Volkswagen nicht ganz so, aber auch da hat sich die Aktie schon von den tieferen Ständen heute verbessert. Und Adidas, die sind sogar ins Plus gedreht. Da ist man heute Morgen ja doch stark im Minus gestartet. Da haben die vollen Lager in den USA noch belastet. Aber jetzt dreht sich der Blick wieder ins Positivere. Mehr dazu zum DAX 18.000. Wie geht es nach dieser Marke weiter aus charttechnischer Sicht? Und wie ist die Bilanz von VW im Einzelnen einzuschätzen? Darüber sprechen wir mit Experten dann um 12.45 Uhr in der Börse am Mittag. Ja, schön. Ja. Kann man mal richtig jubilieren. Dietmar, danke schön. Diese Nachrichtenstunde ist zu Ende. Der Kollege Thomas Klug, der steht in den Startlöchern und freut sich auf Sie. Wir schauen dann auf den Prozess AfD gegen den Verfassungsschutz mehr oder minder. Da geht es nämlich um die Frage, ob die Partei mit nachrichtlichen Mitteln dann überwacht werden darf. Das wird in Münster wohl in den nächsten Tagen heute entschieden werden. Und auch die Grünen, die blockieren nun doch die Bezahlkarte für Asylbewerber. Was es damit auf sich hat, das gleiche hier bei uns in der Sendung. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749. Und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat Kriviri hat der ukrainische Präsident Zelensky Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in Münchenrunden. 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Wehri Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grimmen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und Software-mäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft dem vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei, das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg ist, je länger dieser Krieg ist. Ist die AfD ein rechtsextremistischer Verdachtsfall? Das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen setzt heute die Berufungsverhandlungen dazu fort. Ein Urteil wäre möglich, das könnte sich aber auch weiter verzögern, vor allem wegen einer Antrags- und Beweisflut. Aus alt mach neu. Nun ist es offiziell, bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November 2024 treten Joe Biden und Donald Trump wieder gegeneinander an. Das Fußballmärchen von der Saar geht weiter nach Bayern und Frankfurt scheitert mit Gladbach. Der dritte Bundesligist im DFB-Pokal am 1. FC Saarbrücken. Beim Drittligisten brechen nach der Sensation alle Dämme. Im Halbfinale wartet jetzt Kaiserslautern. Willkommen und guten Tag bei Welt. Vor dem nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht in Münster hat am Morgen der zweite Verhandlungstag im Streit über die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz begonnen. In einem Berufungsverfahren soll ja geklärt werden, ob das Urteil aus der Vorinstanz am Verwaltungsgericht Köln Bestand hat. Der Verfassungsschutz mit Sitz in Köln hatte die Partei sowie die Jugendorganisation Junge Alternative als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Die Richter in Köln hatten diese Sicht im Jahr 2022 bestätigt. Die Definition des Verfassungsschutzes interessiert mich überhaupt nicht. Weil es ein Werturteil ist. Es ist eine Bewertung, die völlig subjektiv ist, die keine objektivierbaren Kriterien anlegt. Dabei ist die Definition wichtig, denn die entscheidet darüber, ob der Verfassungsschutz sogenannte nachrichtendienstliche Mittel einsetzen darf. Dazu gehören V-Leute, Observationen und das Überwachen der Kommunikation. Der erste Verhandlungstag hatte nach zahlreichen Anträgen durch die AfD und mehreren Beratungen des 5. Senats erst mit deutlicher Verspätung am Mittag begonnen. Ob es heute ein Urteil geben wird, ist noch offen. Der Anwalt der AfD will weitere Beweisanträge stellen. Und dann plagt die Partei auch noch die Recherche des Bayerischen Rundfunks. Mindestens 100 Mitarbeiter der Bundestagsfraktionen seien in rechtsextremen Organisationen aktiv. Und es ist so lächerlich an den Haaren herbeigezogen, mit welchen offensichtlichen rufschädigenden Mitteln hier gearbeitet wird. Noch einmal, wird der Bürger unbequem, dann bezeichnen ihn als rechtsextremen. Das Ganze ist eine Medienkampagne, übrigens Steuergeld finanziert. Sie sind ja alle hier GEZ-abhängig. Und dann machen sie natürlich nur eins, sie reden nach dem Ton der Regierung. Die anderen Parteien aber wundert die Recherche nur bedingt. Es überrascht ja nicht sehr, dass die Mitarbeiter von Abgeordneten sich ihren Chefs angleichen. Das kann nicht spurlos an uns vorübergehen. Deswegen wünsche ich schon, dass sowohl die Bundestagspräsidentin, aber auch das Präsidium sich mit diesen Erkenntnissen befasst. Möglicherweise daraus auch den Fraktionen weitere Vorschläge macht. Und genau da will Bundestagspräsidentin Baas nun ansetzen. Sie hat bereits eine Überprüfung von gesetzlichen Regeln zum besseren Schutz des Parlaments angekündigt. Über die Sache möchte ich sprechen mit Professor Volker Böhme-Nessler. Er ist Staats- und Verfassungsrechtler bei mir jetzt im Studio. Willkommen, Herr Böhme-Nessler. Ein erstes Urteil aus Köln gab es 2022. Zwei Jahre später geht es in die Berufung. Warum dauert die Prüfung des ersten Urteils so lange, dass man zwei Jahre Zeit benötigt, um dann das Verfahren neu aufzurollen? Die Gerichte, das ist ein heikles Problem, mit dem sich die Gerichte da beschäftigen müssen. Das ist ja ein Eingriff in den Parteienwettbewerb und so weiter. Und deswegen müssen die natürlich ganz genau hingucken. Und es geht darum, alles Material, was der Bundesverfassungsschutz gesammelt hat und aus dem er seine Bewertung ableitet, selber zu sichten, selber zu sichten und zu bewerten. Und das dauert eben unheimlich lange. Die gucken sich jetzt hunderte, tausende Aktenblätter und hunderte von Äußerungen von Politikern der AfD und so weiter an und müssen dann entscheiden, ist das jetzt rechtsextremistisch oder nicht. Schauen wir mal auf die Art und Weise der Entscheidung. Also sowohl die Partei AfD als auch die Jugendorganisation, die junge Alternative, wurden ja als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Was begründet denn solch eine Entscheidung? Das ist eine schwierige Frage. Man muss einmal sehen, das ist keine naturwissenschaftliche Entscheidung. Das ist auch keine objektive Behörde der Bundesverfassungsschutz. Der gehört zum Geschäftsbereich des Innenministeriums. Es ist einfach sozusagen eine Arbeitsgrundlage. Es ist eine interne Einstufung, die der Verfassungsschutz vornimmt. Es ist so, der Verfassungsschutz beobachtet ja, und das sind ja Grundrechtseingriffe auch. Und da gilt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Und das heißt, je schlimmer die Partei ist, desto schärfer und desto stärker darf sie beobachtet werden. Und deswegen muss der Verfassungsschutz sozusagen abstufen. Dann sagt er, wir gucken erst mal, gibt es überhaupt irgendwelche Ansatzpunkte, dann gibt es einen Verdacht. Und dann am Ende wird dann die Wertung gemacht, gesichert rechtsextrem. Gesichert rechtsextrem, beziehungsweise ein Verdachtsfall ist das eine. Gesichert rechtsextrem wäre quasi die nächsthöhere Stufe. Was heißt das für die Art und Weise des Umgangs mit der Partei zum einen und aber auch für die Arbeitsweise des Verfassungsschutzes? Das heißt erst mal, also zwei Dinge sind glaube ich wichtig. Erstens, wenn die Partei als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, dann heißt das, der Verfassungsschutz darf härter beobachten, intensiver beobachten, intensiver verfolgen. Das wäre jetzt auch das Thema V-Leute, weil das ist ja gerade so ein Aspekt, wo die AfD sagt, Freunde, wir wollen euch mal versuchen zu locken, weil wir wollen mal wissen, wie habt ihr denn die Informationen über den Verdachtsfall überhaupt bekommen? Und sie wollen ja letztendlich dem Gericht, beziehungsweise dem Verfassungsschutz zumindest, werfen sie das vor, dass eben eingeschleuste V-Leute bereits ermittelt haben. Genau, darum geht es. Und das wäre möglicherweise rechtswidrig, weil nicht verhältnismäßig, wenn die AfD keine schlimme, gesicherte, rechtsextreme Partei wäre. Ja, wobei man aber sehen muss, das sind Wertungsfragen, über die man streiten muss und über die man streiten kann. Und das Problem ist, und deswegen ist der Prozess auch gut, der Verfassungsschutz muss jetzt offenlegen, nach welchen Kriterien er das macht, was er an Material hat, wie er zu seinen Wertungen kommt. Und da gucken jetzt die Richter eben ganz genau drauf und versuchen nachzuvollziehen, ist diese Entscheidung, ist diese Einordnung in Ordnung oder nicht. Können Sie auch was dazu sagen, wenn es dazu kommen sollte, also wenn auch dieses Urteil bestätigt wird und wir beim Verdachtsfall sind, weitergehende Prüfungen dann ergeben. In Thüringen zum Beispiel ist ja die Partei gesichert rechtsextrem. Was heißt denn das für die Arbeit einer Partei im demokratischen System? Also juristisch heißt das erstmal gar nichts. Das ist eine Arbeitskategorie des Verfassungsschutzes. Für die Öffentlichkeitsarbeit ist das natürlich ein Problem. Der Verfassungsschutz greift mit dieser Markierung, mit diesem Label gesichert rechtsextremistisch in den Parteienwettbewerb ein. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn die Behörde, die dem Innenministerium untersteht, in den Parteienwettbewerb und letztlich dann sogar auch in den Wahlkampf eingreift mit dieser Etikettierung. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Gerichte jetzt drauf gucken und deswegen ist es ganz problematisch, wenn der Verfassungsschutz sich so exponiert. Die AfD wird alle Rechtsmittel ausschöpfen. Die sehen wie aus, wenn NRW, wenn Münster jetzt sagt, wir bestätigen Köln. Was hat dann die AfD noch für den Karten im Ärmel? Dann gibt es sozusagen noch zwei juristische Möglichkeiten. Die erste ist, das wäre die nächste Revision beim Bundesverwaltungsgericht. Dann prüft das Verwaltungsgericht auf Rechtsfehler. Und dann wäre die letzte Möglichkeit noch Bundesverfassungsgericht. Da prüft das Bundesverfassungsgericht, ob die AfD in Grundrechten verletzt wird. Es geht immerhin um das Grundrecht auf Wettbewerbsgleichheit im Parteienwettbewerb und um das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Prof. Volker Böhm-Nessler, Staats- und Verfassungsrechtler zum Thema AfD und Einstufung der AfD jetzt auch in Münster, beziehungsweise Bestätigung des Urteils von Köln. Recht vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ich danke Ihnen. Danke. Vielen Dank. Ukraine hat die Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern bereits im vergangenen Mai von Deutschland erbeten. Bundeskanzler Scholz hatte der Anfrage aber stets eine Absage erteilt. Der Ampelstreit um die Bezahlkarte für Asylbewerber geht in eine neue Runde. Erneut blockieren die Grünen die Abstimmung. Eigentlich sollte der Bundestag ja noch in dieser Woche über eine Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes abstimmen, um Rechtssicherheit für die bundesweite Einführung der Karte zu schaffen. Dagegen sperren sich nun erneut die Grünen. Noch vor zwei Wochen hatte Wirtschaftsminister Habeck ein Lenken signalisiert. FDP-Fraktionschef Dürr rief alle Koalitionspartner dazu auf, das Thema Bezahlkarte so schnell wie möglich rechtssicher abzuschließen. Schauen wir zu Gerrit Sebald. Der ist im Paul-Löbe-Haus. Und was ist denn auf einmal das Problem für die Grünen? Zwischenzeitlich hieß es doch alles okay, selbst der Habeck, der gesagt hat, ja, läuft. Ja, also streng genommen haben die Grünen nicht gesagt, dass sie jetzt irgendwie die Bezahlkarte blockieren wollen. Sie haben gesagt, sie wollen das jetzt aber weiterhin noch in Ruhe prüfen und es eben nicht im Eilverfahren diese Woche entscheiden. Das hatte nämlich die FDP gefordert. Die Grünen sagen, naja, es sind noch viele Fragen ungeklärt. Zum Beispiel, ob die Geflüchteten, ob die Flüchtlinge mit dieser Bezahlkarte auch ihre Verträge bezahlen können. Internet, Strom, Handy oder wie es ist, wenn man irgendwo einkaufen will, wo es tatsächlich kein Kartenlesegerät gibt. Das sind so Fragen, die die Grünen jetzt aufwerfen, die noch geklärt werden müssen und sie deswegen eben nicht im Eilverfahren abstimmen wollen. Das Ganze hat aber natürlich ein kleines Geschmäckle, weil, wie wir ja gerade auch schon gehört haben, die Grünen eigentlich letzten Monat schon gesagt haben, naja, wir müssen doch eigentlich gar nicht mehr darüber abstimmen. Es würde ja schon alles da liegen. Die Länder könnten das ja schon einführen, aber die Ampel wollte eigentlich trotzdem es nochmal im Bundestag abstimmen lassen, um eben Rechtssicherheit zu machen. Auch damals hatte man schon das Gefühl, dass die Grünen da vielleicht an die eigene Basis, sich an die eigene Basis wenden, um sozusagen, naja, wir wollen da eigentlich nicht mit abstimmen. Und genau deswegen hat das wahrscheinlich auch jetzt ein kleines Geschmäckle, auch wenn die Grünen eigentlich nur praktische Gründe anführen, warum sie jetzt nicht eben im Eilverfahren da abstimmen wollen. Sollte das jetzt aber sich länger hinziehen, könnte das natürlich wieder zu Problemen innerhalb der Ampel führen. Wir erinnern uns vielleicht, Wolfgang Kubicki hat das letzte Mal, als die Grünen gesagt haben, sie wollen da eigentlich gar nicht mehr drüber abstimmen, tatsächlich auch schon wieder direkt mit dem Koalitionsbruch gedroht. Also, ich meine, es bleibt abzuwarten, ob die Grünen irgendwann sagen, naja, jetzt haben wir genug darüber nachgedacht, jetzt haben wir genug geplant, jetzt sind alle Fragen beantwortet, jetzt stimmen wir auch ab. Aber wenn das nicht passiert, dann könnte das wieder richtig Trubel geben in der Koalition. Hm, den keiner braucht. Egal. Gerrit, recht, vielen Dank ins Paul-Löber-Haus. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute von Wichtigkeit dürfte sein, die Befragung, die Regierungsbefragung des Bundeskanzlers Olaf Scholz im Bundestag. Wie Sie ja wissen, geht die unendliche Diskussion um Taurus, ja oder nein, für die Ukraine ja jeden Tag in eine neue Runde. Die Eskalationsstufe ist schon ziemlich hoch in der eigenen Koalition. Viele Stimmen, die sagen, ja, wir sollten liefern. Der Kanzler, der nach wie vor sagt, nein, machen wir aber nicht. Ich bin hier der Kanzler und nicht ihr. Und das wird auch ein Thema, ein großes Thema sein in der Regierungsbefragung. Und deshalb auch das Ganze live bei uns hier ab 13 Uhr. Regierungsbefragung des Bundeskanzlers im Deutschen Bundestag live bei Welt. Nach einem schweren russischen Raketenangriff auf die Geburtsstaat Kriviri hat der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf, Verluste zu fügen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben, warnte er. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Menschen wurden verletzt, unter ihnen sieben Kinder. Wegen der Blockade des 60 Milliarden Dollar Paketes für die Ukraine im US-Kongress hat das Weiße Haus ein militärisches Nothilfepaket beschlossen. Somit sollen Waffen und andere Ausrüstung im Wert von umgerechnet 275 Millionen Euro für Kiew bereitgestellt werden. Das kündigte das Pentagon an. Damit werde auf einige der dringendsten Bedürfnisse der ukrainischen Armee reagiert. Die von Präsident Biden im Haushalt vorgesehenen 60 Milliarden Dollar für die Ukraine werden von den oppositionellen Republikanern seit Wochen blockiert. So, wer den US-Wahlkampf bestreitet, das steht fest, ist aber irgendwie auch kein Geheimnis gewesen wirklich. Joe Biden und Donald Trump haben sich bei den Vorwahlen ihrer Parteien die notwendigen Delegiertenstimmen gesichert und sind damit die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl offiziell gekürt werden, beide bei den Parteitagen im Sommer. Und erstmals seit 1952 gibt es wieder eben die gleiche Situation, dass die Wahlkämpfer vier Jahre später die gleichen sind. Jana Wochnig. Der selbstverliebte und der tattlige ältere Herr, bei dem jedes Bücken den Secret Service ins Schwitzen bringt, so könnte das Duell der Präsidentenanwärter auch lauten. Aber das ist gar kein Witz, das wird womöglich ein erbitterter Kampf, nicht nur um das Weiße Haus, sondern um die Balance in den tief gespaltenen Vereinigten Staaten. In den Ring ziehen zwei, die dieses Duell schon einmal bestritten haben, bei der letzten Wahl 2020. Der Republikaner Donald Trump und Joe Biden von den Demokraten. Es endete mit dem Sturm aufs Kapitol, befeuert durch die Wahllügeattacken des Verlierers. Joe Biden wurde bekanntlich Präsident. Seitdem aber war klar, es könnte einen neuen Aufguss geben. Und hier stehen wir nun. Es fühlt sich an wie eine Revanche. Nur, die Punches sind schärfer geworden, schon in den Primaries, den Vorwahlkämpfen. Wir haben die dümmsten Leute in der Geschichte unseres Landes, die das Sagen haben. Das sind dumme Leute. Ich würde gern ein anspruchsvolleres Wort verwenden, aber das sind dumme Leute. Joe Biden sollte Amerika nicht wütend anschreien. Amerika sollte Joe Biden wütend anschreien. Donald Trump hat die Vorwahlen furios für sich entschieden. Keine Klage, kein Immunitätsstreit kann ihm bei seinen Anhängern etwas anhaben. Joe Biden hat auch deutlich gewonnen, aber praktisch keinen Gegenkandidaten gehabt. Nur sehr viel gegen Wind. Nicht mal wegen seiner Politik, sondern wegen seines Alters und der damit einhergehenden, sprichwörtlichen Stolperer, Versprecher, Vergesser. Das ist sowas wie der Leberhaken für den Gegner. Und Trump spricht prompt vom krummen Joe Biden. Unter der Gürtellinie kontert Biden freilich nicht. Aber er versucht, Trump in die Ringseile zu drücken. Ein wichtiger Punkt ist noch immer Trumps Wahlniederlage und dessen Verantwortung für den Sturm auf das Kapitol. Respektieren Sie freie und faire Wahlen, stellen Sie das Vertrauen in unsere Institutionen wieder her und stellen Sie klar, politische Gewalt hat in unserem Amerika keinen Platz. Trump wirkt mit seinen 77 Jahren und seiner Polemik energischer als Biden. Joe Biden ist ein US-Politiker der alten Garde, diplomatisch versiert. Wer die US-Wahlen als Schaukampf betrachtet, wettet womöglich auf Trump. Wer die USA weiter als Staat ernst nehmen möchte, vermutlich dagegen. So, wir erinnern uns, vergangene Woche ein Anschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werks in Grünheide bei Berlin. Heute war der Chef Elon Musk höchstpersönlich vor Ort, hat sich einen Eindruck verschafft über das, was in der Zwischenzeit passiert ist und was denn dann seit dem Morgen wieder geht, nämlich die Produktion. Kurz vor Mittag tauchte er auf. Die Belegschaft drängte die Handys in die Höhe. Nach einem tagelangen Stromausfall ist er seit zwei Tagen Tesla wieder am Netz und hat mit der Produktion am heutigen Morgen begonnen. Das Unternehmen, das US-Unternehmen schätzt den Schaden des Produktionsauffalls auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig bis Freitag. So, Paul Klintzing, der ist am Tesla-Werk in Grünheide. Und hast du ihn gesehen, den Elon? Das war ja wirklich nur einmal rein und durch und vorbei. Ja, sozusagen. Und deshalb habe ich ihn leider auch nicht persönlich sehen können. Wie du auch sehen kannst, sind wir sozusagen, also wir Journalisten, nur Zaungäste. Und ich kann einmal aus dem Bild gehen. Hier hat das Ganze dann auch stattgefunden. Es wurde extra ein Zelt aufgebaut. Und Elon Musk kam dann hier an und wurde auch lautstark begrüßt. Es gab viele Rufe, das hat man hier noch hören können. Aber es gab auch eine aktive Recherchebehinderung, kann ich auch sagen. Denn ein Tesla-Fahrzeug wurde hier vor uns platziert und dann lautstark aufgedreht mit Musik. Heißt, wir konnten von der Rede von Elon Musk nichts mitbekommen. Aber ein Bild ist dann nach außen gedrungen und man hat gesehen, dass Elon Musk sogar seinen Sohn mit dabei hatte. Aber das Ganze war nicht ein netter Vater-Sohn-Reise nach Deutschland, sondern er hatte natürlich ein ernsthaftes Thema mit im Gepäck. Und das war natürlich der Anschlag vor gut einer Woche auf diesen Strommast. Mittlerweile läuft alles, aber das hat ganz große wirtschaftliche Folgen für das Unternehmen. 50 bis 100 Millionen, Entschuldigung, 50 bis 60 Millionen Euro pro Tag kann das schon mal kosten, wenn das Werk nicht läuft. Heißt, ein sehr großer wirtschaftlicher Schaden für Elon Musk. Und jetzt wollte er hier einfach nochmal seine Mitarbeiter motivieren und zeigen, dass er trotzdem hinter dem Standort Deutschland steht und auch hinter seinen Mitarbeitern. Ob er jetzt noch weitere Gespräche führt mit anderen politischen Persönlichkeiten hier in Deutschland, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Auf jeden Fall steht fest, dass Elon Musk morgen auch schon wieder einen Termin hat, aber in Amerika für sein anderes Unternehmen SpaceX. Denn da steht auch eine sehr spannende Veranstaltung jetzt bevor, nämlich ein Launch. Und den will wahrscheinlich Elon Musk, der Chef, nicht verpassen. Paul Glensing, recht vielen Dank nach Grünhalle. Wir schauen aufs Wetter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, Maira, schön, dass du da bist. Du hast uns bestimmt den Frühling mitgebracht. Ganz genau. Das ist schön. Oder? Heute doch schon mal sehr schön in Berlin und Umgebung, beziehungsweise eigentlich in der gesamten Osthälfte. Milde Temperaturen, ich war gerade draußen. Und das mit den Temperaturen geht so weiter. Ansonsten werden wir morgen dann doch noch mit ein bisschen Regen zu tun haben. Aber nicht schlimm. Ist das auch völlig okay. Finde ich auch. Oder? Danke. Bitte. Dankeschön. Die Einzelheiten. Ansonsten kann man eigentlich nicht meckern. Heute ist man ja schon in unserer Osthälfte auf der Sonnenseite. Und morgen wird es für alle dann eigentlich der schönste Tag der Woche, kann man sagen zumindest. Am Nachmittag kommt dann nämlich die Märzsonne zum Zug, so wie heute schon in Dresden beispielsweise an der Elbe, wo man seit heute früh diesen blauen Himmel genießen kann. Im Westen, wie hier in Kochem, heute noch das ganze Gegenteil. Dichter Hochnebel lackiert, bleischwer vormittags noch über der Mosel. Und aus der Nacht heraus wird es morgen Vormittag dann noch von der Ostsee bis nach Franken leicht regnen. Von Niedersachsen bis zum Bodensee geht es dagegen mit einem Mix aus Nebelwolken und Sonnenschein in den Tag. Und am Nachmittag wird es dann von Westen her immer netter. Nur von der Ostsee her über die östliche Mittelgebirge bis hin zu Oder wird es doch längere Zeit bedeckt sein. Von der Nordsee bis zu den Alpen kann dagegen die Märzsonne ja ihre volle Kraft entfalten. Und somit geht es mit den Höchstwerten auch ordentlich aufwärts. Auf oftmals 17, 18 Grad. Köln und Stuttgart schaffen 19, der Breisgau sogar 20. Am Freitag wird es dann nochmals ähnlich mild, verbreitet allerdings wechselhaft mit einigen Schauern oder vereinzelten Gewittern. Und das ist dann auch der Trend für das Wochenende. Allerdings davor können wir uns ja nochmals auf den morgigen Tag so richtig freuen. Sieht aber auch schlimmer aus, als es ist. Es sind wirklich nur einzelne Schauer oder auch Gewitter. Jetzt habe ich den Donnerstag gar nicht mehr gesehen. Also mir kommt das ja, ich werde morgen ein bisschen... Ja, morgen Nachmittag. Auf jeden Fall. Marjana, danke für's Wetter. Gerne. Ja, warme Temperaturen. Und gleich Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer lädt zum Wintersportgipfel. Wieso Wintersport? Liegt schon länger kein Schnee mehr in den Mittelgebirgen in Deutschland, weil es eben zu warm ist. Schwerpunkt ist die vergangene Saison, in der es eben auch zu wenig Schnee gab. Darüber wollen wir gleich sprechen. Bleiben Sie dran. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749. Und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstadt, Kriviri, hat der ukrainische Präsident Zelenskyj Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Und weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Rund 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basternein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Willkommen zurück bei Welt. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen setzt die Verhandlung über eine Berufungsklage der AfD gegen ihre Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall heute fort. Auch, ob es heute ein Urteil geben wird oder neue Sitzungstermine gesucht werden müssen, das ist noch offen. In den Berufungsverfahren geht es im Kern um die Frage, ob der Verfassungsschutz die AfD beobachten darf. Das Bundesamt mit Sitz in Köln hatte die Partei im Jahr 2021 als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Seitdem darf sie mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. Die AfD klagte gegen diese Einstufung zunächst erfolglos. Gegen das Urteil legte sie Berufung ein. So, Frage des Tages hat auch mit dem Thema zu tun. Und die lautet, heute wie folgt ist die AfD ihrer Meinung nach eine rechtsextreme Partei. Das Ergebnis gibt es ab 18 Uhr hier in der Welt am Abend. Zu einem sogenannten Wintersportgipfel lädt heute Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer von der CDU in seinen Amtssitz in Dresden. Ein Schwerpunkt, die vergangene Saison, in der es deutlich zu wenig Schnee gab. Es sollen Konzepte für die Zukunft des Spitzenwintersports und die mittelfristige Strategie der Orte beraten werden. Bei den Diskussionen, dabei sind Vertreter der Sächsischen Sportverbände und Vereine die Landräte und Bürgermeister der Wintersportregionen. Außerdem der für Sport zuständige Innenminister Armin Schuster. Ja, und Lutz Stordl, der steht auf dem Fichtelberg. Pralle Sonne, aber weit und breit kein Schnee. Nun könnte man sagen, ja okay, 13. März, da ist auch langsam gut, aber es war nie gut mit dem Schnee in den vergangenen Saisons. Also, soweit man sich erinnern kann. Tatsächlich nur Anfang Dezember, da fiel reichlich Schnee. Aber hier ist es tatsächlich so, dass auf dem Fichtelberg, also seit Mitte Februar, der Skibetrieb im Grunde komplett eingestellt ist. Und das ist natürlich für die Region, für den Ort, für den Winter hier ein großes Problem. Bei mir steht einer, der wie kaum ein anderer das alles einschätzen kann. Jens Weißflug, Skisprunglegende, Hotelier seit 1996 hier. Wenn Sie diese Kahlenberge sehen, ein merkwürdiges Gefühl? Ja, blutet schon ein bisschen das Herz. Wenn man jetzt Mitte März, haben wir heute die Sommerstühle rausgestellt oder Terrassenstühle. Das haben wir am 13. März noch nie getan, aber man findet quasi Alternativen. Und es war natürlich so, dass die Gäste traurig waren, dass kein Schnee war und dass sie teilweise die Skier zu Hause lassen konnten oder mussten. Es haben aber viele sportlich genommen, das muss man auch sagen. Sportlich in dem Sinne, dass sie den Ort mal kennengelernt haben. Sonst war es gewissermaßen nur die Skipiste. Jetzt war es mehr die Umgebung der Ort und man hat aus dem Winter quasi oder im Winter Alternativen gesucht. Ja, ist das nun einfach nur Wetter und der nächste wird wieder besser oder muss man sich langsam Gedanken machen, wie man hier Tourismus überhaupt noch aufrechterhalten kann im Winter? Langfristig muss man sich Gedanken machen. Das steht nicht außer Frage, sondern das ist einfach die Realität. Aktuell und das zeigen wirklich auch die letzten zehn Jahre, ist so ein Winter die Ausnahme. Vor zehn Jahren sah es mal so aus, zumindest im Januar. Der Rest war dann wieder gut und ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir auf alle Fälle noch Winter haben, wo wir Skifahren können. Wie lang das ist in der jeweiligen Saison, das wird in die Zeit zeigen und wir müssen uns auch wintertouristisch darauf einstellen. Auch was die Beschneiung betrifft, sicherlich nochmal nachjustieren in den Zeiten, wo man beschneien kann. Dass man intensiv beschneit, dass man für die Zeit, wo man das machen könnte, dann eben auch die Bedingungen zur Verfügung hat. Und ansonsten weiß ich nicht, ob der Mountainbiker schon dazu Lust hat, jetzt in dieser vielleicht auch etwas noch trostlosen Landschaft Rad zu fahren. Aber der Urlauber sucht sich dann Alternativen, das sehen wir aktuell so. Er schaut sich die Umgebung mehr an, er macht mehr Ausflüge, schaut sich den Ort an und genießt einfach auch den Urlaub zur Erholung. Nun ist es ja trotzdem ein Problem für die Gastronomie, wenn man jetzt durch den Ort geht. Da ist nichts, es sind kaum Touristen da. Aber das wirkt sich ja auch, auch wenn die Lifte stillstehen, dort werden Verluste eingefahren. Kann man wirklich im Winter einen Gegenpol aufbauen? Fahren Leute im Winter hierher, wenn kein Schnee ist, bloß weil es andere Angebote gibt? Also langfristig wird das ein Problem werden, das muss man einfach so sehen. Wir sehen es aktuell, dass natürlich die Nachfrage auch nach kurzfristigen Reisen nicht da ist. Und da ist es, glaube ich, ganz schwer, da ein Gegenangebot zu schaffen. Dort werden wir wahrscheinlich auch, wenn das die Dauer sein sollte, mit einer geringeren Wertschöpfung rechnen müssen. Weil dann wird quasi die Hauptsaison, die wir zurzeit eigentlich hätten, zur absoluten Nebensaison. Und dort muss man dann auch mit Nebensaisonpreisen wahrscheinlich leben müssen. Aber das zeigt die Zukunft. Wir können aktuell, zumindest für mein Haus, immer noch davon sprechen, dass wir treue Gäste haben. Auch mit relativ wenig Stornierungsraten. Also aktuell ist das Hotel noch nahezu ausgebucht. Aber das sind alles Buchungen, die natürlich seit langer Zeit gemacht wurden und die auch teilweise mit Schnee gerechnet haben. Herr Weißflug, schönen Dank. Ein Problem bleibt natürlich gerade hier auch für die Sportler. Es gibt eben am Wochenende tatsächlich noch einen Langlaufwettkampf. Da hat man versucht, mit Schnee, den man aufbewahrt hat über Wochen, eine Piste aufzubauen. Das sieht alles sehr dünn aus und sehr karg da oben. Also der Sport leidet, auch der Leistungssport. Und da muss man eben wirklich schauen, wird der nächste Winter irgendwie besser? Oder muss man sich an solche Zustände gewöhnen, was hier tatsächlich keiner will? Höchstwahrscheinlich. Luz Staudl, recht vielen Dank. So, das war nicht einfach nur ein Pokalspiel. Nee, das war schon eine Sensation, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Drittligist, der 1. FC Saarbrücken hat mit Borussia Mönchengladbach gleich den nächsten Bundesligisten aus dem DFB-Pokal. Ja, das ist einfach unbeschreiblich jetzt. Wir sind im Halbfinale. Der Pokalschreck macht es schon wieder. Grenzenloser Jubel beim 1. FC Saarbrücken. Der Fußball-Drittligist schlägt den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und steht damit im Halbfinale des DFB-Pokals. Ja, ich glaube, es ist schon wie die letzten Spiele. Sehr, sehr schwierig, jetzt irgendwas zu sagen. Also gerade nach dem Abpfiff hatte ich einfach nur Gänsehaut gehabt, aber nicht, weil mir kalt war. Ja, es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Und das wieder mal nach einer unbeschreiblichen Wasserschlacht, nach der frühen Führung der Gladbacher gleich Saarbrücken im Gegenzug direkt aus, um in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Als ich dann im Spiel mal mit Manu Zeitz geredet habe, habe ich auch gesagt, vielleicht müssen wir all in gehen, um halt in den letzten Minuten noch ein Tor zu machen. Aber ich meine, wir haben es ja auch bis dahin sehr gut verteidigt und hätten auch sagen können, wir gehen in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Ja, aber am Ende ist ich einfach glücklich, dass es so gekommen ist. Im Halbfinale trifft Saarbrücken nun auf den Zweitligisten Kaiserslautern. Im Pokalfinale in Berlin würde dann Leverkusen oder Düsseldorf warten. Erstmal haben wir noch ein Halbfinale vor uns, ein wichtiges. Das wird auch ein schweres Stück Arbeit und ich glaube, da ist erstmal der Fokus drauf. Aber erstmal heute Abend ist der Fokus auf etwas anderes. Für Borussia Dortmund geht es heute Abend um den Einzug in das Viertelfinale der Champions League. Der Gegner ist PSV Eindhoven aus den Niederlanden. Im Rückspiel muss der BVB verletzungsbedingt auf Stürmer Sebastian Haller sowie den gesperrten Verteidiger Nico Schlotterbeck verzichten. Und Nationalspieler Mats Hummels hat dagegen gute Chancen zurück in die Startelf zu rutschen. Das Hinspiel in Eindhoven endete ja umstritten 1 zu 1 unentschieden. BVB-Trainer Edin Terzic ist guter Dinge vor heimischem Publikum die Runde der letzten 8 zu erreichen. Für den Moment war es das von mir. Gleich die Börse am Mittag hier mit Dietmar Deffner. Der DAX knackt die 18.000-Punkte-Marke. Wie es jetzt weitergeht, das fragt Dietmar Deffner gleich den Charttechniker Jörg Scherer. Außerdem VW legt seine Bilanz vor. Einschätzungen auch dazu gleich hier bei Welt. Und 13 Uhr nicht vergessen, Regierungsbefragung des Bundeskanzlers Olaf Scholz live bei Welt. Bleiben Sie dran. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749. Und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat, Kriviri, hat der ukrainische Präsident Zelenskyj Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketeneingriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Zivilisten wurden verletzt. Darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge. Streiken betroffen sind die Abflüge in Münchenrunden. 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwort-Szenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grämmen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft dem vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer. Immer hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tesla-Schleif Elon Musk offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Noch ist das vom E-Autobauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem Tag langen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig bis kommenden Freitag. Herzlich willkommen zur Börse am Mittag. An der Frankfurter Börse knallen mal wieder die Sektkorken. Der DAX hat am Morgen erstmals in seiner Geschichte die Marke von 18.000 Punkten übersprungen. Für Euphorie an den Börsen sorgten die Hoffnungen auf fallende Zinsen, dies und jenseits des Atlantiks und sprudelnde Firmengewinne. Nach seinem Rekordlauf der vergangenen Wochen sprang der Deutsche Leitindex kurz nach Handelseröffnung in der Spitze 0,2 Prozent auf ein Allzeithoch von 18.000 und einem Zähler. Und hier haben wir das Bild nochmal in seiner ganzen Schönheit. Und dazu begrüße ich den technischen Analysten Jörg Scherer. Scherer, wie wichtig ist denn diese Marke von 18.000 Punkten? Ja, Herr Defner, erstmal ist die 18.000 wirklich nur eine Marke, eine runde, eine psychologische und deswegen auch eine, die den oder denen die Charttechniker immer eine besondere Bedeutung beimessen. Aber für mich viel wichtiger ist die Tatsache, dass der DAX ein neues Allzeithoch verbuchen konnte. Und dazu passt auch, dass zuletzt ja wirklich kleinste Rückschläge immer wieder gekauft wurden. Und beides in Kombination sind wirklich starke Indizien für einen starken Trend und korrekterweise müsste ich sagen für einen starken Aufwärtstrend. Und in welche Höhen kann dieser starke Aufwärtstrend den DAX denn noch führen? Ja, also erstmal sind wir ja in einem Bereich Stichwort neue Allzeithochs, den wir vorher nie gesehen haben. Von daher sind Kursziele gar nicht mehr so leicht zu ermitteln. Ich will es mal dennoch versuchen, wenn man den DAX ein bisschen breiter analysiert, ein bisschen längerfristig betrachtet, dann kann die Kursentwicklung des vergangenen Jahres, des Jahres 2023 als Schiebezone interpretiert werden. Das ist ein klassisches Trend bestätigendes Kursmuster, also eins, das auf weiter steigende Notierungen schließen lässt. Und aus der Höhe ergibt sich ein Kurspotenzial von 18.400 Punkten. Entsprechend hätten wir noch ein bisschen Luft gegen Norden. Aber, und das ist auch immer so ein bisschen der mahnende Zeigefinger bei neuen Rekordständen, da ist die Stimmung gut, da kommt auch vielleicht so ein bisschen Euphorie auf. In solchen Situationen kann die technische Analyse auch ein wichtiges Hilfsmittel darstellen und eine Ermahnung für Anlegerinnen und Anleger liefern. Nicht zu optimistisch zu sein, das Risiko nicht zu unterschätzen und deswegen haben wir auch eine klare Stop-Loss-Marke heute mitgebracht. Die Tiefs bei 17.600 Punkten sollte der DAX tun, ließ nicht mehr unterschreiten und die Marke können Anlegerinnen und Anleger entsprechend heranziehen zur Gewinnsicherung. Sagt Jörg Scherer. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Volkswagen hofft auf neue Modelle und rechnet insbesondere bei den Elektroautos im laufenden Jahr mit einer steigenden Nachfrage. Das Unternehmen erwartet, dass die Auftragseingänge in Westeuropa dank der neuen Modelle in den kommenden Monaten an Fahrt aufnehmen werden. Das gelte ebenso für die Elektroautos, die bereits auf dem Markt seien. Volkswagen hatte zuletzt den ID.7 auf den Markt gebracht. Der Autobauer hatte zuletzt einen gedämpften Ausblick auf 2024 gegeben und ein Umsatzplus von bis zu 5 Prozent vorausgesagt, nach einem Anstieg von 15 Prozent im vergangenen Jahr. 2024 wird in Bezug auf neue Produkte ein regelrechtes Rekordjahr. Wir bereiten uns auf die größte Produktoffensive in der Geschichte des Volkswagen-Konzerns vor. Mehr als 30 Modellneuheiten über alle Marken wollen wir in diesem Jahr an den Start bringen. Wir freuen uns über viele Highlights, mit denen wir uns in die Spitze des Wettbewerbs positionieren wollen. Einige neue Modelle haben wir bereits kommuniziert. Der Volkswagen ID.7 Tourer, der ID.Bus Longwheelbase, der Volkswagen Golf, der Skoda Octavia, der Cooper Tabascan, der vollelektrische Porsche Macan, den wir hier auch ausgestellt haben, der Audi Q6 e-tron. Und dazu begrüße ich Elisabeth Beermann von Bloomberg News. Ich grüße Sie. Sie ist Ressortleiterin Automobile bei Europa, bei Bloomberg News eben. Ja, Frau Beermann, wenn man jetzt wieder auf steigende Absätze bei E-Autos hofft, ist das eher Zweckoptimismus angesichts der Nachfrageschwäche, insbesondere nach elektrischen Neuwagen und auch der Diskussion über den Kippen des Verbrennerverbots in Europa? Ja, Sie haben es angesprochen, der Elektroautomobile-Hochlauf wackelt ein bisschen und Volkswagens Antwort darauf ist eine große Modelloffensive. In letzterer Zeit hat Volkswagen in der Hinsicht eher negative Schlagzeilen gemacht. Es klappte nicht so recht mit der Software, in China auch nicht. Und mehrere Modelle, insbesondere der E-Mark Hahn oder auch der Audi Q6 e-tron, sind nur sehr verspätet angelaufen. Dies versucht Volkswagen jetzt hoffentlich wieder geradezuziehen. Aber wie gesagt, sind die Rahmenbedingungen deutlich schwieriger. Eine Sache, die ich sehr interessant fand bei der Jahrespressekonferenz, auf die Oliver Blume auch eingegangen ist, sind eben die Rahmenbedingungen, die eben auch stimmen müssen, damit das Ganze ein Erfolg wird. Und diese sind Stichwort Ladeinfrastruktur oder eben auch die jetzt wieder aufkommende Diskussion, wie sinnvoll es denn überhaupt ist, aus den Verbrennern auszusteigen in der EU 2035. Da gab es eine ganz klare Message von Herrn Blume. Er hat gesagt, wir wollen kein Aufweichen dieser Ziele für 2035. Dafür ist schlichtweg viel zu viel Geld schon versenkt worden. Wir brauchen einen Schulterschluss von Politik, von den Kommunen. Und er stellt auch ganz klar in Frage, wie sinnvoll es denn ist, auf dem Weg dorthin die Industrie eben dann auch noch einmal mit drohenden Strafzahlungen zu belasten, falls es eben manchmal ein wenig Zick-Zack-Kurs zu diesem Ziel gibt. Ein Sparprogramm soll bei VW allein dieses Jahr 10 Milliarden Euro einbringen. Wird das reichen, um sich im Preiskrieg gegen Tesla oder chinesische Angreifer wie BYD zu behaupten? Das ist ein ganz zentrales Thema für VW und jeder, der VW schon seit einiger Zeit mitverfolgt, weiß ganz genau, es gab schon viele Versuche in diese Richtung und doch eher mit gemischten Erfolgen. Man will bei der VW-Marke die Marge verdoppeln. Das ist eine ziemlich klare Ansage. Es gibt erste Erfolge. Letztes Jahr stieg die Marge auf 4,1 Prozent. Das ist klasse. Allerdings muss man sagen, dass letztes Jahr natürlich auch die Preislage bei den Automobilverkäufen noch sehr, sehr gut war. Dieses Jahr wird das Ganze deutlich schwieriger. Die Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen sind einfach sehr viel schwächer geworden. Und was heißt das alles für die Aussichten der Volkswagen-Aktie? Ja, derzeit liegt der Marktwert bei wirklich sehr niedrigen 65 Milliarden Euro. Wenn man sich an das Jahr 2021 mal erinnert, da stand Herr Dies auf der Bühne und strebte eine Marktbewertung von 200 Milliarden an. Da sind wir natürlich wirklich ein riesengroßes Stück weit von entfernt. Und auf der Basis könnte man natürlich sagen, ja, hier ist noch sehr viel Luft nach oben. Und auch im Vergleich zu anderen Herstellern, die in einem ähnlichen Bereich wie VW fungieren, ist VW da eher unteres zu ritteln. Allerdings, wie angesprochen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich deutlich verschlechtert und VW muss auch wirklich schlicht Überzeugungsarbeit leisten. Dass es dieses Mal mit dem Sparkurs klappt und dass es auch keine Wiederholungen gibt, was zum Beispiel die Softwarethematik angeht. Und auch China bleibt ein zentrales Thema. Man will hier aufschließen, aber Finanzvorstand Antlitz betonte heute, vor 2026 wird man keine Marktanteile zurückgewinnen. Sagt Elisabeth Bergmann. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Und mehr zum Börsengeschehen dann wieder, beziehungsweise wir haben ja noch was. Wir haben ja noch was. Zalando, kannst du vergessen was? Also es gab nämlich noch mehr Zahlen heute, zum Beispiel von Zalando und die Punkten mit ihrem mittelfristigen Ausblick. Und da gibt es für die Aktie 14 Prozent nach oben. Schrei vor Glück, die Devise heute für Anleger. Außerdem gab es auch noch E.ON. Auch da das Bild, der Ausblick überzeugt. Auch da geht es für die Aktie deutlich nach oben. Aktuell um 6 Prozent. Und Adidas, die sind noch ein bisschen auf Richtungssuche. Die haben ja auch schon Zahlen vorgelegt, heute die endgültige Bilanz. Und da ging es erstmal doch deutlicher in den Keller heute. Da haben zeitweise die noch hohen Lagerbestände in den USA verunsichert. Aber jetzt berappelt sich die Aktie wieder und stößt in die Pluszone vor. Und mehr zum Börsengeschehen dann ausführlich in der Börse am Abend um 17.45 Uhr. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749. Und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat Kriviri hat der ukrainische Präsident Zelenskyy Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Und weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in Münchenrunden. 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hochhergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basternein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft ihm vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tesla-Schleif Elon Musk offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Noch ist das vom E-Auto-Bauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im Laden. Naja, das Weltstudio, das hat schon Größe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war selbst eine Einstellung, die mich jetzt fasziniert hat. Willkommen bei Welt und wir schauen mal in den Deutschen Bundestag. Und warum tun wir das? Weil es da in fünf Minuten losgeht. Und zwar die Befragung des Bundeskanzlers Olaf Scholz, die Regierungsbefragung. Die Damen und Herren, die langsam Platz nehmen, pünktlich um 13 Uhr geht es los. Wir werden uns das mal anhören, weil, Leonie von Rando, du bist im Deutschen Bundestag und du wirst ja auch zu hören, das dürfte alles andere als ein Kindergeburtstag werden, diese Regierungsbefragung des Bundeskanzlers, denke ich mal. Das denke ich auch, Thomas. Man kann sogar ganz sicher sein, dass die Opposition den Kanzler hier nochmal richtig grillen wird. Es wird vor allen Dingen ja wieder um das Thema Taurus-Lieferung gehen. Morgen will ja die Union ihren Antrag zu einer Lieferung von Taurus in den Deutschen Bundestag einbringen. Und das hat ja für tagelange heftige Diskussionen gesorgt, weil ja eben auch einige Abgeordnete der Ampelkoalition offensichtlich planen, für diesen Unionsantrag zu stimmen, insbesondere FDP-Abgeordnete rund um Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ja eine der Hauptbefürworterinnen einer Taurus-Lieferung ist. Und der Kanzler, der weigert sich ja aber weiterhin und hat ja auch gerade eben erst noch einmal unterstrichen, nein, es gibt keine Taurus-Lieferung. Man muss allerdings sagen, dieses Basta, das ist wirklich Verhalt, denn die Diskussionen, die gehen ja munter weiter. Und deshalb wird die Opposition ihn hier auch heute wieder vor sich her treiben. Und sie wird ihn sicherlich auch damit aufziehen, davon kann man ausgehen, dass eben er auch ein bisschen Führungsstärke vermissen lässt. Denn mit seiner Position kann er sich ja bei FDP und Grünen offensichtlich nicht durchsetzen, auch wenn die ja jetzt doch auch noch mal gemahnt haben, dass man sich hier an das gemeinsame Koalitionsabstimmen halten sollte. Neben der ganzen Taurus-Debatte, könnte denn da noch mehr auf der Tagesordnung liegen? Könnte da dem Kanzler weiteres blühen? Ich meine, es läuft ja in wenigen Bereichen wirklich komfortabel für Olaf Scholz, den wir jetzt übrigens gerade live hier im Bild sehen. Und man kann sagen, noch lächelt er, ob das die Stunde so bleiben wird. Wir werden es erleben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich muss mal gucken hier auf dem kleinen Schirm im Tisch. Ja, welche Themen könnten denn noch angesprochen werden? Also es ist gut denkbar, dass natürlich auch andere Themen hier noch mal zur Sprache kommen könnten. Also auch das Thema Migration beispielsweise. Es kam ja gerade die Meldung, dass es bei der Bezahlkarte, die ja eigentlich geplant wird für Migranten, jetzt offenbar doch wieder ein Hindernis gibt. Es soll doch nicht diese Woche schon darüber abgestimmt werden, weil die Grünen das offensichtlich nicht wollen, weil sie eben noch weitere offene Fragen klären wollen. Wenn möglich also, dass das noch mal ein Thema ist, zumal ja auch neue Zahlen gekommen sind, wie viele Asylanträge es in den ersten zwei Monaten dieses Jahres eben schon gegeben hat. 50.000 waren es nämlich, das hat Friedrich Merz gestern nach seinem oder in seinem Statement vor der Fraktionssitzung ja noch mal zum Thema gemacht. Es wird ganz sicher aber auch weiterhin insgesamt um das Bild der Ampel gehen, denn die gibt ja immer noch ein sehr gespaltenes Bild ab. Die Umfragewerte, die sind weiterhin im Keller und das macht vielen natürlich Sorge, auch mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen im Osten und auf die immer noch vorhandene Stärke der AfD, auch wenn die in Umfragen ja ein kleines bisschen zurückgegangen ist. Also viele Themen dieser Art werden bestimmt hier auch noch mal aufgegriffen werden. Aber ich glaube, das Thema, was eben doch im Zentrum steht, weil es so virulent war in den vergangenen Tagen, das wird Taurus sein. Zumal ja jetzt eben auch noch die Meldung kam, dass es am Freitag ein Treffen geben wird von Donald Tusk, also dem polnischen Staatschef zusammen mit Olaf Scholz und Emmanuel Macron, Frankreichs Staatspräsidenten. Also im Format des sogenannten Weimarer Dreiecks will man zusammenkommen und eben insbesondere auch über eine weitere Unterstützung für die Ukraine sprechen. Und da hat es ja große Differenzen zwischen diesen drei Ländern gegeben, insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich. Leonie, nun ist es ja so, und damit sind wir klar beim wichtigsten, beim Hauptthema, Taurus-Lieferung an die Ukraine, ja oder nein. Nun ist es ja so, dass auch die Begründungen des Kanzlers über die Monate, ich nenne es mal variabel gewesen sind. Dahinter stand aber immer ein klares Nein. Jetzt gibt es ja den Vorschlag, der auch von der Bundesaußenministerin unterstützt wird, und der ist auch schon ein paar Wochen, ein paar Monate alt, der Briten, die gesagt haben, okay, wir nehmen den Taurus und dafür kriegt die Ukraine anderes Material. Gibt es denn da irgendeine Haltung des Kanzlers dazu? Auch dafür kann sich Bundeskanzler Olaf Scholz offensichtlich nicht erwärmen. Also die Überlegung, die du jetzt eben skizziert hast, ist ja die, dass Großbritannien, was ja jetzt schon ein Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow an die Ukraine liefert, beziehungsweise geliefert hat, von Deutschland Taurus-Marschflugkörper bekommen würde, um dann seinerseits eben mehr Storm Shadows an die Ukraine zu liefern. Und so müsste also sozusagen Deutschland eben nicht direkt an die Ukraine Marschflugkörper... Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Die Sitzung ist eröffnet. Die Sitzung ist eröffnet und wir sind live im Deutschen Bundestag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Interfraktionell ist vereinbart worden, die Tagesordnung, um die in der Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte zu erweitern. Von der Frist für den Beginn der Beratung soll soweit erforderlich abgewichen werden. Die Tagesordnungspunkte 5, 18, 25 sowie die Tagesordnungspunkte 7 Buchstabe b und 26 Buchstabe e werden abgesetzt. Tagesordnungspunkt 11 wird nach Tagesordnungspunkt 7 aufgerufen. Die weiteren Punkte der Koalitionsfraktionen verschieben sich entsprechend. Außerdem soll die Unterrichtung durch die Bundesregierung zur Holzbauinitiative auf Drucksache 19.7500 überwiesen werden. Vorgeschlagen zur Federführung ist der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Mitberatend sind der Wirtschaftsausschuss, der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, sowie der Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Schließlich mache ich auf eine nachträgliche Ausschussüberweisung im Anhang zur Zusatzpunkteliste aufmerksam. Ich sehe keinen Widerspruch, dann sind Sie damit so einverstanden, dann ist das so beschlossen. Der Abgeordnete Martin Reichert hat fristgerecht Einspruch gegen die beiden ihm in der 155. Sitzung erteilten Ordnungsrufe eingelegt. Beide Einsprüchen wurden nicht abgeholfen. Die Einsprüche werden als Unterrichtung verteilt. Gemäß § 39 der Geschäftsordnung sind die Einsprüche auf die heutige Tagesordnung zu setzen. Der Bundestag hat über die Einsprüche ohne Aussprache zu entscheiden. Die Entscheidungen über die Einsprüche werden als Zusatzpunkt 6 und 7 nach Tagesordnungspunkt 4, das ist nach jetzigem Stand gegen 18 Uhr, aufgerufen. Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 1, Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass heute der Bundeskanzler, Herr Olaf Scholz, zur Verfügung steht. Herr Bundeskanzler, Sie haben das Wort für Ihre einleitenden Ausführungen. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier ein paar Worte zu sagen. Ich will mich auf wenige Bemerkungen am Anfang beschränken, und dann werden wir gemeinsam die Fragen erörtern. Zunächst einmal, die Bundesregierung hat heute eine weitreichende Entscheidung getroffen zum Bürokratieabbau in Deutschland. Das Bürokratieentlastungspaket 4 ist auf den Weg gebracht worden. Und das hat... Das hat unmittelbare Entlastungswirkung von einer Milliarde. Wenn man das Gesamtpaket, das schon in Meseberg auf den Weg gebracht wurde, zusammenfasst, sind es 3 Milliarden mit vielen anderen Entlastungsmaßnahmen, noch viel mehr. Und das ist auch der richtige Weg, wie wir dazu beitragen, dass Tempo, Geschwindigkeit, aber auch der notwendige Fortschritt in unserem Land stattfinden kann. Bürokratieentlastung ist eine der großen Aufgaben der Bundesregierung, eines unserer großen Vorhaben. Und da haben wir heute einen großen weiteren Schritt vorangebracht. Ich will noch einmal in Erinnerung rufen, die große Verständigung zwischen der Regierung und den 16 Ländern in Deutschland über den Deutschlandpakt mit vielen, vielen Vorhaben. Insgesamt 100 weiteren Maßnahmen, die in Arbeit und Abarbeitung sind, in Regierung und Parlament. Auch das wird genau dieses Ziel weiter verfolgen. Vor kurzem hat die Bundesregierung auch auf den Weg gebracht, ihre Beratung, ihre Vorschläge zu einem weiteren Rentenpaket. Die Rente ist wichtig für Millionen Bürgerinnen und Bürger, die sie heute beziehen. Sie ist wichtig für diejenigen, die jetzt mit 17 die Schule verlassen, eine Berufsausbildung beginnen und sich vorgenommen haben, viele Jahrzehnte zu arbeiten. Und sie müssen ein paar Klarheiten von uns haben. Die eine Klarheit ist, dass es nicht darum gehen wird, immer weiter das gesetzliche Renteneintrittsalter anzuheben. Die andere Klarheit ist, dass sie sich auf das, wofür sie einzahlen, auch verlassen können. Und deshalb ist es für die Bundesregierung wichtig, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, das Rentenniveau zu stabilisieren, weit über 2025 hinaus. Das war eines der großen Versprechen vor der Wahl. Das ist eine Verständigung in der Regierungskoalition gewesen als Vorhaben für diese Legislaturperiode. Das wird jetzt geschehen. Wir stabilisieren das Rentenniveau langfristig und wir ergänzen das mit einem Generationenkapital, um zusätzliche Mittel zu mobilisieren, diese Stabilität von Rentenfinanzen auch zu organisieren, die notwendig ist für das, worauf man sich verlassen will, nämlich eine stabile Rente. Die Bundesregierung ist unverändert dabei, zusammen mit dem Deutschen Bundestag alles dafür zu tun, dass die Ukraine sich gegen den russischen Angriffskrieg verteidigen kann. Das ist wichtig. Und Deutschland ist vorne dabei. Wenn wir Europa anschauen, dann sind die militärischen Unterstützungen, die Waffenlieferungen, die Deutschland mobilisiert hat und in Aussicht gestellt hat, zusammen 28 Milliarden Euro, 30 Milliarden Dollar. Das ist mehr als alle anderen in Europa möglich gemacht haben. Und das gilt übrigens auch für das laufende Jahr, wo in dem Haushalt über 7 Milliarden Euro an Unterstützung für die Ukraine vorgesehen sind. Ich sage ausdrücklich, diese Unterstützung ist weiter notwendig. Es ist zentral, dass wir der Ukraine die notwendige Hilfe geben, damit sie sich verteidigen kann. Und das bedeutet, sie braucht weiter Munition, sie braucht weiter Waffen, die ihr geliefert werden. Sie braucht vor allem auch Luftverteidigung. Alles das leistet Deutschland. Und wir stehen zu diesem Beitrag und werden ihn dringend weiter mobilisieren. Ich will auch gerne den Stier bei den Hörnern packen und noch einmal ausdrücklich sagen, dass aus meiner Sicht es dringend notwendig ist, dass wir bei allen Entscheidungen, gerade wenn wir so viel unternehmen und wenn wir so viele Dinge auch auf den Weg bringen, es zentral bleibt, dass wir jede einzelne Entscheidung sorgfältig abwägen. Und Besonnenheit ist nicht etwas, was man als Schwäche qualifizieren kann, wie einige das tun, sondern Besonnenheit ist das, worauf die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land einen Anspruch haben. Und dazu gehört auch, dass es für mich ausgeschlossen ist, bei weitreichenden Waffensystemen solche zu liefern, die nur sinnvoll geliefert werden können, wenn sie auch mit dem Einsatz deutscher Soldaten auch außerhalb der Ukraine verbunden wären. Das ist eine Grenze, die ich als Kanzler nicht überschreiten will. Und deshalb habe ich mich so entschieden und meine Position in dieser Frage so dargestellt, wie Sie das kennen. Ich halte es für erforderlich, dass wir bei der Lieferung Waffen sicherstellen, dass es keine Beteiligung deutscher Soldaten gibt. Ansonsten will ich ausdrücklich dazu sagen, dass es aus meiner Sicht auch wichtig ist, dass wir das, was wir vorangebracht haben, dann auch umsetzen und dass wir uns unterhaken und dass wir eng zusammenarbeiten. Deshalb ist es für mich ein großer Moment gewesen, dass wir zuletzt bei der Zusammenkunft der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten untereinander, die ich besuchen konnte, noch einmal gemeinsam festgehalten haben, dass wir sehr weitreichende Zielsetzungen miteinander vereinbart haben, dass wir sehr weitreichende Beschlüsse gefasst haben und Gesetze auf den Weg gebracht haben, die mehr bewirken als alles, was in den letzten 20 bis 25 Jahren im Bereich Offenheit und Migration, aber auch im Bereich des Managements der irregulären Migration beschlossen worden ist. Das war ein Moment des Unterhakens von gemeinsamer Politik. Und ich finde, das sollte auch der Weg sein im Umgang mit solchen Herausforderungen wie der irregulären Migration. Es ist nicht richtig, immer wieder neu das Thema aufzurühren, sondern es ist jetzt wichtig, sich an die Arbeit zu machen und die vielen weitreichenden Gesetze Realität werden zu lassen, die wir jetzt im Deutschen Bundestag beschlossen haben und die die Länder mit uns gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Vielen Dank. Wir beginnen jetzt mit der Befragung. Ich weise alle noch einmal darauf hin, sich an die vorgeschriebenen Zeiten für die Fragestellung und auch übrigens für die Beantwortung zu halten, damit möglichst viele Fragen gestellt werden können. Das Wort hat zuerst aus der CDU-CSU-Fraktion Dr. Johann Wadephul. Jetzt geht es. Herr Bundeskanzler, ich möchte den Stier auch bei den Hörnern packen und die Gelegenheit nutzen, Sie endlich dazu fragen zu können, nachdem Sie es verabsäumt haben, am 22. Februar einer mehr als dreistündigen Debatte dieses Hauses beizuwohnen und dazu etwas zu sagen und auch keine Zeit hatten im Verteidigungsausschuss etwas zu sagen. Was ist jetzt Ihre wirkliche Erklärung dafür, dass Sie sich weigern, den Taurus zu liefern? Ist es der Einsatz, der notwendige, aus Ihrer Sicht notwendige Einsatz von deutschen Soldaten in der Ukraine, was die Luftwaffenoffiziere bestreiten? Ist es Ihre zweite Version, dass Sie die Kontrolle über den Einsatz nicht mehr hätten, was Sie vor einer Schülergruppe in Sindelfingen gesagt haben? Oder ist es noch weitergehend, dass Sie auch sagen, deutsche Soldaten dürfen der Ukraine auch in Deutschland, also außerhalb der Ukraine, wie Sie es gerade eben formuliert haben, nicht helfen? Das würde ja auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten hier in Deutschland infrage stellen. Können Sie das bitte aufklären? Schönen Dank für Ihre Fragen und dafür, dass ich die Gelegenheit habe, mit einer Ansammlung von Halbwahrheiten, die in der öffentlichen Diskussion verbreitet werden, um einen falschen Eindruck zu erwecken, aufzuräumen. Zu diesen Halbwahrheiten gehört zum Beispiel, dass viele, die ein gutes Wissen über die Details dessen haben, was andere machen und was wir machen, das immer weglassen, weil sie darauf gerechnet haben, dass darüber nie diskutiert wird und sie nicht dabei ertappt werden, wie sie vieles wissen, das sie haben, der Öffentlichkeit Deutschlands nicht weitersagen. Und deshalb auch die klare Aussage. Es handelt sich um eine weitreichende Waffe, die bis zu 500 Kilometer reicht. Und es ist eine Waffe, wo ich es nicht für verantwortbar halte, sie ohne die Beteiligung von deutschen Soldaten im Einsatz verfügbar zu machen. Sehr klar als Aussage. Das habe ich bei vielen Gelegenheiten wiederholt und wiederhole ich hier noch einmal. Wenn man das so sieht, geht es nicht darum, ob das in der Ukraine stattfindet oder ob die Einsatzplanung, die Zielbeteiligung bei der Auswahl der Ziele in Deutschland stattfindet. Und es ist auch lächerlich, dass dann mit der guten, umfassenden Ausbildung von Ukrainerinnen und Ukrainern in Deutschland in einen Topf zu werfen. Es geht um die Beteiligung daran, wohin gezielt wird, wohin geschossen wird und wohin getroffen wird. Und das sollte nicht mit deutschen Soldaten passieren. Ich als Kanzler habe die Verantwortung, zu verhindern, dass es zu einer Beteiligung Deutschlands in diesem Krieg kommt, wie es übrigens auch die Sicht aller anderen Verantwortlichen in Europa und in der NATO ist, die das gemeinsam mit mir so sehen. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Herr Bundeskanzler, ich versuche eigentlich mit Ihnen sachlich über das Thema zu reden. Und wir brauchen uns hier nicht vorwerfen, wer hier lächerliche Ausführungen macht oder nicht. Wir haben eine starke Verwirrung in Deutschland und auch bei den Verbündeten darüber, was für ihre Entscheidung maßgebend ist. Und für diese Verwirrung sind Sie bedauerlicherweise selbst verantwortlich. Und wenn ich jetzt Ihre Antwort zugrunde lege und Sie sagen, es müssten deutsche Soldaten, wenn nicht in der Ukraine, dann in Deutschland den Vorgang kontrollieren und überwachen, dann ist das eine Misstrauenserklärung an die Ukraine. Was bewegt Sie eigentlich, was bewegt Sie eigentlich, der Ukraine, der Sie ja gerade eben in Ihren Eingangsausführungen noch zugesichert haben, dass wir an Ihrer Seite stehen, was bewegt Sie eigentlich, dieses tapfere Volk und diese Armee, die sich bisher an alle Absprachen gehalten hat, ihr so zu misstrauen? Herr Kollege, die Bürgerinnen und Bürger haben Angst vor Ihnen. Die Bürgerinnen und Bürger haben Angst vor Ihnen, weil Sie natürlich Sorge haben, wenn Sie hören, dass verantwortliche Politikerinnen und Politiker mit psychologischen Kategorien Fragen, die mit Krieg und Frieden zu tun haben, zu bewerten versuchen. Und es ist etwas, wovor Bürgerinnen und Bürger sich Sorgen machen, wenn Besonnenheit und Abwägung als Zögerlichkeit und Feigheit oder sonst was beschrieben wird. Und es ist etwas, wovor sich die Bürgerinnen und Bürger fürchten, wenn zum Beispiel mit der Kategorie Vertrauen Sie denen oder nicht gefragt und diskutiert wird, obwohl es doch darum geht, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu garantieren. Und darauf habe ich ein Eid geleistet, Herr Kollege. Sie haben das Recht zu einer zweiten Nachfrage. Einfach wiederholen, und es geht jetzt hier nicht darum, das machen Sie zum zweiten Mal, den Fragesteller persönlich anzugreifen. Wenn es Ihnen gut tut, machen Sie es gerne. Es beantwortet nur die Frage nicht. Es beantwortet die Frage nicht, Herr Bundeskanzler. Warum halten Sie den Einsatz deutscher Soldaten, wenn nicht in der Ukraine, dann in Deutschland für notwendig? Warum vertrauen Sie nicht den ukrainischen Soldaten der ukrainischen Armee, dass sie dieses System genauso wie andere Waffensysteme verantwortungsvoll einsetzt und sich an alle Vereinbarungen hält? Diese schlichte Frage müssen Sie beantworten. Ich wiederhole meinen Vorhalt Ihnen gegenüber und will das ausblicklich sagen. Wir vertrauen der Ukraine. Deshalb ist Deutschland unter den europäischen Staaten mit Abstand der größte Lieferant von Waffen. Das ist ein großes Vertrauen. Und ich will ergänzen, die Ukrainerinnen und Ukrainer vertrauen auch Deutschland, weil Sie verstanden haben, es gibt keinen, der so viel und so verlässlich für Sie an Unterstützung gewährleistet hat in Europa wie dieses Land. Und es ist etwas ganz Bemerkenswertes, dass in dem Land, das das Allermeiste für die Ukraine tut in Europa, eine solche Diskussion stattfindet. Das ist ehrlicherweise auch der Aufgabe, die wir als Land in diesem Konflikt haben, nicht wirklich angemessen. Die nächste Frage stellt aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Dr. Konstantin von Notz. Es gibt, ich erkläre das gerade, keine Nachfragen. Es ist eine Kanzlerbefragung, das ist ein anderes Format. Das haben wir vereinbart mit den Fraktionen. Tut mir leid. Frau Präsidentin, vielen Dank. Herr Bundeskanzler, guten Tag. Herr Bundeskanzler, es hat in dieser Woche eine bemerkenswerte und sehr beunruhigende Veröffentlichung des Spiegels und des Standards und des ZDFs gegeben zu den Hintergründen von Wirecard und Jan Mas Hallek. Und ich würde Sie bitten, eine Einschätzung der Bundesregierung bezüglich dieser Rechercheergebnisse zu geben. Es ist dringend erforderlich, dass wir alle Aufklärungsmöglichkeiten nutzen, dass die Sicherheitsbehörden des Landes mit ihrer Aufklärungsarbeit vorankommen. Und natürlich ist es auch Aufgabe der zuständigen Justiz-Einrichtung, in den Verfahren, die dort im Gange sind, alles zur Aufklärung beizutragen. Aber es gebietet sich aus der Natur der Sache, dass ich Ihnen über die Details dieser Veröffentlichung und die Einschätzung der Dienste hier an dieser Stelle nicht mehr Konkretes sagen kann. Aber es ist etwas, das sehr bemerkenswert ist, wie Sie zu Recht gesagt haben, und was auch mit Nachdruck verlangt, dass wir all den jeweils dort erhobenen, also ausgeführten Informationen nachgehen. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Herzlichen Dank. Nach der Einschätzung der Dienste hatte ich gar nicht gefragt. Aber ich habe das so verstanden. Mich würde tatsächlich interessieren, Herr Scholz, wie Sie darauf gucken. Und wir sehen in dieser Woche, gerade war das ja Teil dieser Diskussion, illegitime Einflussnahme durch Hacks und Leaks. Wir sehen Anschläge auf die kritische Infrastruktur. Wir merken der Informationskrieg, aber auch Sabotageaktionen. Einfach sozusagen das Angreifen unseres Rechtsstaats und der Demokratie. Das ist tatsächlich und es läuft jetzt. Was sind die Strategien der Bundesregierung? Ich sage mal, Stichwort kritisches Dachgesetz und anderes, um sich dagegen als Rechtsstaat wehrhaft zu behaupten. Schönen Dank auch für die Nachfrage, weil das ist ja genau das, worum es geht. Und das ist ein ernstes Thema. Ich glaube, dass wir uns überhaupt nichts vormachen dürfen. Die Bedrohung, auch durch das, was an nachrichtendienstlicher Tätigkeit, was an Desinformation stattfindet, durch das, was an Gefährdung unserer kritischen Infrastruktur stattfindet, ist sehr hoch. Und deshalb muss das eine viel größere Aufmerksamkeit bekommen, als es in den letzten Jahren und Jahrzehnten bekommen hat. Deshalb muss es auch für alle in Deutschland, den Bundesstaat, die 16 Länder, viele, die anderswo Verantwortung haben, für kommunale Einrichtungen, für Unternehmen von zentraler Bedeutung sein, dass sie sich in dem Sinne abwehrbereit machen und unterstellen, dass sie solchen Bedrohungen, auch hybriden Bedrohungen, ausgesetzt sind. Mit dem Kritis-Dach-Gesetz, das wir planen, mit verschiedenen anderen Maßnahmen, die wir zum Ausbau unserer Überwachungsmöglichkeiten von Angriffen auf unsere kritische Infrastruktur unternehmen, versuchen wir, den Beitrag zu leisten, den unser Land richtigerweise leisten muss. Und es wird uns noch viele Jahre viel Aufwand kosten, dass wir immer in der Lage sind, mit denjenigen, die uns auf diese Weise gefährden wollen, mitzuhalten und sie zurückzuweisen. Die nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Rüdiger Lukassen. Herr Bundeskanzler, seit zwei Jahren liefern Sie Waffen an die Ukraine. Seit zwei Jahren ziehen Sie auch immer wieder rote Linien und können diese dann nicht halten. Wir haben es bei Schützenpanzern erlebt, bei Flugabwehrsystemen, bei dem Kampfpanzer Leopard. Jetzt streiten Sie in der Koalition über den Marschflugkörper Taurus. Und wieder haben Sie, Herr Bundeskanzler, eine rote Linie gezogen. Sie haben gesagt und gerade eben wiederholt, wir dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein. Die AfD unterstützt Sie dabei ausdrücklich. Sie haben den Kriegstreibern hier im Parlament gerade eben Ihre Gründe dazu wiederholt dargelegt. Meine Frage, Herr Bundeskanzler, können Sie uns und den Deutschen heute und an dieser Stelle genauso klar versprechen, dass es bei Ihrem Nein zu einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine bleibt? Auf diese Unterstützung verzichte ich, wenn ich das bemerken darf. Aber ich will gerne Ihre Frage beantworten. Es ist für mich völlig klar, dass wir alle Entscheidungen sorgfältig wägen müssen. Und trotzdem sind wir diejenigen gewesen, die vieles als allererste geliefert haben und auch richtigerweise. Ich will noch einmal daran erinnern, wir waren die Ersten, die zum Beispiel mit dem Mehrfachraketenwerfer Mars zusammen mit Briten und Amerikanern den Ukrainern sehr weitreichende Verteidigungsmöglichkeiten in diesem Krieg zur Verfügung gestellt haben. Wir haben ganz vorneweg Kampfpanzer geliefert, allerdings niemals im Alleingang, sondern immer zusammen mit unseren amerikanischen Verbündeten zum Beispiel. Für mich ein ganz zentrales Kriterium. Und wir sind auch ganz vorne dabei, wenn es um die Luftverteidigung geht, etwa mit dem Flakpanzer Gebhardt, wovon wir schon sehr viele geliefert haben, etwa wenn es darum geht, mit Iris T, einem in Deutschland entwickelten und produzierten System, ganz substanziell zur Luftverteidigung der Ukraine beizutragen oder etwa, wenn wir Patriot-Systeme liefern. Aber ich will auch klar sagen, das, was ich als Position in dieser Frage habe, was dieses konkrete Waffensystem betrifft, habe ich ja deshalb klar formuliert, weil meine Haltung klar ist. Herr Lukas, bevor ich Ihnen das Recht zu einer Nachfrage gebe, bitte ich noch einmal, auf die Wortwahl zu achten. Sie haben ja gerade unterstellt, dass hier überwiegend oder fast alle, so habe ich es verstanden, als Kriegstreiber bezeichnet werden. Das ist unparlamentarisch und auch nicht in Ordnung. Deswegen bitte bei der Nachfrage auf die Wortwahl achten. Herr Bundeskanzler, die Unterstützung der AfD werden Sie vielleicht irgendwann mal nötig haben. Herr Bundeskanzler, trifft Ihr Nein zur Lieferung von Taurus auch für andere deutsche weitreichende strategische Waffen, die auf das Territorium der russischen Föderation wirken können und die unter Umständen von deutschen Soldaten auch außerhalb des ukrainischen Territoriums bedient werden müssen, zu? Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Deshalb kann ich dazu auch nichts sagen. Sie kennen all die Dinge, über die wir geredet haben. Und wir reden über jeweils konkrete Vorhaben, die die Bundesregierung verfolgt, zusammen mit ihren Freunden und Verbündeten, um die Ukraine bei ihrem Abwehrkampf zu unterstützen. Und das will ich hier noch einmal sagen. Es ist Russland, das die Ukraine angegriffen hat. Und es ist unsere verdammte Pflicht, das unschuldige ukrainische Volk bei der Selbstverteidigung zu unterstützen. Die nächste Frage stellt aus der SPD-Fraktion Tanja Machernit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Sie haben das Thema Rente ja in Ihren einführenden Bemerkungen schon angesprochen. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Diskussionen über die Erhöhung des Renteneintrittsalters geführt, von interessierten Kreisen immer wieder ins Feld geführt. Auch das Thema Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung. Wir haben uns dazu klar positioniert als SPD, weil das einer Rentenkürzung gleich käme. Und Sie haben ja schon darauf verwiesen, was die Bundesregierung jetzt tun will, um die Renten dauerhaft zu sichern. Wie stehen Sie zum Thema Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung? Und können Sie noch mal ein bisschen erläutern, was genau die Regierung jetzt auf den Weg bringt, um für sichere Renten zu sorgen? Wer heute, ich habe es eben schon gesagt, mit 17 die Schule verlässt, hat fünf Jahrzehnte Arbeit vor sich, weil er wird das gesetzliche Renteneintrittsalter von 67 erreichen müssen. Das gilt für die heutigen jungen Leute. Aber gerade weil das so ist, muss es auch Klarheit geben, dass eine Diskussion über eine ständige Verlängerung und Ausweitung des gesetzlichen Renteneintrittsalters kontraproduktiv ist, weil sie vertrauengefährdet junger Leute darin, dass sie in ein System einzahlen, das sich am Ende für sie auch auszahlt. Und das, finde ich, ist etwas, worauf sich alle verlassen können müssen. Im Übrigen möchte ich in der kurzen Zeit, die hier für die Beantwortung der Fragen zur Verfügung steht, nur eines sagen. All diejenigen, die jetzt mit dieser Argumentation kommen, haben ja gleiche Debatten auch schon mal geführt in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ehrlicherweise hat keiner von denen sich bisher zu Wort gemeldet und einmal zugegeben, dass er sich damals verrechnet hatte, weil uns nämlich etwas gelungen ist in den letzten 20, mehr als 20 Jahren, worauf keiner gekommen war, nämlich dass wir die Zahl der Beschäftigten in Deutschland, die Zahl derjenigen, die hier erwerbstätig sind, massiv ausweiten. Wir haben einen Beschäftigungsrekord in diesem Land und das garantiert uns heute stabile Rentenfinanzen und einen viel geringeren Beitrag als damals vorhergesagt. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ja, Rente ist ja ein Teil des Sozialstaats. Zu selten wird der Sozialstaat als integraler Teil einer funktionierenden Demokratie und Marktwirtschaft gesehen. Stattdessen werden ja gerade im Moment auch wieder Kosten und die Ausgestaltung als großes wirtschaftliches und politisches Problem skizziert. Widerspricht das nicht den Fakten? Und unterschätzen wir nicht aus Ihrer Sicht vielmehr die Effektivität und Bedeutung für Demokratie und Wirtschaft und vor allem auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Ich will es kurz sagen. Erstmal, es widerspricht in der Tat den Fakten, wenn wir die volkswirtschaftlichen Statistiken angucken. Und für den Bundeshaushalt hat es zwar jetzt Steigerungen in der Vergangenheit gegeben, die hatten aber mehr mit der Bekämpfung von Corona-Krise und den wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs zu tun, als mit allem, was sonst so diskutiert wird. Aber gleichzeitig will ich auch ganz klar sagen, mit Helmut Schmidt neben der Demokratie ist der Sozialstaat eine der größten Errungenschaften, die unser Land erkämpft hat. Wir sollten ihn bewahren. Nächste Frage stellt aus der FDP-Fraktion Alexander Müller. Herr Bundeskanzler, dieses Parlament hat vor drei Wochen einen Beschluss gefasst, in dem wir fordern, dass die Bundesrepublik Deutschland die Ukraine unterstützen soll bei ihrem Beitritt in die NATO, in die EU. Wir haben auch beschlossen, dass die Ukraine den Krieg gewinnen muss, dass sie ihre volle territoriale Integrität wiedererlangen muss und dass die deutsche Munitions- und Rüstungsindustrie stärker gefördert werden muss, um mit der Produktion hinterherzukommen durch Verpflichtungsermächtigungen und so weiter. Diese Ziele gehen ja ein Stück weit darüber hinaus, über die Dinge, die Sie bis jetzt als Ziele der Bundesregierung benannt haben. Was wird denn die Bundesregierung unternehmen, um diesen Zielen nachzukommen? Wie Sie wissen, habe ich den Antrag, der hier im Deutschen Bundestag beschlossen wurde, als Abgeordneter zugestimmt. Und das ist mir nicht so passiert, sondern das fand ich richtig. Damit könnte ich eigentlich die Frage beantwortet lassen. Aber ich will noch ein paar Ergänzungen machen. Es war mir sehr wichtig, den Weg für die Ukraine in die Europäische Union offen zu machen. Sie wissen, das hat im letzten Jahr darüber eine sehr intensive Diskussion gegeben im Europäischen Rat, weil das ja einstimmig von allen 27 Mitgliedstaaten unterstützt werden muss und musste. Und es war mir schon sehr wichtig, sehr viel dafür zu tun, dass genau das gelingt. Und entsprechende Regelungen haben wir auch diskutiert, wenn es etwa um die NATO-Familie gibt. Sie kennen die Beschlüsse, die wir in Vilnius gefasst haben. Und zu denen bekenne ich mich voll und ganz. Das ist das, was die NATO-Gemeinschaft miteinander beschlossen hat, die ja sehr froh ist, gerade neue Mitglieder zu haben. Finnland und Schweden sind der NATO beigetreten. Und ansonsten geht es in der Tat darum, dass wir jetzt alles mobilisieren, was möglich ist, damit die Ukraine genügend hat zur eigenen Verteidigung. Dazu zählt zum Beispiel Artillerie und Munition. Da fehlt es an vielen Enden und Ecken. Und es ist ein ganz, ganz großer Fortschritt, dass wir gemeinsam in Paris besprochen haben und jetzt auch umsetzen, dass wir bei der Beschaffung von Munition uns nicht nur auf das Territorium der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten beschränken. Die Unterstützung der Ukraine ist keine Maßnahme der Wirtschaftsförderung für einzelne Länder, sondern das ist etwas, was notwendig ist, um Sicherheit zu gewährleisten und das Land in die Lage zu versetzen, sich zu verteidigen. Und unter dieser Munition muss auch welche sein, die weiter reicht als vieles von dem, was jetzt nur noch zur Verfügung steht. Deshalb weise ich noch mal darauf hin, wir waren vorne dabei, als es zum Beispiel mit Mars-Raketenwerfern um sehr weitreichende Waffen ging. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Weil jetzt gerade, wo es spannend wurde, die Zeit nicht mehr gereicht hat, will ich Ihnen dafür noch mal die Gelegenheit geben. Wir haben ja auch beschlossen, dass wir durch langfristige Abnahmeverpflichtungen bei der deutschen Rüstungs- und Verteidigungsindustrie oder durch Verpflichtungsermächtigungen Möglichkeiten schaffen wollen, bei uns auch die Kapazitäten zu erhöhen, um auch besser in der Lage zu sein, die Ukraine zu unterstützen. Sie haben lobenswerterweise in Unterlust ein Werk mit eingeweiht. Aber das kann ja nur der Anfang sein. Das muss ja weitergehen. Gibt es konkrete Ideen, konkrete Pläne der Bundesregierung, wie wir dort weiter unterstützen können? In 30 Sekunden. In 30 Sekunden. Ja. Aber der Spatenstich in Niedersachsen war ganz, ganz wichtig. Aber er ist ja nur ein Zeichen dafür. Wir brauchen so langfristige Verträge. Und wir müssen wegkommen von der Vorstellung, dass Beschaffungen für die Bundeswehr sind so wie Beschaffungen aus dem Regal. Man bestellt was, Ersatzteile fürs Auto oder für den eigenen Purpark. Sondern es geht darum, dass wir etwas machen, wo wir langfristige Verträge mit der Wirtschaft abschließen, auch andere europäische Verbündete einladen, mitzumachen, damit wir zu größeren Zahlen kommen und damit wir eine dauerhafte Unterstützung durch die Produktion für unsere eigene Verteidigungsfähigkeit haben. Die nächste Frage stellt für die CDU-CSU-Fraktion Jürgen Hart. Danke schön, Frau Präsidentin. Herr Bundeskanzler, seit Bestehen der deutsch-französischen Freundschaft haben es die französischen Staatspräsidenten beziehungsweise die deutschen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerinnen stets vermieden, in der Öffentlichkeit sich zu widersprechen. Das ist leider in den letzten Monaten anders geworden. Konkret in der Frage der Ukraine hat es in den letzten Tagen ja Widersprüche gegeben, die meines Erachtens von Ihnen ausgegangen sind. Gibt es einen Grund für diesen Strategiewechsel? Oder ist das ein Ausrutscher, den Sie zu korrigieren und zu beheben gedenken? Ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Erstmal ist die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich sehr intensiv und emmanuel und ich werden uns am Freitag wieder in Berlin treffen. Das ist vielleicht ein Ausdruck dafür, dass alles, was Sie hier unterstellt haben, gar nicht stimmt. Aber vielleicht konnte das in Ihrer Vorbereitung noch keiner ahnen. Aber auf alle Fälle ist es so, dass wir eng zusammenarbeiten und die Stärke der Zusammenarbeit kommt insbesondere daraus, dass wir auch das dann tun, wenn in einzelnen Fragen beide Länder unterschiedlicher Meinung sind. Aber das ist wichtig, dass wir aus diesen unterschiedlichen Meinungen dann etwas Gemeinsames als Vorschlag auch für die Zukunft Europas entwickeln. Das haben wir und das werden wir auch weiter tun, weil es ja darauf ankommt, dass wir dann das als ein Vorschlag präsentieren, der für alle 27 Mitgliedstaaten und die künftigen immer eine große Bedeutung hat. Und darum geht es in der deutsch-französischen Zusammenarbeit, die eben nicht nur historisch eine große Funktion hat, sondern jeden Tag lebendig ist. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Das französische Institut für internationale Beziehungen sagt in Relation chaotique zum Verhältnis Deutsch-Frankreich im Augenblick. Die britische Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses hat gesagt, ihre Haltung in der Ukraine-Frage sei falsch und verantwortbar und ein Schlag in das Gesicht der Partner. Ich möchte Sie jetzt nicht bitten, sich diese Position zu eigen zu machen, aber es ist doch eine erhebliche Belastung für das Verhältnis der Völker untereinander, wenn das jeweils über den anderen Seite geglaubt wird. Was gedenken Sie dagegen zu tun? Die Zusammenarbeit mit den Regierungen aus Großbritannien und Frankreich ist gut, wie ich eben schon beschrieben habe. Und ich glaube, dass auch alle dort genau wissen, anders als die Abgeordneten und Abgeordneten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dass es etwas Bemerkenswertes ist, wenn Deutschland 7 Milliarden in diesem Jahr liefert, Frankreich 3 Milliarden, Großbritannien 2,5 Milliarden Dollar. Das zusammen macht die Kraft aus. Aber Sie wissen, dass der deutsche Beitrag dafür auch ein guter, wichtiger Teil ist. Die zweite Nachfrage aus der CDU-CSU-Fraktion stellt Dr. Norbert Röttgen. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, ich möchte bei dem deutsch-französischen Verhältnis bleiben und auf eine konkrete Aussage von Ihnen vor der Presse am 26. Februar zu sprechen kommen. Ich darf Sie zitieren in dem Zusammenhang mit der Lieferung von Marschflugkörpern. Ich zitiere Sie. Das, was an Zielsteuerung vonseiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden. Das wäre aus meiner Sicht etwas, das nicht zu verantworten wäre, wenn wir uns auf gleiche Weise beteiligen würden. Weiter heißt es, stellt sich die Frage, ob es zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann, durch das, was wir tun. Diese Ausführungen werfen die Frage auf, ob sie der Auffassung sind, der völkerrechtlichen Auffassung, dass Frankreich und Großbritannien durch die Lieferung der Marschflugkörper Kriegsbeteiligter geworden sind. Wenn Sie diese Frage verneinen, stellt sich die Anschlussfrage, warum Sie die Gefahr sehen, dass Deutschland Kriegsbeteiligter würde, wenn Deutschland sich, wie Sie sagen, auf gleiche Weise verhalten würde, wie es Frankreich und Großbritannien tun. Das gehört zu dem, worauf ich vorhin schon angespielt habe. Mit Halbwahrheiten wird öffentliche Kommunikation betrieben. Ich habe Sie ja zitiert. Und deshalb will ich sehr konkret sein. Nein, durch die Lieferung der Waffen wird man nicht Kriegsbeteiligter. Niemand hat das gesagt, ich nicht und auch sonst keiner, den ich im verantwortlichen Umfeld der Bundesregierung kenne. Aber Sie haben einen Satz von mir zitiert, und darauf will ich gern noch einmal rekurrieren. So wie das in Frankreich und Großbritannien gemacht wird, geht das für uns nicht. Und den wiederhole ich noch mal. Und was mich aber ärgert ist, sehr geehrter Abgeordneter, lieber Norbert, dass du alles weißt und eine öffentliche Kommunikation betreibst, die darauf baut, dass dein Wissen kein öffentliches Wissen ist. Ich glaube, das sollte in der Demokratie nicht der Fall sein. Also, da muss ich auch jetzt mal zu sagen können. Also, was ich weiß und nicht wissen kann. Ich erlaube jetzt ausnahmsweise, das darf ich, weil ich hier die Sitzungsleitung habe. Ganz kurz dürfen Sie reagieren. Ja, ich weise diese Unterstellung. Ich würde irgendetwas wissen. Ich weiß gar nicht, wer mir dieses Wissen geben sollte und würde das der Öffentlichkeit vorenthalten. Ich habe den gleichen Vorwurf gegen Sie, Herr Bundeskanzler, erhoben, dass Sie Ihre wahren Motive für Ihre Politik nicht erläutern, dass Sie immer neue Ausreden finden, die sich zum Teil wechselseitig widersprechen und ausschließen. Herr Röntgen. Sie haben klar erklärt, dass es wegen der deutschen Beteiligung an diesem Waffensystem zu einer Kriegsbeteiligung kommen würde und dass Sie es darum ablehnen. Und Frankreich und Großbritannien machen das Gleiche und Sie bestreiten, das ist ein erheblicher Unterschied. Darum sagen Sie hier nicht, ich muss diesen Vorwurf erheben, Sie spielen nicht mit klaren Karten und Sie zielen darauf ab, die Öffentlichkeit in dieser Frage zu täuschen, in einer Frage der europäischen und nationalen Sicherheit. Sie haben das Wort ebenfalls, Herr Bundeskanzler. Es ist nicht richtig und deshalb wiederhole ich noch mal, aus meiner Sicht ist das eine sehr weitreichende Waffe. Diese Waffe könnte angesichts der Bedeutung, dass man die Kontrolle über die Ziele nicht verlieren darf, nicht ohne den Einsatz deutscher Soldaten eingesetzt werden. Das lehne ich ab. Die nächste Frage aus der SPD-Fraktion stellt Carmen Wegge. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, unsere Demokratie steht unter Druck. Seit Jahren versuchen rechtsextreme Kräfte den politischen Diskurs zu vergiften und dabei richten sie sich auch häufig gegen rechtsstaatliche Institutionen. Und die Bundesinnenministerin hat jetzt ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Rechtsextremismus vorgelegt. Gleichzeitig gehen Hunderttausende Menschen jede Woche auf die Straße, um für Demokratie und für Vielfalt zu kämpfen. Und diese Menschen erwarten auch meiner Meinung nach zu Recht, dass wir den Staat, die Demokratie gegen die Feindinnen und Feinde verteidigen. Und deswegen meine Frage an Sie und die Bundesregierung. Was kann die Bundesregierung tun, um dieses Land noch wehrhafter zu machen, diese Demokratie noch wehrhafter? Die Demokratie ist ein kostbares Gut. Sie beschützt uns. Die Demokratie muss deshalb auch wehrhaft sein. Nach außen, darüber diskutieren wir, aber natürlich auch nach innen. Und diejenigen, die die Demokratie zu unterhöhlen versuchen, müssen wissen, dass wir mit allen Möglichkeiten, die wir als Rechtsstaat haben, dagegen vorgehen werden. Und das ist das, was die Ministerin vorgestellt hat mit ihrem Paket. Das sind die Abjektivitäten, die die Bundesregierung insgesamt plant, der Justizminister, die Innenministerin und viele gemeinsam. Und natürlich auch hier im Parlament gibt es viele Beratungen, die jetzt sich darauf richten, wie wir die unterstützen können, die in dieser Frage aktiv sein wollen. Alle können sich darauf verlassen. Es ist notwendig. Und ich will die Gelegenheit noch einmal nutzen, zu wiederholen, was auch hier schon viele richtigerweise gesagt haben. Was wir dort an Beratungen gehört haben, aus einer Villa in Potsdam, über Remigration, über die Spaltung der Gesellschaft, das ist eine Bedrohung für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir konsequent gegen diejenigen vorgehen, die solche Pläne haben. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. In anderen europäischen Staaten konnten wir ja beobachten, wie rechte und rechtsextreme Kräfte an die Macht gekommen sind und ganz schnell etwas getan haben, was hier in Deutschland nicht passieren darf. Und zwar haben sie die Unabhängigkeit der Gerichte unterhöhlt, haben die Freiheit der Presse eingeschränkt. Und deswegen meine Nachfrage an Sie. Was können wir als Deutschland denn daraus lernen? Wie können wir resilienter werden? Das würde ich gerne wissen. Die wichtigste Resilienz ruht in uns als Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen uns gegen diejenigen wehren, die solche Pläne haben. Und das, finde ich, muss doch hier an dieser Stelle auch gesagt werden. Wir sind mehr. Die Demokratinnen und Demokraten in dieser Gesellschaft repräsentieren die große Mehrheit dieses Volkes. Und gleichzeitig bleibt es so, dass wir immer gucken müssen, wie wir unsere Gesetze weiterentwickeln können, damit wir stabil genug sind. Das gilt für die Demokratie und Medienfreiheit. Das gilt selbstverständlich auch für die Fragen, die sich mit unserer Gerichtsbarkeit beschäftigen. Allerdings bin ich sehr dafür, dass wir versuchen, einen gemeinsamen Angang aller demokratischen Parteien in dieser Frage zu wählen. Das ist keine Sache für Regierung gegen Opposition, sondern es kann nur miteinander gemacht werden. Aber da bin ich zuversichtlich. Die nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Dr. Gottfried Curio. Herr Kanzler, nach zwei Monaten dieses Jahres haben wir wieder fast 50.000 Asylbewerber, macht im Jahr 300.000. Diese Hunderttausenden kommen jedes Jahr neu hinzu. Dabei ist Deutschland längst über der Belastungsgrenze. Und dennoch gab es auf der Ministerpräsidentenkonferenz wieder kein Umsteuern in der Migrationspolitik. Der katastrophale Status quo wird nur noch verwaltet. Thema Rücknahme durch Herkunftsländer. Kein robuster Einsatz der Druckmittel-Visa-Hebel und Entwicklungshilfe. Das Musterabkommen mit Indien funktioniert nicht. Abschiebequote 0,1 Prozent. Dabei ist laut Asylgesetz ein Asylbewerber an der Grenze abzuweisen, wenn er aus einem sicheren Drittstaat kommt. Deutschland muss selbst bestimmen können, wer unser Land betritt. Dann ist das Problem gelöst. Wieso geschieht das nicht? Stattdessen immer neue Zuzugsanreize, Chancenaufenthalt für Aufenthaltsunberechtigte, Spurwechsel als Lohn der Lüge für Asylbetrüger, Turboeinbürgerungen. Wieso tun Sie nichts gegen die Überlastung Deutschlands, sondern lassen illegale Massenmigration zu Hunderttausenden jedes Jahr weiter zu, vielleicht um Ihre sterbende Partei durch Einbürgerungen zu retten? Herr Kanzler, bevor Sie antworten, Kollege, mir entfällt jetzt gerade der Name, aber Sie haben gerade gefilmt oder fotografiert? Haben Sie gerade gefilmt oder fotografiert? Dann bitte ich, das zu löschen. Das ist während der Plenarsitzung nicht erlaubt. Sie können jetzt antworten, Herr Bundeskanzler. Ich habe im letzten Jahr als Kanzler Sorge dafür getragen, dass Ihre Reden, die falsch sind, ins Leere laufen müssen. Das ist eigentlich der Sinn hinter den Diskussionen, die wir das ganze letzte Jahr geführt haben, auf drei Zusammenkünften der Regierungschefin und Regierungschefs der Länder mit dem Bundeskanzler, wo wir weitreichende Vereinbarungen getroffen haben, die auch vom Deutschen Bundestag fast alle schon umgesetzt und auf den Weg gebracht worden sind, genauso von der Bundesregierung, wo auch die Länder ihre entsprechenden Pakete übernommen haben, damit zum Beispiel Asylverfahren digitalisiert werden, damit die Entscheidung des BAMs schnell stattfinden können. Da hat der Haushaltsgesetzgeber auch mehr Geld für Digitalisierung und Stellen zur Verfügung gestellt, damit erstinstanzliche Verwaltungsgerichtsverfahren viel kürzer sind, als sie es heute sind. Und die Umsetzung dieser Sachen, einschließlich der Grenzkontrollen, die wir in Richtung Schweiz, in Richtung Österreich, in Richtung Tschechien, in Richtung Polen eingeführt haben, sollen dazu beitragen, dass wir alles das, was man vernünftigerweise besonnen und ohne Schaum vom Mund beim Management der irregulären Migration machen muss, auch machen. Und genau das hat dazu geführt, dass wir jetzt die weitreichendsten Veränderungen seit 20, 25 Jahren auf den Weg gebracht haben. Ihre Rede geht ins Leere. Wir tun das, was richtig ist, aber wir erhalten gleichzeitig die Offenheit unserer Gesellschaft für die Zukunftsfähigkeit, die wir brauchen, damit unsere Wirtschaft wachsen kann, damit die Renten sicher sind und der Sozialstaat funktioniert. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Herr Kanzler, die Zahlen widerlegen vielmehr Ihre Rede. Die Zahlen sprechen für sich. Und es ist eben nicht so, dass es eine irreguläre Migration ist, sondern eine illegale. Da merkt man schon, wer mit Sprache manipulieren will, um die Probleme zu vertuschen, Herr Kanzler. Italien und Großbritannien haben längst Abkommen mit Drittstaaten zur externen Durchführung von Asylverfahren. Wieso schaffen Sie das nicht? Und zuletzt scheitern zwei Drittel aller Abschiebungen im neuen Gesetz dazu. Wird die Anzahl der Rückführungen pro Jahr tatsächlich nur um 600 verbessert? Wieso haben Sie die Bürger mit der Ankündigung von Abschiebungen im großen Stil darüber getäuscht? Wir haben mit den Ländern vereinbart, dass wir eine konkrete Untersuchung der Handlungsmöglichkeiten auch außerhalb des deutschen Territoriums vornehmen. Das ist im Gange. Es werden viele Experten und Experten gehört, die dazu sich äußern. Und ich kann Ihnen nur sagen, die Sache ist nicht so einfach, was ja auch der Grund ist, warum es von anderen Staaten viele Ankündigungen gibt, aber keine konkrete Maßnahme, die dazu geführt hat, dass da mal was passiert. Und deshalb will ich Ihnen schon sagen, das, was wir hier lösen müssen, müssen wir schon selber hinkriegen. Und darum habe ich dafür gesorgt, dass es Migrationspartnerschaften mit vielen Herkunftsländern geben wird, die dann dazu beitragen, dass wieder zurückgenommen wird, wer hier nicht bleiben kann. Das ist wichtig. Und Schaum vom Mund überzeugt keine andere Regierung, sondern konkrete Verständigung, die man erzielt. Meine Regierung tut das, der Beauftragte, den die Bundesregierung hat, die Innenministerin, die Außenministerin, der Bundeskanzler. Und wir werden das auch die nächsten Jahre tun. Sie können sicher sein, das, was vernünftige Politik machen kann, wird in Deutschland gemacht. Das, was man mit Schaum vom Mund machen kann, das wird nie passieren, aber immer von Ihnen vorgetragen werden. Die Zahlen werden schon zurückgehen. Und dann müssen Sie noch mal Ihre eigenen Reden aufwassen. Das Wort zur nächsten Frage hat jetzt aus der Fraktion Bündnis 90 die Grünen Sarah Nanni. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Herr Bundeskanzler, wir haben im Bundestag einen Antrag beschlossen, zum Jahrestag zwei Jahre Vollinvasion. Der Krieg geht aber schon seit zehn Jahren Russlands gegen die Ukraine. In dem Antrag wurde auch formuliert, was falsch gemacht wurde nach dem ersten Angriff auf die Ukraine. Deswegen frage ich Sie, was müssen die Deutschen, was müssen die europäischen Partner, die Freunde der Ukraine diesmal anders machen, um die Fehler im Umgang mit Russland nicht zu wiederholen. Nach diesem furchtbaren, brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine habe ich sehr bewusst von einer Zeitenwende gesprochen. Und damit habe ich klar gemacht, dass Russland mit seinem Angriffskrieg aufgekündigt hat, was die Friedens- und Sicherheitsarchitektur Europas für viele Jahrzehnte bestimmt hat, was die Grundlage unserer Verständigung in den Vereinten Nationen ist über Frieden und Sicherheit, nämlich, dass Grenzen mit Gewalt nicht verschoben werden dürfen. Und darum haben wir daraus Schlüsse gezogen. Zum Beispiel, wir geben zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus, wir verstärken die NATO. Zum Beispiel, wir sorgen dazu, dass wir eine leistungsfähige Verteidigungswirtschaft haben, danach ist gefragt worden, die in der Lage ist, im Miteinander mit der Bundeswehr dafür Sorge zu tragen, dass wir immer in der Lage sind, uns zu verteidigen. Auch das ist ja wichtig, auch wenn es lange dauert, und dass wir andere unterstützen können, wie das jetzt im Fall der Ukraine notwendig ist. Und dazu zählt auch, dass wir mit der Ukraine eine ganz konkrete Sicherheitsvereinbarung abgeschlossen haben, wie wir es als G7-Staaten in Vilnius angekündigt haben. Es haben sich mittlerweile, glaube ich, 21 weitere Staaten dieser Absicht angeschlossen. Und Stück für Stück werden solche Vereinbarungen geschlossen, die von Großbritannien, Deutschland und Frankreich liegen schon vor, viele andere auch, und weitere kommen. Das ist genau eine Antwort auf Ihre Frage. Soweit also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Bundeskanzler Olaf Scholz, Kanzlerbefragung heute im Deutschen Bundestag. Breite Palette an Fragen, die Antworten des Kanzlers, die trotzdem Fragen offen lassen. Es ging über die Lieferungsverweigerung von Taurus durch den Kanzler hin zum Thema Asylproblematik in Deutschland und dann eben auch die weitere Unterstützung. der Ukraine, wie soll das Ganze aussehen? Turbulent kann man sagen, emotional geführt teilweise, auch in einer Antwort durch den Kanzler an Herrn Röttgen von der CDU. Soweit diese Kanzlerbefragung für den Moment. Weitere Meldungen gleich und ja, auch dort ein Thema des Taurus-Nein des Kanzlers. Gleich um 14 Uhr hier bei Welt. Bleiben Sie dran. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749 und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat, Kriviri, hat der ukrainische Präsident Zelenskyy Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketeneingriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Und weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Rund 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basternein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft ihm vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Testerchef Elon Musk offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Dann noch ist das vom E-Auto wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig bis kommenden Freitag. Die rechtsextremen Tendenzen in der AfD sind in der Bevölkerung und bei den Gerichten weiterhin ein großes Thema. So wird heute in Münster vor dem Oberverwaltungsgericht die Berufungsverhandlung AfD gegen den Bundesverfassungsschutz fortgesetzt. Am ersten Tag verzögerte die AfD mit zahlreichen Beweis- und Befangenheitsanträgen sowie dem Wunsch, die Öffentlichkeit auszuschließen, bereits den Prozessverlauf. Ob es daher heute, wie ursprünglich vorgesehen, ein Urteil geben wird, ist völlig unklar. Die AfD hat nämlich 210 Anträge gestellt. Jonas Feld mit den Einzelheiten. Gar nicht glücklich wirken die Fraktionsvorsitzenden der AfD, als sie den Journalisten auf der Fraktionsebene im Bundestag Rede und Antwort stehen. Bei der Partei läuft es nämlich alles andere als rund. In zweiter Instanz wehrt sich die AfD gegen die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz. Nun soll sich das Oberverwaltungsgericht in Münster mit der Frage beschäftigen. Die Definition des Verfassungsschutzes interessiert mich überhaupt nicht, weil es ein Werturteil ist. Es ist eine Bewertung, die völlig subjektiv ist, die keine objektivierbaren Kriterien anlegt. Dabei ist die Definition wichtig, denn die entscheidet darüber, ob der Verfassungsschutz sogenannte nachrichtendienstliche Mittel einsetzen darf. Dazu gehören V-Leute, Observationen und das Überwachen der Kommunikation. Der erste Verhandlungstag hatte nach zahlreichen Anträgen durch die AfD und mehreren Beratungen des fünften Senats erst mit deutlicher Verspätung am Mittag begonnen. Ob es heute ein Urteil geben wird, ist noch... Trotz des Neins des Bundeskanzlers zu Taurus Marschflugkörpern reißt die Diskussion um eine mögliche Lieferung an die Ukraine nicht ab. Heute musste Olaf Scholz im Bundestag Rede und Antwort stehen. Die CDU hatte zuvor angekündigt, den Kanzler grillen zu wollen. Ist die AfD ein rechtsextremistischer Verdachtsfall? Das Oberverwaltungsgericht Münster des Landes Nordrhein-Westfalen setzt heute die Berufungsverhandlung dazu fort. Ein Urteil wäre möglich. Das könnte sich aber auch weiter verzögern, vor allem wegen einer Antrags- und Beweisfeldung. Das Fußballmärchen von der Saar geht weiter. Nach Bayern und Frankfurt scheitert mit Gladbach der dritte Bundesligist am DFB-Pokal am 1. FC Saarbrücken. Beim Drittligisten brechen nach der Sensation die Dämme. Im Halbfinale wartet nun Kaiserslaut. Und damit geht es weiter mit den Nachrichten aus dem Welt-Newsroom. Hallo und herzlich willkommen. Verteidigungsminister Boris Pistorius gibt grünes Licht für den Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen. Mit dem Einsatz beteiligt sich die Bundeswehr an einer Lüftbürke. Die Flugzeuge sollen dringend benötigte Hilfen und Nahrungsmitteln aus der Luft abwerfen. Der SPD-Politiker erteilte einen entsprechenden Auftrag an die Bundeswehr. Den Menschen in Gaza fehlt es am nötigsten. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass sie Zugang zu Nahrung und Medikamenten bekommen, so Pistorius. Die Bundeswehr wird sich also an den Hilfsflügen Richtung Gaza beteiligen. Der Bundesverteidigungsminister will dazu gleich ein Statement abgeben. Und wie die Deutsche Hilfe konkret aussehen soll, dazu dann gleich mehr, sobald Boris Pistorius vor die Mikrofone tritt. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellte sich der Bundeskanzler am Mittag den Fragen der Bundestagsabgeordneten. Die Union wollte vor allem bei einem Thema antworten vom Kanzler, warum er an seinem Nein bei der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine festhält. Konkret ging es auch um seine Behauptung, ein Einsatz der Marschflugkörper erfordere die Beteiligung deutscher Soldaten. Diese Einschätzung hatten die von Russland abgehörten Bundeswehroffiziere kürzlich widersprochen. Auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton rauer beim Thema Taurus, so bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese die Aussagen des grünen Abgeordneten Hofreiter als Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Und aus dem Bundestag ist Leonie von Rando zugeschaltet, die die Aussagen des Kanzlers mitverfolgt hat. Die Union wollte vom Kanzler ja wissen, weshalb er mehrfach behauptet hat, dass deutsche Soldaten zur Bedienung der Taurus-Waffen benötigt würden. Wie hat der Kanzler denn darauf reagiert? Tja, ich würde sagen, er hat eigentlich gar nicht richtig darauf reagiert, beziehungsweise zumindest haben wir nichts Neues von ihm dazu gehört. Denn natürlich hat ihn die Union hier nochmal mit seinem kommunikativen Zickzack-Kurs konfrontiert. Es wurde direkt zu Beginn der Fragerunde direkt nochmal ganz scharf nachgehakt, was denn nun die Erklärung dafür sei, dass der Kanzler den Taurus nicht liefern wolle. Denn zuerst hat er ja ein Dreivierteljahr lang so die Union sich in Schweigen gehüllt, hat also versucht, die Diskussion quasi im Keim zu ersticken, indem er sich gar nicht dazu äußert. Dann kam eben zunächst das Argument, als er dann Stellung bezogen hat, dass man deutsche Soldaten brauche, was die Luftwaffe ja aber größtenteils abstreitet. Die sagt, das geht eben auch ohne, dass deutsche Soldaten involviert werden sind. Und dann hat er ja kürzlich nochmal gesagt oder richtig gestellt, es geht ihm auch darum, die Kontrolle über die Marschflugkörper nicht an die Ukraine abzugeben. Also ein ziemliches Hin und Her und da wollte man natürlich heute nochmal klipp und klar von ihm hören, was ist der Grund auch für dieses Misstrauen gegenüber der Ukraine. Vielleicht hören wir am besten selber nochmal direkt rein, wie er versucht hat, seine Entscheidung hier noch einmal zu begründen. Deshalb auch die klare Aussage. Es handelt sich um eine weitreichende Waffe, die bis zu 500 Kilometer reicht. Und es ist eine Waffe, wo ich es nicht für verantwortbar halte, sie ohne die Beteiligung von deutschen Soldaten im Einsatz verfügbar zu machen. Sehr klar als Aussage, das habe ich bei vielen Gelegenheiten wiederholt und wiederhole ich hier noch einmal. Wenn man das so sieht, geht es nicht darum, ob das in der Ukraine stattfindet oder ob die Einsatzplanung, die Zielbeteiligung bei der Auswahl der Ziele in Deutschland stattfindet. Und es ist auch lächerlich, das dann mit der guten, umfassenden Ausbildung von Ukrainerinnen und Ukrainern in Deutschland in einen Topf zu werfen. Es geht um die Beteiligung daran, wohin gezielt wird, wohin geschossen wird und wohin getroffen wird. Und das sollte nicht mit deutschen Soldaten passieren. Ich als Kanzler habe die Verantwortung zu verhindern, dass es zu einer Beteiligung Deutschlands in diesem Krieg kommt. Wie es übrigens auch die Sicht aller anderen Verantwortlichen in Europa und in der NATO ist, die das gemeinsam mit mir so sehen. Soweit der Bundeskanzler Leonie. Der Verteidigungsminister, der lässt jetzt sämtliche Taurus-Marsch-Flugkörper einsatzfähig machen. Ist es wirklich jetzt nur ein Zufall oder besteht da ein Zusammenhang zur aktuellen Taurus-Debatte? Darüber hat es ja schon gestern am Nachmittag oder am Abend dann große Verwirrung gegeben. Denn tatsächlich ist diese zeitliche Nähe ja schon ein bisschen auffällig, kann man zumindest denken. Gerade eben, wo der Kanzler ja immer wieder unterstrichen hat, dass der Taurus weder an die Ukraine geliefert werden soll, noch an Großbritannien, was sich ja als Partner für einen Ringtausch angeboten hatte. Sprich, Großbritannien wäre bereit, Storm Shadows, also ihren Marsch-Flugkörper an die Ukraine zu liefern, wenn sie dann dafür aber wiederum von Deutschland Taurus-Marsch-Flugkörper bekommen würden. Beides schließt der Kanzler aus. Jetzt aber dann trotzdem die Meldung, die wir exklusiv ja bei Welt hatten, dass alle 600 Taurus-Marsch-Flugkörper, die Deutschland hat, sozusagen auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Die Hälfte davon soll einsatzbereit sein, die andere Hälfte muss generalüberholt werden. Und natürlich stellt sich da die Frage, warum genau jetzt? Da wird jetzt argumentiert, dass sie turnusgemäß auf den neuesten Stand gebracht werden. Aber klar, man kann auch nicht endgültig ausschließen, dass man sich zumindest auf ein Szenario in der ferneren Zukunft hier einfach schon mal vorbereitet. Ob das dann bedeuten würde, irgendwann vielleicht doch einem Ringtausch zuzustimmen, wenn die Situation an der Front noch verzweifelter wird für die Ukraine oder aber eben, dass sogar Deutschland selber sie irgendwann eines fernen Tages vielleicht doch noch liefert. Jedenfalls wirft das jede Menge Fragen auf, die bisher auch noch nicht geklärt sind. Leonie, für den Augenblick erstmal vielen Dank für diese Einordnung aus dem Deutschen Bundestag. Dankeschön. Und das Thema beschäftigt uns auch weiter, nämlich in unserem heutigen Weltspezial um 14.30 Uhr. Es heißt, trotz Kanzlerbuster, die Diskussion um den Taurus geht weiter. Dazu dann gleich mehr. Gleich geht es weiter nach nur einem Spot. Nur ein Spot Wasser will raus aus unserem Körper. Mit hinaus fließen Kraft und Mineralstoffe. Wie kommt beides wieder rein? Mit Geroldsteiner. Dank Mineralstoffen aus der Vulkanheit. Und das Leben fließt kraftvoll weiter. Geroldsteiner bringt die Kraft zurück. Und weiter geht's. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen setzt die Verhandlung über eine Berufungsklage der AfD gegen die Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall fort. Ob es heute ein Urteil geben wird oder neue Sitzungstermine gesucht werden müssen, ist noch offen. In dem Berufungsverfahren geht es im Kern um die Frage, ob der Verfassungsschutz die AfD beobachten darf. Das Bundesamt mit Sitz in Köln hatte die Partei im Jahr 2021 als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Seitdem darf sie mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. Die AfD klagte gegen diese Einstufung zunächst erfolglos. Gegen das Urteil legte sie später Berufung ein. Zugeschaltet ist jetzt der Staats- und Verfassungsschutzrechtler Prof. Josef Franz Lindner. Herr Professor, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Simon. Das Berufungsverfahren in Münster, das soll jetzt erklären, ob das Urteil aus der Vorinstanz in Köln Bestand hat. Ob die AfD und ihre Jugendorganisation also als rechtsextremistische Verdachtsfälle eingestuft werden dürfen. Die AfD hat jetzt angekündigt, mehr als 200 Beweisanträge vorbereitet zu haben. Die Anwälte wollen dem Verfassungsschutz offenbar Details über die Informationsbeschaffung und auch die V-Leute entlocken. Welche Strategie steckt denn Ihrer Meinung nach dahinter? Also da kann ich natürlich auch nur spekulieren. Das sind zum einen durchaus übliche verwaltungsprozessuale Instrumente, die hier eingesetzt werden, die Beweisanträge zu stellen. Aber ich denke, es hat auch einen inhaltlichen Hintergrund, nämlich das Problem, das darin liegen könnte, dass der Verfassungsschutz bisher schon nachrichtendienstliche Mittel, insbesondere V-Leute, V-Personen eingesetzt hat. Und das ist rechtsstaatlich natürlich problematisch, wie das Bundesverfassungsgericht damals ja auch schon im NPD-Urteil festgestellt hat. Also das nehme ich an, steckt dahinter herauszufinden, hat der Verfassungsschutz bisher schon mit nachrichtendienstlichen Mitteln gearbeitet oder nicht. Und das wäre dann offenbar nicht erlaubt gewesen? Das wäre zumindest ein rechtsstaatliches Problem, dass man den Verdachtsfall, ab dessen vorliegen, man ja eigentlich erst nachrichtendienstliche Mittel einsetzt. Das ist dadurch konstruiert, dass man bereits nachrichtendienstliche Mittel einsetzt. Hier würde sich also gewissermaßen die zeitliche Abfolge ein bisschen, also die Katze ein bisschen auf den Schwanz treten. Der Verfassungsschutz, der hatte zuvor mitgeteilt, seine Belege zur AfD, die stammen hauptsächlich aus Reden und Social-Media-Posts von Mandatsträgern und Funktionären. Reicht denn das grundsätzlich für eine Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall oder ist das Eis da dünn? Also das ist schon so, wie das das Verfassungsschutzrecht eigentlich vorsieht. Man unterscheidet ja verschiedene Stufen. Am Anfang steht eine Vorprüfung, dann kommt der Prüffall und wenn eine Partei als Prüffall eingestuft ist, dann darf der Verfassungsschutz sich aus öffentlich zugänglichen Quellen informieren. Also beispielsweise Reden, Parteiprogramme, öffentlich zugängliche Social-Media-Kanäle und so weiter. Und aufgrund dieses öffentlich zugänglichen Materials prüft der Verfassungsschutz dann, ob ein Verdachtsfall gegeben ist. Aber nur aus öffentlich zugänglichen Mitteln, noch nicht aus nachrichtendienstlichen Mitteln. Also der Verfassungsschutz hat, wenn er eine Partei als Prüffall einstuft, keine Befugnis, nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen. Wie weit ist denn dann der Weg später vom Verdachtsfall zur Einstufung als gesichert rechtsextrem? Bisher gilt dieses Prädikat bei der AfD ja nur für einige Landesverbände im Osten. Also das ist dann der Weg von der, wenn man so will, zweiten zur dritten oder dritten zur vierten Stufe. Wenn ich die Partei als Verdachtsfall, die Gesamt-AfD als Verdachtsfall einstufe, kann ich als Verfassungsschutz weitere Ermittlungsmaßnahmen gewissermaßen auch nachrichtendienstlicher Art ergreifen und dann aufgrund dieses Materials irgendwann zur Überzeugung kommen, das ist kein Verdachtsfall mehr, sondern die Tatsachenlage ist so, dass ich sagen kann, das ist eine gesichert rechtsextremistische Vereinigung oder eine gesichert verfassungsfeindliche Einigung. Aber das ist wie gesagt erst der nächste, der vierte Schritt gewissermaßen oder dritte, je nachdem wie man es zählt. Hätte denn das, was da momentan in Münster vor dem Oberverwaltungsgericht verhandelt wird, theoretisch Auswirkungen auf ein späteres Verbotsverfahren gegen die AfD, wenn es denn überhaupt jemals dazu kommen sollte? Also das ist nicht unmittelbar der Fall. Also das sind völlig voneinander unterschiedliche, erst zu unterscheidende Verfahren. Das Verfahren vor dem Verfassungsschutz und die dagegen gerichteten verwaltungsgerichtlichen Klagen und auf der anderen Seite das Parteiverbotsverfahren, das ja vor dem Bundesverfassungsgericht geführt wird. Natürlich hätte das, also wenn die Partei tatsächlich als gesichert rechtsextremistisch durch den Verfassungsschutz eingestuft würde, politische Auswirkungen. Dann wird man sich die Frage stellen, muss man jetzt nicht vor dem Verfassungsgericht ein Parteiverbotsverfahren initiieren? Aber verfahrensmäßig ist das völlig unabhängig. Das Bundesverfassungsgericht ist auch nicht an das, was das Oberverwaltungsgericht Münster jetzt feststellt oder auch nicht feststellt, gebunden, sondern es würde ein eigenes rechtsstaatliches Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ablaufen, in dem das Ganze alles nochmal geprüft würde. Und auch vielleicht noch ein wichtiger Punkt, die Prüfungsmaßstäbe sind auch anders. Jetzt geht es zunächst nur darum, ob ein Verdachtsfall vorliegt. Beim Bundesverfassungsgericht würde es dann darum gehen, ob die Partei verboten wird. Da müsste noch gewissermaßen etwas Zusätzliches hinzukommen, nämlich die aktiv auf die Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung gerichtete Tätigkeit der AfD. Also unterschiedliche Verfahren. Das ist wichtig, glaube ich, auch für die Zuschauer. Vielen Dank, Dr. Josef Franz Lindner, für diese Erörterung. Dankeschön für die Einordnung. Gerne. Wiedersehen. Nach dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung ist Tesla-Chef Elon Musk heute persönlich zu seiner Fabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin angereist. Kurz vor Mittag tauchte der Firmenchef auf und wird von der Belegschaft jubelnd willkommen geheißen. Auf seinen Schultern die Tochter eines Mitarbeiters und er gestikuliert gemeinsam mit ihr für Motivation. Seit zwei Tagen ist Tesla wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Der Schaden wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt. Zeitgleich werden die Protestrufe von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit den Baumhäusern vorläufig noch bis Freitag. Der Ampelstreit um die Bezahlkarte für Asylbewerber, der geht jetzt in die neue Runde. Erneut blockieren die Grünen eine Abstimmung im Bundestag. Eigentlich sollte das Parlament noch in dieser Woche über eine Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes abstimmen, um Rechtssicherheit für die bundesweite Einführung der Karte zu schaffen. Dagegen sperren sich nun erneut die Grünen. Noch vor zwei Wochen hatte Wirtschaftsminister Habeck ein Lenken signalisiert. FDP-Fraktionschef Dürr rief alle Koalitionspartner dazu auf, dass das Thema Bezahlkarte so schnell wie möglich rechtssicher abgeschlossen wird. Man konnte es ja bereits erahnen, doch jetzt steht es auch fest. Bei der Präsidentschaftswahl in den USA kommt es im November zu einer Neuauflage des Duells von 2020. Joe Biden und Donald Trump haben sich bei den Vorwahlen ihrer Parteien die notwendigen Delegiertenstimmen gesichert. Offiziell gekürt werden die Kandidaten bei den Parteitagen im Sommer. Erstmals seit 1952 gibt es somit wieder die Situation, dass die vorangegangenen Wahlkämpfer vier Jahre später dieselben sind. Mehr von Jana Wochnig. Der selbstverliebte und der tattlige ältere Herr, bei dem jedes Bücken den Secret Service ins Schwitzen bringt, so könnte das Duell der Präsidentenanwärter auch lauten. Aber das ist gar kein Witz, das wird womöglich ein erbitterter Kampf, nicht nur um das Weiße Haus, sondern um die Balance in den tief gespaltenen Vereinigten Staaten. In den Ring ziehen zwei, die dieses Duell schon einmal bestritten haben bei der letzten Wahl 2020. Der Republikaner Donald Trump und Joe Biden von den Demokraten. Es endete mit dem Sturm aufs Kapitol, befeuert durch die Wahllügeattacken des Verlierers. Joe Biden wurde bekanntlich Präsident. Seitdem aber war klar, es könnte einen neuen Aufguss geben. Und hier stehen wir nun. Es fühlt sich an wie eine Revanche. Nur, die Punches sind schärfer geworden, schon in den Primaries, den Vorwahlkämpfen. Wir haben die dümmsten Leute in der Geschichte unseres Landes, die das Sagen haben. Das sind dumme Leute. Ich würde gern ein anspruchsvolleres Wort verwenden, aber das sind dumme Leute. Joe Biden sollte Amerika nicht wütend anschreien. Amerika sollte Joe Biden wütend anschreien. Donald Trump hat die Vorwahlen furios für sich entschieden. Keine Klage, kein Immunitätsstreit kann ihm bei seinen Anhängern etwas anhaben. Joe Biden hat auch deutlich gewonnen, aber praktisch keinen Gegenkandidaten gehabt. Nur sehr viel gegen Wind. Nicht mal wegen seiner Politik, sondern wegen seines Alters und der damit einhergehenden, sprichwörtlichen Stolperer, Versprecher, Vergesser. Das ist sowas wie der Leberhaken für den Gegner. Und Trump spricht prompt vom krummen Joe Biden. Everybody else to defeat crooked Joe Biden. Unter der Gürtellinie kontert Biden freilich nicht. Aber er versucht Trump in die Ringseile zu drücken. Ein wichtiger Punkt ist noch immer Trumps Wahlniederlage und dessen Verantwortung für den Sturm auf das Kapitol. Respektieren Sie freie und faire Wahlen, stellen Sie das Vertrauen in unsere Institutionen wieder her und stellen Sie klar, politische Gewalt hat in unserem Amerika keinen Platz. Trump wirkt mit seinen 77 Jahren und seiner Polemik energischer als Biden. Joe Biden ist ein US-Politiker der alten Garde, diplomatisch versiert. Wer die US-Wahlen als Schaukampf betrachtet, wettet womöglich auf Trump. Wer die USA weiter als Staat ernst nehmen möchte, vermutlich dagegen. Monatelang hatten nicht nur seine Angehörigen um ihn gebangt. Nun herrscht traurige Gewissheit über das Schicksal des 19-jährigen Itai Chen. Fünf Monate nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel ist der in den Gaza-Streifen verschleppte Deutsch-Israeli für tot erklärt worden. Es ist niederschmetternd zu erfahren, dass unser deutscher Landsmann Itai Chen, von dem wir gehofft hatten, dass er noch lebt, doch tot ist, schrieb Steffen Seibert, der deutsche Botschafter in Israel auf der Plattform X. Regierungsangaben zufolge sind noch rund 100 Geiseln in der Gefangenschaft der Hamas am Leben. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg wurde heute erneut und damit schon das zweite Mal in dieser Woche von der Polizei vom Haupteingang des schwedischen Parlaments in Stockholm entfernt. In Form eines sogenannten Sit-in-Protestes versuchte sie zusammen mit anderen Aktivisten auf die ihrer Meinung nach tödlichen Auswirkungen der Klimakrise und soziale Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Und ich höre gerade eben, Boris Pistorius nähert sich dem Mikrofon und wird da nochmal erläutern, weshalb die Bundeswehr sich jetzt an der Luftbrücke für Gaza beteiligen wird. Und ich freue mich, Ihnen nochmal mitteilen zu können, dass wir heute Abend um 18.30 Uhr den ersten Flug aus der deutsch-französischen Lufttransportstaffel aus Evreux nach Jordanien abgehen haben werden, sodass dann tatsächlich wie angekündigt bis zum Ende der Woche die ersten Abwürfe über dem Gazastreifen von humanitärer Hilfe, insbesondere medizinische Versorgung, aber auch Nahrung erfolgen können. Herr Minister, das ist jetzt erst mal eine humanitäre Hilfe, aber was kann man machen, um den Konflikt da ein Ende zu bereiten? Das ist ja zunächst mal eine Frage der mittleren Distanz, eine, die insbesondere zwischen den Regierungen erörtert werden, Außenpolitik. Das ist eine Frage der Regierungschefs. Ich bin mit meinem Gesprächspartner, mit meinem Kollegen in Tel Aviv im Gespräch. Aber hier geht es jetzt um die humanitäre Unterstützung der Menschen, die im Gazastreifen unter diesem Krieg zu leiden haben. Ich glaube, das steht heute im Vordergrund. Herr Minister, werden das nur zwei Hilfsflüge oder wird das quasi so ein Hilfskindelflugsystem werden, wo die Bundeswehr in den Feuchtigkeit reinfliegt? Es wird zwei Flugzeuge geben, dieser Staffel aus Evreux, die in Jordanien sein werden und von dort aus dann Flüge unternehmen. So oft es eben geht, jede Maschine kann etwa 18 Tonnen Güter aufnehmen. Die Mannschaften sind erprobt und erfahren, sodass ich davon ausgehe, dass es einige Flüge geben wird. Das hängt ab von dem Material und der Zuführung des Materials. Aber es wird nicht nur zwei Flüge geben. Die Flüge werden aufgenommen bis zum Ende der Woche und dann so lange fortgeführt, wie erforderlich und möglich. Welche Gefahren gibt es für die Soldaten? Wie gesagt, die Mannschaften sind außerordentlich erfahren. Das Ganze wird in einer Flughöhe passieren, die die Gefahren durch einen Beschuss vom Boden minimieren. Gleichzeitig sind sie so erprobt in den Verfahren, dass das, was abgeworfen wird, auch ankommt. Jedenfalls hoffen wir das. Ganz sicher kann man bei einer Flughöhe dieser Art nicht sein. Alle weiteren Details bitte ich um Verständnis. Das kann ich nicht ausbreiten, schlicht und ergreifend aus Gründen der Sicherheit der Operation. Kann man das irgendwie vergleichen mit den großen Windenbomben damals? Jede Verpflegung, jede Versorgung von den notgeratenen Menschen, die anderweitig nicht an medizinische Versorgung oder an Nahrungsmittelversorgung kommen kann, ist eine, die irgendwie vergleichbar ist. Aber es ist keine Luftbrücke in dem Sinne, sondern es sind Hilfsgüter, die über diesen Landstreifen abgeworfen werden, weil die Menschen dort in bitterer Not sind. Herr Minister, können Sie sagen, wie viel die deutsche Wirtschaft denn ausmacht, vielleicht auch in so Relationen wie bei Schussreifen, die da mit geplant sind lassen? Nein, das kann ich nicht. Herr Minister, was ist die Message, die Sie mit der A-Delivery senden, die A-Delivery senden? Jeder weiß, dass es wirklich wichtig ist, dass A-Delivery senden A-Delivery via die Straßen. Was ist diese Initiative dabei, die all die A-Delivery-A-Delivery-A-Delivery-A-Desi? Sie haben nur aufnachbächtigt, dass Sie nur aufnachbächtigen Beziehung an der Sicherheit und Anzeichen der Bevölkerung ausgleichen. This is crucial. We all have the responsibility to save as much life as possible. Eine Frage zum Taubus. Es heißt, dass Sie die Taubus jetzt um die Eingangsatzbereitung wollen. Heißt das, dass man dann schnell als Deutschland reagieren kann, wenn der Bundeskanzler doch seine Meinung ändert? Das hat damit überhaupt nicht zu tun, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, meiner Verantwortung gerecht zu werden. Die Systeme, die wir haben, die wir teilweise auch schon sehr lange haben, in den Status zu versetzen, in den sie gehören, wenn wir verteidigungsfähig sein wollen. Wenn Sie sagen, dass das jetzt von Ebrü nach Jordanien geht, wann wird also das erste Paket konkret in Gaza? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also bis zum Ende der Woche können Sie sicher davon ausgehen. Wann genau, kann ich nicht sagen. Das hängt von den weiteren technischen Vorbereitungen vor Ort ab. Aber die erste Maschine wird heute Abend Richtung Jordanien starten. Herr Minister, es gab einen Reuters-Bericht, dass eben auch der Eurofighter für den Taurus zertifiziert werden soll. Können Sie das bestätigen? Ich kann dazu gerade im Augenblick nichts sagen. Das sind keine öffentlichen Informationen. Gut, da hat er euch alle warm. Vielen Dank. Soweit die spontane Pressekonferenz mit Boris Pistorius zur Luftbrücke über dem Gazastreifen, die der Minister ja so aber nicht genannt haben will. Bis Ende der Woche werden also zwei Flugzeuge dort immer wieder Lebensmittel, andere Hilfspakete über dem Gazastreifen abwerfen. Allerdings in großer Höhe, damit man eben nicht in die Schusslinie geraten kann. Ganz ungefährlich für die Besatzungen ist es aber dennoch nicht, hat der Minister hier nochmal betont. Und zur Zertifizierung der Eurofighter für Taurus Marschflugkörper, da wollte er sich explizit nicht äußern. Wir machen eine kurze Pause und gleich geht es weiter bei uns mit einem Weltspezial. Und da geht es, Sie ahnen es, den Taurus. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749. Und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat Kriviri hat der ukrainische Präsident Zelensky Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Und vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline ist die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in Münchenrunden. 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwort-Szenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe, Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft dem vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze ... ... von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper. Vor allem die Union hatte zuvor angekündigt, den Kanzler grillen zu wollen. Konkrete Antworten blieb Scholz jedoch schuldig. Morgen soll erneut über eine mögliche Taurus-Lieferung für die Ukraine abgestimmt werden. Der grüne Anton Hofreiter will zwar nicht mehr für den Antrag der Opposition stimmen. Andere Abgeordnete der Ampel haben dabei aber offenbar weniger Hemmungen. Mehr von Philippa Vögelding. Schlagabtausch im Bundestag. Kanzler Scholz stellt sich seinen Kritikern versucht, bei der Regierungsbefragung klarzustellen, weshalb er weder einer Taurus-Lieferung an die Ukraine noch einem Ringtausch mit Großbritannien zustimmt. Es geht um die Beteiligung daran, wohin gezielt wird, wohin geschossen wird und wohin getroffen wird. Und das sollte nicht mit deutschen Soldaten passieren. Ich als Kanzler habe die Verantwortung zu verhindern, dass es zu einer Beteiligung Deutschlands in diesem Krieg kommt. Die Union hakt nach, unterstellt dem Kanzler Misstrauen gegenüber der Ukraine. Was bewegt sie eigentlich, dieses tapfere Volk und diese Armee, die sich bisher an alle Absprachen gehalten hat, ihr so zu misstrauen? Der Kanzler wird deutlich, verurteilt auch die Argumentation der Union. Wir vertrauen der Ukraine. Deshalb ist Deutschland unter den europäischen Staaten mit Abstand der größte Lieferant von Waffen. Das ist ein großes Vertrauen. Und es ist etwas, wovor sich die Bürgerinnen und Bürger fürchten, wenn zum Beispiel mit der Kategorie Vertrauen sie denen oder nicht gefragt und diskutiert wird. Obwohl es doch darum geht, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu garantieren. Und darauf habe ich ein Eid geleistet, Herr Kollege. Scholz macht deutlich, er wird seine Meinung nicht ändern. Doch die Fragezeichen bleiben. Verteidigungsminister Pistorius lässt aktuell alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Ein Routineprozess, sagen Experten. Doch die Nähe zur Taurus-Diskussion fällt auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht weiterhin auf der Bremse und fühlt sich bestätigt durch Umfragen, nach denen 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Die Union treibt das auf die Palme. Der Vorwurf, der Kanzler schüre Angst, verbreite Falschinformationen zu Taurus-Einsätzen. Unterdessen scheint man auch in Moskau angespannt. Russische Truppen sollen jetzt an der finnischen Grenze stationiert werden. Es wird mit Atomwaffen gedroht in Richtung Westen und den USA. Strategische Kommunikation, so Experten, auch aus Angst vor Marschflugkörpern. Mit solchen Waffen kann man wichtige Logistikknotenpunkte und Bauwerke für den Munitionsnachschub angreifen. All das tut der russischen Armee erheblich weh. Und deshalb will man natürlich diese Waffenlieferungen so weit wie möglich verhindern. Kanzler Scholz scheint empfänglich für Drohungen aus Moskau. Besonnen nennen das die einen, allzu ängstlich finden die anderen. Schon bei der Panzerhaubitze 2000 zögerte Scholz auch beim Leopard 2 und beim Marder-Schützenpanzer. Immer hieß es, das könnte zur Eskalation beitragen. Geliefert wurde am Ende aber trotzdem. Die Kanzlerbefragung beobachtet hat meine Kollegin Leonie von Rando im Deutschen Bundestag. Die Union wollte vom Kanzler ja konkret wissen, weshalb er mehrfach behauptet hat, dass deutsche Soldaten zur Bedienung der Taurus-Waffen benötigt würden. Wie hat der Kanzler denn darauf reagiert? Im Grunde hat er ja alle im Regen stehen lassen. So kann man das sagen. Er ist eigentlich auch nach dieser Fragerunde die Antwort darauf schuldig geblieben. Denn man muss ja sagen, er ist ganz explizit noch einmal gefragt worden danach, woran es denn liegt, dass er auch der Ukraine offenbar nicht vertraut, so sagt es zumindest die Union, und deshalb den Taurus nicht liefern möchte. Und da hat er sich doch mehrfach um eine ganz konkrete Antwort auf diese Frage gewunden. Einen Aspekt, den fand ich sehr interessant. Wir können das kurz auch noch einmal einblenden. Und zwar zu Beginn des Kanzlerstatements. Da war es so, beziehungsweise als er das Statement geschlossen hat, dass die SPD, also seine Fraktion, kräftig applaudierte, aber dagegen FDP und Grüne nicht applaudiert haben. Also da zeigt sich deutlich auch noch mal, dass es innerhalb der Union doch ziemlich Krach gibt. Jetzt wollen wir aber mal nachfragen bei Amira Mohamed Ali vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Auch sie hat die Debatte natürlich verfolgt. Guten Tag, Frau Mohamed Ali. Danke für die Frage. Guten Tag. Der Kanzler bleibt also bei seinem klaren Nein, was die Lieferung von Taurus-Marsch-Flugkörpern angeht, obwohl der Druck massiv gestiegen ist aus der Opposition, auch aus europäischen Nachbarstaaten. Können Sie seine Position verstehen? Ich finde, dass die Haltung von Kanzler Scholz an der Stelle wirklich richtig ist. Er hat es ja auch begründet, indem er gesagt hat, dass unter anderem diese Waffen deswegen nicht geliefert werden können, weil sie nur dann eingesetzt werden können, sinnvoll oder sicher, wenn deutsche Soldaten auch dabei sind. Und das ist tatsächlich die Gefahr einer Kriegsbeteiligung, was entsprechend Verheerung zufolge hätte. Trotzdem, ich habe es ja eben schon angesprochen, bleibt er die Erklärung schuldig, warum er der Ukraine nicht vertraut. Denn er argumentiert ja immer wieder, deutsche Soldaten müssten daran beteiligt sein, wenn der Taurus in die Ukraine geliefert wird. Sie sollen sozusagen die Steuerung übernehmen. Und genau das will er auf gar keinen Fall. Also sind Sie mit seiner Erklärung zufrieden? Haben Sie wirklich was Neues erfahren in puncto, warum traut er da der Ukraine nicht? Also was Neues habe ich jetzt nicht wirklich erfahren bei dieser Befragung, sondern das sind die Äußerungen, die Kanzler Scholz schon vorher getätigt hatte. Ich finde es, wie gesagt, richtig, weil ich diese Gefahr selber auch sehe. Aber das möchte ich auch sagen, nur weil ich diese Entscheidung des Bundeskanzlers richtig finde, halte ich den Kurs insgesamt, den die Bundesregierung einnimmt in diesem Krieg, den halte ich nicht für richtig, weil ich der Meinung bin, dass Waffenlieferungen, immer mehr Waffenlieferungen nicht der Weg zum Frieden sind, sondern dass es stattdessen Verhandlungen bräuchte. Gleichzeitig droht ja aber in Moskau Wladimir Putin ganz offen wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen. Er hat jetzt gerade noch einmal gesagt, man sei militärisch und technisch dazu in der Lage. Und viele haben hierzulande dann den Eindruck, dass sich Olaf Scholz sehr von einer Angst vor Wladimir Putin leiten lässt. Ist das auch Ihr Eindruck, dass er sozusagen Wladimir Putin da auf den Leim geht? Also ich kann jetzt nicht psychoanalysieren, was da jetzt den Bundeskanzler tatsächlich umtreibt. Aber dass Putin da jetzt mit solchen Waffen droht und diesen Einsatz sozusagen in Aussicht stellt, das ist ja ein Grund mehr, jetzt zu deeskalieren. Es ist leider die Realität, dass die Ukraine Russland militärisch nicht wird besiegen können. Das sagen ja auch Militärexperten auf der ganzen Welt. Und das hängt auch nicht an den Taurus-Marschlugkörpern oder irgendeiner anderen Waffe. Das ist nicht der sogenannte Game Changer, wie man immer sagt, sondern das wird den Krieg weiter in die Länge ziehen. Stattdessen braucht es unbedingt Verhandlungen, denn diese, auch die atomare Eskalation, das ist ja eine reale Gefahr. Russland ist leider die größte Atommacht der Welt. Ich finde das bedauerlich. Ich finde es sowieso bedauerlich, dass es Atomwaffen auf der Welt gibt. Aber das ist die Realität und das ist ein großes Risiko, dass man auch genauso einschätzen muss, dass diese Gefahr real besteht. Jetzt ist es ja aber so, dass die Ampelkoalition sehr gespalten in dieser Frage war um die Taurus-Lieferung. Wir haben es vorhin schon kurz nochmal eingeblendet. Es gab keinerlei Applaus von FDP und Grünen nach dem Statement des Kanzlers. Da wurde also nochmal ganz offensichtlich, wie gespalten diese Koalition auch ist. Wie beobachten Sie das aus der Opposition heraus? Was für ein Bild gibt die Ampel da? Ja, ich habe das auch genauso wahrgenommen. Also das ist ja leider auch an der Frage jetzt nicht neu, aber die Koalitionäre sind sich wieder mal sehr uneins. Sie zeigen das auch. Sie tragen ihre Streitereien und Auseinandersetzungen da öffentlich zur Schau. Das ist natürlich nicht gut für unser Land. Das muss man ganz klar sagen. Eine Regierung, die sich nicht einig ist, die nicht weiß, wo sie hin will, das ist nicht gut. Wie beurteilen Sie da auch die Performance des Kanzlers? Denn seine Aufgabe wäre es doch da eigentlich, Führung zu zeigen und seine Koalitionspartner hinter sich zu scharen, zu versammeln. Und das gelingt offensichtlich in großen Teilen nicht. Ja, Sie sagen es. Also das ist keine gute Performance. Das wäre eigentlich seine Aufgabe, aber offensichtlich hat er nicht die Autorität. Zumindest wird das nicht so wahrgenommen. Ich meine, wir haben ja auch erlebt, dass Mitglieder der FDP, die Frau Strack-Zimmermann, dass die öffentlich verkündet haben, dass sie einem Antrag der Union zustimmen werden, einen Umzug auf dieses Thema und so weiter. Also da scheint wenig Respekt vorhanden zu sein und auch das ist nicht gut. Deutliche Worte. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Mohamed Ali. Und damit gebe ich zurück nach Berlin ins Studio. Leonie, vielen Dank für dieses Gespräch, für die Einordnung. Dankeschön. Und von Berlin aus gehen wir gleich weiter zu Ibrahim Naber, der ist in der Ostukraine in Slowiansk. Ibrahim, wie verfolgt man denn in der Ukraine die aktuelle Taurus-Debatte hier in Deutschland? Ja, ich erlebe es relativ selten, dass die Soldaten direkt an der Front die große Weltpolitik so verfolgen. Aber als ich jetzt vor zwei Tagen auf Nachtmission mit Soldaten bei Bachmuth war, da wurde ich wirklich ganz am Anfang mehrfach darauf angesprochen, auf diese Taurus-Debatte. Warum liefert Deutschland Taurus nicht? Warum zögert Scholz? Das haben mich die Soldaten gefragt. Diese Fragen stellen sie natürlich auch, weil die Lage für sie an der Front aktuell extrem schwierig ist. Wir hatten vor wenigen Wochen ausführlich auch bei Weltruhr berichtet, dass die Stadt Avdievka hier im Osten der Ukraine gefallen ist, nach Monaten der Schlacht. Hier rücken die russischen Truppen aber weiter langsam vor. Und die Sorge ist eben groß, dass es zu einem viel größeren Durchbruch an einer Frontstelle kommen könnte, weil der Druck der russischen Truppen aktuell einfach enorm ist. Woran liegt das? Das liegt vor allem daran, dass es der Ukraine an Personal fehlt. Viele, viele Soldaten sind schon seit vielen Monaten im Einsatz, ohne Pausen zu bekommen, weil sie einfach unterlegen sind, was das Personal angeht, was die Vielzahl der Soldaten angeht. Zum anderen haben sie eben auch bei den Artilleriegranaten weiter große Probleme. Da gibt es ein Missverhältnis von 1 zu 5 aus ukrainischer Sicht. Die Russen feuern etwa 10.000 Granaten pro Tag an der gesamten Front, die Ukraine nur 2.000. Und auch was diese weitreichenden Waffen angeht, Taurus ist ja nur ein Beispiel, hat die Ukraine einfach viel zu wenig zu bieten, um die Russen da wirklich ernsthaft in Gefahr zu bringen. Dazu kommen dann noch die russischen Angriffe auf Zivilisten, auf Städte, unter anderem auf die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Silensky, Krivery. Was steckt dahinter? Wir hatten ja gestern darüber berichtet, dass es russische Staatsangehörige auf Seiten der Ukraine gibt, die gestern erst auf russisches Territorium übergegangen sind. Die haben da einen kleinen Angriff in Grenzdörfern gestartet. Und das hat am Ende keine großen militärischen Auswirkungen, aber es war natürlich ein symbolischer Angriff der Ukraine, wie wir es schon zuvor im vergangenen Jahr auch schon mal hatten. Und die Angriffe jetzt auf die Geburtsstadt von Präsident Silensky sind für mich einfach ein Vergeltungsschlag. Da will man ganz klar sagen, diese Grenzübertritte aus russischer Sicht, die nehmen wir nicht hin. Und dann treffen wir eben die Geburtsstadt von Präsident Silensky. Es kam aber auch zu Angriffen auf Sumi, eine andere ukrainische Stadt. Auch dort wurden Wohnhäuser getroffen. Auch dort sind Zivilisten gestorben und es kam zu Dutzenden Verletzten. Ibrahim, vielen Dank für diese Einordnung aus der Ostukraine. Dankeschön. Und von dort gehen wir gleich weiter. Zugeschaltet ist jetzt der Militärexperte Wolfgang Richter. Er ist Oberst AD. Herr Richter, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Simons. Bundeskanzler Scholz, der hat jetzt ja sein Nein zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine noch mal bekräftigt. Ist das aus rein militärischer Sicht, ich will da keine politische Einordnung, aus rein militärischer Sicht möglicherweise ein Fehler? Das Land gerät ja immer mehr in die Defensive, wie wir auch gerade eben von unserem Korrespondenten aus der Ukraine gehört haben. Ja, es fällt natürlich schwer, eine rein militärische Sicht hier zu produzieren. Denn natürlich kann man vereinfacht sagen, der Taurus-Marschflugkörper ist ein sehr potentes Waffensystem mit einer hohen Reichweite, mit der großen Durchschlagskraft, großer Präzision und auch gehärtet weitgehend gegen elektronische Gegenmaßnahmen. Insofern sicherlich ein potentes System, kein Game Changer, wie viele behaupten. Das ist kein einzelnes System. Es gibt keine Wunderwaffen. Aber natürlich hat es militärisch eine Wirkung. Gleichwohl muss man überlegen, welche Ziele es treffen könnte. Und das ist wohl die Überlegung auch des Kanzlers. Jetzt bin ich doch wieder etwas im politischen Bereich. Aber militärische Überlegungen lassen ja Eskalationsüberlegungen nicht völlig aus, sondern natürlich muss man auch daran denken, welches Risikopotenzial besteht. Ich glaube, das ist die Überlegung des Kanzlers, dass er sagt, das muss unter deutscher Kontrolle bleiben. Oder umgekehrt, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass strategisch wichtige Ziele getroffen werden mit deutscher Beteiligung. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Natürlich könnte man sagen, auch Storm Shadow hat wichtige Ziele bekämpft. Zum Beispiel das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte. Es hat die Chonga-Brücke schon im Juni des letzten Jahres angegriffen. Das ist eine Brücke, die die Halbinsel Krim mit dem ukrainischen Festland verbindet und diese Brücke beschädigt. Aber das ist eine andere Klasse, wenn man also sagt, wir wollen die Kerchbrücke zerstören. Oder wir wollen irgendwelche Bomberplätze angreifen und dort Depots zerstören, die möglicherweise auch Nuklear-Munition haben. Also das muss man alles im Gesamtkontext abwägen. Und natürlich spielt es eine große Rolle, wie sich die USA verhalten. Die USA selber sind nicht bereit, so ein Risiko einzugehen. Sie haben ihre Attack-Am-Lieferungen erheblich eingeschränkt, und zwar von der Reichweite. Sie hat nur ein Drittel der Reichweite der Taurus, aber auch vom Sprengkopf her, das ist Spreumunition, keine durchschlagende Explosions-Munition. Und auch von der Präzision her, denn die Streuerungssysteme sind weitaus weniger redundant als die des Taurus. Vor diesem Hintergrund oder vor dem Hintergrund dieser Debatte hier in Deutschland wiederholt Wladimir Putin jetzt in Russland seine Atomdrohungen. Ist das ein Zufall oder dann doch eher eine Einschüchterungsstrategie? Also wir hören ja diese nuklearen Signale schon seit langer Zeit. Was die russische Seite sagt, ist, wenn es zu einem unmittelbaren Konflikt käme zwischen NATO-Staaten oder der NATO als Ganzes und Russland, dann ist eine nukleare Eskalation nicht ausgeschlossen. Das ist etwas, was jeder weiß, das braucht man nicht eigentlich zu betonen. Aber natürlich will die russische Seite es betonen, um zu sagen, das ist der Weg in Richtung Armageddon. Und deswegen gab es ja eigentlich auch zwischen den NATO-Führern, also der wichtigen NATO-Staaten, aber auch dem Generalsekretär, die längste Äußerung hat das nochmal unterstrichen, eine einheitliche Linie, die sagt, wir werden nicht Kriegspartei. Wir wollen die Ukraine unterstützen, damit sie sich verteidigen kann. Aber wir wollen nicht selbst in diesen Konflikt hineingezogen werden. Auch Putin weiß natürlich ganz genau, dass eine nukleare Eskalation natürlich auch zwei Seiten hat. Das heißt, die Abschreckung wirkt sowohl auf der westlichen Seite, aber sie wirkt natürlich auch in Russland. Es kann natürlich auch kein vernünftiges Ziel Russlands sein, eine nukleare Eskalation herauszufordern. Und es gilt immer noch der Satz, den seinerzeit Regen und Gorbatschow gesprochen haben und der vor zwei Jahren wiederholt worden ist von den fünf ständigen Sicherheitsratsmitgliedern, der da lautet, ein nuklearer Krieg kann nicht gewonnen werden, er darf nie geführt werden. Das ist eigentlich die Geschäftsgrundlage zwischen den Nuklearnächten. Herr Richter, wir haben noch einen Aspekt, über den wir mit Ihnen reden wollen. Denn wegen der Blockade des 60 Milliarden Dollar Paketes für die Ukraine im US-Kongress hat das Weiße Haus ein militärisches Nothilfepaket beschlossen. Somit sollen Waffen und andere Ausrüstungen im Wert von 300 Millionen Dollar für Kiew bereitgestellt werden. Das kündigte das Pentagon an. Damit werde auf einige der dringendsten Bedürfnisse der ukrainischen Armee reagiert. Die von Präsident Biden im Haushalt ursprünglich vorgesehenen rund 60 Milliarden Dollar für die Ukraine werden von den Republikanern ja bekanntlich seit Wochen im Repräsentantenhaus blockiert. Herr Richter, damit zurück zu Ihnen. Diese 300 Millionen, ist das jetzt mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein? Also es ist sicherlich ein Beitrag, denn mit 300 Millionen kann man ja doch einiges an Munition senden oder auch Waffensysteme, auch Nachlademunition, vielleicht sogar Artillerierohre. Ich weiß nicht genau, wie dieses Paket sich am Ende zusammensetzt. Aber eines ist auch klar, es wird aus dem laufenden Bestand genommen. Und das ist natürlich eine exekutive Entscheidung, die der Präsident fällen kann, der zu Lasten der Vorräte der Armee geht. Aber es ist eben nicht das zusätzliche Geld, also nicht diese 61 Milliarden Dollar, die eigentlich vorgesehen waren für die Ukraine, die der Kongress, also die republikanische Mehrheit nach wie vor verhindert, weil die republikanische Partei selber zur Geisel genommen wird von einer relativ kleinen, aber doch mächtigen Minderheit innerhalb der Partei. Insofern wird es doch wahrscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein bleiben, wie Sie sagen, weil das größere Paket nötig wäre, um die langfristige Durchhaltefähigkeit der Ukraine zu sichern. Und hier stellt sich eben dann die Frage an die Europäer, ob sie in der Lage sind, das auszugleichen. Und wir haben ja nun gerade festgestellt, wie schwierig das ist, in kurzer Zeit aus einer freien Marktwirtschaft von einer Friedensökonomie auf eine Kriegsökonomie umzuschalten. Das geht nicht so einfach. Es dauert nicht nur Monate, es wird Jahre dauern. Und das ist das eigentliche Problem, vor dem die Ukraine im Moment steht. Sagt Oberst AD Wolfgang Richter. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gerne, Herr Simon. Alles Gute. Wir haben es gerade eben ja schon kurz umrissen. In einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen hat Russlands Präsident Putin die Überlegenheit Russlands bei der nuklearen Bewaffnung betont. Sein Land sei jederzeit bereit, seine Atomwaffen einzusetzen, wenn die Existenz des russischen Staates bedroht sei. Wir hören da nochmal rein. Aus technischer Sicht sind wir natürlich bereit. Die Raketen sind ständig kampfbereit, erstens. Und zweitens, und das wird von allen akzeptiert, unsere nuklearen Systeme sind moderner als jeder anderen Systeme. Eigentlich haben nur wir und die Amerikaner einen solchen Stand. Und wir sind viel weiter fortgeschritten als sie. Unsere Systeme und das gesamte Kernelement sind moderner. Und damit gehen wir gleich weiter zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner nach Moskau. Christoph, wie muss man diese, ich will mal sagen, Drohung Wladimir Putins jetzt einordnen? Also, Vladimir Putin droht fast schon in jedem größeren Interview der jüngsten Vergangenheit damit, dass Atomwaffen zum Einsatz kommen könnten, falls dafür die Voraussetzungen gegeben sind. In der russischen Militärdoktrin heißt es, dass Russland Atomwaffen anwenden kann, wenn die Existenz der russischen Föderation in Gefahr ist. Oder wenn Russland mit Atomwaffen angegriffen wird oder mit konventionellen Waffen angegriffen wird und daraus dann eben eine prekäre Situation für die Existenz Russlands werden kann. Das ist es, was da seit Jahren in der Doktrin steht und davon weicht der russische Präsident nicht ab. Aber er lässt eben auch kaum eine Gelegenheit aus, immer wieder Warnungen an den Westen auszusprechen. Er geht nicht zu weit, überschreitet nicht die wirklich letzten großen Linien. De facto ist Russland bereit, eben dieses Arsenal einzusetzen, wenn es dann nötig werden sollte. Und dann ist wahrscheinlich erst einmal die Rede von taktischen Atomwaffen, über die ja Russland auch zur Genüge verfügt. Aber wie gesagt, keiner ist in der Lage zu sagen, wann denn eine solche wirklich letzte rote Linie überschritten werden würde. Es besteht immer der Verdacht, jetzt auch im Zusammenhang mit der Taurus-Diskussion, dass das so eine rote Linie sein könnte. Aber im Endeffekt wissen tut es dann eben doch keiner. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass dieser deutsch-schwedische Marschflugkörper für die Russen eine extreme Bedrohung wäre. Sie großen Respekt vor dieser Waffe haben. Vielleicht muss man das Ganze auch schon Angst nennen. In der Vergangenheit bin ich auch immer wieder in Diskussionen mit kremlnahen Beamten gefragt worden, was ist denn jetzt, kommt diese Waffe, was ist der letzte Stand, als ob ich sowas als Reporter wissen würde. Aber das zeigt eben schon die Brisanz der Lage. Und jetzt hat ja auch noch mal die Duma am heutigen Tag gewarnt und gesagt, Deutschland sollte die Finger lassen von solchen Lieferungen. Denn dann könnte es sein, dass Deutschland direkt in diesen Krieg hineingezogen wird. Die Drohungen von Putin mit Atomwaffen, die Drohungen von Dmitri Medvedev, seinem Intimus, der dann auch sogar noch sich hat dazu hinreißen lassen, zu sagen, Tod den faschistisch-deutschen Okkupanten. Das sind natürlich alles Dinge, die es so in der Vergangenheit natürlich nicht gegeben hat und die heute in irgendeiner Form schon alarmierend sind, weil sie eben beweisen, wie nervös der Kreml zum Teil ist und wie aufgeregt dann auch zum Teil diverse Kreml-Vertreter sind. Christoph, es heißt, es gab einen Angriff auf die Stadt Wolkow. Hast du da weitere Details dazu? Ja, es gab jetzt einen Angriff auf Leonid Wolkow. Das ist einer der Mitstreiter von Alexej Nawalny. Alexej Nawalny ist ja vor wenigen Wochen im russischen Straflager in der Nähe von Salichard verstorben. Seine Mitstreiter sagen, dass er dort in Haft umgebracht worden sei. Das wird natürlich hier dementiert. Das heißt, er sei eines natürlichen Todes gestorben und einer dieser wichtigsten Männer rund um Alexej Nawalny ist eben Leonid Wolkow, der im Exil lebt in Litauen, in Vilnius. Und der ist da wohl gestern Abend angegriffen worden von ein oder zwei Männern direkt vor seinem Haus. Da hat man dann das Auto mit einem Hammer angegriffen, hat die Scheibe zerschlagen und hat dann auf Wolkow eingedroschen mit diesem Hammer. Er selbst hat das dann so ausgedrückt, dass er sich vorkam, fast schon wie ein Kotelett. Und dann hat man ihm dabei den Arm gebrochen. Er musste ins Krankenhaus, ist jetzt wieder zu Hause und hat eben gesagt, dass das ein Gruß von Putin sei. Keiner kann das natürlich verifizieren, wer hinter diesem Angriff steckt. Aber das Team von Alexej Nawalny ist weiterhin aktiv und fordert auch dazu auf, die Präsidentschaftswahlen, die jetzt von 15. bis 17. März hier stattfinden, zu boykottieren. Und Wolkow ist eben einer dieser führenden Köpfe des Nawalny-Teams, das vor allem aus dem Ausland, aus dem Exil heraus agiert. Christoph, vielen Dank und vielen Dank nochmal für die Klarstellung. Dankeschön. Soweit unser Weltspezial zum Thema Taurus. Gleich geht es weiter mit meiner Kollegin Fanny Fee Werther. Und die schaut dann nochmal auf den Wahlkampf in den USA. Denn da ist es jetzt klar, wir wissen es jetzt, es wird zu einer Neuauflage des Duells von 2020 kommen. Bis später. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749 und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat, Kriviri, hat der ukrainische Präsident Zelenskyy Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketeneingriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge Streiken. Betroffen sind die Abflüge in Münchenrunden. 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitshinterlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grämmen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die U-Stand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft dem vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tesla Schleif-Idelmask offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Noch ist das vom E-Auto-Bauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig bis kommenden Freitag. Die rechtsextremen Tendenzen in der AfD sind in der Bevölkerung und bei den Gerichten weiterhin ein großes Thema. So wird heute in Münster vor dem Oberverwaltungsgericht die Berufungsverhandlung AfD gegen den Bundesverfassungsschutz fortgesetzt. Am ersten Tag verzögerte die AfD mit zahlreichen Beweis- und Befangenheitsanlagen. Neuauflage des Duells von 2020. Jetzt ist es offiziell. Bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November treten Joe Biden und Donald Trump wieder gegeneinander ab. Ist die AfD ein rechtsextremistischer Verdachtsfall? Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen setzt heute die Berufungsverhandlung dazu fort. Ein Urteil könnte sich aber verzögern. Und das Fußballmärchen geht weiter nach Bayern. Und Frankfurt scheitert mit Gladbach der dritte Bundesligist im DFB-Pokal am 1. FC Saarbrücken. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt an diesem Mittwochnachmittag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Jetzt ist es offiziell. Bei der US-Präsidentschaftswahl im November kommt es zum Rematch. Donald Trump gegen Joe Biden. Der Ex- und der amtierende US-Präsident haben sich bei den Vorwahlen ihrer Parteien die notwendigen Delegiertenstimmen gesichert. Erstmals seit 1952 gibt es somit wieder die Situation, dass die vorangegangenen Wahlkämpfer vier Jahre später dieselben sind. Formal gekürt werden die Kandidaten bei den Parteitagen im Sommer. Der Wahlkampf ist allerdings schon jetzt in vollem Gange und er dürfte von Woche zu Woche schmutziger werden. Der selbstverliebte und der tattlige ältere Herr, bei dem jedes Bücken den Secret Service ins Schwitzen bringt, so könnte das Duell der Präsidentenanwärter auch lauten. Aber das ist gar kein Witz. Das wird womöglich ein erbitterter Kampf, nicht nur um das Weiße Haus, sondern um die Balance in den tiefgespaltenen Vereinigten Staaten. In den Ring ziehen zwei, die dieses Duell schon einmal bestritten haben, bei der letzten Wahl 2020. Der Republikaner Donald Trump und Joe Biden von den Demokraten. Es endete mit dem Sturm aufs Kapitol, befeuert durch die Wahllügeattacken des Verlierers. Joe Biden wurde bekanntlich Präsident. Seitdem aber war klar, es könnte einen neuen Aufguss geben. Und hier stehen wir nun. Es fühlt sich an wie eine Revanche. Nur, die Punches sind schärfer geworden, schon in den Primaries, den Vorwahlkämpfen. Wir haben die dümmsten Leute in der Geschichte unseres Landes, die das Sagen haben. Das sind dumme Leute. Ich würde gern ein anspruchsvolleres Wort verwenden, aber das sind dumme Leute. Joe Biden sollte Amerika nicht wütend anschreien. Amerika sollte Joe Biden wütend anschreien. Donald Trump hat die Vorwahlen furios für sich entschieden. Keine Klage, kein Immunitätsstreit kann ihm bei seinen Anhängern etwas anhaben. Joe Biden hat auch deutlich gewonnen, aber praktisch keinen Gegenkandidaten gehabt. Nur sehr viel gegen Wind. Nicht mal wegen seiner Politik, sondern wegen seines Alters und der damit einhergehenden, sprichwörtlichen Stolperer, Versprecher, Vergesser. Das ist sowas wie der Leberhaken für den Gegner. Und Trump spricht prompt vom krummen Joe Biden. Unter der Gürtellinie kontert Biden freilich nicht. Aber er versucht Trump in die Ringseile zu drücken. Ein wichtiger Punkt ist noch immer Trumps Wahlniederlage und dessen Verantwortung für den Sturm auf das Kapitol. Respektieren Sie freie und faire Wahlen, stellen Sie das Vertrauen in unsere Institutionen wieder her und stellen Sie klar, politische Gewalt hat in unserem Amerika keinen Platz. Trump wirkt mit seinen 77 Jahren und seiner Polemik energischer als Biden. Joe Biden ist ein US-Politiker der alten Garde, diplomatisch versiert. Wer die US-Wahlen als Schaukampf betrachtet, wettet womöglich auf Trump. Wer die USA weiter als Staat ernst nehmen möchte, vermutlich dagegen. Michael Wöhlenweber zugeschaltet aus Washington. Michael, die Kandidaten stehen jetzt also fest. Es dürfte ein Kopfrennen werden. Wer liegt bei den Amerikanern aktuell vorne? Na ja, wenn man auf die Umfragen schaut, auf die letzten relevanten Umfragen, dann legt Donald Trump vorne, teilweise mit erheblichem Abstand, mit 5 Prozentpunkten. Aber es gibt auch andere Umfragen, das sind die, die Joe Biden dann anführt, wo er die Nase vorn hat und er die Medien dann beschuldigt, die nicht so prominent zu publizieren. Also mit anderen Worten, es gibt ein unterschiedliches Meinungsbild, Tendenz, aber ganz glasklar im Moment Donald Trump. Aber die Frage ist natürlich, was heißt das dann konkret? Donald Trump macht ja eigentlich schon seit Monaten den Wahlkampf. Der amtierende Präsident, der steigt oder ist jetzt erst gerade so richtig eingestiegen. Und Campaigning Matters heißt es immer, da könnte sich nur einiges tun. Im Übrigen konzentriert es sich ja so oder so auf einige wenige Staaten, die entscheidend sind dann für die Wahl, die sogenannten Swing States. Also da kann man durchaus noch etwas bewegen. Und der Wahlkampf, der hat acht Monate vorher ja schon, vor dem Wahltermin ja schon voll angefangen. Das ist sehr, sehr unüblich, das hat es so noch nie gegeben. Wir sehen heute zum Beispiel wieder Donald Trump und Joe Biden gemeinsam, nicht gemeinsam, aber an unterschiedlichen Orten, Campaigning, also wahlkämpfend in den entscheidenden Bundesstaaten. Das haben wir gestern gesehen, das haben wir am Samstag gesehen. Jetzt geht es also tatsächlich Schlag auf Schlag. Und vielleicht noch ein Wort tatsächlich zu den Aussetzern von Joe Biden. Man muss da, glaube ich, immer gleichzeitig auch mit im Mund haben und darüber reden, dass Donald Trump Aussetzer ja ebenfalls hat. Erst gestern haben die Demokraten da ein paar nette Zusammenschnitte präsentiert, also über die Erinnerungslücken von Donald Trump und dann auch seine Schwierigkeiten, altersbedingte Schwierigkeiten. Also da gibt sich der eine dem anderen nicht so viel, würde ich einmal sagen. Und wenn man jetzt mal einen Ausblick wagen würde, einen persönlichen Ausblick vielleicht in diesem Fall. Es hat ja so ein bisschen den Anschein, Donald Trump ante Portas, Donald Trump vor ein paar Monaten noch totgeschrieben, jetzt ganz oben. Also mein Eindruck ist, dass man Joe Biden keinesfalls abschreiben sollte, denn es könnte durchaus noch viel passieren. Und ja, unabhängig davon, dass Donald Trump ja viele seiner Legal Problems, also seiner Prozesse irgendwie im Griff zu haben scheint, dass er sie verlegen konnte, dass sie sich verspäten über die Wahl hinaus, also nicht mehr so wirklich relevant werden. Ein Prozess hat er noch an der Hacke, der wird ja auch beginnen am 25. März. Und da könnte er als Straftäter verurteilt werden. Das ist sicherlich der schwachste Case in New York. Da geht es um Hash Money, also um die Schweigegeld-Affäre mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels, eine Affäre aus dem Wahlkampf 2016. Das ist nicht so wirklich richtig spannend, aber könnte vielleicht doch den einen oder anderen Republikaner am Ende abschrecken, einen vielleicht dann verurteilten Straftäter wählen zu müssen oder es dann lieber sein zu lassen. Also acht Monate, glaube ich, ist eine lange, lange Zeit und wir sollten auf keinen Fall im Moment Donald Trump als Gesetz hinnehmen. Und vielleicht schreckt den einen oder anderen Republikaner ja auch ab, das, was Donald Trump, Viktor Orban am Wochenende gesagt hat. Da sagte er nämlich, er würde für die Ukraine keinen, keinen Cent geben. Und das könnte einen traditionellen Republikaner tatsächlich motivieren zu sagen am Ende. Nein, danke, Donald Trump, da bleibe ich. Wenn ich schon nicht Biden wählen möchte, lieber auf dem Sofa sitzen. Michael, danke schön. Nach Washington. Wieder schlechte Nachrichten für alle Reisenden in Deutschland. Die Gewerkschaft Verdi hat das Luftsicherheitspersonal auch am Freitag zu Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen aufgerufen. Das teilte der Flughafen Hannover mit. Wir haben noch keine Infos dazu, welche Flughäfen in Deutschland betroffen werden sein. Bereits für morgen hatte die Verdi ja die Beschäftigten in der Luftsicherheit zu ganztägigen Streiks aufgerufen. Dann sind die Flughäfen Karlsruhe, Baden-Baden, Köln, Berlin, Hamburg und Stuttgart betroffen. Die israelische Armee hat im Zuge eines Pilotprojekts Lastwagen mit Hilfsgütern direkt in den Norden des Gazastreifens fahren lassen. Sechs Lastwagen mit Hilfsgütern des Welternährungsprogramms sind über eine Militärstraße in den Norden des Palästinensergebiets gefahren. Israel steht unter massiven Druck, mehr Hilfen in den Gazastreifen zu lassen. Mittlerweile werfen mehrere Staaten Hilfsgüter auch aus der Luft ab und heute hat Bundesverteidigungsminister Pistorius dafür auch grünes Licht für die Luftwaffe gegeben. Unterdessen soll Ministerpräsident Netanyahu laut Medienberichten vor Wut über einen Bericht von US-Geheimdiensten schäumen. Diese prognostizieren Massenproteste in Israel, die Netanyahus Rücktritt und Neuwahlen fordern werden. Das Vertrauen in seine Führungsqualitäten sei verloren, so der Bericht. Monatelang hatten nicht nur seine Angehörigen um ihn gebangt. Jetzt herrscht traurige Gewissheit über das Schicksal des 19-jährigen Itai Shen. Fünf Monate nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel ist der in den Gazastreifen verschleppte Deutsch-Israeli für tot erklärt worden. Es ist niederschmetternd zu erfahren, dass unser deutscher Landsmann, von dem wir gehofft haben, dass er noch lebt, tot ist, schreibt Steffen Seibert, der deutsche Botschafter in Israel. Regierungsangaben zufolge sind noch rund 100 Geiseln am Leben. Bei mir im Studio ist jetzt Melody Sucharewitsch. Sie ist Kommunikations- und Strategieberatung und Sie leben in Israel. Schön, dass Sie bei uns sind. Dankeschön für den Besuch. Hallo, Fanny, sehr gerne. Heute also diese Nachricht von dem toten Deutsch-Israeli. Und das heißt, 100 Geiseln leben noch, befinden sich in der Gewalt der Hamas in Gaza. Das heißt, die Angehörige von 100 Geiseln bangen weiterhin um das Leben ihrer Liebsten. Gibt es denn irgendwelche Lebenszeichen oder gibt es irgendwelche Anzeichen, dass es bald vielleicht wieder einen Deal mit der Hamas geben könnte zur Freilassung weiterer Geiseln? Also was die Lebenszeichen betrifft, befinden sich die Angehörigen und ganz Israel in einer absolut unerträglichen Situation, denn sie wissen nichts. Es gab bis heute nach fünf Monaten nicht einen einzigen Besuch des Roten Kreuzes bei den Geiseln. Das heißt, die Angehörigen wissen nicht, ob sie überhaupt leben. Sie wissen nicht, ob sie Wasser haben, ob sie Medikamente haben. Viele der Geiseln sind chronisch krank. Viele wurden angeschossen und schwer verletzt während den Attacken am 7. Oktober und haben bis heute keine richtige Behandlung bekommen. Das heißt, es ist für die Familien und für uns alle eine wirklich surreale Situation zu wissen, die sind nur ein paar Kilometer von zu Hause entfernt, aber werden gefoltert, werden vergewaltigt und das alles unter dem Radar der Welt. Jeder weiß es, internationale Foren kommen jetzt erst, die UNO kommt jetzt erst langsam auf den Gedanken, die sexualisierte Gewalt der Hamas zu verurteilen nach fünf Monaten, sodass es wirklich für die Menschen in Israel, für die Angehörigen der Geiseln eine unerträglich schwierige Situation ist. Da kann man auch hinzufügen, die UNO hat ja nur gesagt, es gebe den Verdacht, dass Frauen vergewaltigt wurden. Es gibt ja genug Zeugen und Bilder, muss man dazu auch sagen. Ja, und stellen Sie sich mal vor, da ist eine Mutter, die auch übrigens vor zwei Wochen in Deutschland war, da ist die Mutter von der Soldatin Nama Levi, die auch bekannt wurde wegen den Videos. Man sieht, dass dieses Mädchen vergewaltigt, halb verblutet von diesen Dschihadisten in ein Auto gezerrt wird. Und dann muss sich diese Mutter, die mit diesem Schmerz, mit dem Trauma lebt, mit der Angst und dem Wissen, dass ihre Tochter Tag für Tag vergewaltigt misshandelt wird, muss sie sich auch noch anhören, dass der internationale Körper, der sich eigentlich um das Wohlergehen ihrer Tochter kümmern sollte, dafür kämpfen sollte und fordern von Hamas, dass dieses Kind freigelassen wird, muss sie sich anhören, es gibt den Verdacht und auch das erst seit fünf Monaten. Also das ist eine wirklich surreale Situation, mit der man sich eigentlich nur noch an den Kopf langen kann. Auf der anderen Seite gibt es die Kritik des Westens am israelischen Militäreinsatz in Gaza und diese Kritik nimmt zu. Auch die Kritik an Netanjahu steigt. Sie sind ja seit dem 7. Oktober in der ersten Reihe mit dabei, plädieren für diesen Militäreinsatz, verteidigen ihn auch. Was entgegnen Sie den Kritikern heute? Ich möchte eine Sache klarstellen. Ich, wie eigentlich alle in Israel, plädiere für keinen Militäreinsatz, sondern ich plädiere für Sicherheit. Das heißt, um sicher zu gehen, dass so etwas wie der 7. Oktober nie wieder passiert, gibt es nur eine Lösung leider. Und da sich die Hamas nicht freiwillig ergibt und da ich nicht sehe, wie sich eine internationale Koalition gründet, bildet, um Tag für Tag Druck auf die Hamas auszuüben und wirklich alle Joker zu nutzen, um sie in die Knie zu zwingen, sondern dass der Druck auf Israel schwenkt. Israel hat keine andere Möglichkeit, das eigene Land, die Zivilisten vor so einem Terror zu schützen, als die Hamas zu vernichten. Und das geht nur mit einem Militäreinsatz. Wer könnte hier Druck machen auf die Hamas? Wen haben sie im Sinn? Welche internationalen Player? Es ist ja kein Geheimnis, dass die Hamas Muslimbrüder sind und dass sie einer jihadistischen Ideologie angehören, die eben sehr eng mit den Muslimbrüdern verbandelt sind. Und es ist wiederum kein Geheimnis, welche Staaten, vor allem innerhalb der muslimischen Staaten, sagen wir mal, eng verbandelt sind auch mit den Muslimbrüdern. Und dazu gehört nun mal Katar. Deshalb ist Katar ein sehr, sehr wichtiger Player. Eben nicht nur, weil die Führerschaft der Hamas in Doha sitzt, die externe, sondern eben auch, weil es dort andere Verbindungen gibt. Die Türkei ist ein relevanter Akteur, der bis heute aber noch nicht, so wie ich meine, zumindest nicht in Bezug auf die Geiseln aktiv geworden ist. Im Gegenteil, Erdogan macht eigentlich das Gegenteil, unterstützt die Dschihadisten, unterstützt die Hamas. Und es gibt natürlich die internationalen Akteure wie die USA. Deutschland spielt eine wichtige Rolle, nicht nur, weil es deutsche Staatsbürger unter den Geiseln gibt, sondern eben auch, weil Deutschland enge Beziehungen zum Katar hat, zu Ägypten, die wiederum auch sehr wichtig sind jetzt für uns. Die Situation hat sich über die Monate ein bisschen verändert. Ich habe es schon gesagt, also der Druck aus dem Westen nimmt es auch in Brüssel, hat man den Ton geändert. Man sprach immer von humanitären Feuerpausen, die man fordert. Jetzt spricht man bei Ursula von der Leyen von Feuerpausen, aber auch in den deutschen Medien hat sich der Ton teilweise geändert. Sie waren zu Gast in einem Podcast, in einem deutschen Podcast. Und dort wurde das aktuelle Vorgehen Israels als, Zitat, Vernichtungsfeldzug bezeichnet. Und was haben Sie im Kopf bei diesem Wort? Wie bewerten Sie dieses Wort? Also in erster Linie muss ich sagen, mir und ich glaube auch vielen anderen in Israel geht ein bisschen die Geduld aus, ob es jetzt Journalisten sind oder Politiker, die moralisierend in ihrem sicheren Sofa in Berlin sitzen und auf Israel zeigen und Israel sagen, was es zu tun hat und wie. Das ist einfach, damit disqualifiziert man sich im Endeffekt selber, vor allem, wenn man die Situation vor Ort nicht kennt. Vernichtungskrieg, und das muss ich herumgesprochen haben, ist etwas, was schon alleine aus der Semantik an eine Zeit klingelt, die nichts, aber auch wirklich nichts mit diesem Kontext zu tun haben sollte. Und wer sich erlaubt, dieses Wort in Bezug auf Israels Verteidigungskrieg gegen die Hamas zu nutzen, sollte sich fragen, warum? Was steckt da dahinter? Was ich aber auch rumgesprochen haben sollte, ist, dass Israel und dass die IDF gerade dabei sind, die Hamas zu vernichten. Ja, da ist das Wort absolut platziert. Und dass sie in keinster Weise, in irgendeiner Form, sich gegen palästinensische Zivilisten wenden in dieser Operation. Das Problem ist, und das ist die Tragödie an der ganzen Sache, die aber auch kein Geheimnis ist, das wissen auch die moralisierenden Journalisten in Berlin, es ist ja kein Geheimnis, dass die Hamas die eigene Zivilbevölkerung als Schutzschilder benutzt. Es ist kein Geheimnis, dass ihre Waffen unter den Betten von Kindern verstecken, dass sie Raketen und Tunnels unter Krankenhäusern und unter Moscheen bauen. Das heißt, dass es zivilistische Opfer, zivile Opfer gibt, ist eine Tragödie, ist aber einzig und alleine der Hamas zuzuschreiben. Und es ist ein Verbrechen der Hamas, gegen die eigene Zivilbevölkerung zu feiern, wenn die eigenen Menschen sterben, nur um dieses Chaos, um diesen Terror zu sehen, den sie angerichtet haben. Und übrigens dabei auch natürlich der eigenen Bevölkerung, den Palästinensern, jede Option, auf eine bessere Zukunft in Frieden und Koexistenz zu rauben. Melody Sucharewitsch, ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio und für diese Schilderung. Dankeschön. Dankeschön. Ganz kurze Unterbrechung, dann sind wir zurück. Und wir blicken nochmal auf das Verfahren am Urverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen. Es geht über eine Berufungsklage der AfD und mehr dazu haben wir gleich nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749 und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat, Kriviri, hat der ukrainische Präsident Zelenskyy Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in Münchenrunden. 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das nachsehen. Und für morgen kündigte Weyer die Arbeitshinterlegung des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und Software-mäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe, Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD, wirft ihm vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer. Immer hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tesla Schleif Elon Musk offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Danach ist das vom E-Auto-Bauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Strom. Weiter geht's hier bei Welt. Darf der Verfassungsschutz die AfD und ihre Jugendorganisation als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen? Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen setzt die Verhandlungen über eine Berufungsklage der AfD gegen eben diese Einstufung als Verdachtsfall heute fort. Auch ob es ein Urteil geben wird, ist noch offen. Es geht im Kern um die Frage, ob der Verfassungsschutz die AfD beobachten darf. Das Bundesamt hatte die Partei 2021 als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus eingestuft. Seitdem darf sie nachrichtendienstlich beobachtet werden. Die AfD klagte gegen diese Einstufung zunächst erfolglos. Gegen das Urteil legte sie nun Berufung ein. Die letzten Monate stand die AfD sehr im Fokus. Erst die Korrektivrecherche zum Geheimtreffen in Potsdam, an dem auch AfD-Abgeordnete teilnahmen. Und dann die Veröffentlichung zu mutmaßlich rechtsextremen Mitarbeitern im Bundestag. Und wir wollten deshalb von Ihnen wissen, hat sich Ihr Bild von der AfD verändert? Die Kampagne, die gefahren wurde gegen die AfD, war teilweise unsachlich gewesen. Und ich glaube, es ist noch eine Frage des Alters, um das zu erkennen. Ich hoffe, dass die Demonstration doch ein kleines bisschen Umdenken in der Bevölkerung hervorruft. Ich sage auch immer, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und darauf hoffe ich sehr, auf die Vernunft der Menschen. Die Leute müssen eben zur Wahl gehen, die demonstrieren. Es muss einfach halber was passieren. Das Geld wird immer weniger, das andere wird alles teurer. Also irgendwo müssen wir ja auch, dass wir klarkommen. Es ist ja eine Protestpartei. Und die Menschen, die die AfD wählen, kann man ja nicht in die rechte Ecke stecken. Sie sind einfach nur gegen diese Koalition von SPT, Grünen und FDP. Ja, auch Herr Lindner hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Gibt es so viele Verrückte, die die AfD wählen? Also ist nicht meine Partei. Ich finde es zwar toll, dass so viele Leute auf die Straßen gehen. Wir machen das auch. Aber das scheint ja eher zu Provokation zu führen. Also dass sich noch versteift. Ganz kurze Unterbrechung. Dann sind wir zurück hier bei Welt. Und dann wollen wir nochmal auf die Debatte heute im Bundestag blicken. Der Bundeskanzler musste sich in einer Regierungsbefragung den Fragen der Abgeordneten stellen. Und es ging um Taurus. Er hat sein Nein zur Lieferung der Marsch-Lock-Körper an die Ukraine erneut bekräftigt. Die Highlights aus der Debatte gleich hier bei uns. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749. Und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat, Kriviri, hat der ukrainische Präsident Zelensky Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Zivilisten wurden verletzt. Darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Runden 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das nachsehen. Und für morgen kündigte Weyer die Arbeitshinterlegung des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und Software-mäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe, Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD, wirft ihm vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tesla Schleif Elon Musk offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Danach ist das vom E-Auto-Bauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig bis kommenden Freitag. Die rechtsextremen Tendenzen in der AfD sind in der Bevölkerung und bei den Gerichten weiterhin ein großes Thema. So wird heute in Münster vor dem Oberverwaltungsgericht die Berufungsverhandlung AfD gegen den Bundesverfassungsschutz fortgesetzt. Am ersten Tag verzögerte die AfD mit zahlreichen Beweis- und Befangenheitsanträgen sowie dem Wunsch, die Öffentlichkeit auszuschließen, bereits den Prozessverlauf. Ob es daher heute oder nicht ist, ob es daher heute ist. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt an diesem Mittwochnachmittag. Besonnenheit ist nicht etwas, was man als Schwäche qualifizieren kann. Bundeskanzler Scholz hat heute Mittag im Bundestag sein Nein zur Taurus-Lieferung an die Ukraine bekräftigt. Auch bei der ersten Regierungsbefragung in diesem Jahr also bleibt der Kanzler bei seinem Kurs. Unterstützung für die Ukraine ja, weitreichende Marschloh-Körper nein. Scharfe Kritik für diese ablehnende Haltung von Scholz kommt aus der Union. Die will morgen erneut über einen Antrag zur Taurus-Lieferung abstimmen lassen. Die Erfolgsaussichten sind allerdings minimal, deuteten inzwischen auch Taurus-Befürworter wie der grüne Anton Hofreiter an, gegen diesen Unionsantrag zu votieren. Schlagabtausch im Bundestag. Kanzler Scholz stellt sich seinen Kritikern versucht, bei der Regierungsbefragung klarzustellen, weshalb er weder einer Taurus-Lieferung an die Ukraine noch einem Ringtausch mit Großbritannien zustimmt. Es geht um die Beteiligung daran, wohin gezielt wird, wohin geschossen wird und wohin getroffen wird. Und das sollte nicht mit deutschen Soldaten passieren. Ich als Kanzler habe die Verantwortung zu verhindern, dass es zu einer Beteiligung Deutschlands in diesem Krieg kommt. Die Union hakt nach, unterstellt dem Kanzler Misstrauen gegenüber der Ukraine. Was bewegt sie eigentlich, dieses tapfere Volk und diese Armee, die sich bisher an alle Absprachen gehalten hat, ihr so zu misstrauen? Der Kanzler wird deutlich, verurteilt auch die Argumentation der Union. Wir vertrauen der Ukraine. Deshalb ist Deutschland unter den europäischen Staaten mit Abstand der größte Lieferant von Waffen. Das ist ein großes Vertrauen. Und es ist etwas, wovor sich die Bürgerinnen und Bürger fürchten, wenn zum Beispiel mit der Kategorie Vertrauen sie denen oder nicht gefragt und diskutiert wird. Obwohl es doch darum geht, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu garantieren. Und darauf habe ich ein Eid geleistet, Herr Kollege. Scholz macht deutlich, er wird seine Meinung nicht ändern. Doch die Fragezeichen bleiben. Verteidigungsminister Pistorius lässt aktuell alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Ein Routineprozess, sagen Experten, doch die Nähe zur Taurus-Diskussion fällt auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht weiterhin auf der Bremse und fühlt sich bestätigt durch Umfragen, nach denen 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Die Union treibt das auf die Palme. Der Vorwurf, der Kanzler schüre Angst, verbreite Falschinformationen zu Taurus-Einsätzen. Unterdessen scheint man auch in Moskau angespannt. Russische Truppen sollen jetzt an der finnischen Grenze stationiert werden. Es wird mit Atomwaffen gedroht in Richtung Westen und den USA. Strategische Kommunikation, so Experten, auch aus Angst vor Marschflugkörpern. Mit solchen Waffen kann man wichtige Logistikknotenpunkte und Bauwerke für den Munitionsnachschub angreifen. All das tut der russischen Armee erheblich weh. Und deshalb will man natürlich diese Waffenlieferungen so weit wie möglich verhindern. Kanzler Scholz scheint empfänglich für Drohungen aus Moskau. Besonnen, nennen das die einen, allzu ängstlich finden die anderen. Schon bei der Panzerhaubitze 2000 zögerte Scholz auch beim Leopard 2 und beim Marder-Schützenpanzer. Immer hieß es, das könnte zur Eskalation beitragen. Geliefert wurde am Ende aber trotzdem. Leonie von Rando im Bundestag. Leonie, du hast diese Debatte, diese Regierungsbefragung für uns beobachtet. Der Kanzler bleibt hartnäckig und er bleibt bei seinem Nein. Wie selbstbewusst hat er auf dich gewirkt heute? Fanny, der Kanzler ist schon durchaus selbstbewusst aufgetreten, fand ich. Er hat mit fester Stimme sehr nachdrücklich hier nochmal seinen Punkt versucht klarzumachen. Man muss aber auch sagen, die Union hat ihn, so wie sie es vorab ja angekündigt hatte, doch ziemlich gegrillt, immer wieder Nachfragen gestellt. Vor allen Dingen eben, wir haben es im Beitrag eben gehört zu dem großen Thema, warum er ganz offensichtlich der Ukraine misstraut und warum er auch eben Rückschlüsse daraus zieht, dass die Lieferung von Taurus einer deutschen Kriegsbeteiligung gleich käme. Und man muss sagen, da ist der Kanzler die Antwort wirklich schuldig geblieben. Er hat sich mehrfach um eine klare Aussage herumgewunden. Er hat sogar im Gegenteil dann gegenüber den Fragestellern ausgeteilt, hat gesagt, da würden Halbwahrheiten kolportiert werden, sogar dann, als Norbert Röttgen eben ein direktes Zitat von Olaf Scholz angeführt hat. Also alles in allem hat man doch gemerkt, der Kanzler ist ziemlich in Bedrängnis geraten. Das hat man übrigens schon ganz zu Beginn gesehen, nämlich kurz nach seinem Eingangsstatement zum Thema Taurus. Da hat Olaf Scholz ja eben kurz nochmal sich erklärt, weshalb er den Taurus auch weiterhin nicht liefern möchte. Seine Fraktion, die SPD-Fraktion, die hat daraufhin kräftig applaudiert. Aber FDP und Grüne, die haben nicht geklatscht. Also da zeigt sich auch nochmal ganz deutlich, wie weit die drei Koalitionspartner in dieser Frage auseinander liegen. Auch wenn man gesagt hat, dass alle drei Fraktionen ja morgen sich an das gemeinsame Abstimmungsverhalten halten möchten und da nur Einzelne weniger ausscheren würden. Aber es vermutlich eben nicht die große Signalwirkung gibt, dass jetzt ganz viele eben mit der Union morgen abstimmen. Leonie, Dankeschön in dem Bundestag. Wegen der Blockade des 60-Milliarden-Dollar-Pakets für die Ukraine im US-Kongress hat das Weiße Haus ein militärisches Nothilfepaket beschlossen. Es sollen Waffen und andere Unterstützung im Wert von 275 Millionen Euro für Kiew bereitgestellt werden. Das kündigte das US-Verteidigungsministerium an. Damit solle auf einige der dringendsten Bedürfnisse der ukrainischen Armee reagiert werden. Die von US-Präsident Biden im US-Haushalt vorgesehenen 60 Milliarden Dollar für die Ukraine werden von den Republikanern weiterhin blockiert. Nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstadt Kriviri hat der ukrainische Präsident Zelenskyy Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, so Zelenskyy in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben, warnte er. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und im Brand gesetzt worden. Bis in die Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Menschen wurden verletzt, unter ihnen auch sieben Kinder. Ibrahim Naber ist mir nun zugeschaltet aus der Ostukraine. Ibrahim, russische Angriffe unter anderem auch auf die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Zelenskyy. Was steckt dahinter? Ja, Putin hat ja ein Faible für Symbolik und auch für Angriffe an ganz bestimmten Zeitpunkten. Und wir hatten gestern ja auch hier bei Welt darüber berichtet, dass es gestern Grenzübertritte gab von russischen Staatsangehörigen, die auf Seiten der Ukraine kämpfen, auf russisches Territorium. Die haben dann kurzzeitig, so waren zumindest die Berichte, es gab auch Bilder und Videos, ein Grenzdorf in Russland eingenommen und haben sich dann wieder zurückgezogen auf ukrainisches Territorium. Und diese Angriffe jetzt auf die Geburtsstadt von Zelenskyy, die deute ich als ein Vergeltungsschlag von der russischen Armee in Reaktion auf diesen Angriff an. Es kam gleichzeitig auch zu einem weiteren Drohnenangriff, auch auf Wohnhäuser in Sumi, in einer anderen Region. Auch dort wurden Dutzende Zivilisten verletzt und es gab auch Tote. Hier in Deutschland wird weiter debattiert über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Olaf Scholz bleibt aber stur, er bleibt hartnäckig bei seinem Nein. Und die Ukraine, die braucht ja nicht nur Raketen, die Ukraine braucht auch Munition. Wie schätzt du die aktuelle Lage an der Front ein? Was ist derzeit entscheidender für das Land? Raketen und Marschflugkörper oder doch eher Munition und andere Waffen? Ja, ich glaube, es kann hier kein Entweder-Oder geben, sondern es geht nur beides. Es fehlt der Ukraine aktuell an allem. Ich würde sagen, vor allem, also wenn wir wirklich über das Akuteste sprechen, an Artilleriegranaten. Da hat man ein Missverhältnis von etwa 1 zu 5. Russland feuert 10.000 Granaten pro Tag an der gesamten Frontlinie ab. Die Ukraine nur etwa 2.000. Das sind natürlich nur Schätzungen, aber das ist das Verhältnis aktuell. Gleichzeitig fehlt es der Ukraine an Personal. Man ist sehr ausgedünnt. Es sind viele gestorben, nicht nur auf russischer, sondern auch auf ukrainischer Seite. Die Mobilisierung läuft nicht so, wie man sich das vorstellt. Viele Soldaten kämpfen seit vielen Monaten ohne jede Pause und sind erschöpft. Das ist die Realität. Und es fehlt natürlich auch an weitreichenden Waffen. Taurus, hattest du angesprochen. Das ist nur ein Beispiel. Die Briten und Franzosen hatten ja ihre weitreichenden Waffensysteme, Sculp und Storm Shadow, geschickt. Die sind mittlerweile aber leer geschossen. Da gibt es einfach keine mehr. Und deswegen ist auch bei den Soldaten an der Front hier in der Ukraine Taurus aktuell ein großes Thema. Und man hat aufgrund der schwierigen Lage einfach die Hoffnung, dass es doch noch zu dieser Lieferung kommt, womit man ja unter anderem auch die Munitionsbestände der Russen dezimieren könnte. Ibrahim, danke schön für die aktuellen Einschätzungen aus der Ostukraine. Ein enger Vertrauter des vor gut drei Wochen in einem Straflager gestorbenen Kreml-Gegners Nawalny ist in seinem Exil in Litauen überfallen und verletzt worden. Der Oppositionelle Leonid Wolkow sei vor seinem Haus brutal angegriffen worden. Das schrieb Kira Jamschiff, die ehemalige Nawalny-Sprecherin auf Ex. Jemand habe eine Autoscheibe eingeschlagen und ihm Tränengas in die Augen gesprüht. Der Angreifer habe dann damit begonnen, mit einem Hammer auf Wolkow einzuschlagen. Er kam zunächst zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Bundesverteidigungsminister Pistorius hat grünes Licht für den Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen gegeben. Mit dem Einsatz beteiligt sich die Bundeswehr in einer Luftbrücke. Wie Verbündete kann jetzt auch die Luftwaffe dringend benötigte Hilfe aus der Luft abwerfen. Sie soll zur Versorgung der Bevölkerung im Palästinensergebiet beitragen. Die Luftbrücke wurde von Jordanien initiiert. USA und Frankreich beteiligen sich ebenfalls. Der SPD-Politiker erteilte einen entsprechenden Auftrag an die Bundeswehr. Und genau dazu hat sich Boris Pistorius heute geäußert. Es wird zwei Flugzeuge geben dieser Staffel aus Evreux, die in Jordanien sein werden. Und von dort aus dann Flüge unternehmen, so oft es eben geht. Jede Maschine kann etwa 18 Tonnen Güter aufnehmen. Die Mannschaften sind erprobt und erfahren, sodass ich davon ausgehe, dass es einige Flüge geben wird. Das hängt ab von dem Material und der Zuführung des Materials. Aber es wird nicht nur zwei Flüge geben. Die Flüge werden aufgenommen bis zum Ende der Woche und dann so lange fortgeführt, wie erforderlich und möglich. Das Ganze wird in einer Flughöhe passieren, die die Gefahren durch einen Beschuss vom Boden minimieren. Gleichzeitig sind sie so erprobt in den Verfahren, dass das, was abgeworfen wird, auch ankommt. Jedenfalls hoffen wir das. Ganz sicher kann man bei einer Flughöhe dieser Art nicht sein. Das Bundesamt hatte die Partei 2021 als Verdachtswahl im Rechtsextremismus eingestuft. Seitdem darf sie nachrichtendienstlich beobachtet werden. Die AfD klagte gegen diese Einstufung zunächst erfolglos. Gegen das Urteil legte sie dann aber Berufung ein. Jetzt ist es offiziell. Bei den Präsidentschaftswahlen in den USA am 5. November werden Joe Biden und Donald Trump erneut gegeneinander antreten. Biden setzte sich bei den Vorwahlen der Demokraten in Georgia und Mississippi durch. Er hat damit genügend Stimmen. Das reicht, um beim Nominierungskongress der Demokraten im August in Chicago offiziell zum Spitzenkandidaten ernannt zu werden. Allerdings hatte der 81-Jährige keinen ernstzunehmenden Gegner. Genau wie Donald Trump bei den Republikanern. Der 77-Jährige gewann ebenfalls mehrere Vorwahlen und sicherte sich die restlichen Delegiertenstimmen. Es ist das erste Mal seit 1956, dass dieselben Kandidaten bei zwei aufeinanderfolgenden US-Wahlen gegeneinander antreten. Zu einem sogenannten Wintersportgipfel lädt heute Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer in seinem Amtssitz in Dresden. Schwerpunkt ist die vergangene Saison, in der es deutlich zu wenig Schnee gab. Es sollen Konzepte für die Zukunft des Spitzenwintersports und die mittelfristige Strategie der Orte beraten werden. Bei den Diskussionen dabei sind Vertreter der sächsischen Sportverbände und Vereine, die Landräte und Bürgermeister der Wintersportregionen, außerdem der für Sport zuständige Innenminister. Der ehemalige Skispringer und Olympiasieger Jens Weißflug ist selbst Hotelier und natürlich vom ausbleibenden Schnee in dieser Region betroffen. Dutz Stordl hat ihn gesagt. Bei mir steht einer der FIKA und mein Antrag, das alles einschätzen kann. Jens Weißflug, Skisprunglegende, Hotelier seit 1996 hier. Wenn Sie diese Kahlenberge sehen, ein merkwürdiges Gefühl? Ja, es blutet schon ein bisschen das Herz. Wenn man jetzt Mitte März, haben wir heute die Sommerstühle rausgestellt oder Terrassenstühle. Das haben wir am 13. März noch nie getan, aber man findet quasi Alternativen. Und es war natürlich so, dass die Gäste traurig waren, dass kein Schnee war und dass sie teilweise die Skier zu Hause lassen konnten oder mussten. Es haben aber viele sportlich genommen, das muss man auch sagen. Sportlich in dem Sinne, dass sie den Ort mal kennengelernt haben. Sonst war es gewissermaßen nur die Skipiste. Jetzt war es mehr die Umgebung, der Ort und man hat aus dem Winter quasi oder im Winter Alternativen gesucht. Ja, ist das nun einfach nur Wetter und der nächste wird wieder besser oder muss man sich langsam Gedanken machen, wie man hier Tourismus überhaupt noch aufrechterhalten kann im Winter? Langfristig muss man sich Gedanken machen. Das steht nicht außer Frage, sondern das ist einfach die Realität. Aktuell und das zeigen wirklich auch die letzten zehn Jahre, ist so ein Winter die Ausnahme. Vor zehn Jahren sah es mal so aus, zumindest im Januar. Der Rest war dann wieder gut und ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir auf alle Fälle noch Winter haben, wo wir Ski fahren können. Wie lang das ist in der jeweiligen Saison, das wird in die Zeit zeigen und wir müssen uns auch wintertouristisch darauf einstellen. Auch was die Beschneiung betrifft, sicherlich nochmal nachjustieren in den Zeiten, wo man beschneien kann, dass man intensiv beschneit, dass man für die Zeit, wo man das machen könnte, dann eben auch die Bedingungen zur Verfügung hat. Und ansonsten weiß ich nicht, ob der Mountainbiker schon dazu Lust hat, jetzt in dieser vielleicht auch etwas noch trostlosen Landschaft Rad zu fahren. Aber der Urlauber sucht sich dann Alternativen, das sehen wir aktuell so. Er schaut sich die Umgebung mehr an, er macht mehr Ausflüge, schaut sich den Ort an und genießt einfach auch den Urlaub zur Erholung. Nun ist es ja trotzdem ein Problem für die Gastronomie, wenn man jetzt durch den Ort geht, da ist nichts, es sind kaum Touristen da. Das wirkt sich ja auch, auch wenn die Lifte stillstehen, dort werden Verluste eingefahren. Kann man wirklich im Winter einen Gegenpol aufbauen? Fahren Leute im Winter hierher, wenn kein Schnee ist, bloß weil es andere Angebote gibt? Also langfristig wird das ein Problem werden, das muss man einfach so sehen. Wir sehen es aktuell, dass natürlich die Nachfrage auch nach kurzfristigen Reisen nicht da ist. Und da ist es, glaube ich, ganz schwer, da ein Gegenangebot zu schaffen. Dort werden wir wahrscheinlich auch, wenn das die Dauer sein sollte, mit einer geringeren Wertschöpfung rechnen müssen. Weil dann wird quasi die Hauptsaison, die wir zurzeit eigentlich hätten, zur absoluten Nebensaison. Und dort muss man dann auch mit Nebensaisonpreisen wahrscheinlich leben müssen. Aber das zeigt die Zukunft. Wir können aktuell, zumindest für mein Haus, immer noch davon sprechen, dass wir treue Gäste haben, auch mit relativ wenig Stornierungsraten. Also aktuell ist das Hotel noch nahezu ausgebucht. Aber das sind alles Buchungen, die natürlich seit langer Zeit gemacht wurden und die auch teilweise mit Schnee gerechnet haben. Herr Weißflug, schönen Dank. Ein Problem bleibt natürlich gerade hier auch für die Sportler. Es gibt eben am Wochenende tatsächlich noch einen Langlaufwettkampf. Da hat man versucht, mit Schnee, den man aufbewahrt hat über Wochen, eine Piste aufzubauen. Und das sieht alles sehr dünn aus und sehr karg da oben. Also der Sport leidet, auch der Leistungssport. Und da muss man eben wirklich schauen, wird der nächste Winter irgendwie besser? Oder muss man sich an solche Zustände gewöhnen, was hier tatsächlich keiner will? Der Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL ist vorerst beendet. Der Fern- und Regionalverkehr läuft wieder. Fahrgäste müssen sich also noch auf volle Züge einstellen. Die Welle der Arbeitskämpfe geht aber natürlich weiter. Flugreisende müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa streikt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge. Betroffen heute sind die Abflüge in München. Das heißt, rund 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Für morgen und Freitag kündigte Verdi-Streiks das Sicherheitspersonal an fünf deutschen Airports an. Ja, sehr viel schöner hätte man diese Geschichte, die Anfang der Saison begann, wohl nicht schreiben können. Der Drittligist, der 1. FC Saarbrücken, hat seinen Sensationskurs im DFB-Pokal fortgesetzt. Das Team hat mit Borussia Mönchengladbach gleich den nächsten Bundesligisten aus dem DFB-Pokal geschossen. Schon die Bayern und Frankfurt waren an den Saarländern gescheitert. Der jüngste Coup, der sorgt auch gleich für ein Novum. Erstmals in der Geschichte steht mit Bayer Leverkusen nur ein einziger Bundesligist im Halbfinale. Über dieses Pokalmärchen Andreas Bittner. Ja, ist einfach unbeschreiblich jetzt. Wir sind im Halbfinale. Der Pokalschreck macht es schon wieder. Grenzenloser Jubel beim 1. FC Saarbrücken. Der Fußball-Drittligist schlägt den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und steht damit im Halbfinale des DFB-Pokals. Ja, ich glaube, es ist schon wie die letzten Spiele. Sehr, sehr schwierig, jetzt irgendwas zu sagen. Also gerade nach dem Abpfiff hatte ich einfach nur Gänsehaut gehabt, aber nicht, weil mir kalt war. Ja, es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Und das wieder mal nach einer unbeschreiblichen Wasserschlacht. Nach der frühen Führung der Gladbacher gleich Saarbrücken im Gegenzug direkt aus, um in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Als ich dann im Spiel mal mit Manu Zeitz geredet habe, habe ich auch gesagt, vielleicht müssen wir all in gehen, um halt in den letzten Minuten noch ein Tor zu machen. Aber ich meine, wir haben es ja auch bis dahin sehr gut verteidigt und hätten auch sagen können, wir gehen in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Ja, aber am Ende ist ich einfach glücklich, dass es so gekommen ist. Im Halbfinale trifft Saarbrücken nun auf den Zweitligisten Kaiserslautern. Im Pokalfinale in Berlin würde dann Leverkusen oder Düsseldorf warten. Erstmal haben wir noch ein Halbfinale vor uns, ein wichtiges. Das wird auch ein schweres Stück Arbeit und ich glaube, da ist erstmal der Fokus drauf. Aber erstmal heute Abend ist der Fokus auf etwas anderes. Und wir haben noch diese Bilder für Sie. Queen Camilla gibt es jetzt als Barbie. Die Miniaturpuppe hat nach ihrem Vorbild Camilla als Anerkennung für ihre Arbeit als Präsident der Stiftung Women of the World erhalten. Die Ehefrau von King Charles fühlte sich sichtlich geschmeichelt. Sie haben mich etwa 50 Jahre jünger gemacht. Wir alle sollten eine Barbie haben. Das sagte die 76-Jährige bei der Übergabe mit Belgienskönigin Mathilde. Schlechte Nachrichten für Sammler allerdings. In den Handel kommt die Camilla Barbie nicht. Soweit das Wichtigste von meiner Seite. Jetzt habe ich die Kamera auch gefunden. Hier geht es natürlich weiter mit den aktuellen Nachrichten. Wir sehen uns dann um 18 Uhr wieder in der Welt am Abend. Ich freue mich, wenn Sie einschalten. Bis später. Tschüss. Jahrzehntelang waren sie verloren im Meer. U-Boote, Schlachtschiffe und Ozeanriesen. Jetzt gehen wir Ihren Geschichten auf den Kopf. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749. Und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat, Kriviri, hat der ukrainische Präsident Zelenskyy Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketeneingriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Und weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München rund 400 Verbindungen, werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitshinterlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten und die Debatte um das Basternein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Borges Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft dem vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation. Hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Ja, meine Damen und Herren, je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tesla Schleif Elon Musk offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Danach ist das vom E-Auto-Bauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig bis kommenden Freitag. Die rechtsextremen Tendenzen in der AfD sind in der Bevölkerung und bei den Gerichten weiterhin ein großes Thema. So wird heute in Münster vor dem Oberverwaltungsgericht die Berufungsverhandlung AfD gegen den Bundesverfassungsschutz fortgesetzt. Am ersten Tag verzögerte die AfD mit zahlreichen Beweis- und Befangenheitsanträgen sowie dem Wunsch, die Öffentlichkeit auszuschließen, bereits den Prozessverlauf. Ob es daher heute, wie ursprünglich vorgesehen, ein Urteil geben wird, ist völlig unklar. Die AfD hat nämlich 210 Anträge gestellt. Jonas Feld mit den Einsleiten. Gar nicht glücklich wirken die Fraktionsvorsitzenden der AfD, als sie den Journalisten... Das spielt jetzt auch mit am Nachmittag und da sehen wir ein gemischtes Bild der Dow Jones. Der Standardwert, der geht nach oben, während es bei den Tech-Werten etwas nach unten geht, auch weil ihn wieder zum Beispiel federn lassen muss, der KI-Highflyer. Aber in Standardwerten alles okay und man trotzt weiter den starken Inflationsdaten von gestern. Der DAX, der ist der Highflyer des Tages, denn er hat heute Grund zum Jubeln. Eine neue Rekordmarke und eine neue Rundemarke, die wir geknackt haben. Über 18.000 ging es heute zum ersten Mal in der DAX-Geschichte auf 18.000 und einen Punkt genau hoch. Und jetzt sind wir unverändert unterwegs, also kein Grund zum Jammern. Und wir haben vier DAX-Werte heute, die Zahlen vorgelegt haben. Das sind die finalen Zahlen, deswegen sind die Zahlen selber für das letzte Jahr nicht mehr so entscheidend. Entscheidend ist das, was man jetzt heute zum Ausblick sagt. Und da sehen wir ein ganz unterschiedliches Bild. Bei Zalando heißt es Schrei vor Glück für die Aktionäre. 16 Prozent geht es nach oben mit der Aktie, weil man wieder zum Wachstum zurückkehren will in diesem Jahr. Und auch einen mittelfristigen Ausblick für 2028 gegeben hat, der überzeugt. Auch E.ON überzeugt mit seinem Ausblick. Bei Adidas hat man es immerhin geschafft, von einem negativen Kurs heute Vormittag dann wieder ins Plus zu drehen, weil auch der Chef hier Zuversicht verbreitet nach dem ersten Börsenverlust und Verluste seit 30 Jahren, die man letztes Jahr geschrieben hat. Und Volkswagen, die können nicht punkten. Minus 4,2 Prozent hier enttäuscht. Vor allem das, was man zum laufenden Quartal an Ausblick gibt. Und auch alle anderen Ausblicke sind eher mau geraten. Mehr zum Börsengeschehen dann um 17.45 Uhr in der Börse am Abend. Jetzt geht es weiter mit Thomas Luk in den neuesten Nachrichten. Trotz des Neins des Kanzlers zu Taurus Marschflugkörpern reißt die Diskussion um eine mögliche Lieferung an die Ukraine nicht ab. Heute musste sich Scholz einer Regierungsbefragung stellen. Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung seiner Gigafactory in Grünheide bei Berlin hat sich Tesla-Chef Elon Musk ein Bild von der Lage gemacht. Aus alt mach neu, nun ist es offiziell. Bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November 2024 treten Joe Biden und Donald Trump wieder gegeneinander an. Willkommen bei Welt. Zum ersten Mal in diesem Jahr hat sich Bundeskanzler Scholz heute den Fragen der Abgeordneten gestellt. Beherrschen das Thema die Debatte um das Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus Marschflugkörper. Vor allem die Union hatte ja im Vorfeld angekündigt, den Regierungschef grillen zu wollen. Doch auch innerhalb der Appelkoalition wird der Ton um das Thema Taurus rauer. Morgen soll erneut über eine Taurus-Lieferung für die Ukraine abgestimmt werden. Und inzwischen deuteten auch einzelne Koalitionsabgeordnete wie Wolfgang Kubicki an, entgegen der Kanzlermeinung für die Taurus-Lieferung zu stimmen. Philippa Vögeding. Schlagabtausch im Bundestag. Kanzler Scholz stellt sich seinen Kritikern versucht, bei der Regierungsbefragung klarzustellen, weshalb er weder einer Taurus-Lieferung an die Ukraine noch einem Ringtausch mit Großbritannien zustimmt. Es geht um die Beteiligung daran, wohin gezielt wird, wohin geschossen wird und wohin getroffen wird. Und das sollte nicht mit deutschen Soldaten passieren. Ich als Kanzler habe die Verantwortung zu verhindern, dass es zu einer Beteiligung Deutschlands in diesem Krieg kommt. Die Union hakt nach, unterstellt dem Kanzler Misstrauen gegenüber der Ukraine. Was bewegt sie eigentlich, dieses tapfere Volk und diese Armee, die sich bisher an alle Absprachen gehalten hat, ihr so zu misstrauen? Der Kanzler wird deutlich, verurteilt auch die Argumentation der Union. Wir vertrauen der Ukraine. Deshalb ist Deutschland unter den europäischen Staaten mit Abstand der größte Lieferant von Waffen. Das ist ein großes Vertrauen. Und es ist etwas, wovor sich die Bürgerinnen und Bürger fürchten, wenn zum Beispiel mit der Kategorie Vertrauen sie den oder nicht gefragt und diskutiert wird, obwohl es doch darum geht, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu garantieren. Und darauf habe ich ein Eid geleistet, Herr Kollege. Scholz macht deutlich, er wird seine Meinung nicht ändern. Doch die Fragezeichen bleiben. Verteidigungsminister Pistorius lässt aktuell alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Ein Routineprozess, sagen Experten. Doch die Nähe zur Taurus-Diskussion fällt auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1.000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht weiterhin auf der Bremse und fühlt sich bestätigt durch Umfragen, nach denen 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Die Union treibt das auf die Palme, der Vorwurf, der Kanzler schüre Angst, verbreite Falschinformationen zu Taurus-Einsätzen. Unterdessen scheint man auch in Moskau angespannt. Russische Truppen sollen jetzt an der finnischen Grenze stationiert werden. Es wird mit Atomwaffen gedroht in Richtung Westen und den USA. Strategische Kommunikation, so Experten, auch aus Angst vor Marschflugkörpern. Mit solchen Waffen kann man wichtige Logistikknotenpunkte und Bauwerke für den Munitionsnachschub angreifen. All das tut der russischen Armee erheblich weh. Und deshalb will man natürlich diese Waffenlieferungen so weit wie möglich verhindern. Kanzler Scholz scheint empfänglich für Drohungen aus Moskau. Besonnen nennen das die einen. Allzu ängstlich finden die anderen. Schon bei der Panzerhaubitze 2000 zögerte Scholz auch beim Leopard 2 und beim Marder-Schützenpanzer. Immer hieß es, das könnte zur Eskalation beitragen. Geliefert wurde am Ende aber trotzdem. Damit schauen wir in den Deutschen Bundestag zu Leonie von Rando. Leonie, der Kanzler bleibt bei seinem Nein. Morgen jedoch wird es zu einer neuen Abstimmung kommen. Und zwar ein Antrag der Union, der wieder versuchen wird, ein Ja für die Lieferung von Taurus zu bekommen. Was wird da morgen passieren? Wie wird das ablaufen? Vor allem, wenn das Ergebnis Richtung Ja gehen sollte. Was macht dann der Kanzler? Also Thomas, davon ist erstmal nicht auszugehen. Zwischenzeitlich hatte es ja so ausgesehen, als könnte es vielleicht wirklich einen großen Paukenschlag geben. Also als würden nicht nur die Abgeordneten der Union für die Lieferung des Taurus votieren, sondern eben auch viele Abgeordnete oder zumindest eine ganze Reihe von Abgeordneten von Grünen und FDP. Denn auch diese beiden Ampelpartner, die sind ja in ganz großen Teilen für eine Lieferung des Taurus. Jetzt muss man allerdings sagen, die drei Fraktionsvorsitzenden von SPD, FDP und Grünen, die haben schon gestern nochmal nachdrücklich dafür geworben, dass man sich wirklich an das gemeinsame Abstimmen der Koalition hält. Also man muss auch nicht davon ausgehen, dass jetzt viele tatsächlich dann doch irgendwie dem Antrag der Union zustimmen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Verteidigungspolitikerin der FDP, die wird das tun, hat das ja auch schon beim letzten Mal getan. Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Parteichef, der hat das auch angedeutet und auch gesagt, dass er glaubt, dass rund ein Dutzend weiterer FDP-Abgeordnete das tun werden. Also ja, es ist natürlich schon eine Signalwirkung, die davon ausgeht. Die hat man übrigens heute auch hier im Deutschen Bundestag bei der Regierungsbefragung gesehen, nach dem Eingangsstatement von Olaf Scholz nämlich. Da hat seine Fraktion, die SPD-Fraktion, applaudiert kräftig. Aber bei FDP und Grünen, da wurde gar nicht geklatscht. Also man findet schon seine Wege da zu zeigen, dass man in puncto Taurus überhaupt nicht einig ist innerhalb der Ampel. Leonie, recht vielen Dank in den Deutschen Bundestag. Ein US-Gesetz, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das einen Eigentümerwechsel bei der Kurzvideo-App TikTok erzwingen soll, hat die erste Hürde genommen. Das Abgeordnetenhaus in Washington nahm eben diesen Vorschlag mit einer großen Mehrheit von 352 Ja-Stimmen an. Nun geht es an den US-Senat, wo die Positionen noch unklar sind. US-Präsident Joe Biden, der hat aber bereits deutlich gemacht, dass er das Gesetz unterzeichnen würde. Skeptiker verweisen darauf, dass das Gesetz vermutlich Jahre Gerichte beschäftigen dürfte, weil es mit Blick auf die in der US-Verfassung verankerte Redefreiheit angreifbar sein könnte. Der Ampelstreit um die Bezahlkarte für Asylbewerber geht in eine neue Runde. Erneut blockierten die Grünen die Abstimmung. Eigentlich sollte der Bundestag ja noch in dieser Woche über eine Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes abstimmen, um Rechtssicherheit für die bundesweite Einführung der Karte zu schaffen. Dagegen sperren sich nun erneut die Grünen. Noch vor zwei Wochen hatte Wirtschaftsminister Habeck ein Lenken signalisiert. FDP-Fraktionschef Dürr rief alle Koalitionspartner dazu auf, das Thema Bezahlkarte so schnell wie möglich rechtssicher abzuschließen. Verteidigungsminister Boris Pistorius gibt grünes Licht für den Abwurf von Hilfsgütern über dem Gaza-Streifen. Mit dem Einsatz beteiligt sich die Bundeswehr an einer Luftbrücke. Wie Verbündete kann nun auch die Luftwaffe dringend benötigte Hilfe aus der Luft abwerfen. Sie soll zur Versorgung der Bevölkerung im Palästinensergebiet beitragen. Die Luftbrücke wurde von Jordanien initiiert. USA und Frankreich beteiligen sich ebenfalls daran. Der SPD-Politiker erteilte einen entsprechenden Auftrag an die Bundeswehr. Es wird zwei Flugzeuge geben dieser Staffel aus Evreux, die in Jordanien sein werden. Und von dort aus dann Flüge unternehmen, so oft es eben geht. Jede Maschine kann etwa 18 Tonnen Güter aufnehmen. Die Mannschaften sind erprobt und erfahren, sodass ich davon ausgehe, dass es einige Flüge geben wird. Das hängt ab von dem Material und der Zuführung des Materials. Aber es wird nicht nur zwei Flüge geben. Die Flüge werden aufgenommen bis zum Ende der Woche und dann so lange fortgeführt, wie erforderlich und möglich. Das Ganze wird in einer Flughöhe passieren, die die Gefahren durch einen Beschuss vom Boden minimieren. Gleichzeitig sind sie so erprobt in den Verfahren, dass das, was abgeworfen wird, auch ankommt. Jedenfalls hoffen wir das. Ganz sicher kann man bei einer Flughöhe dieser Art nicht sein. Nach dem islamistischen Terrorangriff auf Israel und dem anhaltenden Krieg gegen die Hamas in Gaza sehen sich jüdische Siedler in Deutschland weiterhin großen Anfeindungen ausgesetzt. Davon berichteten sie dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz bei seinem zweiten Besuch des jüdischen Gymnasiums Moses Mendelssohn in Berlin. Der Unionspolitiker zeigte sich im Anschluss angesichts der Schilderung betroffen und besorgt. Ich nehme viele Eindrücke auch aus diesem erneuten Treffen mit den Schülerinnen und Schülern mit. Und vor allem die große Sorge, wie sicher sind eigentlich jüdische Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Und daran hat sich leider nicht so ganz viel geändert. Nach wie vor haben viele Schülerinnen und Schüler Angst und Sorge vor Auseinandersetzungen in Deutschland. Und dagegen müssen wir alle etwas tun. Und das habe ich den Schülerinnen und Schülern auch gerne zugesagt. Noch bevor der für diesen Donnerstag, also morgen angekündigte Warnstreik an den Flughäfen Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden, Köln und Berlin begonnen hat, kündigt die Gewerkschaft Verdi bereits eine Verlängerung an. Auch am Freitag soll Luftsicherheitspersonal die Arbeit niederlegen. Es geht um die Tarifverhandlungen für rund 25.000 Beschäftigte privater Sicherheitsdienstleister, die an den Flughäfen im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Personal und Gepäck kontrollieren. Reisende müssen sich auf zahlreiche Flughausfälle und Verspätungen einstellen. Die Pläne für ein Kontrollzentrum künftiger Mondmissionen in Oberpfaffenhofen bei München, die nehmen Gestalt an. Die Spitzen der Europäischen Raumfahrtagentur ESA und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR haben zusammen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in München eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Das Zentrum soll eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung anstehender Mondmissionen im Rahmen des Artemis-Programms der NASA spielen. Zugeschaltet Professor Ulrich Walter, Astronaut und Raumfahrtexperte. Willkommen bei Welt, Herr Walter. Jetzt also dieses Kontrollzentrum. Was genau soll denn da kontrolliert werden? Welche Aufgaben hat dieses Zentrum? Die ESA hat sich vor einiger Zeit bereits mit der NASA geeinigt, zusammen zum Mond zu fliegen. Natürlich hat die NASA die Kontrolle. Sie fliegt zunächst erst ihre Astronauten hin. Aber es werden ja auch europäische Astronauten zum Mond hinfliegen. Und sehr wichtig, die Europäer liefern einen wichtigen Beitrag zur Raumstation um den Mond, das sogenannte Lunar Gateway. Und das muss natürlich auch mit kontrolliert werden. Also sowohl das Lunar Gateway als auch die Flüge zum Mond, wenn da Europäer mit drin sitzen. Dazu braucht man ein eigenes Mondkontrollzentrum hier in Europa. Und deswegen ist die ESA dann auf Deutschland zugekommen, hat gesagt, wir würden das gerne mit euch machen. Und die Kompetenz in Deutschland, die besitzt tatsächlich Bayern. Denn wir haben seit etwa 40 Jahren ein Kontrollzentrum, das sogenannte Kolumbus-Kontrollzentrum für die internationale Raumstation. Und deswegen hat Bayern gesagt, das machen wir natürlich. Söder nimmt 33 Millionen in die Hand und dann kommt noch viel mehr Geld von der ESA, um dieses Kontrollzentrum dann wirklich auszustaffieren für die Mondflüge. Aber sagen Sie mal, Herr Weide, ein Stichwort viel ist gerade Lunar Gateway. Was ist denn das genau? Das Lunar Gateway ist eine kleine Raumstation, die immer um den Mond fliegen wird. Und die brauchen wir deswegen, weil die Astronauten direkt mit einer Kapsel zum Mond kommen. Aber sie haben ja noch nichts, um auf dem Mond zu landen. Deswegen wird der Elon Musk einen sogenannten Länder bauen. Der Länder wird vorher zusammengebaut und zum Mond fliegen. Beide, also die Kapsel und der Länder, docken dann an dieses Lunar Gateway an. Dann steigen die Astronauten in den Länder um. Und erst von dort geht es dann runter auf die Mondoberfläche und zurück genau dasselbe Spiel. Und deswegen brauchen wir so eine Raumstation um den Mond. Herr Walter, nun klingt das alles so ein bisschen nach Friede vor der Eierkuchen. Aber wir wissen natürlich auch, dass nicht nur die NASA und die ESA Interesse haben, mit dem Mond Dinge zu tun und da eben zu landen. Sondern da sind die Inder, da sind die Japaner, da sind die Chinesen. Nicht zu vergessen die Russen. Ja, das ist richtig. Die Chinesen haben das sogar ganz konkret gesagt. Sie haben gesagt, wir werden Ende, spätestens Ende dieses Jahrzehnts auch bemannt auf den Mond landen. Und das hat nämlich bei den Amerikanern wirklich gewirkt. Die haben gesagt, wir müssen vor den Chinesen da sein. Und deswegen erleben wir im Augenblick so ein bisschen das, was wir auch in den 60er Jahren hatten. Diesmal allerdings China und USA und nicht Russland und USA. Was man immer wieder auch hört und wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass letztendlich der Mond die Basis mal sein soll, um von dort aus zum Mars zu kommen. Aber immer wieder heißt es auch, man könnte da auch möglicherweise so ein bisschen was aus dem Boden holen. Spätestens dann hört ja die Freundschaft, die es nicht gibt zwischen dem Westen und anderen Nationen, auf. Herr Klug, das Letzte können wir getrost vergessen, denn wir wissen seit den Apollo-Missionen, dass es auf dem Mond dasselbe Gestein gibt, wie bei uns auf der Erde. Warum soll ich zum Mond fliegen, dort Erde oder was auch immer abbauen? Eisen gibt es da nicht oder anderes edles Material gibt es da nicht. Warum soll ich das machen, wenn es auf der Erde dasselbe gibt? Nein, das macht keinen Sinn. Nein, wir fliegen zum Mond aus zwei Gründen. Das eine ist als sogenannte Test Ground, so nennen die Amerikaner das. Also wir müssen versuchen, auf dem Mond zu zeigen, dass wir autonom überleben können, damit wir dasselbe in etwa 15 Jahren auf dem Mars machen können. Denn dort sind wir auf uns alleingestellt und da können wir nicht von heute auf morgen einfach zurückfliegen. Und das zweite Wichtige ist, wir wollen den Mond genauer und besser verstehen. Dazu wird es viele Experimente auf dem Mond geben, insbesondere übrigens auf der Rückseite des Mondes, weil man dort Teleskope in die Tiefen des Weltraums stationieren kann. Und der Mond schützt uns dann von den elektromagnetischen Wellen, zum Beispiel dem Fernsehen und Radiowellen, die nämlich da oben stören. Die schützen einen und dann kann man viel besser in den Weltraum schauen. Jetzt habe ich aber ein schlechtes Gewissen, Herr Walter. Danke fürs Gespräch trotzdem. Nein, das brauchen wir nicht haben. Nein, nein, das brauchen wir nicht haben. Wir werden weitermachen, Herr Klug, so oder so. Dankeschön. Wer den US-Wahlkampf bestreitet, das steht ja fest, ist auch kein Geheimnis. Und überraschend kommt es jetzt auch nicht. Joe Biden, Donald Trump haben sich bei den Vorwahlen ihrer Parteien die notwendigen Delegiertenstimmen gesichert und sind damit die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl. Offiziell gekürt werden die Kandidaten bei den Parteitagen im Sommer. Erstmal seit 1952 gibt es wieder eine solche Situation, dass die Wahlkämpfer vier Jahre später die gleichen sind. Jana Wochnick. Der selbstverliebte und der tattlige ältere Herr, bei dem jedes Bücken den Secret Service ins Schwitzen bringt, so könnte das Duell der Präsidentenanwärter auch lauten. Aber das ist gar kein Witz. Das wird womöglich ein erbitterter Kampf, nicht nur um das Weiße Haus, sondern um die Balance in den tief gespaltenen Vereinigten Staaten. In den Ring ziehen zwei, die dieses Duell schon einmal bestritten haben, bei der letzten Wahl 2020. Der Republikaner Donald Trump und Joe Biden von den Demokraten. Es endete mit dem Sturm aufs Kapitol, befeuert durch die Wahllügeattacken des Verlierers. Joe Biden wurde bekanntlich Präsident. Seitdem aber war klar, es könnte einen neuen Aufguss geben. Und hier stehen wir nun. Es fühlt sich an wie eine Revanche. Nur, die Punches sind schärfer geworden, schon in den Primaries, den Vorwahlkämpfen. Wir haben die dümmsten Leute in der Geschichte unseres Landes, die das Sagen haben. Das sind dumme Leute. Ich würde gern ein anspruchsvolleres Wort verwenden, aber das sind dumme Leute. Joe Biden sollte Amerika nicht wütend anschreien. Amerika sollte Joe Biden wütend anschreien. Donald Trump hat die Vorwahlen furios für sich entschieden. Keine Klage, kein Immunitätsstreit kann ihm bei seinen Anhängern etwas anhaben. Joe Biden hat auch deutlich gewonnen, aber praktisch keinen Gegenkandidaten gehabt. Nur sehr viel gegen Wind. Nicht mal wegen seiner Politik, sondern wegen seines Alters und der damit einhergehenden, sprichwörtlichen Stolperer, Versprecher, Vergesser. Das ist sowas wie der Leberhaken für den Gegner. Und Trump spricht prompt vom krummen Joe Biden. Unter der Gürtellinie kontert Biden freilich nicht. Aber er versucht Trump in die Ringseile zu drücken. Ein wichtiger Punkt ist noch immer Trumps Wahlniederlage und dessen Verantwortung für den Sturm auf das Kapitol. Respektieren Sie freie und faire Wahlen, stellen Sie das Vertrauen in unsere Institutionen wieder her und stellen Sie klar, politische Gewalt hat in unserem Amerika keinen Platz. Trump wirkt mit seinen 77 Jahren und seiner Polemik energischer als Biden. Joe Biden ist ein US-Politiker der alten Garde, diplomatisch versiert. Wer die US-Wahlen als Schaukampf betrachtet, wettet womöglich auf Trump. Wer die USA weiter als Staat ernst nehmen möchte, vermutlich dagegen. Tesla-Chef Elon Musk ist von seinen Beschäftigten bei einem Besuch im Werk Grünheide bei Berlin überschwänglich begrüßt worden. Nach einem Anschlag auf die Stromversorgung und den mehrtägigen Produktionsausfall kam der Tesla-Chef selbst, um sich dann mal ein Bild von der Lage zu machen. In einem großen Zelt auf dem Werksgelände sprach er gegen Mittag zu den Mitarbeitern. Erst heute, am Morgen, war die Produktion ja wieder angelaufen. Die linksextreme sogenannte Vulkan-Gruppe hatte erklärt, sie sei für den Anschlag verantwortlich. Noch immer harren Menschen in einem nahegelegenen Protestcamp aus. Sie wollen unter anderem die Erweiterung des Tesla-Werkes verhindern. Das EU-Parlament hat am Mittag ein Gesetz für schärfere Regeln zur Nutzung von künstlicher Intelligenz beschlossen. Entwickler, Betreiber und Anbieter von gewissen KI-Systemen müssen von nun an neuen Vorgaben folgen. Das Gesetz zielt darauf ab, die Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union sicherer zu machen. Es soll sicherstellen, dass KI-Systeme transparent, nachvollziehbar und nicht diskriminierend sind. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die künstliche Intelligenz von Menschen überwacht wird und nicht nur von anderen Technologien. Drittligist der 1. FC Saarbrücken hat mit Borussia Mönchengladbach gleich den nächsten Bundesligisten aus dem DFB-Pokal geschossen. Schon die Bayern und Frankfurt waren an den Saarländern gescheitert. Und der jüngste Coup, der sorgte auch gleich für ein Nom. Erstmals in der Geschichte steht mit Bayer Leverkusen nur ein einziger Bundesligist im Halbfinale. Andreas Büttner. Das ist einfach unbeschreiblich jetzt. Wir sind im Halbfinale. Der Pokalschreck macht es schon wieder. Grenzenloser Jubel beim 1. FC Saarbrücken. Der Fußball-Drittligist schlägt den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und steht damit im Halbfinale des DFB-Pokals. Ja, ich glaube es ist schon wie die letzten Spiele. Sehr, sehr schwierig jetzt irgendwas zu sagen. Also gerade nach dem Abpfiff hatte ich einfach nur Gänsehaut gehabt, aber nicht weil mir kalt war. Ja, es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Und das wieder mal nach einer unbeschreiblichen Wasserschlacht. Nach der frühen Führung der Gladbacher gleicht Saarbrücken im Gegenzug direkt aus. Um in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Als ich dann im Spiel mal mit Manu Zeitz geredet habe, habe ich auch gesagt, vielleicht müssen wir all in gehen, um halt in den letzten Minuten noch ein Tor zu machen. Aber ich meine, wir haben es ja auch bis dahin sehr gut verteidigt und hätten auch sagen können, wir gehen in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Ja, aber am Ende ist ich einfach glücklich, dass es so gekommen ist. Im Halbfinale trifft Saarbrücken nun auf den Zweitligisten Kaiserslautern. Im Pokalfinale in Berlin würde dann Leverkusen oder Düsseldorf warten. Erstmal haben wir noch ein Halbfinale vor uns, ein Wichtiges. Das wird auch ein schweres Stück Arbeit und ich glaube, da ist erstmal der Fokus drauf. Aber erstmal heute Abend ist der Fokus auf etwas anderes. Queen Camilla gibt es jetzt als Barbie. Die Miniaturpuppe nach ihrem Vorbild hat Camilla als Anerkennung für ihre Arbeit als Präsidentin der Stiftung Woman of the World erhalten. Die Ehefrau von König Charles fühlte sich sichtlich geschmeichelt. Sie haben mich etwa 50 Jahre jünger gemacht. Wir alle sollten eine Barbie haben, sagte die 76-Jährige bei der Übergabe mit Belgiens Königin Mathilde. Schlechte Nachrichten allerdings für Sammler. Für den Handel kommt die Camilla Barbie nicht. So, weitere Meldungen gleich hier bei Welt. Wir schauen nochmal auf die aktuelle Taurus-Debatte. Heute Regierungsbefragung des Kanzlers. Und was er zum Thema gesagt hat, dazu gleich mehr bleiben. Bis zum nächsten Mal. Mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Zivilisten wurden verletzt. Darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Rund 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwort-Szenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und Software-mäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft ihm vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tester Schleff-Idelmask offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Danach ist das vom E-Autobauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem Tag langen Stromausfall ist Tester seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig bis kommenden Freitag. Die rechtsextremen Tendenzen in der AfD sind in der Bevölkerung und bei den Gerichten weiterhin ein großes Thema. So wird heute in Münster vor dem Oberverwaltungsgericht die Berufungsverhandlung AfD gegen den Bundesverfassungsschutz fortgesetzt. Am ersten Tag verzögerte die AfD mit zahlreichen Beweis- und Befangenheitsanträgen sowie dem Wunsch, die Öffentlichkeit auszuschließen, bereits den Prozessverlauf. Ob es daher heute, wie ursprünglich vorgesehen, ein Urteil geben wird, ist völlig unklar. Die AfD hat nämlich 210 Anträge gestellt. Jonas Feld mit den Einzelheiten. Gar nicht glücklich wirken die Fraktionsvorsitzenden der AfD, als sie den Journalisten auf der Fraktionsebene im Bundestag Rede und Antwort stehen. Bei der Partei läuft es nämlich alles andere als rund. In zweiter Instanz wehrt sich die AfD gegen die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz. Nun soll sich das Oberverwaltungsgericht in Münster mit der Frage beschäftigen. Die Definition des Verfassungsschutzes interessiert mich überhaupt nicht, weil es ein Werturteil ist. Es ist eine Bewertung, die völlig subjektiv ist, die keine objektivierbaren Kriterien anlegt. Dabei ist die Definition wichtig, denn die entscheidet darüber, ob der Verfassungsschutz sogenannte nachrichtendienstliche Mittel einsetzen darf. Dazu gehören V-Leute, Observationen und das Überwachen der Kommunikation. Der erste Verhandlungstag hatte nach zahlreichen Anträgen durch die AfD und mehreren Beratungen des 5. Senats erst mit deutlicher Verspätung am Mittag begonnen. Ob es heute ein Urteil geben wird, ist noch offen. Der Anwalt der AfD will weitere Beweisanträge stellen. Und dann plagt die Partei auch noch die Recherche des Bayerischen Rundfunks. Mindestens 100 Mitarbeiter der Bundestagsfraktion seien in rechtsextremen Organisationen aktiv. Und es ist so lächerlich an den Haaren herbeigezogen, mit welchen offensichtlichen, rufschädigenden Mitteln hier gearbeitet wird. Noch einmal, wird der Bürger unbequem, dann bezeichnen ihn als rechtsextremen. Das Ganze ist eine Medienkampagne, übrigens Steuergeld finanziert. Sie sind ja alle hier GEZ-abhängig. Und dann machen sie natürlich nur eins, sie reden nach dem Ton der Regierung. Die anderen Parteien aber wundert die Recherche nur bedingt. Es überrascht ja nicht sehr, dass die Mitarbeiter von Abgeordneten sich ihren Chefs angleichen. Das kann nicht spurlos an uns vorübergehen. Deswegen wünsche ich schon, dass sowohl die Bundestagspräsidentin, aber auch das Präsidium sich mit diesen Erkenntnissen befasst. Und möglicherweise daraus auch den Fraktionen weitere Vorschläge macht. Und genau da will Bundestagspräsidentin Baas nun ansetzen. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt an diesem Mittwochnachmittag. Besonnenheit ist nicht etwas, was man als Schwäche qualifizieren kann. Bundeskanzler Scholz hat heute Mittag im Bundestag sein Nein zur Taurus-Lieferung an die Ukraine bekräftigt. Auch bei der ersten Regierungsbefragung in diesem Jahr also bleibt der Kanzler bei seinem Kurs. Unterstützung für die Ukraine ja, weitreichende Marschloh-Körper nein. Scharfe Kritik für diese ablehnende Haltung von Scholz kommt aus der Union. Die will morgen erneut über einen Antrag zur Taurus-Lieferung abstimmen lassen. Die Erfolgsaussichten sind allerdings minimal, deuteten inzwischen auch Taurus-Befürworter wie der grüne Anton Hofreiter an, gegen diesen Unionsantrag zu votieren. Schlagabtausch im Bundestag. Kanzler Scholz stellt sich seinen Kritikern versucht bei der Regierungsbefragung klarzustellen, weshalb er weder einer Taurus-Lieferung an die Ukraine noch einem Ringtausch mit Großbritannien zustimmt. Es geht um die Beteiligung daran, wohin gezielt wird, wohin geschossen wird und wohin getroffen wird. Und das sollte nicht mit deutschen Soldaten passieren. Ich als Kanzler habe die Verantwortung zu verhindern, dass es zu einer Beteiligung Deutschlands in diesem Krieg kommt. Die Union hakt nach, unterstellt dem Kanzler Misstrauen gegenüber der Ukraine. Was bewegt sie eigentlich? Dieses tapfere Volk und diese Armee, die sich bisher an alle Absprachen gehalten hat, ihr so zu misstrauen. Der Kanzler wird deutlich, verurteilt auch die Argumentation der Union. Wir vertrauen der Ukraine. Deshalb ist Deutschland unter den europäischen Staaten mit Abstand der größte Lieferant von Waffen. Das ist ein großes Vertrauen. Und es ist etwas, wovor sich die Bürgerinnen und Bürger fürchten, wenn zum Beispiel mit der Kategorie Vertrauen sie denen oder nicht gefragt und diskutiert wird, obwohl es doch darum geht, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu garantieren. Und darauf habe ich einen Eid geleistet, Herr Kollege. Scholz macht deutlich, er wird seine Meinung nicht ändern. Doch die Fragezeichen bleiben. Verteidigungsminister Pistorius lässt aktuell alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Ein Routineprozess, sagen Experten. Doch die Nähe zur Taurus-Diskussion fällt auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1.000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht weiterhin auf der Bremse und fühlt sich bestätigt durch Umfragen, nach denen 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Die Union treibt das auf die Palme. Der Vorwurf, der Kanzler schüre Angst, verbreite Falschinformationen zu Taurus-Einsätzen. Unterdessen scheint man auch in Moskau angespannt. Russische Truppen sollen jetzt an der finnischen Grenze stationiert werden. Es wird mit Atomwaffen gedroht in Richtung Westen und den USA. Strategische Kommunikation, so Experten, auch aus Angst vor Marschflugkörpern. Mit solchen Waffen kann man wichtige Logistikknotenpunkte und Bauwerke für den Munitionsnachschub angreifen. All das tut der russischen Armee erheblich weh und deshalb will man natürlich diese Waffenlieferungen so weit wie möglich verhindern. Kanzler Scholz scheint empfänglich für Drohungen aus Moskau. Besonnen nennen das die einen, allzu ängstlich finden die anderen. Schon bei der Panzerhaubitze 2000 zögerte Scholz auch beim Leopard 2 und beim Marder-Schützenpanzer. Immer hieß es, das könnte zur Eskalation beitragen. Geliefert wurde am Ende aber trotzdem. Leonie von Rando im Bundestag. Leonie, du hast diese Debatte, diese Regierungsbefragung für uns beobachtet. Der Kanzler bleibt hartnäckig und er bleibt bei seinem Nein. Wie selbstbewusst hat er auf dich gewirkt heute? Fanny, der Kanzler ist schon durchaus selbstbewusst aufgetreten, fand ich. Er hat mit fester Stimme sehr nachdrücklich hier nochmal seinen Punkt versucht klarzumachen. Man muss aber auch sagen, die Union hat ihn, so wie sie es vorab ja angekündigt hatte, doch ziemlich gegrillt, immer wieder Nachfragen gestellt. Vor allen Dingen eben, wir haben es im Beitrag eben gehört, zu dem großen Thema, warum er ganz offensichtlich der Ukraine misstraut und warum er auch eben Rückschlüsse daraus zieht, dass die Lieferung von Taurus einer deutschen Kriegsbeteiligung gleich käme. Und man muss sagen, da ist der Kanzler die Antwort wirklich schuldig geblieben. Er hat sich mehrfach um eine klare Aussage herumgewunden. Er hat sogar im Gegenteil dann gegenüber den Fragestellern ausgeteilt, hat gesagt, da würden Halbwahrheiten kolportiert werden, sogar dann, als Norbert Röttgen eben ein direktes Zitat von Olaf Scholz angeführt hat. Also alles in allem hat man doch gemerkt, der Kanzler ist ziemlich in Bedrängnis geraten. Das hat man übrigens schon ganz zu Beginn gesehen, nämlich kurz nach seinem Eingangsstatement zum Thema Taurus. Da hat Olaf Scholz ja eben kurz nochmal sich erklärt, weshalb er den Taurus auch weiterhin nicht liefern möchte. Seine Fraktion, die SPD-Fraktion, die hat daraufhin kräftig applaudiert. Aber FDP und Grüne, die haben nicht geklatscht. Also da zeigt sich auch nochmal ganz deutlich, wie weit die drei Koalitionspartner in dieser Frage auseinander liegen. Auch wenn man gesagt hat, dass alle drei Fraktionen ja morgen sich an das gemeinsame Abstimmungsverhalten halten möchten und da nur Einzelne weniger ausscheren würden, aber es vermutlich eben nicht die große Signalwirkung gibt, dass jetzt ganz viele eben mit der Union morgen abstimmen. Leonie, Dankeschön in dem Bundestag. Wegen der Blockade des 60-Milliarden-Dollar-Pakets für die Ukraine im US-Kongress hat das Weiße Haus ein militärisches Nothilfepaket beschlossen. Es sollen Waffen und andere Unterstützung im Wert von 275 Millionen Euro für Kiew bereitgestellt werden. Das kündigte das US-Verteidigungsministerium an. Damit solle auf einige der dringendsten Bedürfnisse der ukrainischen Armee reagiert werden. Die von US-Präsident Biden im US-Haushalt vorgesehenen 60 Milliarden Dollar für die Ukraine werden von den Republikanern weiterhin blockiert. Nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstadt Kriviri hat der ukrainische Präsident Zelenskyj Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, so Zelenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben, warnte er. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und im Brand gesetzt worden. Bis in die Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Menschen wurden verletzt, unter ihnen auch sieben Kinder. Ibrahim Naba ist mir nun zugeschaltet aus der Ostukraine. Ibrahim, russische Angriffe unter anderem auch auf die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Zelenskyj. Was steckt dahinter? Putin hat ja ein Faible für Symbolik und auch für Angriffe an ganz bestimmten Zeitpunkten. Wir hatten gestern ja auch hier bei Welt darüber berichtet, dass es gestern Grenzübertritte gab von russischen Staatsangehörigen, die auf Seiten der Ukraine kämpfen, auf russisches Territorium. Die haben dann kurzzeitig, so waren zumindest die Berichte, es gab auch Bilder und Videos, ein Grenzdorf in Russland eingenommen und haben sich dann wieder zurückgezogen auf ukrainisches Territorium. Und diese Angriffe jetzt auf die Geburtsstadt von Zelenskyj, die deute ich als ein Vergeltungsschlag von der russischen Armee in Reaktion auf diesen Angriff an. Es kam gleichzeitig auch zu einem weiteren Drohnenangriff, auch auf Wohnhäuser in Sumi, in einer anderen Region. Auch dort wurden Dutzende Zivilisten verletzt und es gab auch Tote. Hier in Deutschland wird weiter debattiert über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Olaf Scholz bleibt aber stur, er bleibt hartnäckig bei seinem Nein. Und die Ukraine, die braucht ja nicht nur Raketen, die Ukraine braucht auch Munition. Wie schätzt du die aktuelle Lage an der Front ein? Was ist derzeit entscheidender für das Land? Raketen und Marschflugkörper oder doch eher Munition und andere Waffen? Ja, ich glaube, es kann hier kein Entweder-Oder geben, sondern es geht nur beides. Es fehlt der Ukraine aktuell an allem. Ich würde sagen, vor allem, also wenn wir wirklich über das Akuteste sprechen, an Artilleriegranaten. Da hat man ein Missverhältnis von etwa 1 zu 5. Russland feuert 10.000 Granaten pro Tag an der gesamten Frontlinie ab. Die Ukraine nur etwa 2.000. Das sind natürlich nur Schätzungen, aber das ist das Verhältnis aktuell. Gleichzeitig fehlt es der Ukraine an Personal. Man ist sehr ausgedünnt, es sind viele gestorben, nicht nur auf russischer, sondern auch auf ukrainischer Seite. Die Mobilisierung läuft nicht so, wie man sich das vorstellt. Viele Soldaten kämpfen seit vielen Monaten ohne jede Pause und sind erschöpft. Das ist die Realität. Und es fehlt natürlich auch an weitreichenden Waffen. Taurus, hattest du angesprochen. Das ist nur ein Beispiel. Die Briten und Franzosen hatten ja ihre weitreichenden Waffensysteme, Sculp und Storm Shadow, geschickt. Die sind mittlerweile aber leer geschossen, da gibt es einfach keine mehr. Und deswegen ist auch bei den Soldaten an der Front hier in der Ukraine Taurus aktuell ein großes Thema. Und man hat aufgrund der schwierigen Lage einfach die Hoffnung, dass es doch noch zu dieser Lieferung kommt, womit man ja unter anderem auch die Munitionsbestände der Russen dezimieren könnte. Ibrahim, Dankeschön für die aktuellen Einschätzungen aus der Ostukraine. Ein enger Vertrauter des vor gut drei Wochen in einem Straflager gestorbenen Kreml-Gegners Nawalny ist in seinem Exil in Litauen überfallen und verletzt worden. Der Oppositionelle Leonid Wolkow sei vor seinem Haus brutal angegriffen worden. Das schrieb Kira Jamschiff, die ehemalige Nawalny-Sprecherin auf Ex. Jemand habe eine Autoscheibe eingeschlagen und ihm Tränengas in die Augen gesprüht. Der Angreifer habe dann damit begonnen, mit einem Hammer auf Wolkow einzuschlagen. Er kam zunächst zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Bundesverteidigungsminister Pistorius hat grünes Licht für den Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen gegeben. Mit dem Einsatz beteiligt sich die Bundeswehr in einer Luftbrücke. Wie Verbündete kann jetzt auch die Luftwaffe dringend benötigte Hilfe aus der Luft abwerfen. Sie soll zur Versorgung der Bevölkerung im Palästinensergebiet beitragen. Die Luftbrücke wurde von Jordanien initiiert. USA und Frankreich beteiligen sich ebenfalls. Der SPD-Politiker erteilte einen entsprechenden Auftrag an die Bundeswehr. Und genau dazu hat sich Boris Pistorius heute geäußert. Es wird zwei Flugzeuge geben dieser Staffel aus Evreux, die in Jordanien sein werden. Und von dort aus dann Flüge unternehmen. So oft es eben geht. Jede Maschine kann etwa 18 Tonnen Güter aufnehmen. Die Mannschaften sind erprobt und erfahren, sodass ich davon ausgehe, dass es einige Flüge geben wird. Das hängt ab von dem Material und der Zuführung des Materials. Aber es wird nicht nur zwei Flüge geben. Die Flüge werden aufgenommen bis zum Ende der Woche und dann so lange fortgeführt, wie erforderlich und möglich. Das Ganze wird in einer Flughöhe passieren, die die Gefahren durch einen Beschuss vom Boden minimieren. Gleichzeitig sind sie so erprobt in den Verfahren, dass das, was abgeworfen wird, auch ankommt. Jedenfalls hoffen wir das. Ganz sicher kann man bei einer Flughöhe dieser Art nicht sein. Darf der Verfassungsschutz die AfD und ihre Jugendorganisation als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen? Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen setzt die Verhandlung darüber heute fort. Ob es ein Urteil geben wird, ist aber noch offen. In dem Berufungsverfahren geht es im Kern um die Frage, ob der Verfassungsschutz die AfD beobachten darf. Das Bundesamt hatte die Partei 2021 als Verdachtsfall im Rechtsextremismus eingestuft. Seitdem darf sie nachrichtendienstlich beobachtet werden. Die AfD klagte gegen diese Einstufung zunächst erfolglos. Gegen das Urteil legte sie dann aber Berufung ein. Jetzt ist es offiziell. Bei den Präsidentschaftswahlen in den USA am 5. November werden Joe Biden und Donald Trump erneut gegeneinander antreten. Biden setzte sich bei den Vorwahlen der Demokraten in Georgia und Mississippi durch. Er hat damit genügend Stimmen. Das reicht, um beim Nominierungskongress der Demokraten im August in Chicago offiziell zum Spitzenkandidaten ernannt zu werden. Allerdings hatte der 81-Jährige keinen ernstzunehmenden Gegner. Genau wie Donald Trump bei den Republikanern. Der 77-Jährige gewann ebenfalls mehrere Vorwahlen und sicherte sich die restlichen Delegiertenstimmen. Es ist das erste Mal seit 1956, dass dieselben Kandidaten bei zwei aufeinanderfolgenden US-Wahlen gegeneinander antreten. Zu einem sogenannten Wintersportgipfel lädt heute Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer in seinem Amtssitz in Dresden. Schwerpunkt ist die vergangene Saison, in der es deutlich zu wenig Schnee gab. Es sollen Konzepte für die Zukunft des Spitzenwintersports und die mittelfristige Strategie der Orte beraten werden. Bei den Diskussionen dabei sind Vertreter der sächsischen Sportverbände und Vereine, die Landräte und Bürgermeister der Wintersportregionen, außerdem der für Sport zuständige Innenminister. Der ehemalige Skispringer und Olympiasieger Jens Weißflug ist selbst Hotelier und natürlich vom ausbleibenden Schnee in dieser Region betroffen. Dutz Stordl hat ihn gefragt. Bei mir steht einer, der wie kaum ein anderer das alles einschätzen kann. Jens Weißflug, Skisprunglegende, Hotelier seit 1996 hier. Wenn Sie diese Kahlenberge sehen, ein merkwürdiges Gefühl? Ja, es blutet schon ein bisschen das Herz. Wenn man jetzt Mitte März, haben wir heute die Sommerstühle rausgestellt oder Terrassenstühle. Das haben wir am 13. März noch nie getan, aber man findet quasi Alternativen. Und es war natürlich so, dass die Gäste traurig waren, dass kein Schnee war und dass sie teilweise die Skier zu Hause lassen konnten oder mussten. Es haben aber viele sportlich genommen, das muss man auch sagen. Sportlich in dem Sinne, dass sie den Ort mal kennengelernt haben. Sonst war es gewissermaßen nur die Skipiste. Jetzt war es mehr die Umgebung, der Ort und man hat aus dem Winter quasi oder im Winter Alternativen gesucht. Ja, ist das nun einfach nur Wetter und der nächste wird wieder besser oder muss man sich langsam Gedanken machen, wie man hier Tourismus überhaupt noch aufrechterhalten kann im Winter? Langfristig muss man sich Gedanken machen. Das steht nicht außer Frage, sondern das ist einfach die Realität. Aktuell und das zeigen wirklich auch die letzten zehn Jahre, ist so ein Winter die Ausnahme. Vor zehn Jahren sah es mal so aus, zumindest im Januar. Der Rest war dann wieder gut. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir auf alle Fälle noch Winter haben, wo wir Ski fahren können. Wie lang das ist in der jeweiligen Saison, das wird in die Zeit zeigen und wir müssen uns auch wintertouristisch darauf einstellen. Auch was die Beschneiung betrifft, sicherlich nochmal nachjustieren in den Zeiten, wo man beschneien kann. Dass man intensiv beschneit, dass man für die Zeit, wo man das machen könnte, dann eben auch die Bedingungen zur Verfügung hat. Und ansonsten weiß ich nicht, ob der Mountainbiker schon dazu Lust hat, jetzt in dieser vielleicht auch etwas noch trostlosen Landschaft Rad zu fahren. Aber der Urlauber sucht sich dann Alternativen, das sehen wir aktuell so. Er schaut sich die Umgebung mehr an, er macht mehr Ausflüge, schaut sich den Ort an und genießt einfach auch den Urlaub zur Erholung. Nun ist es ja trotzdem ein Problem für die Gastronomie, wenn man jetzt durch den Ort geht. Da ist nichts, es sind kaum Touristen da. Das wirkt sich ja auch, auch wenn die Lifte stillstehen, dort werden Verluste eingefahren. Kann man wirklich im Winter einen Gegenpol aufbauen? Fahren Leute im Winter hierher, wenn kein Schnee ist, bloß weil es andere Angebote gibt? Also langfristig wird das ein Problem werden, das muss man einfach so sehen. Wir sehen es aktuell, dass natürlich die Nachfrage auch nach kurzfristigen Reisen nicht da ist. Und da ist es, glaube ich, ganz schwer, da ein Gegenangebot zu schaffen. Dort werden wir wahrscheinlich auch, wenn das die Dauer sein sollte, mit einer geringeren Wertschöpfung rechnen müssen. Weil dann wird quasi die Hauptsaison, die wir zurzeit eigentlich hätten, zur absoluten Nebensaison. Und dort muss man dann auch mit Nebensaisonpreisen wahrscheinlich leben müssen. Aber das zeigt die Zukunft. Wir können aktuell, zumindest für mein Haus, immer noch davon sprechen, dass wir treue Gäste haben. Auch mit relativ wenig Stornierungsraten. Also aktuell ist das Hotel noch nahezu ausgebucht. Aber das sind alles Buchungen, die natürlich seit langer Zeit gemacht wurden und die auch teilweise mit Schnee gerechnet haben. Herr Weißflug, schönen Dank. Ein Problem bleibt natürlich gerade hier auch für die Sportler. Es gibt eben am Wochenende tatsächlich noch einen Langlauf-Wettkampf. Da hat man versucht, mit Schnee, den man aufbewahrt hat über Wochen, eine Piste aufzubauen. Das sieht alles sehr dünn aus und sehr karg da oben. Also der Sport leidet, auch der Leistungssport. Und da muss man eben wirklich schauen, wird der nächste Winter irgendwie besser? Oder muss man sich an solche Zustände gewöhnen, was hier tatsächlich keiner will? Der Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL ist vorerst beendet. Der Fern- und Regionalverkehr läuft wieder. Fahrgäste müssen sich also noch auf volle Züge einstellen. Die Welle der Arbeitskämpfe geht aber natürlich weiter. Flugreisende müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa streikt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge. Betroffen heute sind die Abflüge in München. Das heißt, rund 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Für morgen und Freitag kündigte Verdi-Streiks das Sicherheitspersonal an fünf deutschen Airports an. Sehr viel schöner hätte man diese Geschichte, die Anfang der Saison begann, wohl nicht schreiben können. Der Drittligist, der 1. FC Saarbrücken, hat seinen Sensationskurs im DFB-Pokal fortgesetzt. Das Team hat mit Borussia Mönchengladbach gleich den nächsten Bundesligisten aus dem DFB-Pokal geschossen. Schon die Bayern und Frankfurt waren an den Saarländern gescheitert. Der jüngste Coup, der sorgt auch gleich für ein Novum. Erstmals in der Geschichte steht mit Bayer Leverkusen nur ein einziger Bundesligist im Halbfinale. Über dieses Pokalmärchen Andreas Bittner. Ja, das ist einfach unbeschreiblich jetzt. Wir sind im Halbfinale. Der Pokalschreck macht es schon wieder. Grenzenloser Jubel beim 1. FC Saarbrücken. Der Fußball-Drittligist schlägt den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und steht damit im Halbfinale des DFB-Pokals. Ja, ich glaube, es ist schon wie die letzten Spiele. Sehr, sehr schwierig, jetzt irgendwas zu sagen. Also gerade nach dem Abpfiff hatte ich einfach nur Gänsehaut gehabt, aber nicht, weil mir kalt war. Ja, es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Und das wieder mal nach einer unbeschreiblichen Wasserschlacht. Nach der frühen Führung der Gladbacher gleich Saarbrücken im Gegenzug direkt aus, um in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Als ich dann im Spiel mal mit Manu Zeitz geredet habe, habe ich auch gesagt, vielleicht müssen wir auch hin gehen, um halt in den letzten Minuten noch ein Tor zu machen. Aber ich meine, wir haben es ja auch bis dahin sehr gut verteidigt und hätten auch sagen können, wir gehen in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Ja, aber am Ende ist ich einfach glücklich, dass es so gekommen ist. Im Halbfinale trifft Saarbrücken nun auf den Zweitligisten Kaiserslautern. Im Pokalfinale in Berlin würde dann Leverkusen oder Düsseldorf warten. Erstmal haben wir noch ein Halbfinale vor uns, ein wichtiges. Das wird auch ein schweres Stück Arbeit und ich glaube, da ist erstmal der Fokus drauf. Aber erstmal heute Abend ist der Fokus auf etwas anderes. Und wir haben noch diese Bilder für Sie. Queen Camilla gibt es jetzt als Barbie. Die Miniaturpuppe hat nach ihrem Vorbild Camilla als Anerkennung für ihre Arbeit als Präsident der Stiftung Women of the World erhalten. Die Ehefrau von King Charles fühlte sich sichtlich geschmeichelt. Sie haben mich etwa 50 Jahre jünger gemacht. Wir alle sollten eine Barbie haben. Das sagte die 76-Jährige bei der Übergabe mit Belgienskönigin Mathilde. Schlechte Nachrichten für Sammler allerdings. In den Handel kommt die Camilla Barbie nicht. So war das Wichtigste von meiner Seite. Jetzt habe ich die Kamera auch gefunden. Hier geht es natürlich weiter mit den aktuellen Nachrichten. Wir sehen uns dann um 18 Uhr wieder in der Welt am Abend. Ich freue mich, wenn Sie einschalten. Bis später. Tschüss. Und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat Kriviri hat der ukrainische Präsident Zelensky Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketeneingriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline dass die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Runden 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basternein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe, Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der Bild und in der ARD wirft ihm vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer. Immer hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tesla-Schleif Elon Musk offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Noch ist das vom E-Auto-Bauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig bis kommenden Freitag. Die rechtsextremen Tendenzen in der AfD sind in der Bevölkerung und bei den Gerichten weiterhin ein großes Thema. So wird heute in Münster vor dem Oberverwaltungsgericht die Berufungsverhandlung AfD gegen den Bundesverfassungsschutz fortgesetzt. Am ersten Tag verzögerte die AfD mit zahlreichen Beweis- und Befangenheitsanträgen sowie dem Wunsch, die Öffentlichkeit auszuschließen, bereits dem Prozessverlauf. Ob es daher heute, wie ursprünglich vorgesehen, ein Urteil geben wird, ist völlig unklar. Die AfD hat nämlich 210 Anträge gestellt. Jonas Feld mit den Einsleiten. Gar nicht glücklich wirken die Fraktionsvorsitzenden der AfD, als sie den Journalisten auf der Fraktionsebene im Bundestag Rede und Antwort stehen. Bei der Partei läuft es nämlich alles andere als rund. In zweiter Instanz wehrt sich die AfD gegen die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz. Nun soll sich das Oberverwaltungsgericht in Münster mit der Frage beschäftigen. Die Definition des Verfassungsschutzes interessiert mich überhaupt nicht, weil es ein Werturteil ist. Es ist eine Bewertung, die völlig subjektiv ist, die keine objektivierbaren Kriterien anlegt. Dabei ist die Definition wichtig, denn die entscheidet darüber, ob der Verfassungsschutz sogenannte nachrichtendienstliche Mittel einsetzen darf. Dazu gehören V-Leute, Observationen und das Überwachen der Kommunikation. Der erste Verhandlungstag hatte nach zahlreichen Anträgen durch die AfD und mehreren Beratungen des 5. Senats erst mit Deutschland... Herzlich willkommen zu unserem Börsenüberblick. Wir sehen an der Wall Street heute ein uneinheitliches Bild. Die Tech-Werte eher unter Druck, Nvidia zum Beispiel. Aber die Standardwerte im Dow Jones, die liegen weiter zu. Man hat ja gestern schon die Inflationsdaten in den USA, die stärker ausgefallen sind, als erwartet erstaunlich gut weggesteckt. Der DAX heute Morgen mit einem historischen Rekord. Zum ersten Mal ging es über die Marke von 18.000 Punkten. Nur einen Punkt darüber auf 18.001,42. Aber es hat eben gereicht, um diese Marke zu knacken. Zum ersten Mal in der DAX-Geschichte. Und insofern ist es ein historischer Tag. Auch wenn wir diese Marke nicht halten können, aktuell kaum verändert sind. Und wir haben vier DAX-Werte, die heute ihre endgültigen Bilanzen des abgelaufenen Jahres vorgelegt haben. Die alten Zahlen sind aber schon vorher bekannt gewesen. Zum Großteil hat heute vor allem der Ausblick interessiert. Und der kam vor allem bei Zalando äußerst gut an. Inzwischen 19 Prozent das Plus bei dem Online-Modehändler, weil man jetzt wieder auf Wachstumskurs gehen will, auch seine Ziele für 2028 vorgelegt hat. Und die kommen gut an. E.ON ebenfalls mit dem Ausblick überzeugend. Adidas ganz spannend heute. Die sind heute Vormittag auch mal richtig abgetaucht. Über drei Prozent ins Minus. Da hatte man Sorgen um die Lagerbestände in den USA. Aber man konnte diese Sorgen offenbar wieder beiseite wischen und Zuversicht verbreiten. 3,8 Prozent das Plus. Einzig Volkswagen kann nicht punkten mit seinem Ausblick. Da hat vor allem auch der Ausblick für das laufende erste Quartal enttäuscht. Und auch beim Absatz will man ja kaum zulegen. Also das ist nicht so überzeugend. Mehr dazu vor allem auch zu VW und zu den Aussichten für den DAX nach Knacken der 18.000er Marke dann 17,45 in der Börse am Abend. Vorher die neuesten Nachrichten mit Thomas Klug. Und wir beginnen diese Nachrichtensendung mit einer Eintracht. Wegen des Verdachts der Geldwäsche bei der insolventen SIGNA-Gruppe ermittelt die Staatsanwaltschaft München. Konkrete Beschuldigte nannte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde auf Anfrage der dpa noch nicht. Zuvor hatte die BILD am Sonntag darüber berichtet. Wir halten sie weiter auf dem Laufenden. Und zum ersten Mal in diesem Jahr hat sich Bundeskanzler Scholz heute den Fragen der Abgeordneten gestellt. Beherrschendes Thema. Die Debatte um das Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper. Vor allem die Union hatte angekündigt, den Regierungschef grillen zu wollen. Doch auch innerhalb der Ampelkoalition wird der Ton um das Thema Taurus rauer. Schlagabtausch im Bundestag. Kanzler Scholz stellt sich seinen Kritikern versucht, bei der Regierungsbefragung klarzustellen, weshalb er weder einer Taurus-Lieferung an die Ukraine noch einem Ringtausch mit Großbritannien zustimmt. Es geht um die Beteiligung daran, wohin gezielt wird, wohin geschossen wird und wohin getroffen wird. Und das sollte nicht mit deutschen Soldaten passieren. Doch damit gibt man sich nicht zufrieden. Norbert Röttgen fragt konkreter nach, wirft dem Kanzler vor, Halbwahrheiten zu verbreiten. Schließlich liefern auch Großbritannien und Frankreich bereits Marschflugkörper. Durch die Lieferung der Waffen wird man nicht Kriegsbeteiligter. Niemand hat das gesagt, ich nicht und auch sonst keiner, den ich im verantwortlichen Umfeld der Bundesregierung kenne. Und dann wird es persönlich. Und was mich aber ärgert ist, sehr geehrter Abgeordneter, lieber Norbert, dass du alles weißt und eine öffentliche Kommunikation betreibst, die darauf baut, dass dein Wissen kein öffentliches Wissen ist. Röttgen weiß sich zu wehren. Sie spielen nicht mit klaren Karten und sie zielen darauf ab, die Öffentlichkeit in dieser Frage zu täuschen. Der Kanzler bleibt dabei, er wird seine Meinung nicht ändern. Doch die Fragezeichen bleiben. Verteidigungsminister Pistorius lässt aktuell alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Als Vorbereitung auf eine Taurus-Lieferung in die Ukraine oder einen Ringtausch, solle das aber nicht gewertet werden, so Pistorius. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, meiner Verantwortung gerecht zu werden, die Systeme, die wir haben, die wir teilweise auch schon sehr lange haben, in den Status zu versetzen, in den sie gehören, wenn wir verteidigungsfähig sein wollen. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Neue Taurus-Marschflugkörper müssen also ohnehin von Deutschland eingekauft werden. Die Nachrichtenagentur Reuters veröffentlichte jetzt auch Informationen darüber, dass die Taurus für Eurofighter-Kampfflugzeuge zertifiziert werden. Ein Schritt, der den Ringtausch mit Großbritannien erleichtern würde. Dazu will Pistorius sich allerdings nicht äußern. Ich kann dazu gerade im Augenblick nichts sagen. Das sind keine öffentlichen Informationen. Keine Informationen und ein Kanzler, der weiterhin auf der Bremse steht. Er fühlt sich bestätigt durch Umfragen, nach denen 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Unterdessen scheint man auch in Moskau angespannt. Russische Truppen sollen jetzt an der finnischen Grenze stationiert werden. Heute droht Putin in einem Interview mit Atomwaffen in Richtung Westen und den USA. Strategische Kommunikation, so Experten, auch aus Angst vor Marschflugkörpern. Mit solchen Waffen kann man wichtige Logistiknotenpunkte und Bauwerke für den Munitionsnachschub angreifen. All das tut der russischen Armee erheblich weh. Und deshalb will man natürlich diese Waffenlieferungen so weit wie möglich verhindern. Kanzler Scholz scheint empfänglich für Drohungen aus Moskau. Besonnen nennen das die einen, allzu ängstlich finden die anderen. Schon bei der Panzerhaubitze 2000 zögerte Scholz auch beim Leopard 2 und beim Marder-Schützenpanzer. Immer hieß es, das könnte zur Eskalation beitragen. Geliefert wurde am Ende aber trotzdem. Verteidigungsminister Pistorius gibt grünes Licht für den Abwurf von Hilfsgütern über den Gazastreifen. Mit dem Einsatz beteiligt sich die Bundeswehr an einer Luftbrücke. Wie Verbündete kann nun auch die Luftwaffe dringend benötigte Hilfe aus der Luft abwerfen. Sie soll zur Versorgung der Bevölkerung im Palästinensergebiet beitragen. Die Luftbrücke wurde von Jordanien initiiert. USA und Frankreich beteiligen sich ebenfalls daran. Der SPD-Politiker erteilte einen entsprechenden Auftrag an die Bundeswehr. Der Ampelstreit um die Bezahlkarte für Asylbewerber geht in eine neue Runde. Erneut blockieren die Grünen die Abstimmung. Eigentlich sollte der Bundestag noch in dieser Woche über eine Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes abstimmen, um Rechtssicherheit für die bundesweite Einführung der Karte zu schaffen. Dagegen sperren sich nun erneut die Grünen. Noch vor zwei Wochen hatte Wirtschaftsminister Habeck ein Lenken signalisiert. FDP-Fraktionschef Dürr rief alle Koalitionspartner dazu auf, das Thema Bezahlkarte so schnell wie möglich rechtssicher abzuschließen. Noch bevor der für diesen Donnerstag, also morgen angekündigte Warnstreik an den Flughafen Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden, Köln und Berlin begonnen hat, kündigt die Gewerkschaft Verdi bereits eine Verlängerung an. Auch am Freitag soll Luftsicherheitspersonal die Arbeit niederlegen. Es geht um die Tarifverhandlungen für rund 25.000 Beschäftigte privater Sicherheitsdienstleister, die an den Flughäfen im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Personal und Gepäck kontrollieren. Reisende müssen sich auf zahlreiche Flugausfälle und Verspätungen einstellen. In den USA ist ein ehemaliger Manager des Flugzeugherstellers Boeing tot aufgefunden worden. John Barnett hatte den Konzern immer wieder wegen angeblicher Sicherheitsprobleme öffentlich kritisiert. Nun hat sich der 62-Jährige offenbar das Leben genommen. Seit er vor sieben Jahren das Unternehmen verlassen hatte, teilte Barnett seine Sorgen über die aus seiner Sicht mangelhaften Zustände in der Produktion der Boeing-Maschinen. Erst jüngst gab es Berichte über mangelhafte Produktionsprozesse. Zuletzt war im Januar bei einer Boeing eine Rumpfplatte während des Fluges abgebrochen. Die Maschine musste notlangen. Michael Wöhlenweber in Washington. Ermittlungen gibt es in diesem Fall. Gibt es denn da irgendwelche Anhaltspunkte, dass das möglicherweise vielleicht doch kein Selbstmord gewesen ist? Der Fall macht natürlich zuerst einmal stutzig und vor allen Dingen die Anwälte, die sagen, dass ihr Klient in bester Laune gewesen ist, dass sie eigentlich keinen Anlass für einen Selbstmord sehen. Zum Hintergrund stand noch eine Aussage bevor in einem Zivilprozess gegen Boeing, wo der ehemalige Manager sich darüber beschwerte, dass Boeing sich an ihm rächen wollte, er Aussage noch müssen in einem Vorprozess, der eigentliche Prozess stand im Juni an. Und dass jetzt in diesem Kontext dieser Pannen von Boeing die ausgerissene Tür, das Rad, was beim Start verloren gegangen ist und dann beim Aufschlag Autos zerstört hatte, dann der jüngste Fall, er ist ganz, ganz frisch eigentlich, dass ein Teil der Elektronik ausfiel, was dazu führte, dass eine Boeing-Maschine mehrere tausend Meter wohl abschmierte, bevor sie wieder aufgefangen werden konnte. Der Pilot sagte später, er habe die Kontrolle verloren. Das ist natürlich jetzt in diesem Kontext zu betrachten. Boeing steht am Pranger wegen Sicherheitsproblemen und offensichtlich nimmt man es mit den Sicherheitschecks oder beziehungsweise hat man es mit den Sicherheitschecks nicht so ernst genommen. Jetzt nachträglich noch welche durchgeführt. Ein Drittel der Checks sind misslungen, also waren negativ. Also Boeing hat offensichtlich da ein Sicherheitsproblem. Und jetzt kommt dieser Fall. Die Polizei soll ihn untersuchen, also ob da vielleicht irgendetwas noch anderes möglich ist als Selbstmord. Der Finger war noch am Abzug, als man ihn in seinem Auto fand, mit einem Kopfschuss in die Schläfe. Es gab ein Stück Papier. Das heißt zumindest gerüchteweise, dass es eine Art Abschiedsbrief gewesen sein könnte. Also wir stochen da noch ein bisschen im Dunkeln. Aber das Ganze ist natürlich Stoff, vielleicht dann auch für Verschwörungstheorien. Vielleicht ist auch tatsächlich gar nichts weiter dran als ein Selbstmord. Aber das muss natürlich vor allen Dingen wegen der Implikationen, die ich beschrieben habe, dann doch gründlich aufgeklärt werden, um wirklich da auf Nummer sicher zu gehen. Michael Wöhlenweber, recht vielen Dank nach Washington. Das EU-Parlament hat ein Gesetz für schärfere Regeln zur Nutzung von künstlicher Intelligenz beschlossen. Für Entwickler, Betreiber und Anbieter von gewissen KI-Systemen gelten damit neue Regeln. Das Gesetz zielt darauf ab, die Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union sicherer zu machen. Es soll sicherstellen, dass KI-Systeme transparent, nachvollziehbar und nicht diskriminierend sind. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die künstliche Intelligenz von Menschen überwacht wird und nicht nur von anderen technischen Systemen. Tesla-Chef Elon Musk ist von seinen Beschäftigten bei einem Besuch im Werk Grünheide bei Berlin überschwänglich begrüßt worden. Nach einem Anschlag auf die Stromversorgung und dem mehrtägigen Produktionsausfall kam der Tesla-Chef selbst, um sich ein Bild von der Lage zu machen. In einem großen Zelt auf dem Werksgelände sprach er gegen Mittag zu den Mitarbeitern. Erst heute war die Produktion wieder angelaufen. Die linksextreme sogenannte Vulkangruppe hatte erklärt, sie sei für den Anschlag verantwortlich. Noch immer harren Menschen in einem nahegelegenen Protestcamp aus. Sie wollen unter anderem die Erweiterung des Tesla-Werks verhindern. Der 1. FC Saarbrücken. Denn der Drittligist, der schreibt weiter sensationelle Pokalgeschichte. Der Drittligist steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Nach den Bayern und Frankfurt warf der FCS nun mit Borussia Mönchengladbach den dritten Erstligisten nacheinander aus dem Wettbewerb. Hoffentlich sieht die Kabine bis zum Halbfinale dann wieder etwas aufgeräumter aus. Dann geht es gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und der spielt ja nur in der 2. Liga. Ein Weltspezial hier gleich bei Welt. Nachrichten dann wieder zur vollen Stunde. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und dann am Abend natürlich nochmal der Tagesüberblick über die Wirtschaft mit Dietmar Deffner. Die Börse am Abend. Das alles hier. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749. Und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat, Kriviri, hat der ukrainische Präsident Zelenskyj Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketeneingriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Und weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Rund 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten und die Debatte um das Basternein von Olaf Scholz zur Lieferung, den Regierungschef grimmeln zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taubus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taubus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft dem vor. Sie zu einem Weltspezial, trotz Kanzler Basta, die Diskussion um den Taubus, sie geht weiter. Herzlich willkommen. Zum ersten Mal in diesem Jahr hat sich Bundeskanzler Scholz heute den Fragen der Abgeordneten gestellt. Beherrschendes Thema, die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper. Vor allem die Union hatte zuvor angekündigt, den Kanzler grillen zu wollen. Konkrete Antworten blieb Scholz jedoch schuldig. Morgen soll erneut über eine mögliche Taurus-Lieferung für die Ukraine abgestimmt werden. Der grüne Anton Hofreiter will zwar nicht mehr für den Antrag der Opposition stimmen. Andere Abgeordnete der Ampel haben dabei aber offenbar weniger Hemmungen. Mehr von Philippa Vögelding. Schlagabtausch im Bundestag. Kanzler Scholz stellt sich seinen Kritikern versucht, bei der Regierungsbefragung klarzustellen, weshalb er weder einer Taurus-Lieferung an die Ukraine noch einem Ringtausch mit Großbritannien zustimmt. Es geht um die Beteiligung daran, wohin gezielt wird, wohin geschossen wird und wohin getroffen wird. Und das sollte nicht mit deutschen Soldaten passieren. Ich als Kanzler habe die Verantwortung zu verhindern, dass es zu einer Beteiligung Deutschlands in diesem Krieg kommt. Die Union hakt nach, unterstellt dem Kanzler Misstrauen gegenüber der Ukraine. Was bewegt sie eigentlich, dieses tapfere Volk und diese Armee, die sich bisher an alle Absprachen gehalten hat, ihr so zu misstrauen? Der Kanzler wird deutlich, verurteilt auch die Argumentation der Union. Wir vertrauen der Ukraine. Deshalb ist Deutschland unter den europäischen Staaten mit Abstand der größte Lieferant von Waffen. Das ist ein großes Vertrauen. Und es ist etwas, wovor sich die Bürgerinnen und Bürger fürchten, wenn zum Beispiel mit der Kategorie Vertrauen sie denen oder nicht gefragt und diskutiert wird, obwohl es doch darum geht, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu garantieren. Und darauf habe ich einen Eid geleistet, Herr Kollege. Scholz macht deutlich, er wird seine Meinung nicht ändern. Doch die Fragezeichen bleiben. Verteidigungsminister Pistorius lässt aktuell alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Ein Routineprozess, sagen Experten. Doch die Nähe zur Taurus-Diskussion fällt auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1.000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht weiterhin auf der Bremse und fühlt sich bestätigt durch Umfragen, nach denen 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Die Union treibt das auf die Palme. Der Vorwurf, der Kanzler schüre Angst, verbreite Falschinformationen zu Taurus-Einsätzen. Unterdessen scheint man auch in Moskau angespannt. Russische Truppen sollen jetzt an der finnischen Grenze stationiert werden. Es wird mit Atomwaffen gedroht in Richtung Westen und den USA. Strategische Kommunikation, so Experten, auch aus Angst vor Marschflugkörpern. Mit solchen Waffen kann man wichtige Logistikknotenpunkte und Bauwerke für den Munitionsnachschub angreifen. All das tut der russischen Armee erheblich weh. Und deshalb will man natürlich diese Waffenlieferungen so weit wie möglich verhindern. Kanzler Scholz scheint empfänglich für Drohungen aus Moskau. Besonnen nennen das die einen, allzu ängstlich finden die anderen. Schon bei der Panzerhaubitze 2000 zögerte Scholz auch beim Leopard 2 und beim Marder-Schützenpanzer. Immer hieß es, das könnte zur Eskalation beitragen. Geliefert wurde am Ende aber trotzdem. Die Kanzlerbefragung beobachtet hat meine Kollegin Leonie von Rando im Deutschen Bundestag. Leonie, die Union wollte vom Kanzler ja konkret wissen, weshalb er mehrfach behauptet hat, dass deutsche Soldaten zur Bedienung der Taurus-Waffen benötigt würden. Wie hat der Kanzler denn darauf reagiert? Im Grunde hat er ja alle im Regen stehen lassen. So kann man das sagen. Er ist eigentlich auch nach dieser Fragerunde die Antwort darauf schuldig geblieben. Denn man muss ja sagen, er ist ganz explizit noch einmal gefragt worden danach, woran es denn liegt, dass er auch der Ukraine offenbar nicht vertraut, so sagt es zumindest die Union, und deshalb den Taurus nicht liefern möchte. Und da hat er sich doch mehrfach um eine ganz konkrete Antwort auf diese Frage gewunden. Einen Aspekt, den fand ich sehr interessant. Wir können das kurz auch noch einmal einblenden, und zwar zu Beginn des Kanzlerstatements. Da war es so, beziehungsweise als er das Statement geschlossen hat, dass die SPD, also seine Fraktion, kräftig applaudierte, aber dagegen FDP und Grüne nicht applaudiert haben. Also da zeigt sich deutlich auch noch mal, dass es innerhalb der Union doch ziemlich Krach gibt. Jetzt wollen wir aber mal nachfragen bei Amira Mohamed Ali vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Auch sie hat die Debatte natürlich verfolgt. Guten Tag, Frau Mohamed Ali. Danke für die Debatte. Guten Tag. Der Kanzler bleibt also bei seinem klaren Nein, was die Lieferung von Taurus-Marsch-Flugkörpern angeht, obwohl der Druck massiv gestiegen ist aus der Opposition, auch aus europäischen Nachbarstaaten. Können Sie seine Position verstehen? Ich finde, dass die Haltung von Kanzler Scholz an der Stelle wirklich richtig ist. Er hat es ja auch begründet, indem er gesagt hat, dass unter anderem diese Waffen deswegen nicht geliefert werden können, weil sie nur dann eingesetzt werden können, sinnvoll oder sicher, wenn deutsche Soldaten auch dabei sind. Und das ist tatsächlich die Gefahr einer Kriegsbeteiligung, was entsprechend Verheerung zufolge hätte. Trotzdem, ich habe es ja eben schon angesprochen, bleibt er die Erklärung schuldig, warum er der Ukraine nicht vertraut. Denn er argumentiert ja immer wieder, deutsche Soldaten müssten daran beteiligt sein, wenn der Taurus in die Ukraine geliefert wird. Sie sollen sozusagen die Steuerung übernehmen. Und genau das will er auf gar keinen Fall. Also sind Sie mit seiner Erklärung zufrieden? Haben Sie wirklich was Neues erfahren in puncto, warum traut er da der Ukraine nicht? Also was Neues habe ich jetzt nicht wirklich erfahren bei dieser Befragung, sondern das sind die Äußerungen, die Kanzler Scholz schon vorher getätigt hatte. Ich finde es, wie gesagt, richtig, weil ich diese Gefahr selber auch sehe. Aber das möchte ich auch sagen, nur weil ich diese Entscheidung des Bundeskanzlers richtig finde, halte ich den Kurs insgesamt, den die Bundesregierung einnimmt in diesem Krieg, den halte ich nicht für richtig, weil ich der Meinung bin, dass Waffenlieferungen, immer mehr Waffenlieferungen nicht der Weg zum Frieden sind, sondern dass es stattdessen Verhandlungen bräuchte. Gleichzeitig droht ja aber in Moskau Wladimir Putin ganz offen wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen. Er hat jetzt gerade noch einmal gesagt, man sei militärisch und technisch dazu in der Lage. Und viele haben hierzulande dann den Eindruck, dass sich Olaf Scholz sehr von einer Angst vor Wladimir Putin leiten lässt. Ist das auch Ihr Eindruck, dass er sozusagen Wladimir Putin da auf den Leim geht? Also ich kann jetzt nicht psychoanalysieren, was da jetzt den Bundeskanzler tatsächlich umtreibt. Aber dass Putin da jetzt mit solchen Waffen droht und diesen Einsatz sozusagen in Aussicht stellt, das ist ja ein Grund mehr, jetzt zu deeskalieren. Es ist leider die Realität, dass die Ukraine Russland militärisch nicht wird besiegen können. Das sagen ja auch Militärexperten auf der ganzen Welt. Und das hängt auch nicht an den Taurus-Marschlugkörpern oder irgendeiner anderen Waffe. Das ist nicht der sogenannte Game Changer, wie man immer sagt, sondern das wird den Krieg weiter in die Länge ziehen. Stattdessen braucht es unbedingt Verhandlungen. Denn auch die atomare Eskalation, das ist ja eine reale Gefahr. Russland ist leider die größte Atommacht der Welt. Ich finde es bedauerlich. Ich finde es sowieso bedauerlich, dass es Atomwaffen auf der Welt gibt. Aber das ist die Realität. Und das ist ein großes Risiko, dass man auch genauso einschätzen muss, dass diese Gefahr real besteht. Jetzt ist es ja aber so, dass die Ampel-Koalition sehr gespalten in dieser Frage war um die Taurus-Lieferung. Wir haben es vorhin schon kurz nochmal eingeblendet. Es gab keinerlei Applaus von FDP und Grünen nach dem Statement des Kanzlers. Da wurde also nochmal ganz offensichtlich, wie gespalten diese Koalition auch ist. Wie beobachten Sie das aus der Opposition heraus? Was für ein Bild gibt die Ampel da? Ja, ich habe das auch genauso wahrgenommen. Also das ist ja leider auch an der Frage jetzt nicht neu. Aber die Koalitionäre sind sich wieder mal sehr uneins. Sie zeigen das auch. Sie tragen ihre Streitereien und Auseinandersetzungen da öffentlich zur Schau. Das ist natürlich nicht gut für unser Land. Das muss man ganz klar sagen. Eine Regierung, die sich nicht einig ist, die nicht weiß, wo sie hin will, das ist nicht gut. Wie beurteilen Sie da auch die Performance des Kanzlers? Was denn seine Aufgabe wäre es doch da eigentlich, Führung zu zeigen und seine Koalitionspartner hinter sich zu scharen, zu versammeln? Und das gelingt offensichtlich in großen Teilen nicht. Ja, Sie sagen es. Also das ist keine gute Performance. Das wäre eigentlich seine Aufgabe. Aber offensichtlich hat er nicht die Autorität. Zumindest wird das nicht so wahrgenommen. Ich meine, wir haben ja auch erlebt, dass Mitglieder der FDP, die Frau Strack-Zimmermann, dass die öffentlich verkündet haben, dass sie einem Antrag der Union zustimmen werden, Umzug auf dieses Thema und so weiter. Also da scheint wenig Respekt vorhanden zu sein. Und auch das ist nicht gut. Deutliche Worte. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Mohamed Ali. Und damit gebe ich zurück nach Berlin ins Studio. Leonie, vielen Dank für dieses Gespräch, für die Einordnung. Dankeschön. Und von Berlin aus gehen wir gleich weiter zu Ibrahim Naber. Der ist in der Ostukraine in Slowiansk. Ibrahim, wie verfolgt man denn in der Ukraine die aktuelle Taurus-Debatte hier in Deutschland? Ja, ich erlebe es relativ selten, dass die Soldaten direkt an der Front die große Weltpolitik so verfolgen. Aber als ich jetzt vor zwei Tagen auf Nachtmission mit Soldaten bei Bachmut war, da wurde ich wirklich ganz am Anfang mehrfach darauf angesprochen, auf diese Taurus-Debatte. Warum liefert Deutschland Taurus nicht? Warum zögert Scholz? Das haben mich die Soldaten gefragt. Diese Fragen stellen sie natürlich auch, weil die Lage für sie an der Front aktuell extrem schwierig ist. Wir hatten vor wenigen Wochen ausführlich auch bei Weltruhr berichtet, dass die Stadt Avdivka hier im Osten der Ukraine gefallen ist, nach Monaten der Schlacht. Hier rücken die russischen Truppen aber weiter langsam vor. Und die Sorge ist eben groß, dass es zu einem viel größeren Durchbruch an einer Frontstelle kommen könnte, weil der Druck der russischen Truppen aktuell einfach enorm ist. Woran liegt das? Das liegt vor allem daran, dass es der Ukraine an Personal fehlt. Viele, viele Soldaten sind schon seit vielen Monaten im Einsatz, ohne Pausen zu bekommen, weil sie einfach unterlegen sind, was das Personal angeht, was die Vielzahl der Soldaten angeht. Zum anderen haben sie eben auch bei den Artilleriegranaten weiter große Probleme. Da gibt es ein Missverhältnis von 1 zu 5 aus ukrainischer Sicht. Die Russen feuern etwa 10.000 Granaten pro Tag an der gesamten Front, die Ukraine nur 2.000. Und auch was diese weitreichenden Waffen angeht, Taurus ist ja nur ein Beispiel, hat die Ukraine einfach viel zu wenig zu bieten, um die Russen da wirklich ernsthaft in Gefahr zu bringen. Dazu kommen dann noch die russischen Angriffe auf Zivilisten, unter anderem auf Städte, unter anderem auf die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Silensky, Kriviri. Was steckt dahinter? Wir hatten ja gestern darüber berichtet, dass es russische Staatsangehörige auf Seiten der Ukraine gibt, die gestern erst auf russisches Territorium übergegangen sind. Die haben da einen kleinen Angriff in Grenzdörfern gestartet. Und das hat am Ende keine großen militärischen Auswirkungen, aber es war natürlich ein symbolischer Angriff der Ukraine, wie wir es schon zuvor im vergangenen Jahr auch schon mal hatten. Und die Angriffe jetzt auf die Geburtsstadt von Präsident Silensky sind für mich einfach ein Vergeltungsschlag. Da will man ganz klar sagen, diese Grenzübertritte aus russischer Sicht, die nehmen wir nicht hin. Und dann treffen wir eben die Geburtsstadt von Präsident Silensky. Es kam aber auch zu Angriffen auf Sumy, eine andere ukrainische Stadt. Auch dort wurden Wohnhäuser getroffen. Auch dort sind Zivilisten gestorben und es kam zu dutzenden Verletzten. Ibrahim, vielen Dank für diese Einordnung aus der Ostukraine. Dankeschön. Und von dort gehen wir gleich weiter. Zugeschaltet ist jetzt der Militärexperte Wolfgang Richter. Er ist Oberst AD. Herr Richter, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Simons. Bundeskanzler Scholz, der hat jetzt ja sein Nein zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine noch mal bekräftigt. Ist das aus rein militärischer Sicht, ich will da keine politische Einordnung, aus rein militärischer Sicht möglicherweise ein Fehler? Das Land gerät ja immer mehr in die Defensive, wie wir auch gerade eben von unserem Korrespondenten aus der Ukraine gehört haben. Ja, es fällt natürlich schwer, eine rein militärische Sicht hier zu produzieren. Denn natürlich kann man vereinfacht sagen, der Taurus-Marschflugkörper ist ein sehr potentes Waffensystem mit einer hohen Reichweite, mit der großen Durchschlagskraft, großer Präzision und auch gehärtet weitgehend gegen elektronische Gegenmaßnahmen. Insofern sicherlich ein potentes System, kein Gamechanger, wie viele behaupten. Das ist kein einzelnes System, es gibt keine Wunderwaffen. Aber natürlich hat es militärisch eine Wirkung. Gleichwohl muss man überlegen, welche Ziele es treffen könnte. Und das ist wohl die Überlegung auch des Kanzlers. Jetzt bin ich doch wieder etwas im politischen Bereich. Aber militärische Überlegungen lassen ja Eskalationsüberlegungen nicht völlig aus, sondern natürlich muss man auch daran denken, welches Risikopotenzial besteht. Ich glaube, das ist die Überlegung des Kanzlers, dass er sagt, das muss unter deutscher Kontrolle bleiben. Oder umgekehrt, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass strategisch wichtige Ziele getroffen werden mit deutscher Beteiligung. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Natürlich könnte man sagen, auch Storm Shadow hat wichtige Ziele bekämpft, zum Beispiel das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte. Es hat die Dschonga-Brücke schon im Juni des letzten Jahres angegriffen. Das ist eine Brücke, die die Halbinsel Krim mit dem ukrainischen Festland verbindet und diese Brücke beschädigt. Aber das ist eine andere Klasse, wenn man also sagt, wir wollen die Kerchbrücke zerstören oder wir wollen irgendwelche Bomberplätze angreifen und dort Depots zerstören, die möglicherweise auch Nuklear-Munition haben. Also das muss man alles im Gesamtkontext abwägen. Und natürlich spielt es eine große Rolle, wie sich die USA verhalten. Die USA selber sind nicht bereit, so ein Risiko einzugehen. Sie haben ihre Attack-M-Lieferungen erheblich eingeschränkt, und zwar von der Reichweite. Sie hat nur ein Drittel der Reichweite der Taurus, aber auch vom Sprengkopf her. Das ist Spreumunition, keine durchschlagende Explosionsmunition. Und auch von der Präzision her, denn die Streuerungssysteme sind weitaus weniger redundant als die des Taurus. Vor diesem Hintergrund oder vor dem Hintergrund dieser Debatte hier in Deutschland wiederholt Wladimir Putin jetzt in Russland seine Atomdrohungen. Ist das ein Zufall oder dann doch eher eine Einschüchterungsstrategie? Also wir hören ja diese nuklearen Signale schon seit langer Zeit. Was die russische Seite sagt, ist, wenn es zu einem unmittelbaren Konflikt käme zwischen NATO-Staaten oder der NATO als Ganzes und Russland, dann ist eine nukleare Eskalation nicht ausgeschlossen. Das ist etwas, was jeder weiß, das braucht man nicht eigentlich zu betonen. Aber natürlich will die russische Seite es betonen, um zu sagen, das ist der Weg in Richtung Armageddon. Und deswegen gab es ja eigentlich auch zwischen den NATO-Führern, also der wichtigen NATO-Staaten, aber auch dem Generalsekretär, die längste Äußerung hat das nochmal unterstrichen, eine einheitliche Linie, die sagt, wir werden nicht Kriegspartei. Wir wollen die Ukraine unterstützen, damit sie sich verteidigen kann. Aber wir wollen nicht selbst in diesen Konflikt hineingezogen werden. Auch Putin weiß natürlich ganz genau, dass eine nukleare Eskalation natürlich auch zwei Seiten hat. Das heißt, die Abschreckung wirkt sowohl auf der westlichen Seite, aber sie wirkt natürlich auch in Russland. Es kann natürlich auch kein vernünftiges Ziel Russlands sein, eine nukleare Eskalation herauszufordern. Und es gilt immer noch der Satz, den seinerzeit Reagan und Gorbatschow gesprochen haben und der vor zwei Jahren wiederholt worden ist von den fünf ständigen Sicherheitsratsmitgliedern, der da lautet, ein nuklearer Krieg kann nicht gewonnen werden, er darf nie geführt werden. Das ist eigentlich die Geschäftsgrundlage zwischen den nuklearen Rechten. Herr Richter, wir haben noch einen Aspekt, über den wir mit Ihnen reden wollen. Denn wegen der Blockade des 60 Milliarden Dollar Paketes für die Ukraine im US-Kongress hat das Weiße Haus ein militärisches Nothilfepaket beschlossen. Somit sollen Waffen und andere Ausrüstungen im Wert von 300 Millionen Dollar für Kiew bereitgestellt werden. Das kündigte das Pentagon an. Damit werde auf einige der dringendsten Bedürfnisse der ukrainischen Armee reagiert. Die von Präsident Biden im Haushalt ursprünglich vorgesehenen rund 60 Milliarden Dollar für die Ukraine werden von den Republikanern ja bekanntlich seit Wochen im Repräsentantenhaus blockiert. Herr Richter, damit zurück zu Ihnen. Diese 300 Millionen, ist das jetzt mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein? Also es ist sicherlich ein Beitrag, denn mit 300 Millionen kann man ja doch einiges an Munition senden oder auch Waffensysteme. Auch Nachlademunition, vielleicht sogar Artillerierohre. Ich weiß nicht genau, wie dieses Paket sich am Ende zusammensetzt. Aber eines ist auch klar, es wird aus dem laufenden Bestand genommen. Und das ist natürlich eine exekutive Entscheidung, die der Präsident fällen kann, der zu Lasten der Vorräte der Armee geht. Aber es ist eben nicht das zusätzliche Geld, also nicht diese 61 Milliarden Dollar, die eigentlich vorgesehen waren für die Ukraine, die der Kongress, also die republikanische Mehrheit nach wie vor verhindert, weil die republikanische Partei selber zur Geisel genommen wird von einer relativ kleinen, aber doch mächtigen Minderheit innerhalb der Partei. Insofern wird es doch wahrscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein bleiben, wie Sie sagen, weil das größere Paket nötig wäre, um die langfristige Durchhaltefähigkeit der Ukraine zu sichern. Und hier stellt sich eben dann die Frage an die Europäer, ob sie in der Lage sind, das auszugleichen. Und wir haben ja nun gerade festgestellt, wie schwierig das ist, in kurzer Zeit aus einer freien Marktwirtschaft von einer Friedensökonomie auf eine Kriegsökonomie umzuschalten. Das geht nicht so einfach. Es dauert nicht nur Monate, es wird Jahre dauern. Und das ist das eigentliche Problem, vor dem die Ukraine im Moment steht. Sagt Oberst AD Wolfgang Richter. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gerne, Herr Simot. Alles Gute. Wir haben es gerade eben ja schon kurz umrissen. In einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen hat Russlands Präsident Putin die Überlegenheit Russlands bei der nuklearen Bewaffnung betont. Sein Land sei jederzeit bereit, seine Atomwaffen einzusetzen, wenn die Existenz des russischen Staates bedroht sei. Wir hören da nochmal rein. Aus technischer Sicht sind wir natürlich bereit. Die Raketen sind ständig kampfbereit. Erstens. Und zweitens, und das wird von allen akzeptiert, unsere nuklearen Systeme sind moderner als jede andere Systeme. Eigentlich haben nur wir und die Amerikaner einen solchen Stand. Und wir sind viel weiter fortgeschritten als sie. Unsere Systeme und das gesamte Kernelement sind moderner. Und damit gehen wir gleich weiter zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner nach Moskau. Christoph, wie muss man diese, ich will mal sagen, Drohung Wladimir Putins jetzt einordnen? Also, Wladimir Putin droht fast schon in jedem größeren Interview der jüngsten Vergangenheit damit, dass Atomwaffen zum Einsatz kommen könnten, falls dafür die Voraussetzungen gegeben sind. In der russischen Militärdoktrin heißt es, dass Russland Atomwaffen anwenden kann, wenn die Existenz der russischen Föderation in Gefahr ist oder wenn Russland mit Atomwaffen angegriffen wird oder mit konventionellen Waffen angegriffen wird und daraus dann eben eine prekäre Situation für die Existenz Russlands werden kann. Das ist es, was da seit Jahren in der Doktrin steht und davon weicht der russische Präsident nicht ab. Aber er lässt eben auch kaum eine Gelegenheit aus, immer wieder Warnungen an den Westen auszusprechen. Er geht nicht zu weit, überschreitet nicht die wirklich letzten großen Linien. De facto ist Russland bereit, eben dieses Arsenal einzusetzen, wenn es dann nötig werden sollte. Und dann ist wahrscheinlich erst einmal die Rede von taktischen Atomwaffen, über die ja Russland auch zur Genüge verfügt. Aber wie gesagt, keiner ist in der Lage zu sagen, wann denn eine solche wirklich letzte rote Linie überschritten werden würde. Es besteht immer der Verdacht, jetzt auch im Zusammenhang mit der Taurus-Diskussion, dass das so eine rote Linie sein könnte. Aber im Endeffekt wissen tut es dann eben doch keiner. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass dieser deutsch-schwedische Marschflugkörper für die Russen eine extreme Bedrohung wäre. Sie großen Respekt vor dieser Waffe haben. Vielleicht muss man das Ganze auch schon Angst nennen. In der Vergangenheit bin ich auch immer wieder in Diskussionen mit kremlnahen Beamten gefragt worden. Was ist denn jetzt, kommt diese Waffe, was ist der letzte Stand, als ob ich so etwas als Reporter wissen würde. Aber das zeigt eben schon die Brisanz der Lage. Und jetzt hat ja auch noch mal die Duma am heutigen Tag gewarnt und gesagt, Deutschland sollte die Finger lassen von solchen Lieferungen. Denn dann könnte es sein, dass Deutschland direkt in diesen Krieg hineingezogen wird. Die Drohungen von Putin mit Atomwaffen, die Drohungen von Dmitri Medvedev, seinem Intimus, der dann auch sogar noch sich hat dazu hinreißen lassen, zu sagen, Tod den faschistisch-deutschen Okkupanten. Das sind natürlich alles Dinge, die es so in der Vergangenheit natürlich nicht gegeben hat und die heute in irgendeiner Form schon alarmierend sind, weil sie eben beweisen, wie nervös der Kreml zum Teil ist und wie aufgeregt dann auch zum Teil diverse Kreml-Vertreter sind. Christoph, es heißt, es gab einen Angriff auf die Stadt Wolkow. Hast du da weitere Details dazu? Ja, es gab jetzt einen Angriff auf Leonid Wolkow. Das ist einer der Mitstreiter von Alexej Nawalny. Alexej Nawalny ist ja vor wenigen Wochen im russischen Straflager in der Nähe von Salichard verstorben. Seine Mitstreiter sagen, dass er dort in Haft umgebracht worden sei. Das wird natürlich hier dementiert. Das heißt, er sei eines natürlichen Todes gestorben. Und einer dieser wichtigsten Männer rund um Alexej Nawalny ist eben Leonid Wolkow, der im Exil lebt in Litauen, in Vilnius. Und der ist da wohl gestern Abend angegriffen worden von ein oder zwei Männern direkt vor seinem Haus. Da hat man dann das Auto mit einem Hammer angegriffen, hat die Scheibe zerschlagen und hat dann auf Wolkow eingedroschen mit diesem Hammer. Er selbst hat das dann so ausgedrückt, dass er sich vorkam, fast schon wie ein Kotelett. Und dann hat man ihm dabei den Arm gebrochen. Er musste ins Krankenhaus, ist jetzt wieder zu Hause und hat eben gesagt, dass das ein Gruß von Putin sei. Keiner kann das natürlich verifizieren, wer hinter diesem Angriff steckt. Aber das Team von Alexej Nawalny ist weiterhin aktiv und fordert auch dazu auf, die Präsidentschaftswahlen, die jetzt von 15. bis 17. März hier stattfinden, zu boykottieren. Und Wolkow ist eben einer dieser führenden Köpfe des Nawalny-Teams, das vor allem aus dem Ausland, aus dem Exil heraus agiert. Christoph, vielen Dank und vielen Dank nochmal für die Klarstellung. Dankeschön. Soweit unser Weltspezial zum Thema Taurus. Gleich geht es weiter mit meiner Kollegin Fanny Fee Werther. Und die schaut dann nochmal auf den Wahlkampf in den USA. Denn da ist es jetzt klar, wir wissen es jetzt, es wird zu einer Neuauflage des Duells von 2020 kommen. Bis später. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749. Und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat Kriviri hat der ukrainische Präsident Zelenskyy Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketenangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in Münchenrunden. 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwort-Szenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und Software-mäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft dem vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tesla Schleif Edelmask offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Noch ist das vom E-Auto-Bauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig bis kommenden Freitag. Die rechtsextremen Tendenzen in der AfD sind in der Bevölkerung und bei den Gerichten weiterhin ein großes Thema. So wird heute in Münster vor dem Oberverwaltungsgericht die Berufungsverhandlung AfD gegen den Bundesverfassungsschutz fortgesetzt. Am ersten Tag verzögerte die AfD mit zahlreichen Beweis- und Befangenheitsanträgen sowie dem Wunsch, die Öffentlichkeit auszuschließen, bereits den Prozessverlauf. Ob es daher heute, wie ursprünglich vorgesehen, ein Urteil geben wird, ist völlig unklar. Die AfD hat. Herzlich willkommen zur Börse am Abend. An der Frankfurter Börse knallten wieder einmal die Sektkorken. Der DAX hat am Morgen erstmals in seiner Geschichte die Marke von 18.000 Punkten übersprungen. Nach seinem Rekordlauf der vergangenen Wochen sprang der Deutsche Leitindex kurz nach Handelseröffnung. In der Spitze um 0,2 Prozent auf ein Allzeithoch von 18.000 und einem Zähler. Schloss am Ende des Tages aber kaum verändert. Für Euphorie an den Börsen sorgten die Hoffnung auf fallende Zinsen, dies und jenseits des Atlantiks und sprudelnde Firmengewinne. Und dazu begrüße ich den technischen Analysten Jörg Scherer. Herr Scherer, wie wichtig ist denn diese Marke von 18.000 Punkten? Ja, Herr Defner, erstmal ist die 18.000 wirklich nur eine Marke. Eine Runde, eine psychologische und deswegen auch eine, denen die Charttechniker immer eine besondere Bedeutung beimessen. Aber für mich viel wichtiger ist die Tatsache, dass der DAX ein neues Allzeithoch verbuchen konnte. Und dazu passt auch, dass zuletzt ja wirklich kleinste Rückschläge immer wieder gekauft wurden. Und beides in Kombination sind wirklich starke Indizien für einen starken Trend und korrekterweise müsste ich sagen für einen starken Aufwärtstrend. Und in welche Höhen kann dieser starke Aufwärtstrend den DAX denn noch führen? Ja, also erstmal sind wir ja in einem Bereich, Stichwort neue Allzeithochs, den wir vorher nie gesehen haben. Von daher sind Kursziele gar nicht mehr so leicht zu ermitteln. Ich will es mal dennoch versuchen, wenn man den DAX ein bisschen breiter analysiert, ein bisschen längerfristig betrachtet, dann kann die Kursentwicklung des vergangenen Jahres, des Jahres 2023 als Schiebezone interpretiert werden. Das ist ein klassisches Trend bestätigendes Kursmuster, also eins, das auf weiter steigende Notierungen schließen lässt. Und aus der Höhe ergibt sich ein Kurspotenzial von 18.400 Punkten. Entsprechend hätten wir noch ein bisschen Luft gegen Norden. Aber, und das ist auch immer so ein bisschen der mahnende Zeigefinger, bei neuen Rekordständen, da ist die Stimmung gut. Da kommt auch vielleicht so ein bisschen Euphorie auf. In solchen Situationen kann die technische Analyse auch ein wichtiges Hilfsmittel darstellen und eine Ermahnung für Anlegerinnen und Anleger liefern. Nicht zu optimistisch zu sein, das Risiko nicht zu unterschätzen und deswegen haben wir auch eine klare Stop-Loss-Marke heute mitgebracht. Die Tiefs bei 17.600 Punkten sollte der DAX tunlichst nicht mehr unterschreiten und die Marke können Anlegerinnen und Anleger entsprechend heranziehen zur Gewinnsicherung. Sagt Jörg Scherer. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Volkswagen hofft auf neue Modelle und rechnet insbesondere bei den Elektroautos im laufenden Jahr mit einer steigenden Nachfrage. Das Unternehmen erwartet, dass die Auftragseingänge in Westeuropa dank der neuen Modelle in den kommenden Monaten an Fahrt aufnehmen werden. Das gelte ebenso für die Elektroautos, die bereits auf dem Markt seien. Volkswagen hatte zuletzt den ID.7 auf den Markt gebracht. Der Autobauer hatte zuletzt einen gedämpften Ausblick auf 2024 gegeben und ein Umsatzplus von bis zu 5 Prozent vorausgesagt, nach einem Anstieg von 15 Prozent im vergangenen Jahr. Und dazu begrüße ich Elisabeth Beermann von Bloomberg News. Ich grüße Sie. Sie ist Ressortleiterin Automobile bei Europa bei Bloomberg News. Ja, Frau Beermann, wenn man jetzt wieder auf steigende Absätze bei E-Autos hofft, ist das eher Zweckoptimismus angesichts der Nachfrageschwäche, insbesondere nach elektrischen Neuwagen und auch der Diskussion über ein Kippen des Verbrennerverbots in Europa? Ja, Sie haben es angesprochen. Der Elektroautomobile-Hochlauf wackelt ein bisschen und Volkswagens Antwort darauf ist eine große Modelloffensive. In letzterer Zeit hat Volkswagen in der Hinsicht eher negative Schlagzeilen gemacht. Es klappte nicht so recht mit der Software, in China auch nicht und mehrere Modelle, insbesondere der E-Mark Han oder auch der Audi Q6 e-tron, sind nur sehr verspätet angelaufen. Dies versucht Volkswagen jetzt hoffentlich wieder geradezuziehen. Aber wie gesagt, sind die Rahmenbedingungen deutlich schwieriger. Eine Sache, die ich sehr interessant fand bei der Jahrespressekonferenz, auf die Oliver Blume auch eingegangen ist, sind eben die Rahmenbedingungen, die eben auch stimmen müssen, damit das Ganze ein Erfolg wird. Und diese sind Stichwort Ladeinfrastruktur oder eben auch die jetzt wieder aufkommende Diskussion, wie sinnvoll es denn überhaupt ist, aus den Verbrennern auszusteigen in der EU 2035. Da gab es eine ganz klare Message von Herrn Blume. Er hat gesagt, wir wollen kein Aufweichen dieser Ziele für 2035. Dafür ist schlichtweg viel zu viel Geld schon versenkt worden. Wir brauchen einen Schulterschluss von Politik, von den Kommunen. Und er stellte auch ganz klar in Frage, wie sinnvoll es denn ist, auf dem Weg dorthin die Industrie eben dann auch noch einmal mit drohenden Strafzahlungen zu belasten, falls es eben manchmal ein wenig Zickzackkurs zu diesem Ziel gibt. Ein Sparprogramm soll bei VW allein dieses Jahr 10 Milliarden Euro einbringen. Wird das reichen, um sich im Preiskrieg gegen Tesla oder chinesische Angreifer wie BYD zu behaupten? Das ist ein ganz zentrales Thema für VW und jeder, der VW schon seit einiger Zeit mitverfolgt, weiß ganz genau, es gab schon viele Versuche in diese Richtung und doch eher mit gemischten Erfolgen. Man will bei der VW-Marke die Marge verdoppeln. Das ist eine ziemlich klare Ansage. Es gibt erste Erfolge. Letztes Jahr stieg die Marge auf 4,1 Prozent. Das ist klasse. Allerdings muss man sagen, dass letztes Jahr natürlich auch die Preislage bei den Automobilverkäufen noch sehr, sehr gut war. Dieses Jahr wird das Ganze deutlich schwieriger. Die Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen sind einfach sehr viel schwächer geworden. Und was heißt das alles für die Aussichten der Volkswagen Aktie? Ja, derzeit liegt der Marktwert bei wirklich sehr niedrigen 65 Milliarden Euro. Wenn man sich an das Jahr 2021 mal erinnert, da stand Herr Dies auf der Bühne und strebte eine Marktbewertung von 200 Milliarden an. Da sind wir natürlich wirklich ein riesengroßes Stück weit von entfernt. Und auf der Basis könnte man natürlich sagen, ja, hier ist noch sehr viel Luft nach oben. Und auch im Vergleich zu anderen Herstellern, die in einem ähnlichen Bereich wie VW fungieren, ist VW da eher unteres zu ritteln. Allerdings, wie angesprochen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich deutlich verschlechtert und VW muss auch wirklich schlicht Überzeugungsarbeit leisten. Dass es dieses Mal mit dem Sparkurs klappt und dass es auch keine Wiederholungen gibt, was zum Beispiel die Softwarethematik angeht. Und auch China bleibt ein zentrales Thema. Man will hier aufschließen, aber Finanzvorstand Antlitz betonte heute, vor 2026 wird man keine Marktanteile zurückgewinnen. Sagt Elisabeth Bermann. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Besten Dank. Tja, und insgesamt waren es vier DAX-Werte, die heute ihre Bilanzen final vorgelegt haben. Und VW war der mit Abstand schwächste Wert, auch der größte Verlierer am Ende des Tages im DAX mit minus 5,6 Prozent. Da hieß es dann, dass vor allem der Ausblick für das laufende Quartal die Anleger enttäuscht hat. Alle anderen konnten punkten. Zalando ganz besonders schrei vor Glück. Die Devise heute für die Zalando-Anleger 18,9 Prozent am Ende des Tages. Weil man wieder auf den Wachstumskurs zurückkehren will nach einem schwachen 2023. Man hat die Ziele bis 2028 herausgegeben. Und da will man eben jedes Jahr 5 bis 10 Prozent wachsen. Das kam sehr gut an. E.ON ebenfalls mit dem Ausblick überzeugt. Und auch Adidas konnte wieder Zuversicht vermitteln. Nach dem letzten Verlustjahr, dem ersten seit 30 Jahren in der Adidas-Geschichte, will man jetzt wieder sich herausfordernd geben. Und man hat zeitweise heute ein Minus gehabt bei der Aktie, weil die Lagerbestände in den USA immer noch sehr hoch sind. Aber das konnte man dann wieder abschütteln und schließt im Plus. Das war es von der Börse am Abend. Mehr Wirtschaft bei uns im Internet auf welt.de. Und hier im TV geht es weiter mit der Welt am Abend. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749. Und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat Kriviri hat der ukrainische Präsident Zelensky Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketeneangriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Zivilisten wurden verletzt. Darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in Münchenrunden. 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwort-Szenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grimmeln zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der Bild und in der ARD wirft dem vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000, beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tesla Schleif-Idelmask offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Noch ist das vom E-Autobauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig bis kommenden Freitag. Die rechtsextremen Tendenzen in der AfD. In der Tat auch von mir ein herzliches Hallo und das sind unsere Themen des Tages heute für Sie. Im Verteidigungsmodus. Olaf Scholz bekräftigt im Deutschen Bundestag sein Nein zur Taurus-Lieferung an die Ukraine. Die Debatte ist hitzig, emotional. Selbst Ampelabgeordnete gehen klar auf Distanz zum Kanzler. Vor Gericht ist die AfD ein rechtsextremistischer Verdachtsfall. Das Oberverwaltungsgericht Münster verhandelt über die Berufungsklage dazu der AfD. Zweites Duell. Jetzt ist es offiziell. Joe Biden und Donald Trump treten bei der US-Präsidentschaftswahl im November erneut gegeneinander an. Dieser Wahlkampf dürfte teuer und schmutzig werden. Die Welt am Abend mit Fanny Fee-Werther und Alexander Simon. Olaf Scholz bleibt bei seinem Nein, Taurus-Marsch-Liefer an die Ukraine zu liefern. Bei der Regierungsbefragung im Bundestag heute, die ungewohnt emotional zur Sache ging, untermauerte der Bundeskanzler seine Absage damit, dass Besonnenheit keine Schwäche sei. Der Union warf Scholz vor, Halbwahrheiten zu verbreiten. In dem Schlagabtausch ging es um die Frage, ob Scholz davon ausgeht, dass Frankreich und Großbritannien durch die Lieferung ihrer Marschflugkörper an die Ukraine Kriegsbeteiligte geworden seien. Ein früheres Zitat des Kanzlers legte den Verdacht nahe, doch dieser Sichtweise widersprach Scholz vehement. Schlagabtausch im Bundestag. Kanzler Scholz stellt sich seinen Kritikern versucht, bei der Regierungsbefragung klarzustellen, weshalb er weder einer Taurus-Lieferung an die Ukraine noch einem Ringtausch mit Großbritannien zustimmt. Es geht um die Beteiligung daran, wohin gezielt wird, wohin geschossen wird und wohin getroffen wird. Und das sollte nicht mit deutschen Soldaten passieren. Doch damit gibt man sich nicht zufrieden. Norbert Röttgen hakt nach, wirft dem Kanzler vor, Halbwahrheiten zu verbreiten. Schließlich liefern auch Frankreich und Großbritannien bereits Marschflugkörper. Durch die Lieferung der Waffen wird man nicht Kriegsbeteiligter. Niemand hat das gesagt, ich nicht und auch sonst keiner, den ich im verantwortlichen Umfeld der Bundesregierung kenne. Und dann wird es persönlich. Und was mich aber ärgert ist, sehr geehrter Abgeordneter, lieber Norbert, dass du alles weißt und eine öffentliche Kommunikation betreibst, die darauf baut, dass dein Wissen kein öffentliches Wissen ist. Röttgen weiß sich zu wehren. Sie spielen nicht mit klaren Karten und sie zielen darauf ab, die Öffentlichkeit in dieser Frage zu täuschen. Der Kanzler bleibt dabei, er wird seine Meinung nicht ändern. Doch die Fragezeichen bleiben. Verteidigungsminister Pistorius lässt aktuell alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Als Vorbereitung auf eine Taurus-Lieferung in die Ukraine oder einen Ringtausch, solle das aber nicht gewertet werden, so Pistorius. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, meiner Verantwortung gerecht zu werden, die Systeme, die wir haben, die wir teilweise auch schon sehr lange haben, in den Status zu versetzen, in den sie gehören, wenn wir verteidigungsfähig sein wollen. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland. 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Neue Taurus-Marschflugkörper müssen also ohnehin von Deutschland eingekauft werden. Die Nachrichtenagentur Reuters veröffentlichte jetzt auch Informationen darüber, dass die Taurus für Eurofighter-Kampfflugzeuge zertifiziert werden. Ein Schritt, der den Ringtausch mit Großbritannien erleichtern würde. Dazu will Pistorius sich allerdings nicht äußern. Ich kann dazu gerade im Augenblick nichts sagen. Das sind keine öffentlichen Informationen. Keine Informationen und ein Kanzler, der weiterhin auf der Bremse steht. Er fühlt sich bestätigt durch Umfragen, nach denen 61 Prozent der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Unterdessen scheint man auch in Moskau angespannt. Russische Truppen sollen jetzt an der finnischen Grenze stationiert werden. Nun droht Putin in einem Interview mit Atomwaffen in Richtung Westen und den USA. Strategische Kommunikation, so Experten, auch aus Angst vor Marschflugkörpern. Mit solchen Waffen kann man wichtige Logistikknotenpunkte und Bauwerke für den Munitionsnachschub angreifen. All das tut der russischen Armee erheblich weh. Und deshalb will man natürlich diese Waffenlieferungen so weit wie möglich verhindern. Kanzler Scholz scheint empfänglich für Drohungen aus Moskau. Besonnen nennen das die einen. Allzu ängstlich finden die anderen. Schon bei der Panzerhaubitze 2000 zögerte Scholz auch beim Leopard 2 und beim Marder-Schützenpanzer. Immer hieß es, das könnte zur Eskalation beitragen. Geliefert wurde am Ende aber trotzdem. Leonie von Rando hat die Regierungsbefragung für uns im Deutschen Bundestag beobachtet. Leonie, die Union wollte den Kanzler ja eigentlich grillen. Herausgekommen ist dann mehr oder weniger ein Schlagabtausch zwischen Olaf Scholz und Norbert Röttgen. Hat der Kanzler denn überhaupt zu den Vorwürfen Stellung genommen? Schönen guten Abend. Also ich glaube, Olaf Scholz hatte zwischendrin schon ganz schön Schweißperlen auf der Stirn. Denn er ist tatsächlich von der Union hart angegangen worden. Vor allen Dingen natürlich für seinen kommunikativen Zickzackkurs der vergangenen Tage und Wochen. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, so sagt es die Union oder schildert es aus ihrer Sicht. Erst habe der Kanzler ein Dreivierteljahr lang gar nichts zum Thema Taurus gesagt. Habe versucht, die Debatte einfach auszusitzen. Dann hat er ja Anfang des Jahres Stellung bezogen. Hat da aber dann eben gesagt, deutsche Soldaten seien zwingend notwendig, damit man Taurus an die Ukraine liefern kann. Und erst später hat er dann aber klargestellt, dass das so gar nicht gemeint sei und dass er die Kontrolle nicht abgeben wolle, sprich an die Ukrainer. Naja, und dafür musste er sich jetzt natürlich heute erklären. Die Hauptfrage war für die Union tatsächlich, woher rührt denn das Misstrauen gegen Kiew? Bisher hätten die sich ja immer an alle Vereinbarungen gehalten. Und da muss man sagen, da ist der Kanzler tatsächlich eine Antwort schuldig geblieben. Er hat sich immer wieder um diese Frage gewunden und wollte offenbar nicht zugeben, dass er möglicherweise eben doch Angst hat, dass die Ukrainer mit dem deutschen Taurus, mit deutschen Waffen auch zum Beispiel den Kreml angreifen könnten. Oder zumindest eben die Krimbrücke und dergleichen. Aber er hat noch einmal ganz deutlich gemacht, weshalb er den Taurus nicht liefern möchte. Hören wir uns das Ganze nochmal in voller Länge an, um seinen Wortlaut hier nochmal im Ohr zu haben. Deshalb auch die klare Aussage. Es handelt sich um eine weitreichende Waffe, die bis zu 500 Kilometer reicht. Und es ist eine Waffe, wo ich es nicht für verantwortbar halte, sie ohne die Beteiligung von deutschen Soldaten im Einsatz verfügbar zu machen. Sehr klar als Aussage. Das habe ich bei vielen Gelegenheiten wiederholt. Und wiederhole ich hier noch einmal. Wenn man das so sieht, geht es nicht darum, ob das in der Ukraine stattfindet oder ob die Einsatzplanung, die Zielbeteiligung bei der Auswahl der Ziele in Deutschland stattfindet. Und es ist auch lächerlich, dass dann mit der guten, umfassenden Ausbildung von Ukrainerinnen und Ukrainern in Deutschland in einen Topf zu werfen. Es geht um die Beteiligung daran, wohin gezielt wird, wohin geschossen wird und wohin getroffen wird. Und das sollte nicht mit deutschen Soldaten passieren. Ich als Kanzler habe die Verantwortung zu verhindern, dass es zu einer Beteiligung Deutschlands in diesem Krieg kommt. Wie es übrigens auch die Sicht aller anderen Verantwortlichen in Europa und in der NATO ist, die das gemeinsam mit mir so sehen. Vielen Dank. Die Abgeordnete wollen das offensichtlich auch weiterhin tun. Marie-Agnes Strack-Zimmermann zum Beispiel und Wolfgang Kubicki und angeblich auch noch ein Dutzend mehr. Auch der Grüne, Anton Hofreiter, hatte ja erst mit dieser Idee geliebäugelt, hat sich dann doch dagegen entschieden, um den Koalitionsfrieden zu wahren. Die drei Fraktionsvorsitzenden, das muss man auch sagen, von allen drei Parteien, haben da nochmal auf die Abgeordneten eingewirkt, damit man hier sich nicht gegenseitig blockiert und ein schlechtes Bild nach außen abgibt. Allerdings muss man sagen, hier heute bei der Regierungserklärung oder Befragung, da hat sich der Widerstand von FDP und Grünen dann doch deutlich gezeigt. Nach dem Statement am Anfang, nämlich von Olaf Scholz zum Thema Taurus, da gab es kräftigen Beifall von der SPD-Fraktion, nicht aber von Grünen und FDP. Leonie, vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön. Die Taurus-Debatte wird hierzulande natürlich mit Argus-Augen beobachtet und auch in Moskau. Das hat auch Folgen. In einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen betonte Wladimir Putin die Überlegenheit Russlands bei der nuklearen Bewaffnung. Zitat, sein Land sei jederzeit bereit, Atomwaffen einzusetzen, wenn die Existenz des russischen Staates bedroht sei. Aus technischer Sicht sind wir natürlich bereit. Die Raketen sind ständig kampfbereit, erstens. Und zweitens, und das wird von allen akzeptiert, unsere nuklearen Systeme sind moderner als jede andere Systeme. Eigentlich haben nur wir und die Amerikaner einen solchen Stand und wir sind viel weiter fortgeschritten als sie. Unsere Systeme und das gesamte Kernelement sind moderner. Passend dazu hat uns diese Meldung erreicht. Die EU-Staaten haben sich nach monatelangen Verhandlungen auf eine Fortsetzung der gemeinsamen Finanzierung von militärischer Ausrüstung für die Ukraine verständigt. Nach der in Brüssel erzielten Einigung soll der Schritt die Lieferung von Waffen, Munition und anderen Gütern im Wert von mindestens 5 Milliarden Euro garantieren, wie aus Angaben der derzeitigen belgischen EU-Ratspräsidentschaft hervorgeht. Zugeschaltet aus der Ostukraine ist uns jetzt Ibrahim Naber. Guten Abend, Ibrahim. Wie wird denn diese Taurus-Debatte, die ja hier in Deutschland ganz hitzig geführt wird, in der Ukraine beobachtet? Ja, es kommt selten vor, dass die Soldaten direkt an der Front, die wir begleiten, sich mit der großen Weltpolitik beschäftigen. Aber als wir vor zwei Tagen bei Bachmut ein Drohnenteam begleitet haben, war die erste Frage tatsächlich, was ist mit Scholz los, warum liefert ihr kein Taurus? Also das ist hier ein Thema und es ist auch deswegen ein Thema, weil es für die Soldaten an der Front aktuell wirklich sehr ernst aussieht. Die Ukraine hat viele Probleme. Sie hat Probleme beim Personal. Sie ist da sehr, sehr unterlegen, was das Personal angeht, was die Vielzahl der Soldaten angeht. Viele bekommen keine Pausen mehr. Man kann nicht rotieren. Sie sind erschöpft. Sie sind ausgelaugt nach zwei Jahren Krieg. Es fehlt an Artilleriegranaten, an Munition. Da hat die EU ja ihr Versprechen gebrochen, bis zu diesem März eine Million Artilleriegranaten zu liefern. Die Konsequenz ist, dass Russland aktuell eine Überlegenheit von 5 zu 1 hat. Und das kann man weiter durchdeklonieren, bis zu den weitreichenden Waffen. Nein, Taurus wäre natürlich kein Gamechanger in dem Sinne, dass die Ukraine damit jetzt den Krieg für sich entscheidet. Aber es wäre eine Waffe, mit der man unter anderem auch die Munitionsdepots der Russen dezimieren und angreifen könnte. Mit dem man zum Beispiel auch die Kerzbrücke bei der Krim, also ein strategisches Ziel, angreifen könnte. All das hat die Ukraine aktuell nicht in ihrem Waffenarsenal. Und deswegen sind diese weitreichenden Waffen wie Taurus so wichtig. Es gab es unterdessen ja auch wieder schwere russische Angriffe, unter anderem auch auf die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten, auf Kriveri. Was steckt da möglicherweise dahinter? Ich vermute, dass es sich hier um einen Vergeltungsschlag handelt. Putin liebt ja diese Symbolik. Putin spielt auch auf dem Schlachtfeld sehr oft sehr blutig damit. Wir hatten gestern darüber berichtet, ihr erinnert euch, dass es russische Staatsangehörige auf Seiten der Ukrainer gibt, die eben gestern in Grenzdörfer eingefallen sind, auf russisches Gebiet. Und diese Attacken von ukrainischen Einheiten, die hat man wohl mit einem sehr starken Schlag auf Wohnhäuser in der Geburtsstadt von Präsident Zelensky beantwortet. Es kam zudem auch in Sumi zu Angriffen. Auch dort wurden Wohnhäuser getroffen, Zivilisten verletzt. Es gab auch Tote. Dankeschön. In die Ukraine, Ibrahim Naber. Es gab prominenten Besuch im brandenburgischen Grünheide. Nach dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung von Tesla ist Konzernchef Elon Musk heute persönlich zur Gigafactory bei Berlin gekommen. Am Vormittag tauchte der Firmenchef dort auf und wurde prompt von der Belegschaft jubelnd willkommen geheißen. Im Schlepptau hatte er auch seinen kleinen Sohn. Seit zwei Tagen ist Tesla wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Der Schaden wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt. Zeitgleich werden die Protestrufe von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit mehreren Baumhäusern vorläufig bis Freitag. Der Ampelstreit um die Bezahlkarte für Asylbewerber geht in eine neue Runde. Erneut blockieren die Grünen die Abstimmung. Eigentlich sollte der Bundestag noch in dieser Woche über eine Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes abstimmen, um Rechtssicherheit für die bundesweite Einführung der Karte zu schaffen. Dagegen sperren sich jetzt erneut die Grünen. Noch vor zwei Wochen hatte Wirtschaftsminister Habeck Zustimmung signalisiert. FDP-Fraktionschef Dürr rief alle Koalitionspartner dazu auf, dass das Thema Bezahlkarte so schnell wie möglich rechtssicher abgeschlossen wird. Darf der Verfassungsschutz die AfD und ihre Jugendorganisation als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Oberverwaltungsgericht Münster in einem Berufungsprozess. Das Verwaltungsgericht Köln hatte diese Frage in einem ersten Prozess 2022 mit Ja beantwortet. Das allerdings wollte die AfD nicht akzeptieren. Am ersten Tag verzögerten die Anwälte der Partei mit zahlreichen Beweis- und Befangenheitsanträgen sowie dem Wunsch, die Öffentlichkeit auszuschließen, das Verfahren. Ob es noch heute Abend ein Urteil geben wird, das ist unklar, denn die Partei hat über 200 Anträge gestellt. Gar nicht glücklich wirken die Fraktionsvorsitzenden der AfD, als sie den Journalisten auf der Fraktionsebene im Bundestag Rede und Antwort stehen. Bei der Partei läuft es nämlich alles andere als rund. In zweiter Instanz wehrt sich die AfD gegen die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz. Nun soll sich das Oberverwaltungsgericht in Münster mit der Frage beschäftigen. Die Definition des Verfassungsschutzes interessiert mich überhaupt nicht, weil es ein Werturteil ist. Es ist eine Bewertung, die völlig subjektiv ist, die keine objektivierbaren Kriterien anlegt. Dabei ist die Definition wichtig, denn die entscheidet darüber, ob der Verfassungsschutz sogenannte nachrichtendienstliche Mittel einsetzen darf. Dazu gehören V-Leute, Observationen und das Überwachen der Kommunikation. Der erste Verhandlungstag hatte nach zahlreichen Anträgen durch die AfD und mehreren Beratungen des 5. Senats erst mit deutlicher Verspätung am Mittag begonnen. Ob es heute ein Urteil geben wird, ist noch offen. Der Anwalt der AfD will weitere Beweisanträge stellen. Und dann plagt die Partei auch noch die Recherche des Bayerischen Rundfunks. Mindestens 100 Mitarbeiter der Bundestagsfraktionen seien in rechtsextremen Organisationen aktiv. Und es ist so lächerlich an den Haaren herbeigezogen, mit welchen offensichtlichen rufschädigenden Mitteln hier gearbeitet wird. Noch einmal, wird der Bürger unbequem, dann bezeichnen ihn als rechtsextremen. Das Ganze ist eine Medienkampagne, übrigens Steuergeld finanziert. Sie sind ja alle hier GEZ-abhängig. Und dann machen sie natürlich nur eins, sie reden nach dem Ton der Regierung. Die anderen Parteien aber wundert die Recherche nur bedingt. Es überrascht ja nicht sehr, dass die Mitarbeiter von Abgeordneten sich ihren Chefs angleichen. Das kann nicht spurlos an uns vorübergehen. Deswegen wünsche ich schon, dass sowohl die Bundestagspräsidentin, aber auch das Präsidium sich mit diesen Erkenntnissen befasst, möglicherweise daraus auch den Fraktionen weitere Vorschläge macht. Und genau da will Bundestagspräsidentin Baas nun ansetzen. Sie hat bereits eine Überprüfung von gesetzlichen Regeln zum besseren Schutz des Parlaments angekündigt. Wir wollen das Thema vertiefen. Bei uns im Studio ist der Cicero-Kolumnist und Buchautor Matthias Brotkorb. Schön, dass Sie heute da sind. Guten Abend. Wie beurteilen Sie denn dieses Berufungsverfahren in Münster? Die Richter scheinen es sich ja nicht leicht zu machen. Ein Urteil steht ja noch weiterhin aus. Hat denn die AfD eine realistische Chance, ihrer Meinung nach in diesem Berufungsverfahren sich durchzusetzen und das Kölner Urteil zu kippen? Also ich glaube, zunächst darf man dieses Verfahren nicht überschätzen. Es hat jetzt große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, aber am Ende ist eigentlich fast egal, was dabei herauskommt, muss ich sagen. Weil egal wie es ausgeht, ist eines sonnenklar, entweder der Verfassungsschutz oder die AfD werden die nächste Instanz anrufen. Also wir werden hier mit diesem Verfahren kein endgültiges Ergebnis ersehen. Deswegen ist dies gar nicht so bedeutsam, wie es im Moment scheint. Wenn Sie mich fragen, womit ich rechne, ich gehe davon aus, dass die AfD sich heute da nicht durchsetzen kann. Man muss allerdings sagen, dass in solchen Verfahren der Verfassungsschutz dann auf der höchsten gerichtlichen Ebene mitunter unterlegen war. Also ein Fall ist Bodo Ramelow, der heutige thüringische Ministerpräsident, der über zehn Jahre vor Gericht gestritten hat und dann am Ende doch gegen den Verfassungsschutz gewonnen hat. Also ich glaube, es ist alles ziemlich offen. Inwiefern ist es denn relevant, dass der Verfassungsschutz, der ja eine untergeordnete Behörde des Innenministeriums ist, eine Partei als Verdachtsfall einstufen will? Die AfD könnte ja daraus konstruieren, dass man lediglich politische Gegner degradieren möchte. Ja, das ist ein kitzliger Fall. Also für die Recherche in meinem Buch habe ich mich auch mit Verfassungsschutzmitarbeitern unterhalten. Und die bestätigen unisono, dass es selbstverständlich einen politischen Einfluss von Ministern, von Staatssekretären auf die Arbeit der Behörde gibt. Weil je nachdem, welcher Partei man angehört, man unterschiedliche Schwerpunkte sieht. Die Pauschalunterstellung allerdings, dass diese Behörden instrumentalisiert werden, um rechtswidrig zum Beispiel jemanden, eine Oppositionspartei zu benachteiligen, ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Aber es gibt da schon solche Lenkungseffekte und die sind natürlich auch ein Risiko für einen solchen Prozess. Am heutigen Prozestag heißt es, dass die Anwälte der AfD da mehr als 200 Beweisanträge eingereicht haben. Offenbar wollen die vom Verfassungsschutz Details über die Informationsbeschaffung und den Einsatz von V-Leuten herauskitzeln. Welche Strategie könnte denn dahinter stecken? Ich glaube, das ist eine Antwort auf die Strategie des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz hat dem Gericht insgesamt über 14.000 Seiten Akten vorgelegt, über 100 Stunden Videomaterial. Zuletzt noch mal 4.000 Seiten vor wenigen Wochen. Und die AfD hat vor Gericht beantragt, eine Verschiebung des Verfahrens, weil sie gesagt hat, in so kurzer Zeit können wir diese neuen Akten gar nicht bewerten. Und ich glaube, es ist jetzt eine Reaktion der AfD-Anwälte auf diese Strategie des Verfassungsschutzes, sich da irgendwie mit entsprechenden Beweisanträgen und ähnlichen Dingen zu wehren. Also ich glaube, die beiden Seiten schaukeln sich im Moment gegenseitig auf. Es geht in den Verfahren um den Verdacht als rechtsextrem. Wie weit ist denn von dem Verdachtsfall dann tatsächlich bis zur Einstufung als gesichert rechtsextrem? Dieses Prädikat gilt ja im Moment für einige Landesverbände im Osten. Ja, das ist noch mal eine sehr viel größere Hürde. Also das muss man ganz klar sagen, wenn der Verfassungsschutz jetzt von einem Verdachtsfall spricht, dann heißt das, dass er im Moment noch nicht ausreichend Beweise hat, um wirklich davon auszugehen, dass die Partei als Organisation rechtsextremistisch ist. Und man müsste also in eine neue Beweisstufe eintreten, neue Gutachten erstellen, die noch mal sehr viel handfester sind als das, was jetzt in Münster verhandelt wird. Also das ist eigentlich sozusagen die höchste Stufe, die erreicht werden muss. Und auch das wird, wenn es kommt, mit Sicherheit wieder neue Prozesslawinen auslösen. Also wir werden uns in Deutschland mit diesem Fall, ist die AfD rechtsextrem oder nicht, wahrscheinlich mindestens zehn Jahre noch beschäftigen. Wobei man jetzt ketzerisch natürlich gegenhalten könnte, warum geht die AfD überhaupt in Berufung? Denn politisch hat ihr das ja vor allen Dingen in Ostdeutschland bisher gar nicht geschadet. Wenn man also sich die Umfragewerte anguckt, Sachsen haben wir vor ein, zwei Tagen geguckt, 34, 35 Prozent, da ist die AfD in den Umfragen, die stärkste Kraft noch vor der CDU. Ich glaube, es liegt ein bisschen erst mal daran, dieser Erfolg im Osten, dass DDR-Bürger oder ehemalige DDR-Bürger in einem Land gelebt haben, wo ein Geheimdienst sehr großen Einfluss darauf hatte, was man sagen durfte und was nicht. Deswegen sind die Ostdeutschen im Schnitt, was Geheimdienste angeht, ziemlich skeptisch. Deswegen, glaube ich, beeindruckt die das nicht so. Aber es gibt natürlich gerade im bürgerlich-konservativen Bereich, auch im liberalen Milieu, natürlich erhebliche Vorbehalte, wenn der Verfassungsschutz ermittelt gegen diese Partei. Also es gibt in dem Segment, gerade im Umfeld der CDU, in das die AfD ausdrücklich vorstoßen will, gibt es natürlich schon viele Menschen, vor allem auch in Westdeutschland, die sagen, na, also solange der Verfassungsschutz dort operiert, lasse ich meine Finger von dieser Partei. Und deswegen ist das für die AfD politisch schon sehr relevant. Sagt der Cicero-Kolumnist und Buchautor Matthias Brotkopp. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen zu dem Verfahren. Sie sagen schon, das wird uns noch jahrelang beschäftigen. Da werden wir sicher noch mal drüber reden. Danke. Danke auch. Und dazu stellen wir Ihnen auch heute unsere Frage des Tages, beziehungsweise das haben wir getan. Ist die AfD Ihrer Meinung nach eine rechtsextreme Partei, wollten wir wissen. Und so haben Sie abgestimmt. Ja, sagen 61 Prozent der Befragten, sieben Prozent sind unentschieden und knapp ein Drittel, 32 Prozent, sagen nein, die AfD ist keine rechtsextremistische Partei. Das EU-Parlament hat am Mittag ein Gesetz für schärfere Regeln zur Nutzung von künstlicher Intelligenz beschlossen. Entwickler, Betreiber und Anbieter von gewissen KI-Systemen müssen von nun an neuen Vorgaben folgen. Das Gesetz zielt darauf ab, die Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union sicherer zu machen. Es soll sicherstellen, dass KI-Systeme transparent, nachvollziehbar und nicht diskriminierend sind. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die künstliche Intelligenz von Menschen überwacht wird und nicht nur von anderen Technologien. Noch bevor der für diesen Donnerstag angekündigte Warnstreik an den Flughäfen Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden, Köln und Berlin begonnen hat, kündigt die Gewerkschaft Verdi bereits eine Verlängerung an. Auch am Freitag soll Luftsicherheitspersonal die Arbeit niederlegen. Es geht um die Tarifverhandlungen für rund 25.000 Beschäftigte privater Sicherheitsdienstleister, die an den Flughäfen im Auftrag der Bundespolizei bei Passagiere, Personal und Gepäck kontrollieren. Reisende müssen sich auf zahlreiche Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Und so geht es bei uns gleich weiter. Die internationale Hilfe für die Menschen in Gaza nimmt allmählich Formen an. Auch die Bundeswehr wird Hilfsgüter aus der Luft abwerfen. Verteidigungsminister Pistorius gab dazu heute grünes Licht. Zwei Transportflieger vom Typ Herkules werden jeweils 18 Tonnen Güter transportieren. Mehr dazu gleich. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749. Und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat, Kriviri, hat der ukrainische Präsident Zelenskyy Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketeneingriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Zivilisten wurden verletzt. Darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in Münchenrunden. 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Wehri Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten und die Debatte um das Basta-Nein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grimmen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Boris Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1.000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch Hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann, das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe, Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist eine aktuelle Umfrage, wonach 61% der Deutschen gegen eine Taurus-Lieferung sind. Das treibt das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf die Palme. Der Kanzler schüre Angst bei den Deutschen, sagt er in der BILD und in der ARD wirft dem vor, die Unwahrheit zu sagen. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt wird man durch die Lieferung von Waffen an ein angegriffenes Land selber zur Kriegspartei. Das ist eine politische Argumentation, hart an der Wahrheit vorbei. Die Position der Union ist jedenfalls klar. Je länger dieser Krieg dauert, umso schrecklicher ist er. Und wir sind unverändert der festen Überzeugung, dass eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine diesen Krieg schneller beenden könnte. Kanzler Scholz, das Muster ähnelt sich. Er zögerte bei der Panzerhaubitze 2000 beim Leo II und beim Marder-Schützenpanzer immer, hieß es, es könnte zur Eskalation beitragen. Am späten Mittag wird sich Olaf Scholz im Bundestag einer Befragung durch die Abgeordneten stellen. Erstmals seit dem linksextremistisch motivierten Anschlag auf die Stromversorgung kommt Tester Schleif-Idelmask offenbar heute persönlich zur Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Noch ist das vom E-Autobauer allerdings nicht offiziell bestätigt. Nach einem tagelangen Stromausfall ist Tesla seit zwei Tagen wieder am Stromnetz und fährt die Produktion allmählich hoch. Das US-Unternehmen schätzt den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen werden die Rufe nach einem Ende des Protestcamps von Umweltaktivisten im nahegelegenen Wald lauter. Die Polizei duldet das Lager mit Baumhäusern vorläufig bis kommenden Freitag. Die rechtsextremen Tendenzen in der AfD sind in der Bevölkerung und bei den Gerichten weiterhin ein großes Thema. So wird heute in Münster vor dem Oberverwaltungsgericht die Berufungsverhandlung AfD gegen den Bundesverfassungsschutz fortgesetzt. Am ersten Tag verzögerte die AfD mit zahlreichen Beweis- und Befangenheitsanträgen sowie dem Wunsch, die Öffentlichkeit auszuschließen, bereits den Prozessverlauf. Ob es daher heute wie ursprünglich vorgesehen ein Urteil geben wird, ist völlig unklar. Die AfD hat nämlich 210 Anträge gestellt. Jonas Feld mit den Einzelheiten. Gar nicht glücklich wirken die Fraktionsvorsitzenden der AfD, als sie den Journalisten auf der Fraktionsebene im Bundestag Rede und Antwort stehen. Bei der Partei läuft es nämlich alles andere als rund. In zweiter Instanz wehrt sich die AfD gegen die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz. Nun soll sich das Oberverwaltungsgericht in Münster mit der Frage beschäftigen. Die Definition des Verfassungsschutzes interessiert mich überhaupt nicht, weil es ein Werturteil ist. Es ist eine Bewertung, die völlig subjektiv ist, die keine objektivierbaren Kriterien anlegt. Dabei ist die Definition wichtig, denn die entscheidet darüber, ob der Verfassungsschutz sogenannte nachrichtendienstliche Mittel einsetzen darf. Dazu gehören V-Leute, Observationen und das Überwachen der Kommunikation. Der erste Verhandlungstag hatte nach zahlreichen Anträgen durch die AfD und mehreren Beratungen des 5. Senats erst mit deutlicher Verspätung am Mittag begonnen. Ob es heute ein Urteil geben wird, ist noch offen. Der Anwalt der AfD will weitere Beweisanträge stellen. Und dann plagt die Partei auch noch die Recherche des Bayerischen Rundfunks. Mindestens 100 Mitarbeiter der Bundestagsfraktionen seien in rechtsextremen Organisationen aktiv. Und es ist so lächerlich an den Haaren herbeigezogen, mit welchen offensichtlichen rufschädigenden Mitteln hier gearbeitet wird. Noch einmal, wird der Bürger unbequem, dann bezeichnen ihn als rechtsextremen. Das Ganze ist eine Medienkampagne, übrigens Steuergeld finanziert. Sie sind ja alle hier GEZ-abhängig. Und dann machen sie natürlich nur eins, sie reden nach dem Ton der Regierung. Die anderen Parteien aber wundert die Recherche nur bedingt. Es überrascht ja nicht sehr, dass die Mitarbeiter von Abgeordneten sich ihren Chef... ...Sidium sich mit diesen... Die Welt am Abend mit Fanny Fee-Werther und Alexander Simon. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Verteidigungsminister Boris Pistorius gibt grünes Licht für den Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen. Mit dem Einsatz beteiligt sich die Bundeswehr an einer Luftbrücke. Gemeinsam mit den Verbündeten sollen zwei Maschinen vom Typ Herkules bis Ende der Woche dringend benötigte Hilfe aus der Luft abwerfen. Sie soll zur Versorgung der Bevölkerung im Palästinensergebiet beitragen. Die Luftbrücke wurde von Jordanien initiiert. Die USA und Frankreich beteiligten sich ebenfalls daran. Der SPD-Politiker sagte, der Einsatz solle so lange wie nötig fortgeführt werden. Es wird zwei Flugzeuge geben dieser Staffel aus Evreux, die in Jordanien sein werden und von dort aus dann Flüge unternehmen. So oft es eben geht. Jede Maschine kann etwa 18 Tonnen Güter aufnehmen. Die Mannschaften sind erprobt und erfahren, sodass ich davon ausgehe, dass es einige Flüge geben wird. Das hängt ab von dem Material und der Zuführung des Materials. Aber es wird nicht nur zwei Flüge geben. Die Flüge werden aufgenommen bis zum Ende der Woche und dann so lange fortgeführt, wie erforderlich und möglich. Das Ganze wird in einer Flughöhe passieren, die die Gefahren durch einen Beschuss vom Boden minimieren. Gleichzeitig sind sie so erprobt in den Verfahren, dass das, was abgeworfen wird, auch ankommt. Jedenfalls hoffen wir das. Ganz sicher kann man bei einer Flughöhe dieser Art nicht sein. Monatelang hat nicht nur seine Angehörigen um ihn gebangt. Jetzt herrscht traurige Gewissheit über das Schicksal des 19-jährigen Itai Chen. Fünf Monate nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel ist der in den Gazastreifen verschleppte Deutsch-Israeli für tot erklärt worden. Es ist niederschmetternd zu erfahren, dass unser deutscher Landsmann Itai Chen, von dem wir gehofft haben, dass er noch lebt, doch tot ist, schrieb Steffen Seibert, der deutsche Botschafter in Israel auf der Plattform X. Regierungsangaben zufolge sind noch rund 100 Geiseln in der Hand der Hamas. Und bei uns im Studio begrüßen wir jetzt den Angehörigen von Opfern in Israel, Arnon Gat. Guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Sie erleben seit dem 7. Oktober eine Familientragödie. Ihre Schwester ist noch als Geisel in Gaza. Ihre Frau wurde als Geisel genommen, ist dann befreit worden im Zuge eines Deals mit der Hamas Ende November freigekommen. Und Ihre Mutter wurde ermordet von der Hamas am 7. Oktober. Wie übersteht man dieses Schicksal? Eigentlich gar nicht. Ich bin ja immer noch mittendrin. Ich lebe immer noch am 7. Oktober. Ich habe es noch nicht überwunden. Ich bin überhaupt noch nicht in der Lage, mich damit zu befassen. Ich bin mittendrin. Und wir waren ja alle von zu Hause entführt worden. Sie haben uns aus den Betten gezerrt. Die Hamas-Terroristen haben uns direkt aus den Betten entführt am 7. Oktober. Meine Frau und Yarden und ich, wir wurden wirklich in ein Auto gesteckt. Ich hatte dann die Möglichkeit zu entkommen. Sie war dann 54 Tage lang in Gefangenschaft und war dann bei den ersten Geisen, die befreit wurden, dabei. Meine Mutter wurde aus dem selben Haus gezerrt und im Kibbutz noch umgebracht. Ich bin also immer noch drin. Und ich warte ja noch auf meine Schwester, die auch entführt worden ist. Und die jetzt immer noch Geisel ist in Gaza. Das heißt, für mich ist es noch nicht vorbei. Ich bin noch nicht in der Phase, wo ich darüber nachdenken kann. Was gibt Ihnen die Hoffnung, dass Ihre Schwester noch lebt? Haben Sie in den vergangenen Monaten irgendein Lebenszeichen bekommen aus dem Gaza-Streifen? Ja, wir hatten gewisse Anzeichen, aber das ist schon wieder lange her. Wir hatten Lebenszeichen bekommen vom letzten Mal, als diese Geiseln noch mit Kamel zusammen waren. Das ist aber mehr als 100 Tage her. Und das war bereits in dem ersten humanitären Ideal, wo meine Frau dann zurückkommen konnte. Und sie haben uns dann über ihre Erfahrungen berichtet dort. Und sie wurden auch missbraucht dort. Sie hatten wirklich eine harte Zeit dort. Und dann wurden sie freigelassen und haben die Tür hinter ihr zugeschlossen. Und Kamel ist eine Frau von 39 Jahren. Sie ist jetzt allein in Gefangenschaft. Und gerade jetzt hat die UN einen Bericht veröffentlicht über den sexuellen Missbrauch und die Vergewaltigungen seit dem 7. Oktober durch die Hamas-Terroristen und auch jetzt noch im Gaza-Streifen an den Geiseln. Meine Schwester Kamel ist jetzt ganz allein dort. Und ich glaube, ich durchlebe das tagtäglich, dass meine Schwester jetzt auf sich allein gestellt ist in den Händen der Terroristen. In diesen Händen der Terroristen war auch Ihre Frau, das haben Sie gerade schon gesagt. Wie geht es ihr und was erzählt sie noch von dieser Zeit in der Gefangenschaft? Sie hatte natürlich auch eine sehr schwere Zeit dort. Man nimmt diese Persönlichkeit eigentlich weg. Und jetzt wedelt man damit herum und man zeigt ihr, sie sind ihr Preis und man sagt ihr, ich halte sie gerade so mental oder physisch am Leben, denn sie sind unser Preis und sie sind der einzige Zweck für diese Verhandlungen. Man ist dort kein Mensch mehr und man leidet tagtäglich und man hat überhaupt keine Freiheit. Man ist eben eine Gefangene in der Gewalt der anderen und sie können mit einem alles machen, was sie wollen. Die Situation mit meiner Frau ist jetzt sehr kompliziert. Sie muss langsam in die Realität zurückfinden, aber das ist nicht einfach. Selbst meine dreijährige Tochter, sie weiß ja, dass jede Minute jemand in ihr Haus eindringen kann und sie wegholen kann. Das hat sie nun erlebt. Das ist die Realität. Jemand kommt einfach durch die Tür, schnappt sie, entführt sie und das ist jetzt Teil ihres Lebens. Das haben wir erlebt. Ich würde an der Stelle die Perspektive gerne nochmal weiten wollen. Der Militäreinsatz Israels im Gazastreifen läuft ja weiter. International ist die Kritik jetzt immer größer, weil so die Darstellung eben immer mehr palästinensische Zivilisten auch zu Opfern wären. Momentan, so scheint es, rücken die Palästinenser, die Zivilbevölkerung, mehr in den Vordergrund, während über die Geiseln immer weniger geredet wird. Wie groß ist da Ihre Sorge, dass man irgendwann mehr die Palästinenser im Blick hat und nicht mehr die eigentlichen Opfer, die eigentlichen Opfer des Terroranschlags? Ja, das macht mir wirklich Sorgen, denn die Hamas hat ja nicht nur unsere Familie als Geiseln genommen und diese israelischen Geiseln, sondern alle Bürger in Gaza sind ja praktisch auch jetzt Geiseln der Hamas. Die Hamas versteckt sich hinter ihren Zivilisten. Sie nutzt diese Zivilisten als menschliche Schutzschilde. Und darum gibt es ja so viele Opfer, weil die Hamas sich selbst hinter diesen Bürgern versteckt. Und wir müssen einfach die Hamas vernichten. Und es gibt eben dafür keine andere Möglichkeit. Natürlich versucht Israel so viel wie möglich, die Opfer unter den Zivilisten zu verhindern. Und ich glaube, Israel nimmt alle Anstrengungen auf sich, um das auch zu erreichen. Aber natürlich mache ich mir Sorgen, dass die Geiseln jedes Mal, wenn die Menschen über die humanitäre Hilfe in Gaza sprechen, dann reden sie gar nicht über die Menschen, die dort als Geiseln gehalten werden. Meine Schwester ist jetzt schon mehr als 150 Tage gefangen, in Gefangenschaft. Und sie leidet tagtäglich und alle Geiseln leiden tagtäglich. Und die Hamas könnte das sofort beenden. Sie könnten die Waffen niederlegen und die Geiseln freilassen. Und alle Dinge würden dann sofort beendet werden können. Das muss passieren. Und zwar jetzt. Die Welt muss dabei auch helfen, dass das wirklich Realität werden kann. Und wir müssen das unbedingt umsetzen. Auch Deutschland hilft uns natürlich sehr viel. Aber es muss hier noch mehr Druck auf die Hamas ausgeübt werden. Von Katar, von Ägypten, von anderen Ländern. Alain Gatt, wir danken Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier bei uns im Studio. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön auch für diese persönlichen Schilderungen. Wir können gar nicht erahnen, was Sie durchmachen. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir wünschen Ihnen alles Gute. Und wir hoffen natürlich, dass Ihre Familie bald wieder zusammenfindet, soweit das auch möglich ist und Ihre Schwester freikommt. Dankeschön. Thank you. Ja, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Jetzt ist es also offiziell. Bei der US-Präsidentschaftswahl im November kommt es zum Rematch. Donald Trump gegen Joe Biden. Der Ex- und der amtierende US-Präsident haben sich bei den Vorwahlen ihrer Parteien die notwendigen Delegiertenstimmen gesichert. Erstmals seit 1952 und 1956 gibt es somit wieder die Situation, dass die vorangegangenen Wahlkämpfer vier Jahre später dieselben sind. Formal gekürt werden die Kandidaten bei den Parteitagen im Sommer. Der Wahlkampf ist allerdings schon jetzt in vollem Gange und er dürfte auch von Woche zu Woche schmutziger werden. Der selbstverliebte und der tattlige ältere Herr, bei dem jedes Bücken den Secret Service ins Schwitzen bringt, so könnte das Duell der Präsidentenanwärter auch lauten. Aber das ist gar kein Witz. Das wird womöglich ein erbitterter Kampf, nicht nur um das Weiße Haus, sondern um die Balance in den tiefgespaltenen Vereinigten Staaten. In den Ring ziehen zwei, die dieses Duell schon einmal bestritten haben, bei der letzten Wahl 2020. Der Republikaner Donald Trump und Joe Biden von den Demokraten. Es endete mit dem Sturm aufs Kapitol, befeuert durch die Wahllügeattacken des Verlierers. Joe Biden wurde bekanntlich Präsident. Seitdem aber war klar, es könnte einen neuen Aufguss geben. Und hier stehen wir nun. Es fühlt sich an wie eine Revanche. Nur, die Punches sind schärfer geworden, schon in den Primaries den Vorwahlkämpfen. Wir haben die dümmsten Leute in der Geschichte unseres Landes, die das Sagen haben. Das sind dumme Leute. Ich würde gern ein anspruchsvolleres Wort verwenden, aber das sind dumme Leute. Joe Biden sollte Amerika nicht wütend anschreien. Amerika sollte Joe Biden wütend anschreien. Donald Trump hat die Vorwahlen furios für sich entschieden. Keine Klage, kein Immunitätsstreit kann ihm bei seinen Anhängern etwas anhaben. Joe Biden hat auch deutlich gewonnen, aber praktisch keinen Gegenkandidaten gehabt. Nur sehr viel gegen Wind. Nicht mal wegen seiner Politik, sondern wegen seines Alters und der damit einhergehenden, sprichwörtlichen Stolperer, Versprecher, Vergesser. Das ist sowas wie der Leberhaken für den Gegner. Und Trump spricht prompt vom krummen Joe Biden. Unter der Gürtellinie kontert Biden freilich nicht. Aber er versucht Trump in die Ringseile zu drücken. Ein wichtiger Punkt ist noch immer Trumps Wahlniederlage und dessen Verantwortung für den Sturm auf das Kapitol. Respektieren Sie freie und faire Wahlen, stellen Sie das Vertrauen in unsere Institutionen wieder her und stellen Sie klar, politische Gewalt hat in unserem Amerika keinen Platz. Trump wirkt mit seinen 77 Jahren und seiner Polemik energischer als Biden. Joe Biden ist ein US-Politiker der alten Garde, diplomatisch versiert. Wer die US-Wahlen als Schaukampf betrachtet, wettet womöglich auf Trump. Wer die USA weiter als Staat ernst nehmen möchte, vermutlich dagegen. Da müssen wir drüber sprechen. Aus Washington unser USA-Korrespondent Michael Wöhlenweber zugeschaltet. Michael, es wird also wieder dieses Kopf-an-Kopf-Rennen geben, das Duell Trump gegen Biden. Wenn man so auf die Umfragen schaut, was sagen die Amerikaner denn? Wer wäre Ihnen denn lieber? Ja, die Amerikaner sagen im Moment zumindest, dass ihnen Trump lieber wäre. Er führt in den großen Umfragen, das ja schon seit einigen Wochen, auch wenn der Präsident selbst, also Joe Biden, auch noch andere Umfragen auf den Tisch legen kann, wonach er die Nase vorn hat. Aber die großen Polls, die großen Umfragen, da führt Donald Trump. Und auch in den sogenannten Swing States, also in den Staaten, die die Wahl entscheiden werden. Die meisten Staaten, da ist es Rennen ja schon jetzt gelaufen. Da weiß man, da wird ein Demokrat oder ein Republikaner mit diesem großen Vorsprung führen. Aber diese Swing States, die sind entscheidend. Auch da führt Donald Trump im Moment. Aber der Wahlkampf ist natürlich noch lang. Acht Monate Campaigning matters. Also Wahlkampf macht den Unterschied. Das ist die Hoffnung von Joe Biden. Und die weitere Hoffnung ist, dass die Menschen anfangen, es zu spüren. Dann auch, dass die Wirtschaft gut läuft und dass das Vertrauen in ihn, dann unabhängig davon, dass er recht alt ist, wieder zurückkommt. Aber eines ist klar, das, was den Menschen weggenommen worden ist durch die Inflation, das wird Joe Biden bis zum Wahltag nicht zusätzlich mehr in die Taschen stopfen können. durch Wirtschaftswachstum. Und der Bürger oder viele werden am Ende danach wählen, was hat mir das gebracht? Und dann unter Umständen eine negative Entscheidung fällen. Mein Eindruck allerdings dennoch ist, Joe Biden hat sehr, sehr gute Chancen, am Ende immer noch die Nase vorn zu haben. Lass uns vielleicht noch mal auf Justitia schauen. Da hatten ja viele auch die Hoffnung gehabt, dass die vielleicht Donald Trump stoppen könnte. Kommt da noch irgendwas an Prozessen? Oder ist es mittlerweile alles durch? Naja, alles Gelutschte ist ganz bestimmt nicht. Aber die meisten Strafprozesse und die gefährlichen, die verzögern sich ja immer weiter. Und das kommt natürlich Donald Trump zu Pass. Das ist seine Strategie. Allerdings in New York fängt ein Strafprozess ja an. Am 25. März geht es um die Hashmani, um die Schweigegeld-Affäre, um die Pornodarstellerin Stormy Daniels, also aus 2016, also ein alter Fall. Das ist sicherlich der leichtgewichtigste. Und wenn Donald Trump verurteilt werden würde, da erwarten die Experten eigentlich nicht, dass da irgendwie Knast herauskommt, sondern am Ende vielleicht eine Geldstrafe. Und im Übrigen würde natürlich auch solch ein Urteil angefordert werden von Donald Trump. Also rechtsgültig verbindlich werden wir vor der Wahl nichts mehr auf dem Tisch liegen haben. Michael, bleib bei uns. Wir haben noch einen anderen Aspekt, über den wir sprechen wollen. Denn in den USA ist ein ehemaliger Manager des Flugzeugherstellers Boeing tot aufgefunden worden. John Barnett hatte den Konzern immer wieder wegen angeblicher Sicherheitsprobleme öffentlich kritisiert. Nun hat sich der 62-Jährige offenbar das Leben genommen. Seitdem er vor sieben Jahren das Unternehmen verlassen hatte, teilte Barnett seine Sorgen über die aus seiner Sicht mangelhaften Zustände in der Produktion der Boeing-Maschinen mit. Die Produktionsqualität wird bereits seit Jahren infrage gestellt. Erst im Januar war bei einer Boeing eine Platte während eines Fluges aus dem Rumpf herausgebrochen, was eine Notlandung zur Folge hatte. Michael, damit zurück zu dir. Ist denn sicher, dass der Mann wirklich Selbstmord begangen hat? Also es soll untersucht werden. Das verlangen ja auf jeden Fall die Anwälte, die sagen, er wäre besser Laune gewesen in heißes Bild. Also er hätte keinen Grund gehabt, Selbstmord zu begehen. Allerdings Angehörige berichten auch, dass er an einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten hätte. Also alles ist da im Prinzip möglich. Also es muss untersucht werden. Aber natürlich passt das jetzt in die Berichterstattung über diese ganzen Pannen bei Boeing. Es war ja nicht nur die Tür, sondern auch ein Rad wurde in der Luft verloren, zerstörte dann auf dem Boden einige Autos beim Aufschlag. Und dann ganz frisch ist eine Maschine abgeschmiert, mehrere tausend Meter offen, sichtlich wegen eines technischen Problems in der Elektronik. Konnte abgefangen werden. Aber der Pilot selbst sagt, die Maschine war außer Kontrolle gewesen. Also das spielt natürlich nicht Boeing in die Karten. Und dann im Zusammenhang mit diesem Whistleblower, der im Übrigen noch eine Aussage machen musste, gegen Boeing in einem Privatprozess. Aus dieser ganzen Lage heraus ist das natürlich der Stoff für eine Verschwörungstheorie. Am Ende ist da etwas nicht mit rechten Dingen vorgegangen. Ist da ein Killer vorbeigeschickt worden? Das steckt ja hinter dieser Vermutung, um es klar zu formulieren. Aber im Moment gibt es da tatsächlich nichts Konkretes. Der Finger war noch am Abzug, sagt die Polizei. Es soll eine Art Abschiedsschreiben gegeben haben. Also da muss man auf die weiteren Untersuchungsergebnisse warten. Ein richtiger Kriminalfall offenbar. Michael, vielen Dank für die Informationen aus Washington. Dankeschön. Sehr viel schöner hätte man die Geschichte dieser Saison wohl nicht schreiben können. Der Drittligist, 1. FC Saarbrücken, setzt seinen Sensationskurs im DFB-Pokal weiter fort. Das Team hat mit Borussia Mönchengladbach gleich den nächsten Bundesligisten aus dem DFB-Pokal geschossen. Schon die Bayern und Frankfurt waren an den Saarländern gescheitert. Der jüngste Coup sorgte auch gleich für ein Novum. Denn erstmals in der Geschichte steht mit Bayer Leverkusen nur ein einziger Bundesligist im Halbfinale. Über dieses Pokalmärchen berichtet Andreas Bündner. Naja, das ist einfach unbeschreiblich jetzt. Wir sind im Halbfinale. Der Pokalschreck macht es schon wieder. Grenzenloser Jubel beim 1. FC Saarbrücken. Der Fußball-Drittligist schlägt den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und steht damit im Halbfinale des DFB-Pokals. Ja, ich glaube, es ist schon wie die letzten Spiele. Sehr, sehr schwierig, jetzt irgendwas zu sagen. Also gerade nach dem Abpfiff hatte ich einfach nur Gänsehaut gehabt. Aber nicht, weil mir kalt war. Ja, es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Und das wieder mal nach einer unbeschreiblichen Wasserschlacht. Nach der frühen Führung der Gladbacher gleicht Saarbrücken im Gegenzug direkt aus, um in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Als ich dann im Spiel mal mit Manu Zeitz geredet habe, habe ich auch gesagt, vielleicht müssen wir all hingehen, um halt in den letzten Minuten noch ein Tor zu machen. Aber ich meine, wir haben es ja auch bis dahin sehr gut verteidigt und hätten auch sagen können, wir gehen in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Ja, aber am Ende ist ich einfach glücklich, dass es so gekommen ist. Im Halbfinale trifft Saarbrücken nun auf den Zweitligisten Kaiserslautern. Im Pokalfinale in Berlin würde dann Leverkusen oder Düsseldorf warten. Erstmal haben wir noch ein Halbfinale vor uns, ein Wichtiges. Das wird auch ein schweres Stück Arbeit und ich glaube, da ist erstmal der Fokus drauf. Aber erstmal heute Abend ist der Fokus auf etwas anderes. Für die Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer plant die Bundesregierung eine Lockerung der Vorschriften für die Nachtruhe. Das berichtet zumindest der Spiegel. Fanfest und Public Viewing sollen während des Heimturniers vom 14. Juni bis zum 14. Juli in die Nacht hinein möglich sein. Demnach gibt es in den 10 Austragungsorten offiziell Fan-Zonen der UEFA, in denen die Spiele auf Großbildschirmen gezeigt werden. Damit ein hergehender Lärm könne ein Problem mit Blick auf die Nachtruhe darstellen. Das sollen die Kommunen jetzt großzügig genehmigen dürfen. So, blicken wir auf den Eishockey. In der NHL hat JJ Paterka mit den Buffalo Sabres das deutsche Duell gegen Moritz Seider und die Detroit Red Wings klar gewonnen. Der ersetzte sich durch mit 7 zu 3. Paterka, einer der Torschützen. Er traf zum zwischenzeitlichen 7 zu 2 für Buffalo. Saisontor Nummer 21 für ihn. Der Sieg war aber auch ein wichtiger Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um die begehrten Playoffs. Buffalo liegt nämlich aktuell fünf Punkte hinter einem Wildcard-Platz, der eben die Teilnahme an den Playoffs ermöglichen würde. Der Siegeszug von Tennis-Profi Alexander Zverev in den Indian Wells geht weiter. Zverev steht im Viertelfinale des ATP Masters Turnier. Der Deutsche hat sich in drei Sätzen gegen den Australier Alex de Menaue durchgesetzt. Er musste die Partie allerdings drehen, denn den ersten Durchgang verlor Zverev noch. Nach knapp drei Stunden gewann er mit 5 zu 7, 6 zu 2 und 6 zu 3. Im Viertelfinale geht es nun gegen den amtierenden Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz. Ausgeschieden ist dagegen Angelique Kerber. Ganz kurze Unterbrechung, dann sind wir zurück und dann wollen wir nochmal um die Diskussion um Taurus-Marschluh-Körper blicken. Heute hitziger Schlagabtausch im Bundestag. Ganz genau. Der Bundeskanzler kam da ein bisschen in die Defensive durch die Unionspolitiker, mehrere an der Zahl. Wie er sich dann geschlagen hat und was er dann zur Taurus-Lieferung letztendlich gesagt hat, das erfahren Sie gleich. Ich wollte jetzt nicht umeiern. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Es ist Tag 749. Und nach einem schweren russischen Raketenangriff auf seine Geburtsstaat, Kriviri, hat der ukrainische Präsident Zelenskyj Vergeltung angekündigt. Wir werden dem russischen Staat als Reaktion darauf Verluste zufügen, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Terror dürfe nicht ungestraft bleiben. Bei dem Raketeneingriff auf Kriviri waren zwei Wohnhäuser getroffen und in Brand gesetzt worden. Bis in die vergangene Nacht bargen die Helfer mindestens drei Tote aus den Trümmern. Weitere 38 Zivilisten wurden verletzt, darunter sieben Kinder. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Vorerst. Seit zwei Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an. Das bestätigte die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am gestrigen Abend. Fahrgäste müssen sich vor allem am Morgen jedoch auf volle Züge einstellen. Doch die Welle der Arbeitskämpfe, sie wird weitergehen. Flugreisende müssen nämlich weiter mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline lässt die Kabinengewerkschaft UFO den zweiten Tag in Folge streiken. Betroffen sind die Abflüge in München. Runden 400 Verbindungen werden voraussichtlich gestrichen. 50.000 Passagiere haben das Nachsehen. Und für morgen kündigte Verdi Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Airports an. Im Bundestag wird es ab 13 Uhr hoch hergehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr stellt sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten. Und die Debatte um das Basternein von Olaf Scholz zur Lieferung der deutschen Taurus-Marschflugkörper dürfte das Fragen- und Antwortszenario beherrschen. Vor allem die Union kündigte an, den Regierungschef grinnen zu wollen. Doch auch in der Ampelkoalition selbst wird der Ton bei dem Thema immer rauer. So bezeichnete der stellvertretende SPD-Fraktionschef Wiese den grünen Abgeordneten Hofreiter als Zitat Frechheit gegenüber dem Bundeskanzler. Bei den Verbündeten heizt vor allem Großbritannien die Diskussion ebenfalls weiter an. Außenminister Cameron sagte in London, man leiste bei den Deutschen Überzeugungsarbeit. Mehr von Matthias Heinrich. Borges Pistorius im Ertüchtigungsmodus. Der Verteidigungsminister lässt alle Taurus-Marschflugkörper modernisieren. Hardware- und softwaremäßig ein Routineprozess sei es, sagen Experten. Doch die Nähe zur Diskussion Taurus in die Ukraine fällt schon auf. Rund 600 Marschflugkörper hat Deutschland, 1000 hat Berlin der NATO aber eigentlich im Bestand zugesagt. Von denen, die wir haben, sind noch nicht alle geupdatet, aber grundsätzlich fast alle einsatzbereit. Wir müssten trotzdem definitiv noch viele kaufen, ohnehin. Da ist dann natürlich die Frage, wenn ich ohnehin noch hunderte beschaffen muss, bei dem, was ich zur NATO zugesagt habe, ob ich da nicht einige Dutzend jetzt der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Das würde an dem Bedarf, den Deutschland hat, wenig ändern. Doch der Kanzler steht auf der Bremse, getrieben von seiner Partei und besonders Fraktionsspitze. Fraktionschef Mützenich ist ein entschiedener Gegner einer Taurus-Lieferung. Ich bin sehr froh und ich hoffe Sie auch, dass der Bundeskanzler eine klare, eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat. Sie ist nicht nur nachvollziehbar, sondern sie ist verantwortungsvoll, sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber unserem Land. Was Mützenich stützt, ist deine aktuelle Umfrage, wonach 61 Prozent...